Jo Leute, da bin ich. Herzlich willkommen zu den Riot Masters. Ich glaube, es wird Riyadh ausgesprochen, das werden wir aber nicht hinkriegen. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Cool, wenn ihr schon da seid. Auch cool, wenn du aufs Video geklickt hast. Ein großartiges Turnier steht vor seiner finalen Phase mit den Viertelfinals-Playoffs hier am heutigen Tag. Wird sich bereits einiges entscheiden. Und es treffen bereits jetzt, wie ihr schon seht, zwei krasse Teams aufeinander. Mit Nygma Galaxy und LGD. Absolutes Hammer. Matchup. Ein richtiger Traum, weil LGD, eins der stärksten Teams der Welt, vielleicht sogar das stärkste insgesamt gesehen. Und hier in den Riot Masters zwar weitergekommen in die Playoffs, aber eben in die Viertelfinale und nicht in die Halbfinal-Playoffs. Also ein paar überraschende Niederlagen gehabt. Haben nicht alles gewonnen. Und Nygma super stark. Eigentlich Division 2 in EUW zur Zeit, aber jetzt mit Tomeil machen einen extrem krassen Eindruck. Und die treffen jetzt hier aufeinander. Ehrlich gesagt, vor dem Turnier hätte man, glaube ich, sofort gesagt LGD Haushofer Favorit. Aber weiß ich nicht. Von dem, was wir im Turnier gesehen haben, hat Nygma Galaxy echt richtig viel gerissen. Und vielleicht können sie hier den Top Dog aus dem Weg räumen. Der, der verliert, ist raus aus dem Best-of-3. Der, der verliert, ist aus dem Turnier raus. Der, der gewinnt, kommt weiter. Geht auch rum, viel Geld und alles. Also ganz gerade, den nicht jeder will einfach unbedingt gewinnen. Da bin ich. Herzlichen Dank. Das Mikro funktioniert gut. Ich habe nämlich die ganze Zeit gequatscht und habe das nicht überprüft. Nice. Oh Mann, das war voll kacke. Ich habe richtig verpennt. Ich bin eingeschlafen. 10, 20, ja so 15 Minuten, bevor ich anfangen wollte zu streamen, bin ich eingepennt. Oh, so dumm. Und jetzt gerade aufgewacht. Ah, furchtbar. Aber ich habe natürlich alles schon eingestellt gehabt und so. Moin, grüne Alge. Hey, Afranon. Herzlich willkommen. Moppel, Philipp. Ein haier Hagazusa. Hey, Leute. Hallo, Otto. Auf jeden Fall netto. Hätte ich nicht besser sagen können. Auf ein paar tolle Spiele heute. Ich finde es so schön und so erfrischend, dass wir mal nicht irgendwelche DPC-Punkte angucken müssen, sondern wirklich ein Turnier mit einem extrem großen, prestigeträchtigen Preispool. Ja, und die Teams wollen es einfach abholen. Da muss man jetzt nicht ausrechnen, wer noch nicht im TI ist sicher und wer jetzt gewinnen muss und für wen es vielleicht egal ist und der dann plötzlich drei, vier Spaßhelden pickt. Sondern es ist wirklich ein kleines International. Es hat einen großen Preispool. Ich glaube, größer sogar als die alten Majors mit vier Millionen. Der erste Platz kriegt anderthalb Millionen für sich. Und es gab Direct Invites in klassischer Manier wie früher. Einfach mal abseits von der ganzen Valve-Geschichte ein großes Ding. Hey, Edward. Marcy ist auch super stark und ich finde es interessant, dass sie hier als dritter Pick durchgekommen ist. Weil Marcy eigentlich innerhalb dieses Turniers, so wie ich das mitbekommen habe und auch in der Zeit davor vor allem, in den westeuropäischen DPC-Spielen und Westeuropa ist ja vertreten im Turnier und sehr erfolgreich, immer gebannt wurde. Also First Phase Ban. Und das ist ja nicht nur ein First Phase Marcy Pick, das ist ein Second Phase Marcy Pick. Das sieht fast so aus, als hat Nygma Bock drauf gehabt, dass LGDD pickt. Das wäre jetzt eine ganz bewusste Entscheidung, gegen sie hier anzutreten. Sie haben dafür eine Dawnbreaker, auch ein Held, der hier in der zweiten Phase gepickt wurde und der zuvor, so wie ich es mitbekommen habe, extrem beliebt war. Also vielleicht hat sich auch ein bisschen was getan einfach in letzter Zeit. Weil alles, was ich hier sehe, ist eigentlich ziemlich stark momentan. Also zumindest bei Nygma Galaxy, das Draftverhalten von den europäischen Teams, bin ich auch mehr gewohnt. Der Razer, klassischer Offline-Razer aktuell, sehr in, aber muss nicht Offline gespielt werden. Mit BKB, Refresher und so einem ganzen Kram. Sehr mächtig. Hat sich schon mal darüber geredet, wie krass er daran ist, Support zu sauren, in so einen Teamfight reinzuspringen einfach und alles. Und ist ganz schwierig darauf zu antworten für das Gegnerteam. Und HsProfit auch recht früh gepickt hier, auch ziemlich gut zurzeit. Der Void und die Enge halte ich auch beides für starke Helden momentan. Aber ich finde Void und Pango zusammen immer so ein bisschen tricky. Jetzt bin ich auch nicht auf dem Level von LGD. Und meine Pangoliers rollen in die Chrono rein. Aber mal sehen, wie sie das so zusammen funktionieren lassen. Swarshbuckle kann theoretisch ein bisschen was in der Chrono machen. Aber die beiden Ultis der Helden sind nicht so geil zusammen. Marcy, die auch eher in Melee hält, kann man mal schauen. Vielleicht gibt es so ganz verrückte Sachen, dass sie einen in die Chrono rein grabbt oder so. Und Ancient Trust mit Impetus macht ganz soliden Schaden da drin. Wird aber wahrscheinlich auf Support gespielt werden. Und dann hat sie Creeps. Die funktionieren auch nicht so mit Chrono. Ich denke mal, LGD hat einfach Bock gehabt, Void zu spielen. Die geben dem einfach einen hohen Wert, dem Helden. Es wird ja auch so ein bisschen gebannt. Auch der Viper-Pick ist wirklich spät. Also Last Phase Viper-Bann. Richtig krass, was hier abgeht, Leute. Was ist denn mit den Picks los? Hatten die echt Bock gegen eine Viper? Mein Gott. Ah, nochmal ein verspätetes Hallo an Agent und Edward. So langsam werde ich auch wacher. Das ist ganz gut. Ich habe irgendwie ein bisschen Rückenschmerzen. Kann mich jemand massieren? Seid ihr gute Masseure und Masseusinnen? Masseurinnen? Ja, cooler, Frenon. Es ist heute Viertelfinale. Und morgen, 16.30 Uhr, geht es dann los mit den Halbfinalspielen und auch dem großen Finale. Also das ganze Event läuft jetzt einfach nur übers Wochenende. Wird ganz viel Dota-Action. Morgen geht es tatsächlich schon um 13 Uhr los. Sorry, aber ich fange erst 16.30 Uhr an. Ja, die ersten zwei Bands sind tatsächlich direkt gegen GH. Also der Wisp könnte auch allgemein gemeint sein. Aber Wisp und Wyvern denke ich auch, dass das ein Target ist, der GH. 5 Sekunden remaining. Ja, Quep, mach mal hier. GH performt eigentlich immer unglaublich gut. Sehr stark erspielen. Ja, sehr konsistent. Sehr stark. Ja, keine Frage. Nigma ist halt so eine Sache. Die war eine Weile auch nicht so gut. Es hat einfach nicht funktioniert. Aber man muss wirklich sagen, dieser Austausch von Spielern, was ja auch nicht immer funktioniert, mit Zumae, der jetzt im Team ist, der hat denen einfach so gut getan. Und das war auch ein bisschen fies, weil in der Division 2 von der DPC, da haben die natürlich alles vernichtet. Da hatte keiner wirklich eine Chance gegen die. Ich glaube, die haben eine Niederlage gehabt in allen Spielen zusammen und haben jede Serie gewonnen. Und das ist schon krass. Also die haben deutlich unter ihrem Level da gespielt. Sieht man auch daran, dass sie jetzt bei den Riot Masters ziemlich weit oben mit dabei sind und schon eine erfolgreiche Gruppenphase hatten. Jetzt gibt es noch eine Death Prophet. Also den Bristle. Mal sehen, wie wichtig LGD Break dagegen ist. Bristle ist hier auch zur Zeit sehr stark. Kommt auch am Mittwoch ein Bristleback-Gameplay. Weil der Kollege richtig reinhaut. Stark, stark, stark momentan. Mit Aghanims und so. Hm. Selbst in der Chrono, klar, da ist er festgehalten. Dann kann er bald um ihn rumlaufen mit zwei Schritten und ihn von vorne schlagen und so. Aber wenn der Bristle ein paar Items hat, der hat es so spät gepickt noch. Also Razor und Bristle haben sie bekommen. Dazu eine Dawnbreaker. Die kann übrigens auch den Void noch zusätzlich kontern. Gerade wenn sie Aghanims geht. Das ist eine Kuroki Dawnbreaker. Also Support Dawnbreaker. Die wird bestimmt versuchen, einen Aghanims zu kaufen. Ist ja die Frage, ob Kuroki ein Spiel hat, dass gut genug dafür ist. Aghanims sorgt dafür, dass der Void auch noch in der Krone dann die Gegner verfehlt. Nehmen wir Tatsache, dass sie natürlich krass geheilt werden und so. Also ich finde Nygmas Draft echt ziemlich nice. Die haben sehr gute Picks. Vielleicht haben sie ein bisschen wenig Control. Sie haben eigentlich keinen Stun. Keinen richtigen. Klar, sie haben Starbreaker von Dawnbreaker und auch ihre Ulti. Aber das sind beides Dinge, die sieht man kommen. Den kann man in irgendeiner Form ausweichen. Dann haben sie Frostbite, was auch kein richtiger Stun ist. Und dann haben sie eben einen Bristle und einen Razor, die beide einen längeren Kampf wollen. Und Gegner ein bisschen ausbluten lassen wollen. Mit Bristleback, Quill Spray Stacks. Mit dem Static Link. Mit der Eye of the Storm Ulti. Und selbst Prophet geht ein bisschen in so eine Richtung. Also es ist vielleicht ein bisschen zu viel von einer Sache, was Nygmas Kors so bieten. Aber die Helden an sich finde ich ziemlich krass. Ah ja, hatte ich gerade angesprochen mit dem Aghanims. Müssen wir mal schauen, ob er das macht. Ich denke, er wird es machen, wenn sein Farm halbwegs da ist. Ich glaube, er wird es dann rushen. Genau, ein Spiel gegen Into the Breach haben sie verloren und sonst jedes gewonnen. Das habe ich doch gesagt. Jedes gewonnen außer ein einziges Spiel. Und auch gegen Into the Breach haben sie 2-1 gewonnen. Also sie haben ihre Gegner deklassiert in der Division 2. Und das ist auch klar, das sind fast nur Tier-2-Teams. Und die waren spätestens seit zu Mail. Weil offenbar sieht man ja jetzt an diesem Turnier wieder auf einem Level, wo sie mit ganz anderen Leuten mithalten können. Wie zum Beispiel auch LGD. Oder auch nicht. Wir werden es gleich sehen. Es geht um ganz viel Geld. Und wir wissen es, Dota-Spieler sind Sellout-Jungs. Und haben richtig Bock auf die Asche. Deshalb werden jetzt hier auch beide alles geben auf der großen Bühne. Es ist das erste Spiel in den Playoffs des Turniers. Davor war nur Gruppenphase. Es gibt nur eine kleine Playoff-Phase mit Viertelfinale und Halbfinale. Ich weiß nicht ganz, warum. Ich finde Gruppenphasen nicht so cool wie Turnierbäume. Aber so können wir zumindest komprimiert die heftige Endgame-Action zum Wochenende abholen. Ja, Mann, ey. Ich habe schon richtig Bock. Ich habe schon Bock auf Dota-Action am Wochenende mit euch. Da ich ein bisschen spät jetzt angefangen habe, gibt es weitere Erklärungen und auch ein angepasstes Overlay und so. Erst nach diesem Spiel. Alpha, du geile Sack. Ist die Startgebühr schon bezahlt? Ich wollte es gerade sagen. Ist sie nämlich nicht. Dankeschön, Mann. So, und jetzt werde ich mich komplett auf dieses Spiel für dich fokussieren. Denn das hat dein Geld... Ihr konzentriert jetzt überhaupt nicht aufs Spiel. Dankeschön, Mattenfried. Alter. Stargebühr. Go, Nick Mark. Was ich nicht gecheckt habe, Alpha hat die gar nicht gezahlt. Alpha hat Mattenfried den Auftrag gegeben, mal richtig reinzubuttern. Ja? Das war einfach so mein Raum. Ey, Mattenfried ist die Startgebühr gezahlt. Und der natürlich Sack. Ja? Was wir nicht wissen, für Mattenfried sind es zwei Cent. Nicht 20 Euro. Mattenfried, das hörst du schon am Namen, erfolgreicher Immobilienmakler. Oh mein Gott. Bettverkäufer. Hey, Pete Mobile, herzlich willkommen. Danke euch beiden für den krassen Support, ey. Es gibt sogar ein Spendenziel. Aber es ist nur in der Pause eingeblendet. Ich weiß noch nicht, was... Ich denke, das ist Armin, der Void. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Void so richtig halten soll. Weil er so früh gepickt wurde und weil das Gegner-Line-Up gut dagegen ist, finde ich. Und sein eigenes nicht so perfekt zu einem Void passt irgendwie. Aber mal abwarten, wie die spielen. GH auf jeden Fall schon mit mehr Problemen als FaZe Bayern, würde ich sagen. Weil Xing hier an dem dran ist. Ah, er hat nochmal Frostbite. Jetzt plötzlich die Marcien bedrängt ist und bam. Das war ja dann fast instant, ne? Weil einfach GH noch zwei Spells hatte. Und das ist so eine Sache. Ich habe ihn auch da, glaube ich, einfach ein bisschen unterschätzt. Ich unterschätze Maiden richtig oft. Ey, Leute, danke schön für die Spenden. Holy shit. Hier, ne? Sieht voll schwach aus. Und bumm. So viel Power einfach in den Spells. Relativ wenig Cooldown. Guten Mana-Pool, um das zu supporten. Auf Level 2 schon ein Burst und ein Lockdown. Und das ist der Kill für GH. Dankeschön, Heinz Lustsklave, Alpha, Mattenfried. Danke, danke. Ey, auf ein geiles Spiel. Ihr habt jetzt mehr als Unterhaltung finanziert. Jetzt habt ihr euch wirklich ein glorreiches, episches Spiel verdient. Und ich auch. Wir hatten schon länger keine mehr. Ich hatte ein bisschen Pech mit den Spielen, die ich gecastet habe. Das wird sich jetzt alles ändern, weil wir casten jetzt einfach fast alles von dem Turnier. Da kriegen wir auch die Guten mit. So, kurze Pause. Ich spüre mir ein bisschen vor. Gehen wir uns zum Live-Gruppen. Pause ist immer noch am Start. Die Teams outchatten auch ganz gerne mal. Könnt ihr mal drauf achten. Vielleicht passiert es jetzt wieder. Und unterhalten sich ein bisschen und so in dem Turnier. War zumindest bisher so. Der Pango-Mittena. Das ist noch die Sache. Das wollte ich auch noch anschneiden. Ich hatte ja schon gesagt, Pango und Void in einem Team sind nicht so meins. Wir werden mal sehen, wie sie das spielen. Aber gerade, wenn der Pango ein Chor ist. Ich bin echt gespannt. Vielleicht beeindrucken nehme ich aber auch total. Also, LGD ist halt auch nicht irgendein Name. Die können wirklich unglaublich gut Luther spielen. Ah ja, er hat Stargebirge geschrieben, ne? Er ist furchtbar. Ne, es wird auch nicht verziehen. Ich finde es richtig unsympathisch, dass du mir 20 Euro gibst und dich einmal kurz mit deinen sehr filigranen und wohlgeformten Fingern vertippst. Das ist schlimm, Mattenfried. Schande über dich. Du bist wirklich sehr peinlich mit dem, was du machst. Ganz schlimm. Armee. Kann hier ganz gut ausweichen. Und das ist eben die Sache, ne? Es ist jetzt noch Laning Stage und Nigma hat sehr, sehr starke Lanes. Auch wenn Ench ein guter Laner ist, sehe ich Nigma's Lanes vorne insgesamt. Aber später, in den größeren Teamfights, kann sich LGD eigentlich sehr, sehr, sehr frei bewegen. Müssten sie zumindest. Also, sie sind Opfer von Slow. Nigma hat ein bisschen Slow und sowas noch dazu. Vielleicht noch ein Sprout. Aber da haben sie nicht so die krassen Tools auf jeden Fall. Ich glaube, dass LGD da sehr viel mehr Space haben wird, als noch in der Landing Stage, was Auseinandersetzungen angeht. Okay, also der Bissell-Kopf-Trade-Standard. Er wird hier Vanguard gehen. Ein Power-Trade. Das wurde erst mal geworfen, aber ist völlig egal. Tankt er sich durch. Und Xing hat zwar noch ein paar Heilmöglichkeiten über Stick und Fairyfire gehabt. Aber im Endeffekt wird er dann doch Opfer von Level 2 Quill Spray Stacks. Und die Lane oben funktioniert gar nicht für sie. Und Marcy ist eigentlich ein mega starker Lainer. Aber Marcy Death Profit ist auch wieder nicht so typisch. Also, Marcy ist halt deshalb so krass, weil sie eigentlich aus jeder Position, wenn sie einen Gegner sieht, initiaten kann. Sie hat eine hohe Range, springt auf ihn rauf, wirft ihn zurück. Gerade gegen den Bissell ist es ein bisschen ein gefährliches Unterfangen. Die Maiden wäre eher ein Ziel vielleicht. Aber vor allem braucht sie natürlich dafür, um wirklich ihre gesamte Stärke glänzen zu lassen, einen Helden, der gut Follower liefern kann. Zum Beispiel mit einem Stun nach dem Toss von der Marcy. Mit sehr viel Schaden in kurzer Zeit, sowas. Und der Death Profit ist so ein Mittel, was das angeht. Ihr seht, es geht schon. Sie kann ein bisschen saugen, sie hat noch eine Rave und so. Aber es ist recht vorhersehbarer Damage. Es ist kein Lockdown und sie gehen hier einfach komplett unter. Und sie probieren es immer noch. Es ist so, dass LGD jetzt das zweite Mal angegriffen hat hintereinander. Und beide Mal wurden sie hart bestraft. Einmal Marcy verloren, einmal Death Profit verloren und fast die Marcy noch ein zweites Mal. Also klappt nicht die Kombination an Helden. Zumindest nicht gegen ihre Gegner von Nygma. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Nygma sich jetzt da die Seele aus dem Leib spielt. Können sie auch nicht. Sie haben halt nur Spells, die sie spammen mit den beiden Helden. Aber es funktioniert. LGD überschätzt sich gegen den Bissell. Und die Quill Spray Stacks tun dann ihr Übriges. Und da ist es eben genauso. Während die Death Profit kein Follow-up hat für ihren ganzen Schaden. Hier sieht es ihr ganz gut. Die Maiden kann halt echt lange den Gegner im Kampf halten, wenn sie will. Was genug Zeit gibt, dass der Bissell da Spaß haben darf. So, stellen sie jetzt um. Nee, ich hatte überlegt, ob sie vielleicht irgendwas ändern. Aber machen sie tatsächlich nicht. Ich weiß nicht genau, wie so eine Marcy von hinten auf einer Lane spielt. Weil ich es noch nie gesehen habe, dass eine Marcy eine Lane verliert. Gehen wir aus Vermögen. Man sieht hier schon, der Razor hat ein gutes Spiel. Und der Bristle natürlich. Auch weil sie die Lane gewinnen und die Kills bekommen haben. Aber Void farmt tatsächlich auch nicht schlecht. Und Armee ist auch ein pervers guter Carry. Also der Typ holt immer Geld aus der Map. Da weiß ich gar nicht wie. Habe ich keine Ahnung. So, jetzt schaue ich mal, wie sie das gemacht haben. Weil eigentlich sind sie ja hinten gewesen. Da ist sie nochmal ein guter Initiate gelungen scheinbar. Daueraction auf jeden Fall auf der Top-Land. Ah ja. Also da hat der Toss mal die richtige getroffen. Und es hat dann gerade so gereicht. Das sollte die letzte Auto-Attack gleich werden. Das war immer noch super knapp. Weil GH natürlich sich auch wieder heilen konnte mit Stick und der Draindrops. Also gerade so den Support geholt. Gar nicht mal so geil. Und am Ende auch nur getradet. Hm. Miracle mit seinem Ring of Hell ist jetzt ganz gut unterwegs. Und ich bin überrascht, dass Armee so viel Farm noch hat. Der Void hat unten keine Kills. Hat nur Last Hits. Spielt gegen Prophet Dawnbreaker. Ist auch nicht leichter, Last Hits zu bekommen. Krass, wie lange die Engine noch überlebt hat. Ich habe die schon tot gesehen. Aber im Endeffekt tauscht sie zwar ihr Leben vor dem Razer mit ihm. Aber sie kriegen den Razer-Kill. Und er ist natürlich mehr wert als eine Maiden. Da freut sich der Pango drüber. Das ist ganz gut. Und der Razer ist auch sehr, sehr reich zur Zeit. Er hat die Mitte gegen den Pango gewonnen. Zumindest was den Farm angeht. Hm. Bisschen Level-Nachteil jetzt. Auch wegen dem Kill, denke ich. Und GH wird mal wieder von der Masse gejumpt. Oh, die Y waren krass gemacht. Erstmal da eingezogen und dann auch mit dem Grab. Trotzdem wird Xing hier bestraft. Sumail mit einem kleinen Freebie. Er kommt auf die Lane zurück. Sieht, dass er zwei Supporter ein bisschen sich gegenseitig anfassen. Und schlägt direkt rein. Lecker, sagt er. Razer hat einen guten Geschmack. Der weiß schon, was er sich holt auf der Map. Und, ähm, zum Mail wird hier wohl Power-Treads gehen. Als erstes. Einfach straight Power-Treads nach der Bottle. Arg-Boots für den Pangolier sind jetzt fertig. Vengard sollte gleich da sein. Ah, hat er schon. Hat er schon. Jetzt kommt mal noch. Nur. Kleinen Kram. Und Void weiter damit reinget. Jetzt schlägt sich langsam mit dem Farm nieder. Aber er wurde auch ziemlich allein gelassen. Die Marcy ist jetzt zu ihm gekommen. Xing probiert ihm ein bisschen zu helfen. Da ist der Toss-Bag. Oh, nothing to say. Hat das Wash-Backel gemisst. Sonst wäre Kuroke hier schon tot. Aber im Endeffekt reicht es trotzdem. Da musste der Void sich nicht mal mehr anschließen. Und es gibt ihm vor allem das, was, ähm, es gibt ihm vor allem einen wichtigen Space auf der Lane. Kann jetzt wieder farmen, wenn auch unter dem Tower. Ich denke, deshalb haben sie das primär auch gemacht. Auch ein kleiner Befreiungsschlag gewesen. Das hier ist allerdings schon relevanter, als ein Support-Kill und dem Void ein bisschen Luft zum Atmen zu geben. Das ist richtig gut für LGD. Die Death Prophet hatte Probleme auf der Lane. Jetzt ist Kuroke getötet worden. In dem Moment greifen sie hier an. Und Exorcism mit dem Enchant-Slow von der Ench, von Y und den Creeps hier, reicht tatsächlich aus. Der Brüssel kommt da nicht weg. Da hat er keine Schnitte. Er hat auch keinen Google-Skill, er kann sie nicht mal slow. Aber was heißt, wenn? Ich glaube, das hätte nicht gereicht. Die hat viel Movement-Speed. Nicht schlecht. LGD kommt zurück. Und sehr viel Action über die Map verteilt, ne? Das ist ziemlich krass. Direkt der nächste Angriff. Oh, da sind sie aber ganz schön ins Messer gelaufen. Alter Schwede. Da stand GH bereit. Das war schönes Positioning von ihm. Und Marcy stimmt auch noch zu Mail mit dem Dive da. Also es wirkt wie kontrollierte Aggressionen. Ich hätte das zum Beispiel nicht gesehen, Display der Marcy da noch in den Tier 2 zu folgen. Aber der Razor hier kennt genau seine Grenzen zu Mail. Bisher super erfolgreich mit Nigma Galaxy. Und auch dieses Spiel macht er bisher einen super Eindruck. Also es war ein guter Kill, ein guter Read, da hinzugehen, zu merken, da kann LGD nicht reagieren. Weil du gehst mit halbem Leben sehr früh unter den Tier 2 als Mitte. Ist einfach ein kleines Risiko. Er hat den Movement-Speed und er hatte auch genau den Schaden mit Plasma-Field und 1, 2 Autotext noch. Dass es gereicht hat. Naja und Armel, auf dem liegt jetzt ganz viel Gewicht, weil die anderen Lens einfach nicht laufen. Die Death Prophet mit dem einen Kill zumindest noch ein bisschen zurückgekommen. Leute. Also die kann hier noch was machen demnächst. Aber Armee braucht auf jeden Fall Farmen. Er muss genug Schaden machen, um in seinen ersten Chrono-Skills zu bekommen. Um LGD hier eine Perspektive zu geben. Und Void ist ein extrem starker Late-Gamer. Also wenn sie durchhalten, dann sehe ich den Void hier im Spiel mit großem Potenzial. Aber klar hat er auch fiese Widersache. Razor, der klassische Anti-Carry, wenn er Static Link draufbekommt, musste eigentlich mit dem Void einmal rausspringen. Außer du machst sehr, sehr viel Schaden in sehr kurzer Zeit. Kann sehr nervig sein. Vielleicht schafft er es ja mal, den Razor zu Kronon, bevor er reagieren kann oder so. Und dann gibt es ja auch immer noch den Dawnbreaker-Contra, den Potenziellen. Aber Koruki hat wirklich keine Kohle. Also der hat echt wenig Gold in dem Spiel bisher. Und Aghanims ist dann noch in weiter, weiter Ferne, wenn er es fährt. Hallo Kevin übrigens. Habe vor 80 Minuten geschrieben. Ah, das freut mich zu lesen, Pete Mobile. Ja, dann versuch die ein bisschen abzulenken. Vielleicht gelingt es mir. Und auf ein gutes Dota-Wochenende, ne? Der Rest ist jetzt erstmal egal, würde ich sagen. Oh, schade. Also ich hätte ja schon auch Lust auf so ein Aghanims. Oh, die High-Ground-Ulti von GH. Und ich glaube, Nothing to Say wollte da hochrollen. Und jetzt hat er sich's anders überlegt. Ich bin nicht ganz sicher, ob er einfach gesagt hat, nee, wir gehen lieber alle. Weil in der Rolling Thunder-Ulti hätte er natürlich perfekt die Ulti von GH abbrechen können. Und dann wäre sein Team vielleicht auch nach oben gegangen oder so. Oh, die Chrono muss ich mir nochmal ansehen. Das ist eine Chrono, um zu töten, ne? Ja, nicht um sich zu retten. Das habe ich mir schon gedacht. Also er wollte ihn töten. Ist auch so ein Ding, was passieren kann. Ah, und das ist es. Er macht die Chrono, weil er wäre sonst auch gestorben. Glaube ich zumindest. Ah, vielleicht hätte er das nicht mal machen müssen, ey. Er hatte Quelling gegen Sprout, er hatte Timewalk. Naja, er hat auf jeden Fall die Chrono gemacht. Nimmt jetzt noch den Movement-Speed-Bonus von Marcy mit. Und wird trotzdem von GH abgefangen. Und von Mind Control mit dem TP. Stark gespielt von Enigma. Jetzt die Body-Blocks mit den Trees. Und der Razor schließt sich an. Gerade so nochmal Timewalk rausbekommen. Alter Schwede. Krasse Angefahr. Aber jetzt stehen sie natürlich schlecht, ne? Jetzt werden sie gesandwiched hier. Und es ist nichts Sexuelles. Oh, oh. GH tankt nochmal gut gegen Arme. Aber der Razor wird vom Rest-LGDs langsam aber sicher zu Tode gehauen. Und so können sich zwei Kills an. Außer sie sterben einfach nicht. Jetzt sind sie tot. Und mein Gott. Hat's lange gedauert. Xing überlebt den Knaps. Nigma verliert drei. LGD niemanden. Bis auf ihren T1-Bottom. Ich glaub, der war schon weg. Also ja. Das war krass. Da hat Nigma eigentlich, fand ich, einen guten Angriff gestartet. Sah gut aus. Aber dann haben sie sich einfach leicht verzettelt. Und ich glaub, es war einfach... Es stand und fiel damit, dass der Void grad noch so mit Timewalk weggekommen ist. Weil davor hier ohne Krono, leicht ausgesaugt vom Razor und so. Rückzug auf jeden Fall die richtige Prämisse. Aber so ein tiefer Dive, auch wenn es gut gespielt war, wurde in dem Moment dann einfach zum Fiasko, als der Void überleben konnte. Und LGD ist ein Team, ne? Die sind dann eben auch da. Oh je. Schade für Nigma. Ich weiß gar nicht, für welches Team ich bin. Europa ist recht stark vertreten in diesem Turnier. Einige Teams ziemlich erfolgreich. In den Halbfinalspielen warten noch OG und Secret als potenzielle Gegner. Und deshalb find ich's eigentlich immer ganz cool, wenn auch Teams anderer Regionen weit kommen. Und LGD ist da natürlich ein großer Kandidat. Allerdings freu ich mich auch für Nigma, dass es hier grad so läuft. Also ich denk mal, möge das bessere Team gewinnen. Ist so meine Ansicht hier. Oh, da haben sie sie. Ah, verschmerzbar bisher. Jetzt kommt noch Dawnbreaker, die drehen das so. GH lebt noch. Ich versteh nicht, wie er noch lebt. Das ist mir ein absolutes Rätsel, wie der Typ das macht mit Supportern. Also für alle von euch, die mal Position 5 vermehrt gespielt haben. Das sind Situationen, du stüpfst immer bei einem 3-Man-Smoke, wenn du der Support bist und die jumpen dich so. Ich mein, klar, die Dawnbreaker-Ulti macht viel. Die Raindrops machen viel. Die Ogre-Axe. Ohne die wäre er wahrscheinlich tot. Er hat einfach eine Ogre-Axe im Inventar schon und 3400 Gold. Kein Problem. Für einen Maiden ist es recht viel. Natürlich hat er auch die Tower-Aura hier noch. Darf man auch nicht unterschätzen. Die gibt immerhin drei Rüstungen und noch ein bisschen Lebensregeneration. Alter Schwede. Da tankt er sich einfach durch. Und dann schlägt Nygma in voller Inbrunst zurück. Tier 1 verliert Leben und wird wohl auch hier down gehen. Wie sehen die Manöver von LGD jetzt aus? Ihr seht, der Void hält sich weiterhin raus. Das liegt daran, dass er seine Chrono hier oben verwendet hat. Und nach dem, wenn auch erfolgreichen Kampf, davor entsprechend warten musste. Das ist eine gute Pi-mal-Down-Regel mit einem Void im Early Game. Oder auch allgemein eigentlich immer zu farmen, wenn man keine Chrono hat und sich kämpfen nur reaktiv anzuschließen, wenn man sie hat. Beziehungsweise aktiv anzuschließen, wenn man damit direkte Kills auf der Map sieht. Das ist natürlich nicht immer genau perfekt, aber so kriegt man meistens eine ganz solide Balance hin zwischen diesem Farmen und Mitkämpfen, was immer eine schwierige Sache ist als Carry. Und jetzt, wo er wieder Chrono hat, könnte es sein, dass er aktiver auf der Map wird. Zum Mail geht BKB, Falcon Blade hat er schon, Haste noch dazu. Und ich glaube, das ist so der Klassiker. BKB und danach einfach irgendwie fresher hinterher schmeißen. Und schon mit BKB-Timing, ne? Machst die Eye of the Storm an, drückst Link auf ein, drückst BKB und fährst einfach rein. Und LGD hat außer Chrono nix, was ihn dann festhält. Was kauft der Pango? Ein Diffu. Auch was, was wir oft früh auf einem Pango zur Zeit sehen. Das ist ziemlich stark. Der Schaden von Miracle. Der Schaden. Guckt euch die Outdoor-Attacks an. Aber es überrascht mich nicht mehr, weil ich habe auch ein Bristol-Gameplay aufgenommen. Und der Schaden ist einfach lächerlich. Wenn er ein paar Warp-Pass-Stacks hat, ist er lächerlich. Nicht mal Xing haben sie da gelegt in der Mitte. Das sieht ziemlich gut aus bisher für LGD vom Trade. Aber vielleicht kommen sie nicht raus, weil mein Control bricht hier den Fluchtversuch ab. Xing ist trotzdem noch weiter weggekommen. Aber die Death Prophet war nicht so glücklich. Jetzt schließt sich der Pango an und macht richtig viel Schaden. Und ja, den gewinnen sie. Das ist der Kampf von LGD. Pango hat genug Schaden gedrückt, dass die Death Prophet nicht mehr getötet werden kann. Und der Rest von Enigma untergeht. Ja gut, das war plötzlich ein großer Kampf. Ich sage euch mal, warum ich nicht so richtig mit dem gerechnet habe. Wartet mal. So, hier ist der Kampf um den Tower. Ah, ist davor passiert. Okay. Weil ich dachte an dem Punkt hier nicht, dass LGD den Tower angreift. Ich dachte, dass sie warten, ob einer hier langläuft oder so. Aber sie jumpen den Razor tatsächlich in der Mitte. Das ist diese Mastery-Range, die man immer wieder unterschätzt. Und die für so krasse Initiate sorgen kann. Also, unglaublich, was Xing hier noch für einen Impact hat, trotz allem. Und Nigma ist schnell da, ne? Reagieren gut. Aber der Pango hat gerade sein Diffo bekommen, schleicht sich an. Und die Death Prophet überlebt super lange. Hier, wegen Exorcism und Spirit-Siphon. Heißt das überhaupt so? Äh, ja. Oh je. Nigma jetzt plötzlich mit Problem. Es ist ein krasses Hin und Her. Es macht sehr viel Spaß zum Gucken. Äh, es geht auf und ab und auf und ab. Meistens mit Insgesamt-Vorteilen für Nigma Galaxy. Aber durchaus immer wieder mit großen Lebenszeichen von LGD. Und gerade dieser Kampf sollte sie in dem Spiel wieder in ausgeglichenes, äh, in eine ausgeglichene Situation bringen. Ja, sagt auch Dota Plus. Also, jetzt muss Nigma mal schauen, ob sie vor der BKW überhaupt noch kämpfen wollen. Weil das war ohne Krono. Armee hat da nicht mitgekämpft. Da kam er auch nicht gut hin. Hier ist kein Tower. Der Kampf war recht tief. LGD hat zur vierten Teamfight gewonnen. Äh, und ich fand auch in dem, ich weiß nicht, ob ihr das so gesehen habt, aber es war schon auffällig, wie frei sich LGD dann doch bewegen konnte. Und es gab von Nigma nicht so viel Lockdown. Bisschen vorgespult. Äh, mal, weil ich hier Kämpfe gerne zweimal ansehe. Und gerade eine relativ ruhige Phase ist. Äh, Nigma hat Kontrolle über den eigenen Jungle. Mit den eigenen Wards. Sieht man auch ganz gut auf der Minimap. Der hier hat sich aber durchgesneakt. Also hier an dem Punkt hat LGD Potenzial, was zu erspähen. Frühe gegnerische Rotationen zu lesen. Allgemein recht tiefes Warding von LGD. Schwierig auch zu entdecken. Also so ein Ward-Ape, den findest du nicht. Aber ich find, der sagt auch früh dafür nicht ganz so viel aus. Steht schon ne Weile. Ne, ist eigentlich ein ganz interessanter Ward, so tief, so früh. War vielleicht sogar noch für die späte, späte Laning Stage. Nicht unpraktisch. Ja, und Maiden einfach mit dem BKB-Warsch. Komplett dreist. Habt ihr das Gameplay mit SF gesehen? Da bin ich da mal voll drauf reingefallen, auf diese schnelle BKB. Auf ner Maiden. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, hat mich zerstört. Hm. BKB auch für den Büssel geplant als nächstes. Der hat Agganims. Sein erstes großes, fettes Item. Das ist so stark, damit rotzt er im AOE. Und das klingt ja nicht nur mächtig, das ist es auch. Äh. Und wird jetzt danach eben die BKB kaufen. Also wir haben Agganims Timing und BKB gleich auf dem Razor fertig. Das sind so die zwei großen Items, die es jetzt gibt für sie. Der im Profit, dem wird noch ein Schad spendiert. Damit hat er diese größeren Trients, wenn das Proud ausläuft oder zerstört wird, die Bäume davon. Mehr Splitpush noch. Bisschen besserer Teamfight, aber es geht da eher um Wave Clear, äh Wave Push, Splitpush sowas. Defensive Chrono. Kommt da weg, ist die Frage. Noch eine Sekunde, dann hat er wieder Time Walks. Proud kann ihn also nicht halten. Aber jetzt sind sie hinter ihm. Oh, die Axt von Korugi hat nicht getroffen, ne? Die Body Blocks sind da, der Dawn Breaker, Star Breaker ist da. Und mit GH Magic Damage noch im Rücken dazu. Ist er doch ganz schön schnell gefallen. Wie viel Schaden hat da GH gemacht? Guckt mal. Mit Abstand den meisten, die Maiden. Guter Kill von ihnen. Äh, keine Möglichkeit zu reagieren für LGD. Sind nicht mal auf den Tower-TP, um ihm entgegenzukommen. Da hätte es vielleicht reichen können, gerade wenn die Marcien gesprungen wäre. Hm. Die ihn vielleicht retten können. Schwer zu sagen. Ging recht schnell dann. Oh, nothing to say. Der kommt raus. Der hat Schart. Und sehr gut reagiert. Das ist es, ne? Sie haben nur einen Frostbite. Nicht viel mehr. Allerdings hat zeitgleich oben der Bristle einen Kill gemacht. Ist dafür jetzt aber weit im feindlichen Gebiet. LGD hat aber nur noch drei Leute übrig. Ist ja egal, wo der Bristle steht, oder? 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 Haben sie ihn. Da haben sie ihn tatsächlich gemacht zu dritt. Unglaublich. Kriegen sie einen Bristle. Was zahlen sie dafür? Einmal in den Marcien. Und der andere TP draus. Pangolier kommt raus. Das war super stark von Nothing to Say gespielt, fand ich. Den Kill noch zu forcieren auf den Bristle. Puh. Ähm. Da wird LGD glücklich sein. Zumindest Glück im Unglück hatten sie, was das angeht. Ähm. Wichtiger Kill. Weil der ist echt stark, ne? Und der war auch einiges wert, denke ich mal. Hier, schaut mal. Der hat knapp 800 Gold, war der Wert. Die an den Pango gehen. Nee, da ist nächstes Bescher. Also Schaddefuh hat er. Jetzt geht er noch Bescher. Heftiger Kollege. Ich mag das Tier auch. Wie hieß das nochmal? Das heißt, es ist, glaube ich, ein Nichtgütteltier. Wie hieß denn das? Hieß das Pangolier sogar einfach auf Deutsch? Das kann sein. Irgendwie so in der Art. Hast du es neulich gesehen und fand es süß. Ja, cooler Hut. Oder meine Kamera ist voll dunkel, finde ich. Guck mal, jetzt bin ich ein bisschen heller. Finde du als Anleger? Oder war es davor auch nicht? Oder war es davor auch okay? Hey, Oika. CM ist einfach zweiter Tank. Ja, Mann. Die CM ist hier der Secret Tank. Darauf darf man nicht reinfallen. Wer kennt es nicht? Oh, ja. Ja, der fällt schnell. Wegen den Goose-Decks. Bristle ist gar kein so schlechter Rosch-Töter. Und Prophet funktioniert auch so halbwegs. Er hat nahe nicht mal einen Blightstone oder sowas. Trotzdem sehr schnell gegangen. Er hat sich das anders überlegt. Vielleicht, weil er jetzt Aegis hat. CM kontrolliert die Map. Haben ja insgesamt den Kampf davor auf jeden Fall gewonnen. Holen sich Aegis. Und dementsprechend entscheidet er sich jetzt für einen Sanction Yasha scheinbar. Anstatt einer BKB. Hätte ich zwar nicht unbedingt mitgerechnet. Aber außerdem Pangolier. Muss die BKB, würde ich sagen, nicht sein. Obwohl, ey. War schon gut gegen Silence. Gegen Pangolier. Gegen Marcy ist ziemlich gut. Selbst gegen eine Engine nicht unhilfreich. Also, wei. Mutiger Schritt. Hat er auch noch ein Team hinter sich. Und Razer hat seine BKB fertig. Wie geht's denn der BKB von der Maiden? Die ist da. GH hat sich schon zusammengeschummelt. Wahrscheinlich auf Grundlage letzten Kämpfer und so. Also. Gleich noch Level 12 dazu. Level 2 Freezing Field. Mit BKB. Vielleicht holt er noch das Shard. Hat er schon geqt? Er holt einfach das Shard und einen Dagger. Damit kann er sich im Freezing Field bewegen. Und es macht noch mehr Schaden. Hat mehr Explosionen, das Freezing Field. Also, in dem Moment, wo er noch Shard hat. Aber auch jetzt schon. Ist er tatsächlich eine legitime große Gefahr. Für seine Gegner. LGD mit einem kleinen Smokeversuch. Sie hat eine Chrono. Level 2 Chrono. Meldström ist da. Aber der Void. Sieht hier ein bisschen nach. Er hat mehr Farm, als ich, wenn ich das Itembild ansehe, denke irgendwie. Keine Ahnung. Sieht nicht so gefährlich aus, finde ich. Aber der Prophet ihn sollte so haben. Da sieht man mal wieder die Stärke von Amasya. Aber jetzt die Dawnbreaker-Ulti. Rettet ihm das Leben. Dawnbreaker geht so auf, finde ich mal. Und das war ein bisschen das. Es kam keine Chrono, ne? Es kam einfach keine Chrono. Ich war mir relativ sicher, dass der jetzt einfach Chrono auf den Nations Prophet macht. Und dann hätten sie ihn, glaube ich, getötet. Aber stimmt nicht. Stimmt nicht. Weil es gibt ja Dawnbreaker. Die macht einfach Ulti da rein. Und ich glaube, dann hätte es nicht gereicht mit den Items, die der Void hat. Dafür macht er nicht genug Damage. Also der Read von Armee dann nicht Chrono zu machen und seine Supports aufzugeben, war, glaube ich, der richtige. Aber der Angriff selber von Xing war auch schon wahrscheinlich zu tief, weil der Void scheinbar nur an die Dawnbreaker gedacht hat. Und die beiden Supports, inklusive mir nicht. Okay, er hat sich doch wieder umentschieden. Er geht jetzt doch BKB. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Ihr habt es vielleicht gemerkt, als ich das Sension Yasha gesehen habe bei ihm, dass ich es doch eher für gewagt gehalten habe. Und ich bin aus Nigma-Perspektive ziemlich froh drum, dass er einfach eine BKB kauft. Auch wenn die jetzt 90 Sekunden cooldown hat, den Nerf spürt man. Aber das Item ist zu stark und zu relevant, um es nicht zu kaufen. Es wird immer gekauft werden, solange es die Grundmechanik behält und ich richtig, richtig krass genervt wird weiterhin. Also LGD, recht defensiv jetzt natürlich. Sind auch wieder unterlegen. Sie hatten kurz so eine Art, ja, Patt. So einen Gleichstand. Er kämpft, aber mit dem Verlust des Aegis und den letzten Auseinandersetzungen sind sie abgedriftet. Bisschen mehr Gold, bisschen mehr XP bei Nigma. Alles noch drin für beide Teams. Und vielleicht gleich wieder ein Jump von der Marcy. Ne. Hat sogar Dagger. Geht nur auf Mobility. Alles andere ist der Marcy völlig egal. Sie will nur rankommen und sie kommt überall ran. Dagger, Jump und Grab. Wenn da irgendwas noch steht zum Hüpfen. Kann sich ein Ziel aussuchen. Das Ding ist allerdings, Solar Guardian ist global. Nigma kann zumindest dahingehend immer einen Save versuchen. Und der Draft von Nigma hat einfach starke Helden zu bieten. Das merkt man. Profit hat Mjolnir fertig. Die beiden Teams manövrieren so ein bisschen umeinander. Nigma ist dabei, den Tier 2 hier zu pressuren. Haben noch eine Minute auf dem Aegis. Und man merkt das schon. LGD hat kurz damit geliebäugelt, da irgendwen anzugreifen. Vielleicht irgendwen aus dem Kampf zu nehmen schnell. Aber sie werden den Tier 2 aufgeben. Ist bereits gefallen. LGD möchte zumindest noch die BKB auf dem Void. Die hat er jetzt gleich. Jetzt geht er Skadi. Auch interessant. Super wenig Attack Speed. Und das braucht ja ein Void eigentlich. Also er wird dann irgendwann das Krono-Talent haben. Auf Level 20 hat er keine Attack Speed Probleme mehr. In Krono zumindest. Aber davor ist es etwas wenig. Und BKB-Mailstorm war trotzdem das Richtige, denke ich. Noch ein Schlag. Noch ein Schlag. Reicht die Ulti? Nein. Solar Guardian kann diesmal den Prophet nicht retten. Und Armee geht mit der BKB direkt aus dem Kampf. Der Void spielt wirklich stark dafür, dass er hier gejagt wird. Dass er Probleme hat. Dass sein Team allgemein unter Druck ist. Was immer schwierig ist als Position 1. Also es war gut gemacht. Sehr gut gemacht. Er hat nicht mal Krono benutzt. Ja. In der Situation. Er hat mit Auto-Attack den Kill gesichert. Trotz Solar Guardian. Und ist dann noch mit BKB raus. Hat die Duration fürs sichere TP benutzt. Klar, er hatte leichten Support. Aber heftiges Pick-Off. Noch während Nygma Galaxy Aegis hat. Welches jetzt ausgelaufen ist. Also LGD hat erfolgreich drum herum gespielt. Pango. In der Mitte erwischt worden. Das TP wird ja wohl abgebrochen. Oh, er ist raus. Und das. Da hat sie es jetzt gerecht. Da hat sich der Mangel an das Sable gerecht. Was für ein TP. Und Kuroki macht es genau richtig. Und Millisekunden zu spät. Ist die einzige Stun-Möglichkeit. Abgesehen von Frostbite in der Situation. Auf dem Punkt, wo gerade noch ein Pango hier steht. Im Endeffekt erwischen sie als Wermutstropfen die arme kleine Marcy. Und das ist auch was, was LGD insgesamt natürlich freuen wird. Dass sie ihren Pango da retten konnten. Er hat sich auf jeden Fall selber sehr, sehr gut gerettet. Knappes Ding, knappes Ding. Hey Mikey. Sorry, wenn ich wenig Chat lese. Aber es ist einfach übelst Action geladen in das Spiel. Und ich hatte auch schon die ganze Zeit Bock, das zu gucken. Ja man, die Maiden könnte hier nochmal ganz, ganz viel Party auf den Gräbern LGDs machen. Hallo Paddy. Herzlich Willkommen. Gornbracker ist ein großartiger Konduktor. Best of Swinor. Dawnbreaker wird hart unterschätzt, glaube ich, außerhalb der Pro-Szene. Also Dawnbreaker ist eigentlich ein Tier 1 Pick. Auch in meinen Pubs wird die so gesehen. Sowohl als Support als auch als Core. Vielleicht hast du aber ein bisschen recht mit Support Dawnbreaker. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Eine Support Marcy und eine Support Dawnbreaker sind auch ein bisschen stärker auf Pro-Level als darunter. Weil die eben sehr davon profitieren, dass man gute Absprache hat vom Fähigkeiten-Kit. Halt dennoch beide auch in Pubs für sehr stark, solange die Pubs nicht sehr Low-Level sind. Gerade Marcy braucht, glaube ich, ein bisschen Wundskill im Spiel, um zu funktionieren. LGD macht wirklich gute Aktionen. Die bauen sich irgendwie so Gang-Squads auf. Die kriegen Kills und er benutzt nicht mal Krono. Ich hätte die sofort gekronot, die beiden. Das ist echt krass. Also, in der Situation hier. Hier, hier finden sie den ja gleich. In der Situation. Jumpen sie ihn. Da hätte ich es noch nicht gemacht. Ich glaube, hier hätte ich einfach gekronot. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, ich hätte da gekronot. Ey, scheiße, ist mir so unangenehm. Das hat natürlich genau richtiges nicht zu tun, ne? War völlig unnötig, da zu kronen. Ich glaube, ich hätte da gekronot. In dem Moment, wo die Ulti kommen von der... Oh, weia. Also, wenn die da runter... Wenn Kuroki gelandet wird, hätte ich, glaube ich, versucht sie zu chrono. Nicht so arme. Spielt es genau richtig. Verschwendet diesen großen Cooldown nicht. Obwohl wir schon in der Phase sind, wo auf jeden Fall die Krono-Kills wert ist. Obwohl sie eigentlich... Das war falsch gesagt. Gerade in der Laning-Stage und so im frühen Spiel ist eine Krono eigentlich immer es wert. Zu benutzen für einen Kill. Später muss man es sich dann eher überlegen. Aber jetzt sind wir gerade in der Spielphase. Da würde ich sagen, selbst Support-Kills sind es noch wert. Mittlerweile ist LGD wieder in einer etwas besseren Situation. Vielleicht könnte man jetzt drüber nachdenken. Man sieht es. Die holen wieder etwas auf, was Gold- und XP-Differenz angeht. Die ganzen Kills, die sie machen. Und der Void ist hier am rumlatschen. Also, sie gehen nochmal zurück. Der Smoke von Nigma, ich glaube, da war gerade ein Smoke, geht ein bisschen ins Leere. Tolle Manöver von LGD. Die spielen einfach die Map unglaublich gut. Das ist beeindruckend. Nigma hat ja auch durchaus einiges an Vision. Jetzt kommt ein Smoke von LGD. Stehen um ihre Death Prophet rum. Die lenkt vielleicht sogar ein bisschen ab da in der Mitte. Und laufen nach vorne. Mann, die haben alle irgendwie so viel Movement. Das Gefühl. Ich habe auf anderthalb noch. Ich dachte, ich hätte es schon auf einfache Geschwindigkeit. Ich dachte, was ist denn los? Warum sind die alle so schnell, ey? Ich habe schon die Drum gesucht. Ne, jetzt wieder alles nochmal. Hm. Ein Profit am Splitpushen. Mit dem Shard natürlich ganz gut machbar. Was hat der eigentlich für eine eklige Skin? Das ist hier irgendwie richtig gruselig. Oh Gott, Mann. Das sind irgendwelche Krüppeltomaten. Sorry, dass ich den Kill verpasste. Aber ich war voll abgelenkt davon. Das war echt eklig. Oh ja. Sie haben da doch noch ihr Ziel gefunden. Der Smoke war ja hier. Dann ist er eigentlich zurückgegangen, ne? Und da sehen sie noch was jetzt. Ja. Da sehen sie ihn. Und da gibt es die Chrono. On the Edge. Gerade noch so getroffen. Lotus hilft ihm dagegen nicht. Dawnbreaker-Ulti hilft eine Weile. Jetzt noch Refresher von Sumel angemacht. Aber ist egal. Ist egal. Armin mit dem Jöni. Er hat plötzlich Attack Speed. Er hat Attack Speed. Er geht doch nicht Skadi. Er hat den Mjölnir fertiggestellt. Und deshalb ist er auch krass in den Kämpfen. Und macht den Schaden, den er machen muss. Mehrere Buybacks von Nygma Galaxy. Die sorgen zwar dafür, dass LGD gehen muss. Aber scheinbar kriegen sie nur Marcy und Death Prophet. Vielleicht war noch doch der Frostbred von GH reich. Also sie kriegen drei für ihre Buybacks. Sie kriegen drei für ihre Buybacks und Kronos auf Cooldown. Nygma muss jetzt auf jeden Fall nochmal Action machen. Hat sie ein bisschen gekostet. Vor allem was Buybacks angeht. Ihr seht das, ne? Insgesamt hat LGD auch mehr XP und Gold gemacht. Bei der Auseinandersetzung. Aber der Recoil von dem Clash kommt jetzt erst noch. Entweder LGD Buyback auch oder sie müssen Verluste in Kauf nehmen. Jetzt gibt es ein Buyback auf der Marcy schon mal. Ench will scheinbar warten. Die Death Prophet noch 40 Sekunden tot. Da gibt es das Buyback. Hat noch auf den Initiate gewartet. Sie wollen den Brüssel? Von all den Helden? Mit dem Lotus Orb? Der Tanki Briss? Er geht einfach raus. Und GH läuft rein mit BKB und Ulti. Xing kommt dann nicht mehr weg. Bisschen ausgeholfen vom Core. Razor kriegt den Kill. Oh nein! Der, der Void ist rein. Da hat er so geil gespielt. Und dann das. Jetzt muss er Buybacken. LGD kann natürlich durch das Buyback Nygma zurückschlagen. Die wollen jetzt einfach nur noch gehen. Die haben super viel rausgeholt an Buybacks. Verlieren ihre Dawnbreaker. Verlieren ihre Maiden. Und verlieren noch den Prophet. Etwas mehr als ich dachte. Ich dachte, Nygma kommt noch etwas schneller da weg. Armys Buyback. Hat ihn trotzdem gekostet. Und wenn wir uns das jetzt angucken. Da hat LGD wieder Plus gemacht. Da haben sie wieder Plus gemacht. Einfach weil sie Prophet und Dawnbreaker noch bekommen haben. Und in 40 Sekunden ist wieder Chrono da. Ei, ei, ei. Ey, was ein Spiel. Komplett ausgeglichen, habe ich das Gefühl. Es geht immer hin und her. Wenn man denkt, ein Team hat mal einen Vorteil rausgeholt. Ist das andere eigentlich wieder direkt da. Und bringt auch eine gute Aktion. Jetzt gibt es einen Chart und einen Aegis für LGD. Und ich glaube, der Plus wird sagen, gleich. Höhere Windschuss für LGD. Das erste Mal. Miracle mit der BKB rein. Kriegt hier aber nichts mehr. Chart an den Void. Aegis an den Void. Der geht nochmal rein. 18 Sekunden noch bis Chrono. BKBs werden gezündet. LGD auf Verfolgungsjagd. Oh, der Bristle und der Razor müssen, finde ich, ziemlich aufpassen. Static Link hat eine Weile gehalten. Aber es wird ihn nicht retten. Vor allem war es nicht auf Army. Der kann jetzt einfach freundlich zuschlagen. Das sind sehr, sehr liebevolle Schläge. Die bringen dich direkt ins Bett. Und da ist die Chrono da. Kann er sich vor den Bristle stellen. Keiner kann ihn retten. Das war sehr, sehr gewagt von Nygma. Da nochmal reinzugehen. Und ich glaube, das war das erste wirkliche, wenn man es so sagen kann, Missplay. Da waren sie wahrscheinlich noch in diesem gigantischen, langen Kampf drin, der hier anfing, dann da weiterging und dann im Roche ultimativ geendet hat. Und wollten da unbedingt noch forcieren, das Aegis nicht zu verlieren und das Schad. Aber sie hatten einfach gar keinen Support mehr. Und auch wenn das zwei starke Kors sind, sind sie dann alleine da gewesen. Und ich dachte schon, als Army da reingesprungen ist, Nygma könnte da vielleicht einen finalen Push machen. Aber der hatte Buyback. Und es war so wichtig. Er hatte ja Mjolnir dafür gekauft und er hatte trotzdem Buyback. Äh, danach wieder ready. LGD versucht zu beenden. Springt direkt auf den T4. Es gibt keine Buybacks für den Razor und für den Bristle. Ich glaube, sie können den nicht wirklich aufhalten. Nicht mit den Helden, die sie haben. Sie haben nochmal Freezing Field. Sie haben nochmal Freezing Field. Vielleicht geht ja doch was. Exorcism läuft gleich aus. Das warten sie offenbar noch ab. Oh, und der Grab auf den Prophet. Er wurde erwischt. Er hat Buyback. Er hat Buyback. GH macht BKB an. Dornbracker-Ulti hilft ihm ein bisschen. Sie werden hintereinander weggeholt und LGD ist kurz davor, dieses Spiel zu gewinnen. Der zweite Tower fällt. Bristle lebt gleich wieder. Was soll der machen? Die haben ja keinen Lockdown im Team, um das zu verhindern. Und LGD? Das war so gut gespielt, ey. Was für High-Level-Dota von beiden Teams. Sie lassen ab? Sie lassen ab? Kriegen sie das nicht? Sieben Sekunden bis zum Razor? Ich hätte gedacht, das ist ein... Ah, Backdoor-Protection ist getriggert. Scheinbar, vielleicht wurde eine Wave geskippt. Darauf habe ich nicht geachtet. Lass uns nochmal kurz schauen. War es der Prophet? Hier, der Prophet hat Matrians... ...das noch ignoriert. Ne, warte mal. Die wird von der Ench beschützt. Ich bin irritiert. Wie haben sie das gemacht, dass der Vector... Achso, sie haben die ja hier schon ignoriert, ne? Hier haben sie die Wave schon ignoriert. Da ist die erste tot, da kommt die zweite. Und die wird langsam vernichtet. Ah, hier. Hier, jetzt sieht man es. Und hier, der hält die zurück. Der hat die nicht direkt getötet. Der hat den Tower geholt. Und hat die dann hier hinten hingezogen. Ne? Und das dauert dadurch extrem lang, bis eine neue Wave kommt. Deshalb ist so eine große Lücke in den Waves. Und deshalb können sie nicht, äh, beenden. Weil Backdoor-Protection von Prophet... ...verursacht. ...und Nygma tatsächlich noch irgendwie im Spiel hält. Wir bleiben auf den Buybacks. Ich zeige euch nochmal kurz das Vermögen. So ist die Situation da aktuell. Void, das meiste. Am Rüssel und Pango haben alle sehr viel Kohle. Ja. Äh, und fast keiner hat mehr Buybacks. Nur noch die Ench aktuell. Bisschen Goldfilter hätte der Pango auch. Mh, was LGD angeht. Der Nygma eigentlich niemand. Der Rüssel wird 800 nicht zusammenbekommen. Der hat seine BKB benutzt. Und LGD kaltet die BKB. Die haben jetzt erstmal die Racks eingerissen. Die Wave ist wieder da. Der nächste große Angriff auf den Throne. Noch 8 Sekunden für die Dawnbreaker. Der Throne kann erhalten. Kann erhalten. Sieht, finde ich, immer noch super schlecht irgendwie aus. Aber gleich lebt immerhin Dawnbreaker wieder. Kein Solar Guardian. Kann ihn nicht retten. 15 Sekunden Cooldown. Er stirbt einfach. Der Brüssel stirbt. Die Chrono trifft 2. Aber sie trifft zu Mail nicht. Der erstmal die Marcy umgelegt hat. Aber 3 gegen 1, ne? Keine Chance. Und natürlich zerreißt Armee alles, was in der Chrono steht. LGD kommt da nicht mehr gegen an. Sie kommen da nicht mehr gegen an. Der Prophet versucht wieder irgendwelche Shenanigans. Backdoor-Protection ist aktiviert. Hier sind Trients die ganze Zeit am Rave zurückziehen. Aber guckt mal. Die haben alle keinen Buyback. Es gibt nur noch eine Maiden mit BKB und Freezingfield. So geil, wie lange die noch überleben, ne? Es ist so gut gespielt von beiden. Aber der Kampf war zu hart. Und der Void ist einfach zu stark. Das ist GG. Das Ding ist durch. Die Rave wird jetzt einfach beschützt. GH. Einer gegen 4. Jetzt. Das E-Post. Leider gibt es zu viel Bash, um da von irgendwas träumen zu können. Und das Spiel ist vorbei. Mann, Mann, Mann. Was war das denn? Ja. LGD gewinnt die erste Runde gegen Nigma. Und ich glaube, Nigma hat durchaus gezeigt, dass das hier noch nicht vorbei ist. Und dass LGD, wenn sie den Gesamtsieg haben wollen, arbeiten muss. Hätte echt in beide Richtungen gehen können. Das war ein krasses Hin und Her. Sehr, sehr schnell. Kam mir auch nicht so vor, als würde es nur 35 Minuten gehen. Hui. Wir reden gleich noch ein bisschen gemeinsam über das Spiel. Leider haben wir nicht mehr die ganz coolen Overlays. Das funktioniert hier nicht. Ich bin auch irritiert. Ah, das sieht jetzt anders aus. Okay. Das hatte ich nämlich vergessen. Weil wir haben ja... Das ist nur bei den Majors so, dass es das Vive-integrierte Overlay gibt. Deshalb benutzen wir einfach... Das, was ihr jetzt gerade seht. Mal ein bisschen schöner machen. So. Also wir haben Nigma gegen LGD. Da steht 5 Millionen Preispool. Eigentlich sind es 4 Millionen. Aber ich glaube, jedes Team kriegt noch... Jedes Team kriegt noch 100.000 oder so Taschengeld. Also völlig surreale Summen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich freue mich darauf, mit euch gleich mehr davon zu sehen. Ich werde jetzt kurz mir was zu trinken holen. Dann entspannen wir uns mal. Ich bin gar nicht zum Atmen gekommen in der Runde. Übelst heftig. Übelst heftig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Euiet-Groß. Ihr seht auch links noch mal den aktuellen Turnierbaum eingeblendet. Boah, ist das so laut. Sorry, die Musik ist viel zu laut. Und ja, wir gucken halt das erste Quarter-Final. LGD gegen Nygma. Gleich schon mit der zweiten Runde. Ich werde da bald reingehen. Der Go von dem Bösel in den Roche, der war seltsam. Ich hatte ja schon begründet, warum ich glaube, dass er es gemacht hat. Grusel. Die waren einfach noch so im Flow irgendwie, so kam es mir vor. Jedes Spiel ist ein Best-of-3. Auch das Finale tatsächlich. Es ist kein Best-of-5. Und Semifinals und Final finden beide morgen statt. Ihr seht auch noch mal unten in dem Lauftext eingeblendet, was meine Streamzeiten sind. Wir gucken LGD Nygma und Royal Never Give Up Spirit heute. Und dann ab morgen 16.30 Uhr Secret gegen den Sieger von RNG und Spirit. Und danach noch das große Finale. Nur das Semifinal vom Gewinner jetzt gegen OG. Auch sehr schade. Verpasse ich leider, weil da will ich gerne Fußball spielen. Ja, da spielen wir Fußball und ich habe überlegt. Aber ich habe mich dafür entschieden, da mitzumachen. Das brauche ich. Den Sport. Schade, Kardinal. Hat nicht gereicht, deine Anfolgungsversuche. Vielleicht nächstes Mal. Ein krasses Spiel, ne? Fand ich auch. Ja. Die hat das Spiel von Nygma besser gefallen. Mir hat das von Nygma, was so die Teamfight-Synergie, also das Zusammenspiel angeht, gemeinsam betrachtet, glaube ich, auch etwas besser gefallen. Aber bei LGD gab es ein paar Sachen, die sind nicht so auffällig gewesen, aber die sind unglaublich schwer zu machen und erfordern ein extrem hohes Spielverständnis. Einmal, wie sie sich, als sie hinten lagen, über die Map bewegt haben. Wie sie da Kills geholt haben, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten oder auch überlebt haben lange. Und der Void tatsächlich. Also ich fand, Armee hat richtig gut gespielt. Nicht so flashy. Und er hat oft Sachen einfach nicht gemacht, was dann immer nicht so geil aussieht. Er hat ja nichts offensichtlich krasses gemacht. Aber ich fand, der hat bis auf diesen einen Jump, wo er dann gestorben ist, wirklich perfekt gespielt fast. Das war krass. Oh ja, danke für deinen Like-Admos, Herr Maher. Freue ich mich. Hey, Nick. Ja, oh Mann, das ist ein sehr, sehr cooles Spiel gewesen. Hat richtig Laune gemacht. Das ist Stellaris, ja. Ich habe die Musik nicht eingeblendet. Könnten wir noch machen, aber ich fand, das Overlay reicht schon von dem, was es ist. Ähm, also ich habe hier das Panel. Da unten könnten wir es einblenden, die Musik, wenn ihr die Titel sehen wollt. Aber wir spielen ja meist die gleichen Lieder. Ähm, aber wir können es behalten, wenn ihr wollt. Was sagt ihr? Musik in der Ecke drin lassen oder rausnehmen? Du geile Saftpresse ist das ekligste, was ihr gehört habt, Kenneth WUPS. Alter, ist das eklig. Hallo, hallo. Ja, fand ich auch mit Army 1, ja. Das ist jetzt hier eine wichtige Debatte. Wenn wir da keine Klarheit finden, gehen wir nicht ins nächste Spiel. Musik Overlay halten oder nicht? Ja. Wer ist ein Freund des Musik Panels? Wer ist ein Freund, es nicht sehen zu müssen? Ich glaube, ich mache die Musik auch einen Tick leiser. So. Hat hier aber alles geklappt? Ich habe ja dann ganz schnell gestartet, weil ich davor gepennt habe. Aber es sieht ganz okay aus. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen einzufügen. Je mehr Zuschauer die Anzeigen ansehen, desto mehr verdienst du als Creator damit. Versuche es einfach mal. Alter, ich kann hier, das ist neu, glaube ich. Der hat mir gerade ein Pop-Up gemacht, dass ich doch bitte mal Werbung schalte für euch. Soll ich mal Werbung schalten? Machen wir nicht. Genau, Witcher 2 hat für Montag gewonnen. Nee, ich meine doch hier nur mit Lane. Wir hören doch keine Musik im Spiel. Siehst du nicht unten links jetzt gerade? Da fällt doch gar nichts. Aber es ist halt noch ein kleines Ding in einem überladenen Overlay. Hm. Ja, ich weiß, also ich habe überlegt, ob ich trotzdem was anderes spiele. Aber was ist denn heute los, Alter? Mein Greenscreen ist voll am Spinnen. Die Kammer wird immer dunkel und hell. Meine technischen Sachen, ich sage euch. Irgendetwas funktioniert nicht. Hm. Ja, Ingame höre ich ja nicht Stellaris-Musik. Apropos Ingame. Da stand 47 Zuschauer. Es wird noch kurz dauern. Aber wir können ja schon mal in den Loading-Screen gehen. Okay, oh, hallo übrigens. Habt ihr am Wochenende große Pläne? Oder ist es tatsächlich primär Dota? Was ja auch eigentlich ein großer Plan ist, ne? Äh, wie sieht es aus bei euch? Wollt ihr gewisse Sachen machen? Habt ihr Bock rauszugehen bei dem Wetter? Oder seid ihr dann eher so, dass ihr sagt, oh, es ist zu warm. Ich bleibe drin. Ich haue den Ventilator an. Ich zocke ein bisschen, sowas. Hm. Jetzt frage ich natürlich die, die an einem Samstag Nachmittag da sind, ne? Gratulation, ihr seid Nerds. Ihr seid am Samstag Nachmittag am Dota gucken. Hey, schön, dass ihr hier seid. Ja. Hm. Ich denke, es dauert noch ein bisschen, bis es für uns losgeht. Obwohl, ich sehe gerade, ich bin vielleicht zum Hauptstream, gar nicht so lang. Ah ja, das klingt ja ganz geil eigentlich in Heia. Du gehst heute noch in den Biergarten, Phyllas? Gehst du da mit Freunden oder gehst du tatsächlich allein in den Biergarten? Weil ich habe keine Ahnung von Biergarten. Es gibt hier den Prater. Das ist ein Biergarten in Berlin, den kenne ich so. Aber da war ich, glaube ich, das letzte Mal vor fünf Jahren. Ich habe noch gar nicht so richtig verstanden, was Biergarten ausmacht. Ich habe immer das Gefühl, das ist einfach ein Tisch, wo man Bier kaufen kann. Und jede einzelne Location ist so. Und warum? Alter, ich kotze im Strahl. Warum ist mein Greenscreen plötzlich so komisch? Ich kapiere es nicht. Das hat vorhin alles funktioniert. Ich kriege den nicht richtig justiert. Jetzt ist es besser, ne? Jetzt hat er, glaube ich, etwas weniger Probleme. Muss gerade Koffer packen. Fährst gleich in die Heimat. Mal sehen, ob ich im ICE gleich das Internet zugucken kann. Ob ich im ICE weiter zugucken kann. Ich kenne mich mit ICEs nicht aus, aber ich glaube, dass das ICE-WLAN besser ist als in einigen anderen Zügen. Vor allen Dingen im Flix-Train ist es nicht gut. Also hast du vielleicht gute Chancen. Warum die Kamera die ganze Zeit hell und dunkel wird? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ist egal. Bogenschießen. Ey, Bogenschießen ist, glaube ich, voll anstrengend. Und braucht voll viel Kraft, oder? Beim Spannen. Das ist spannend. Ja, Edward, die Bücher sind, glaube ich, auch nochmal sehr anders als das Spiel. Und Witcher 2 hat eine ... Ich kenne es von ganz früh. Ich kann mich an kaum noch was erinnern. Aber was ich noch weiß, es hat eine geile Geschichte. Also, das ist halt so eine Sache, ne? Am Montag spielen wir Witcher. Also, wir fangen am Montag auf Twitch an mit Witcher 2. Aber das ist wirklich eher wie in den guten alten Zeiten, ne? Da spielen wir ein großes Ausladen, das Rollenspiel mit einer dichten Geschichte. Da lasse ich mir Zeit. Da quatschen wir, da essen wir eine Pizza. Das ist nicht das für die große ... Das ist nicht der große Mainstream. Das ist nicht die ganz schnelle Unterhaltung. Ich wollte es jetzt trotzdem mal einblenden, damit die Leute Bescheid wissen. Wenn ihr Ausrufezeichen Twitch eingibt, dann spuckt euch der Bot auch Infos dazu aus. Und klar, ich freue mich über jeden, der dann da dabei ist. Aber das ist in kleiner Runde gemütlich. So Let's Play à la 2000. Tag, Koma. Herzlich willkommen. Dankeschön, Onkelksam. Ja, es war mir zu warm für meine normale Mütze. Ja, das ist halt echt schade, ne? Wenn man verletzt ist und deshalb zu sowas nicht gehen kann. Fuck. Ah, kannst du heute noch nicht, Tobi. Habe ich es richtig verstanden. Schade, aber cool, dass du dann bald Klausurenfreiheit besitzt. Viel Erfolg noch bei der letzten. Mit wem spielst du gerade Pen & Paper in Haya? Was ist das für eine Gruppe? Wahrscheinlich aus dem Discord, oder? Ach echt, ich hätte gedacht, das ist anstrengend körperlich. Ich hatte mal einen großen Bogen in der Hand und ich fand es ziemlich schwer, den ordentlich zu spannen. Daran erinnere ich mich. Es war nicht so easy. Was eine erste Runde. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass es so ist, das Spiel. Ich dachte, es könnte länger gehen und ich dachte auch, ich habe mir auch gedacht, es könnte auf Augenhöhe sein. Aber ich habe vor allen Dingen nicht erwartet, dass es so ein krasses Hin und Her ist. Also, dass die so aggressiv sich die ganze Zeit gegenseitig in die Fresse schlagen. Ich dachte, das wird eher so ein taktisches Ding, wo lange gefarmt wird und so. Aber mitnichten. Mitnichten. Dazu muss man aber auch sagen, Nigmars Lineup war sehr aggressiv. Bristle und Razor, na, die wollen schon kämpfen. Alter, was ist mit meiner Kamera los? Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist es die Mütze. Also, irgendwas ist da super seltsam. Dass die die ganze Zeit die Helligkeit irgendwie neu justiert. Es sieht okay aus, würde ich sagen, jetzt. Ich glaube, wenn ich einen Tick weiter nach hinten gehe. Naja. Vorne? Naja. I don't know. Spielt ihr Toro oder wie der heißt noch bei Spirit? Ja. Ich glaube schon. Achso, warte mal. Doch, ich glaube schon, ja. Ich kann mal für dich gucken. Team Spirits aktueller Roster. Ja. Ja, Toro spielt mit. Nein, er hört mich nicht mehr. Hat er die Frage nicht mitbekommen. Onkel schaut auch stumm. Wir können, ich kann jetzt über Onkel lästern, aber ihr dürft nicht mitmachen. Hey Phil, herzlich willkommen. Der Delay scheint relativ groß zu sein. Hm. Haben sie wahrscheinlich auf 15 Minuten gestellt. Die Schweine, die mögen uns nicht. Ah ja, wie gesagt, also gleich soll ich die zweite Runde dann starten. Also auf einem Pferd, ich weiß nicht, ob du davon jetzt redest, aber auf einem Pferd einen Bogen schießen, stelle ich mir voll schwer vor, wenn das Pferd reitet. Das stelle ich mir fast unmöglich vor, damit dann noch zu treffen. Ah, wer weiß. Vielleicht braucht man dann so kleinere Bögen, dann geht's vielleicht. Aber mit so einem großen, fetten? Ja, klar, Olympisch V-Curve schießt du, das kenne ich. Das ist das, wo man, na klar, hm. Schau mal, Nick, du siehst das Turnier hier oben. Das ist, die Playoffs haben gerade erst angefangen. Es gab Gruppenphasen und da ist Nick mal weitergekommen. Also sie haben sich gut geschlagen insgesamt. Wurden aber nicht erst, da sind nicht in die Semifinals gekommen. Und jetzt geht's einfach darum, hier weiterzukommen, ne. Die Platzierungen siehst du auch schon, Platz 7, 8 und 9 und 10. Tundra, TSM, D-Boosters und Liquid, die sind alle bereits raus durch die Gruppenphase und haben entsprechend weniger Geld bekommen. Wer jetzt hier verliert, streicht 200.000 ein. Also wenn Nick mal jetzt noch eine Runde verliert, sind sie Platz 5 bis 6, kriegen nur 200.000 Dollar. Ich glaub 300.000 dann insgesamt. Weil jeder noch 100.000 Taschen Geld bekommt. Kann man mal machen. Und wer weiterkommt, da wird's dann halt interessant, ne. Wer weiterkommt, hat schon mal garantiert 425.000. Und dann geht's natürlich noch deutlich höher am Ende. In die Millionenbereiche. Und das sind jetzt hier zwei Spiele, die Nick mal hintereinander gegen LGD gewinnen muss. Ist nicht einfach, würde ich mal sagen. Ist nicht leicht. Hart, dass sie das verloren haben. Es hätte echt in beide Richtungen gehen können. Ja, ich würde auch gerne nur 200.000 nehmen. Ja. Guck mal, ich zieh mich doch schon fast aus, wenn mir ein Mattenfried 20 spendet. Ja. Wenn ich auch schon fast nackt direkt. Dann gibt's sofort die Nacktbilder übers Discord. Also insofern bei 200.000 gewonnen im Leben. Aber man muss es eben immer im Kontext sehen. Und LGD hat schon in mehreren TIs den zweiten Platz gemacht. Die haben schon richtig viel Geld verdient. Auch Nigma. Die Spieler haben alle richtig, richtig viel Kohle. Die haben ein TI gewonnen. Äh, und mehr. Also für die ist es halt so, wenn die jetzt nicht übelst die, keine Ahnung, Süchtigen, Spielsüchtigen sind oder so. Oder ihr Geld komplett seltsam ausgegeben haben, sind das eigentlich fast alles Millionäre. Oder zumindest sehr wohlhabende Menschen. Ähm, und ich glaube trotzdem ist es geil, ein bisschen Geld zu bekommen. Also für die ein bisschen Geld, also 100.000, 200.000 zu bekommen mit so einem Turnier. Da freuen die sich auch. Kriegst du auch immer nur einen Teil als Spieler davon. Ähm, aber. Die werden sich schon in den Arsch beißen. Wenn sie 200.000 anstatt 750.000 oder so bekommen. Oder eine Million oder anderthalb Millionen. Das sind dann für die schon Unterschiede, die total relevant sind. Die sind glaube ich mental nicht in diesem. Ja klar Alter, 200.000 mein Leben ist ein anderes. Weil die haben schon auf dem Konto wahrscheinlich 800.000, eine Million mehr. Deutlich mehr manche Spieler. Hm. Aber so ein Großgewinn hier bei denen. Und das ist das Geile. Der Preispult ist eben so hoch, dass ein Großgewinn durchaus für jeden Pro in Dota interessant ist. Also die sagen alle nicht nein zu pro Spieler dann, ne. Eine Einnahme von 300.000, 400.000 Dollar. Das ist schon richtig geil, so ein erster Platz hier. Ja, die sind richtig geil. Das ist ja, ist ja ein Sau-, ist ein arabisches Turnier in Saudi-Arabien irgendwie. Und ist voll, voll gestopft mit Geld. Das, ich glaube es finanziert auch irgendeinen Scheich oder sowas. Also da, da gibt's das fette Ölgeld zu holen. Und deshalb ist der Preispool auch sehr hoch. Und das ist deshalb sehr cool, finde ich. Und es macht mir deshalb große Freude, dass dieses Turnier existiert. Weil es in Dota einfach ganz wenig nur noch sowas gab. Seit die Majors keine guten Preisgelder mehr haben, geht's eigentlich nur um die PC-Punkte. Und dann ums große TI natürlich. Ähm, und das jetzt hier ist endlich mal, ja, was anderes, ne. Einfach mal richtig viel Geld, simples, geradliniges Turnier. Jeder will gewinnen, jeder will die Kohle. Keiner muss lang rechnen, welche Tabellen jetzt wo, wofür sorgen. Ähm, und ob man ins TI kommt oder nicht. Weil der Major, der noch folgt, ne. Bald ist ja Arlington Major, ist der letzte Major vorm TI. Ganz ehrlich, ich werd den angucken. Und ich hab auch Bock auf einige Spiele. Das wird, glaube ich, auch sehr spannend werden teilweise. Aber es wird garantiert Spiele geben. Das ist dann zwischen Leuten, die haben eh beide. Beide Teams haben dann eh schon genug DPC-Punkte. Die kommen eh alle ins TI dann. Die da oben mitspielen beim Major. Sind da schon sicher drin. Und dann geht's eben nur noch ums Preisgeld. Und das Preisgeld vom Major ist viel geringer. Also es geht immer noch um Geld. Ist immer noch cool für die. Die werden da auch alles geben. Aber das sind dann, weiß ich gar nicht, 500.000 insgesamt. Und hier sind's 5 Millionen. Irgendwie so. Und das ist so ein Ding, ne. Da merkt man schon, dass das DPC-System ein bisschen flawed ist. Gerade jetzt am Ende, wo die meisten Teams eh schon sicher drin sind, die da weit kommen. Und dann kommen noch die Open Qualifier. Die sind nochmal sehr spannend. Weil das ist dann natürlich ein absolutes Blutbad. Da sind alle Teams drin, die es nicht geschafft haben. Über die PC-Punkte. Und auch richtig starke Teams. Wie zum Beispiel Nigma Galaxy. Ja, müssen da mitspielen. Und die wollen halt alle ins TI rein. Da ist nochmal geil. Und dann kommt natürlich das TI. So, das sind so die nächsten Turniere, die anstehen. Warte mal, der Bot ist nicht an. Ich Horst, ey. Ich hab den eigentlich schon geholt. Ich hab ihn noch nicht connected. So gemein, dass man das in, äh, in, auf YouTube immer erst machen kann, wenn man schon im Stream ist und nicht davor. Es geht auf Twitch. So, er sollte jetzt allem antworten, was ihr so, äh, schreibt. Noin Snoopy. Herzlich Willkommen. Jo, bis gleich, naja. Ah, er hat mich eh nicht. So, dann haben wir den Zeus. Äh, kein Marcy-Bann. Obwohl er die LGD-Runde gewonnen hat. An der Marcy lag es ja nicht unbedingt. Zeus wird, könnte Support sein, könnte Core sein. Ich denke, er wird als Support gespielt werden hier. Ich denke, die spielen Wyverns Haus. GH kriegt seine Wyvern. Wisp ist wieder gebannt. Diesmal wurde Tusk noch dazu gebannt. Ich meine, GH spielt auch einen sehr, sehr starken Tusk. Also, so oder so. Mh, Fokus auf denen nach wie vor. Das haben sie sich wahrscheinlich davor so überlegt. Ember sehr früh gepickt. Nyx sehr früh gepickt. Nyx spielen nicht viele Teams, aber ich glaube, LGD hatte einen sehr, sehr, sehr guten Nyx-Spieler. Dass so ein Held in den meisten Händen, wie zum Beispiel in meinen, fühlt er sich nicht so krass an. Aber es gibt so manche Spieler, die ganz viel aus dem Helden holen können. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ich hatte neulich mal irgendwie aufgeschnappt, dass LGD wohl einen legendären Nyx-Spieler haben. Jetzt picken sie ihn hier und den Ember dazu. Also, nothing to save it, denke ich, den Ember spielen. Andi, Alter, es geht. Hallo, hallo. Snoopy ist nicht cool, aber dafür einfühlsam. Süß, Snoopy. Du kannst ja mal ganz einfühlsam diesen Stream liken. Da wäre ich dir sehr verbunden. Kurwelt den Algorithmus ein bisschen an für mich. Hallo, ihr Sonnenvermeider. Ist hier auch viel zu warm. Ey, Fans, hier sind überall warm. Also, ach, ist echt so. Ich war kurz davor, keinen Greenscreen diesmal zu machen, sondern eine ganz normale Cam, damit ich die Flutlichter nicht anmachen muss hier, um nicht zu braten. Das ist aber lieb, Snoopy. Das war auch, ich habe so getan, als rede ich mit dir, aber eigentlich habe ich darauf spekuliert, dass irgendwelche anderen sich mir erbarmen. Moin, Lars. Tiny, dritter Pick. Ich wollte ihm gerade kein Küsschen geben. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich das finde. Also, Tiny ist schon sehr stark momentan. Dass der nicht gebannt wurde. Ich habe das Gefühl, es gibt zur Zeit einfach viel Starkes. Nigma hat Razor gebannt, den hatten sie ja vorher selber gepickt. Wahrscheinlich, weil sie diesmal nicht First Pick hatten. Und da ist wieder die Death Prophet. Da muss ich noch mal was sagen. Also, die Death Prophet, die Leute, die gerade das erste Spiel schon mit mir gesehen haben. Wie fandet ihr die Death Prophet? Ich fand die wirklich mittel. Also, ich fand die nicht so krass. Die hat ein paar gute Sachen geschafft. Und gerade während sie Ultien hatte, wirkte sie sehr solide. Also, ich will sie jetzt gar nicht total kleinreden. Aber ich fand ehrlich gesagt auch nicht, dass die Death Prophet jetzt hier so der Aspekt war, der LGD da das Spiel gewonnen hat oder so. Und auch noch eine Sache, die echt spannend ist, der Faceless Void. Und da glaube ich auch nicht, dass es der Held war, sondern eher der Spieler, der den Impact hatte. Aber der Faceless Void, der wurde First Pick letztes Mal von LGD. Und diesmal gar nicht mehr angeguckt. Nicht mit dem Arsch. Könnte an der Y-Wan liegen. Vielleicht wollen sie den nicht gegen Y-Wan spielen, weil Y-Wan ist sehr, sehr gut. Und solange sie nicht in der Krono ist, kann sie mit Cold Embrace immer retten. Und auch Winter's Curse ist gefährlich für den Void. Phoenix jetzt. Also Death Prophet, Phoenix, Ember, Nix. Die haben es irgendwie ein bisschen mit Feuer. Bloodseeker. Bloodseeker ist immer so ein bisschen Hit or Mist. Der kann sehr gut funktionieren. Es kann ein sehr, sehr starker Chor sein. Aber manchmal eben auch gar nicht. In manchen Spielen fühlt er sich unglaublich krass an. Dann hat er die ganze Zeit 800 Movement Speed. Ist überall zeitgleich. Kriegt 300 Kills auf der Map. In dem Moment, wo er BKB hat, fühlt er sich komplett unaufhaltbar. Es gibt andere Spiele. Da ist ein laufendes Bloodride. Bloodride hier ist so Semi. Also ein AOE-Sylist ist ja eigentlich ziemlich geil gegen sowas wie Death Prophet und Phoenix. Aber Ember sollte in der Regel in der Lage sein, rauszukommen. Außer es gibt gutes Follow-Up von Nigma. Nix hat Carapace. Kann sogar timen, um dann den Bloodseeker zu stunnen damit. Naja. Sie haben aber ein schönes Setup. Also Tiny vielleicht mal mit Avalanche, Toss und danach ein Bloodride drunter. Wyvern. Mit dem Curse. Wenn du viele Leute curst mit Winter Wyvern und die hängen da zusammen rum und das können die natürlich auf dem Level und dann timet der Bloodseeker das geil, dass das Bloodride kurz bevor der Winter's Curse ausläuft, prockt. Das kann sehr, sehr stark sein. Das kann eine sehr, sehr starke Kombo sein. Äh, LGD wird gegen Nigmars Line-Up sowieso BKBs brauchen. Also Nigma hat so viel Magic Damage, Burst, Disable. Äh, da brauchst du, denke ich, eine BKB. Auch wenn Rupture durchgeht. Und bisher haben sie Helden, die BKBs spielen können. Also Ember und Death Prophet können durchaus BKBs kaufen. Nyx und Phoenix sind halt Supports now. Radiant Team Pick. Und da ist ein CK. Also Armin jetzt mit dem Chaos Knight. Den Pick verstehe ich persönlich jetzt einfach gar nicht. Ehrlich gesagt. Ich hab keine Ahnung, warum sie sich für ein CK entscheiden. Tiny ist ganz gut gegen CK. Der hat halt echt viel AOE-Cleave-Damage. Ähm, also gegen Phantasm. Phantasm, ne. Wyvern ist gut, gerade auch gegen Phantasm. Sobald er Phantasm anhat, drückst du einfach Wyvern-Curse auf einen Helden daneben und derjenige ist schon mal tot. Du kannst sogar im Notfall es einfach auf den CK selber machen, selbst wenn du den richtigen nicht erwischst. Ähm, also Cold Embrace ist sehr gut gegen ihn. Ich find, ja, er kann einen Bloodseeker vielleicht mal überraschen und abholen. Hm. Und jetzt noch die Dawnbreaker, ne. Fünfter. So spät noch bekommen. Mind-Control spielt die. Dieses Mal. Also es ist, äh, eine andere Konstellation. Kuroki mit dem Zeus und Wyvern, wie erwartet, GH. Also andere Support-Duo jetzt und ne Core Dawnbreaker. Hm. Ja, platziger Kuh mit Zeus. Wegen der Spell-Amp. Gibt es überhaupt noch Spell-Amp? Wenn man es auf andere macht? Mal sehen, ob sie das so ein bisschen zusammen benutzen. Der wird halt, der wird, was der machen wird, der wird BKB kaufen, das auf sich zaubern und losrennen und alles zusammenhauen. Das ist so sein Ziel, denke ich. 18 Grad, Morty? Hä, wo bist denn du? Alter, Morty, lebst du noch in Deutschland? Bist du auf eine Steueroase geflüchtet, um deine Millionen zu wahren? Oder was ist da los? 18 Grad. Moin Lars, falls ich die noch nicht begrüßt habe. In den letzten ein bis zwei Wochen war ich sehr froh, in Norddeutschland zu wohnen. Hier ist es echt erträglich. Also ich, gilt Berlin nicht als Norddeutschland, Leute? Hey. Also ich meine, so warm ist es heute auch nicht bei uns. Aber warm genug. So 27, 28 Grad, glaube ich. Ey, guck mal, es klingt eklig und zeitgleich sehr lecker. Gönn dir dein Hähnchen. Bisschen Arschuhn. Schon verrückt, wie der Typ unten rechts immer schöner wird. Hast du getrunken, Potenzo? Das hat Alkohol so an sich. Hast du mich schön getrunken? 17 Grad. Ey, was? Schleswig-Holstein. Ist das da oft kühl oder was? Ich habe doch keine Ahnung von Geografie. Jetzt könnte ich wahrscheinlich sagen, ja, daneben ist die Zwirbelspitze. Die bricht die Wolken doch immer, die gehen in den Osten gehen. Keine Ahnung, ob es in Schleswig-Holstein warm oder kalt ist. Könntest du mir alles erzählen. Spiel beginnt. Ich habe Bock auf eine Chord, Dawnbreaker. Dieses Mal. Wird bestimmt ganz lustig, sich das anzusehen. Mh. Diese Skin ist mir auch ins Auge gestochen. Komm mal, Edward, ich gucke sie für dich an. Aber wissen, was das ist, tue ich nicht. Schein des ersten Lichts. Heißt es ja auf Deutsch. Kannst du ja mal googeln. Finde ich eigentlich ganz cool, glaube ich. Bin mir nicht so ganz sicher. Ich finde die Waffe geil. Irgendwie finde ich die Waffe geil. Das erste Game war richtig geil, Nico. Also wirklich geil. Es hat richtig Lust gemacht auf mehr. Und da gab es zwar auch ein paar fragwürdigere Spielaktionen. Aber ich glaube, die waren aus dem allgemeinen sehr hohen Level dieser Partie geboren. Ich glaube, die beiden Teams haben wirklich High-Level-Dota gespielt. Das sind aktuell starke, starke Konkurrenten. Und entsprechend von dem, was ich gerade schon gesehen habe, zwischen den beiden freue ich mich richtig darauf, jetzt mit euch in die zweite Runde einzusteigen. Guck mal, was es hier für eine Tuchfühlung gibt. Auf zwei Seiten, hier zieht sich Nigma zeitgerecht zurück. Und auf der Seite, oh, weichen sie dem Stun vom Nix aus. Er kriegt trotzdem die Bounty, weil sie einen kleinen Sidestep machen mussten. Aber sind so schön ausgewichen. Ein bisschen Schaden gemacht und so. Im Endeffekt heißt das allerdings, drei Bounties für LGD, nur eine für Nigma. Und damit ist das Spiel eigentlich durch. Es war wieder eine spannende Runde. Es hat Spaß gemacht wie die letzte. Und jetzt können wir über Gott und die Welt reden. Ach, die Tübelspitze ist natürlich bei Holland. Das war ein kleiner Test, ob du das weißt, Mopel. Oft mache ich kleine Geografie-Spaß-Tests, weil ich Geografie so spaßig finde. Interessante Lanes hier, Nix und eine Prophet gegen einen Blattzieker und eine Wildbahn kämpfen auch direkt wieder los. Geht sofort ab. Die Death-Profit-Lanes sind immer umkämpft. Habe ich das Gefühl. Also, der Stun von dem Nix zusammen mit Siphon ist schon nicht schwach. Aber ich finde Nix auf Lanes einfach schwer. Ich finde nicht, dass Nix der stärkste Laner ist. Und ich denke, da werden mir auch einige zustimmen. Das eine, was er hat, er hat relativ viel Region. Auch wenn jetzt Xing nicht für Mangos gegangen ist, hat er immerhin unter dem Tower ganz viel. Aber auch außerhalb des Towers wird er so vier oder sowas haben. Ja, und der CK muss mich wirklich noch überzeugen. Aber ähnlich war es auch letztes Mal mit dem Void und da hat mich Armee voll überzeugen können. Und hat er einfach sehr, sehr stark gespielt. Zumal, ich glaube, dass Zumals Tiny sehr gut ist. Ich weiß, dass er den öfters spielt, gerade in letzter Zeit. Das Matchup gegen Ember in der Mitte sollte auch klar gehen. Also, ich erwarte, dass der Tiny eine große Gefahr für LGD wird im Midgame. Und Position 4 Zeus ist ja auch total etabliert. Also, ein super starker Pick. Ich glaube, würde ich irgendwie MMR grinden wollen oder so, würde ich Zoll Support spielen aktuell. Ich halte das für broken. Der Jump ist zu stark. Auch schon auf Level 1. Und er hat eigentlich über seine Spells, wenn du ein paar Knöpfe drückst und ein paar Items hast, immer Impact. Auch mit Position 4 Items. Und machst richtig viel Schaden. Ah, guck mal. Das ist Blood Ride plus Arctic Burn. Der Slow hat tatsächlich gereicht. Keine Boots für den Nyx. Und ich habe es ja gerade schon gesagt. Der Nyx ist einfach nicht der stärkste Laner. Jetzt wurde er hier mal erwischt. Durch den Silence konnte er nicht mehr stunnen. Und davor konnte mit Arctic Burn die Distanz gewahrt werden. Dadurch konnte Xing einfach nicht stunnen. Das ist schon echt heftig. Ja, und das ist es. Support Zeus ist einfach so stark. Was ich interessant finde, ist er hat Jump und dann Arc Lightning geskillt. Ich dachte, man hat einen Skill Support Zeus immer mit Lightning Bolt. Aber er hat sich für Arc Lightning und Heavenly Jump entschieden. In der Lane ist es dann schwieriger zu harassen, weil man die ganze Zeit die Creeps damit trifft. Aber in so direkten Auseinandersetzungen, wo man konstanten DPS macht, ist das glaube ich mehr Schaden insgesamt. Kostet vielleicht auch mehr Mana dann, ne? Aber es ist in kürzerer Zeit mehr Schaden. Holt sich den Range Creep. So kannst du auch machen. Kriegst natürlich damit auch dann mal einen Range Creep gesichert, den dein Carry nicht bekommen würde. Und vielleicht teilen sie sich auch so ein bisschen in Farben. Und vielleicht spekulieren sie da auch drauf, dass Kuruki eben ein wenig Geld macht. Vermögenstechnisch der Blattsieger. Nicht zuletzt auch wegen dem Kill vorne. Aber danach kommen schon drei Cores von LGD. Ah, Toss hat er schon benutzt. Also er kann ihn nicht mehr in den Tower werfen oder so. Gerade ist der Ember noch Level 4. Ist noch früh im Spiel. Keine Remnants oder sowas zur Verfügung. Ist nicht so mobil wie später. Wird wahrscheinlich aus dem Blightstone noch ein Orb of Corrosion machen. Könnte er zumindest. Mal sehen. Ich finde das Bild recht stark mit Faceboots und Orb. Ah, Death Prophet. Die wird hier auf jeden Fall überleben. Hat sogar noch den Creep bekommen, den großen. Um den ging es ja da so ein bisschen. Also, diese Runde läuft ihre Landing Stage ganz gut. Wenn sie nicht stirbt. Das könnte jetzt passieren. Splatrate war vielleicht einen Tick zu früh. Arctic Burn kommt nicht ran. Er hat einfach nicht die Death Prophet angreifen können. Die ist genau in die richtige Richtung ausgewichen. Wäre sie geradeaus weitergelaufen, wäre sie gestorben, glaube ich. Muss jetzt trotzdem TP'n tatsächlich. Also das war dann dennoch ein Erfolg für Nigma. Weil es gleich den Walk of Shame von ihr gibt. Aber der ist sehr kurz. Ist ein sehr kurzer Walk of Shame. Sie nimmt eine Abkürzung. Sie hat 390 Movement Speeds. Sie hat sogar noch eine Wind Lace gekauft. Um noch schneller wieder auf der Lane zu sein. Der Movement Speed, der hat sie gerade wirklich gerettet. Wyvern konnte nicht einen Angriff anbringen. Aber nix nach wie vor. Wenig Lane Präsenz. Kann wenig helfen. Ich denke, hier wird Nigma relativ zufrieden sein. Das einzige Problem, der CK farmt halt viel. Aber ein CK ist schwer davon abzuhalten, wenn du eine Lane nicht komplett crushed. Jetzt versuchen sie es gerade mal auf ihn. Aber guckt euch das an. Armin macht so viel Damage. Stormbreaker ist schon tot. Und jetzt wollen sie sich um Koruki kümmern. Diese Arc-Lightnings. Leute. Ich werde nie wieder Lightning Bolt spielen auf dem. Oh, er hat Lightning Bolt. Perfekte Wahl. Nein, ich meine, ne? Am Anfang. Arc-Lightning 2 und Bolt. Und wie hat er es gemacht vom Mana? Unfassbar. Das ist unfassbar, finde ich. Gucken wir ihn mal genau an. So, hier, ne? Hier sah es schon ziemlich schlecht für Nigma aus. Er hat gar nicht so viel. Er hat drei Mangos. Er hat einfach drei Mangos. Das ist der Gipfel der Dreistigkeit. Und er macht und macht und macht. Das unterschätzt auch LGD. Die denken, die kriegen den. Hätte ich auch gedacht. Fairfire, Mango, Mango. Alles kein Problem. Nochmal Ding. Noch ne Mango. Er zerstört sie einfach mit Mana. Mit massive Mana. Und Heilung. Eigene Heilung. Ultra-Carry-Toys. Mein Gott. Vernichtete einfach alleine noch. Den CK und den Phönix. Er hat natürlich nix mehr, ne? Komplett ausgepresst. Keine Leben, kein Mana mehr. Aber wird er zufrieden mit sein? Das hat ihm jetzt Boots eingebracht. Zum Mail. Thor's Avalanche-Kombo reicht nicht. Nothing to say. Er hat Flameguard an. Und noch ein Fairfire. Und das wird er nicht überleben wegen der Phönix-Hilfe. Also LGD macht zu zweit den Kill in der Mitte. Äh, der Ember damit ein bisschen über dem Tiny positioniert. Er sollte jetzt auch einen Level-Vorteil haben. Ist gleich sechs. Wichtiges Timing für ihn. Tiny erst fünfeinhalb. Vier zwei aktuell für Nigma Galaxy. Harte Auseinandersetzungen links und rechts. Die Prophet hält sich nach wie vor besser auf der Line als ich erwartet hab. Die stehen auch oft noch bei ihr, die Creeps am Tower. Das mit dem Equilibrium kriegen sie da ganz gut hin. Könnte wieder spannend werden. Hey Jabba. Äh, gute Spiele gehen ab. Krasses Turnier. Und bei dir? Hm. Äh, was ist denn eine Zwirbeldrüse? Ist ja widerlich. Amaxing. Da kann er nichts gegen machen. Das Bloodwild war sehr gut getimed. Er musste davor schon Carrow Paste benutzen. Miracle. Oh, hatte noch einen fetten Stick. Ich hab grad nicht gesehen. Der hat sich in der Ecke versteckt gehabt, der Magic Wand. Mitte nochmal Action. Koruki ist dahin gelatscht. Hm, wieder so weit vorgegangen, ne? Aber er spielt einfach aggressiv und damit erfolgreich. Ah, einen Tower-Schlag genommen. Der, der Jumps, laut ja auch noch, macht auch nochmal Schaden. Noch eine Arc-Lightning und jetzt haben sie den Phönix. Koruki spielt wirklich herausragend. Aber die Haste ist natürlich lucky für den Ember. Ohne die Haste hätte der Zeus, glaube ich, überlebt. Jetzt stirbt er hier. Und der Trade ist insgesamt ganz gut für LGD. Aber ich find wirklich, dass, dass der richtig geil spielt auf Zeus. Weil es gefällt mir so aggressiv und so gefährlich mit dem, mit den ganzen Burst, den er hat. Mit dem ganzen Mana. Geht auch jetzt natürlich direkt auf Arc-Boots, um das noch mehr zu supporten. Raindrops sind zur Zeit auch extrem beliebt. Hat eigentlich immer jemand. Jetzt zum Beispiel gerade die Dawnbreaker. Toys kauft's wahrscheinlich später auch noch. Ist ein bisschen natürlich lane-abhängig. Gegen Tiny ist Raindrops zum Beispiel auch immer sehr, sehr, sehr gut. Der Ember hat jetzt noch zwei Charges übrig. Kauft man gegen Tiny eigentlich immer. Außer man denkt nicht dran und ich denke nicht dran. Oh, das war knapp, ne? Armee wollte ihn gerade zurückziehen und dann wäre mein Kontroll gestorben. Ich glaube, ehrlich gesagt, Armee hätte einen Stun werfen können. Er wollte ihn aber erst ranziehen und dann Stun. Und dieser Versuch hat den Kill vereitelt. Sonst hätten sie halt noch ein bisschen weiter hinterherlaufen müssen, ne? Weil das Projektil noch fliegt. Dann länger gedauert. Und wären dann vielleicht auch unsicher geworden. Aber Emma war woanders unterwegs. Musste raus. Remnant, Tintin, Tintin und GH. Cold. Cold Embrace. Bloodray trifft beide. Miracle zoned die Gegner. GH wird überleben. Xing nicht. Und das hat Nigma schön gedreht da unten. Fast wäre GH tot gewesen. Aber er hat eben auch bis zur letzten Sekunde gewartet. Er hat schön abgewartet. Und da gab es dann in dem Moment keine Wave mehr von der Death Prophet. Kein Magic Burst. Nur noch Auto-Attacks. Und sie haben schon gemerkt, das reicht nicht. Die Region wirkt auch einem Spirit Siphon entgegen von Cold Embrace. Zumal geht Power-Treats. Ist ein bisschen nach wie vor hinter dem Ember. Die Differenz hat sich nicht allzu sehr verändert in den letzten Minuten. Kuruki bleibt so ein bisschen am Eidlen in der Mitte, ne? Ich finde das immer ganz interessant. Weil das zu machen heißt ja auch, dass die Dornbacker ein schwierigeres Spiel hat. Mal gucken, was er damit für Impact besitzt. Zumal, Avalanche, Toss. Hat er eigentlich gut gespielt, ne? Könnte nochmal aus der Misere kommen. Jetzt ist Kuruki, da hat er gewartet. Steht zwischen vier, aber Miracle ist eben auch da. Und G8 sind alle da. Perfekt getimt. Die Rotation von LGD übelst gut prediktet. Also wirklich übelst gut. Und komplett ausgekontert. Mächtiger Counter-Initiative. Schon initial vom Tiny krass gemacht. Dieser Tossback mit der Avalanche. Und dann schräg so weglaufen, während das Team von der und der Seite LGD langsam einkreist. Ja, und typisch für Pro-Level plötzlich sind überall Helden. Weil jeder eben reagiert und seine Teammates stützen will. Nick, meine Überzahl, ziemlich sicher, dass sie davor schon den Call hatten, dass LGD ungefähr in dem Timing versucht, die Mitte anzugreifen. Kann auch sein, dass sie das wussten oder erwartet haben, weil sie mal ein Replay analysiert haben. Davor oder mehrere. Und Armee, relativ unbehelligt. Der farmt sich hier an die Spitze. Der Blattseeker hat durchaus ein gutes Spiel, finde ich. Ich meine, der Blattseeker hat 3-0. Und 44 Last Hits. Der Seeker hat 1-1 und 55 Last Hits. Aber 10 Last Hits mehr sorgen eben dafür, dass die 2 Kills mehr als kompensiert wurden. Boah, der ist auch Level 8, während der Blattseeker noch Level 7 ist. Also dem CKL geht es wirklich gut. Der hat gleich Armlet fertig. Wir sind noch vor 10 Minuten. Das ist sehr, sehr starkes Timing. Es wird wohl in 10 Minuten Armlet werden, wenn es hier so weitergeht. Und es sieht aktuell nicht so aus, als würde Nigma ihn irgendwie versuchen aufzuhalten. Auch nicht sicher, ob das möglich ist, ehrlich gesagt. Sie haben in dem Bereich keine Vision, die Wards von LGD, Deckenrotationen auf die Top-Lane ab. Nigma's steht hier am Roche-Pit, was diese Seite angeht. Und im Süden haben sie einen auf der Lane und da haben sie hier noch Kontrolle. Wo ist der? Hier. Der ist auch ganz cool, der Ward eigentlich. Ist ruhig geworden nach der letzten Auseinandersetzung. Dachte ich, in diesem Moment hat Tiny's probiert. Avalanche-Toss-Kombo wurde durchgetankt. Zum Mail selber tankt sie aber auch durch den Support seines Teams noch. Und die Cold Embrace war schon wieder so klatsch. So gut. Diese Wyvern wird ab jetzt gebannt. Wenn Nigma diese Runde gewinnt und es 1-1 steht, wird LG die Wyvern bannen. Da bin ich ganz sicher. Das ist halt echt, echt krass. Das sah so gut aus. In dem Moment, wo der Ember die Kombo überlebt, müsste er tot sein. Und dann kommt direkt Dawnbreaker, Mind Control und Cold Embrace in letzter Sekunde. FaZe kriegt den Kill nicht, steht im Blood Ride. Geht down. Der Blattziker funktioniert super gut hier bisher. Klar ist Nigma auch wieder komplett am Start da. Aber dennoch, das ist... Das ist so gut, wie sie das machen. Und das ist, glaube ich, auch was, was Nigma einfach gerne macht. So Saving Supports spielen. GH ist einfach jemand, der da drin aufgeht. Und Dawnbreaker, über die habe ich ganz wenig redet bisher. Die hat ziemlich viel Farm. Hat ja auch gerade beigetragen, den Tiny zu retten. Und holt sich jetzt hier gerade... Na, nur klein Zeug. Ein Magic Wand wird fertiggestellt. Meint ihr, sie geht Echo selber? Sie hat den Farm, um das zu supporten, würde ich sagen. Der Go wird auch nicht funktionieren, weil GH wieder bereit ist. Und diesmal hat LG die früh genug abgelassen. Hätte sie da weitergemacht, wäre wahrscheinlich der CK gestorben. Haben Lunte gerochen. Die Supports waren wieder ready. Toys mittlerweile auch schon Level 7 bei 11 Minuten. Die Riven hat immer ein Nero-Ulti. Ist ja auch immer wichtig, vom Support-Timing bei 6 dann die Ultis zu bekommen. Der Nyx braucht noch ein bisschen. Bisher Vendetta hat. Ja, und das war ein First-Pick, ne? Mal sehen. Nyx ist jemand, der eher im Mid-Game glänzt. Und später mit dem ganzen Disable und so. Als Support vor allem. Und nicht in der Lane. Aber trotzdem mag ich mir etwas Sorgen um ihn. Jetzt hat er sein Vendetta fertig, zumindest. Damit hat er ein größeres Kit an Fähigkeiten, die er hier gleich verwenden kann. Aber irgendwie finde ich die Anfangsphase ein bisschen... Es ist ein bisschen ein seltsames Spiel. Nigma macht mehr Kills, sie sind immer ready. Aber selber versuchen sie halt ganz wenig, habe ich das Gefühl. Und LGD farmt etwas stärker. Trotzdem sagt Dota Plus, Nigma ist deutlich vorne. Ah, die XP-Differenz ist höher, als ich dachte. Weil, das wollte ich gerade sagen. Die Gold-Differenz ist nicht so hoch zwischen den beiden. Trotz der 11-3-Situation. Aber die XP-Differenz, die ist relativ groß. Dann haben sie tatsächlich aufgespürt über den Sentry und zurückgeworfen. Oh, auf die Wyvern. Sie kann sich nochmal bewegen. Dawnbreaker-Ulti macht es ganz sicher. Und war das... Ja, das war die Ulti von Zeus. Also er hat Sanagor Tsurras sein zweites Mal verwendet, um den Kill auf dem Nix zu sichern. Und es gibt hier noch Follower. Der Phönix in der Mitte. Nach seiner Supernova hier keine Möglichkeiten mehr, da was gegen zu machen. Und direkt tot. Also, ähnlich wie das ganze Spiel, ne? LGD und Nigma treffen irgendwie aufeinander. Fangen ein bisschen an zu kämpfen. LGD macht recht schnell, das geht nicht. Ja, Nigma savet alle. Kriegt dann ein, zwei Kills. Aber währenddessen farmen die Kors von LGD fröhlich weiter. Und FaZe ist jetzt das nächste Opfer. Also das ist ein Kill. Der tut schon sehr weh, weil das waren eigentlich nur die beiden. Das waren eigentlich nur Tiny und Bloodseeker. Und sie kamen dann nicht raus. Gegen Rapture. Sie konnte nicht TP'n, weil es um Mail da war. Eigentlich kannst du einen Bloodseeker über TPs kontern. Dagegen hat er nichts. War nicht in diesem Fall. Und er hat seinen Mailstrom fertig. Geht jetzt BKB. Der klassische Bild. Auf einem Position 1 Bloodseeker. Ist auch goldtechnisch nach wie vor sehr nah am CK dran. Hat ihn noch nicht überholt. Aber kriegt eben konstant Kills. Und gerade jetzt in der Spielphase. Kills werden ein bisschen mehr Gold wert. Und Armee CK. Egal wie gut er spielt. So krass kann er CK nicht mehr fahren irgendwann. Der hat halt keinen Flash Farm. Wie ein Anti-Mage oder so. Der muss dann eben auch in den Kampf reingehen. Dafür hat er sein Armlet. Bald sein Echo Saber. Wenn er Armlet Echo Saber hat. Und Phantasm aktiv ist. Am besten Level 2 Phantasm. Dann würde ich sagen. Tötet er. Solange kein Cold Embrace kommt. Alles von Nigma. Aber ich verstehe den CK-Pick einfach nicht so ganz. Nach wie vor nicht. Auch der. Ist so abhängig davon. Dass es kein Save von der Wyvern gibt. Oder so. Und ich hatte ja schon vorhin erwähnt. Was mich noch an dem Pick irritiert. Die Wyvern ist jetzt zumindest mal erwischt worden. Hat es wie ein Großprojekt angefühlt. Die einmal zu holen. Hat LG eine große Votation in den Wald gestartet. Entsprechend reagiert Nigma anderweitig. Holen in der Mitte sich einmal den Support von LGD. Und kriegen jetzt noch wertvollen Tier 1 Schaden untergebracht. Schaut mal hier. Glühfe geforst. Nice, nice. Ich bin jetzt natürlich voll für Nigma. Damit wir noch ein drittes Spiel haben. Oh. Da kommt GH mit dem TP rein. Und oben ist Koroki unterwegs. Der macht schon mal Ulti. Deckt alles auf. Die Death Prophet tankt sich noch durch. Stirbt jetzt aber. Und da ist er wieder, der Safe. Und direkt Winter's Curse noch danach. Das war ein bisschen doppelt gemobbelt mit der Downwrecker-Ulti. Aber dann gibt es noch Starwrecker. Trifft hier beide. Unlucky für den Ember. Armee stirbt. Ember stirbt. Und ja, sie werden wahrscheinlich beide hier verlieren. Das war der Wyvern-Kill auf keinen Fall wert. Den der Ember gerade noch so mit Ach und Krach mit dem letzten Keulnib sich geholt hat. Das war sogar Ember, der entlastet bekommen hat. Vier Leute von LGD sterben. Was ich so spannend finde ist, Nigma's Line-Up ist extrem gut darin. Zu reagieren. Ihr Initiate, wenn es sehr tiny ist, okay mit dem Dagger, aber ansonsten schwierig. Aber ihr Counter-Initiate ist super krass. Stormbreaker-Ulti, Wyvern-Fähigkeiten sind alle darauf ausgelegt. Dann hast du einen Thunder Gods Raas, was alle mal aufdeckt, was dir alle zeigt, was potenzielle Dagger und so einen Scheiß abbricht. Und auch vor allem halt einmal groß AOE-Schaden macht. Also, du hast Blood Rides auch gut zum Counter-Initiate. Das ist einfach stark darin. Und LGD greift voll an. LGD rennt voll rein, habe ich das Gefühl. Die sehen irgendeinen Support oder jetzt in dem Fall die drei, die Dornbräcke und jumpen übel drauf. Hier wurde mit Lightning Bolt der Dive vom Phönix abgebrochen. Also, der Draft von Nigma geht einfach komplett auf. Und ich muss auch sagen, letztes Spiel hat mir der Draft von Nigma ebenfalls etwas besser gefallen. Auch wenn er am Ende nicht funktionierte und auch wenn der Draft ein paar Schwächen hatte. LGD darf man eben nicht abschreiben. Die haben schon ein ganz anderes gewonnen. Letztes Spiel sah es auch nicht so geil aus eigentlich. Und dann haben sie sich sehr gut zurückmanövriert. Die sind auch gut darin, von hinten zu spielen. Ich habe fast das Gefühl, die spielen besser von hinten als von vorne. Ich weiß gar nicht, der Nix-Kill ist gar nicht so wichtig. Der läuft einfach da in die Rotation rein. In Vendetta wurde aufgedeckt. Macht einen Carapace an. Wichtiger ist unten, ob hier ein Jump geschieht und ob Nigma dann wieder reagiert. Aber ich glaube, Ember entscheidet sich dagegen. Der hat auch keine Items. Der geht direkt BKB. Der hat nicht mal ein Damage-Item vor der BKB geholt. Nicht mal ein Orb of Corrosion. Kein Maelstrom oder irgendwas. Wahnsinn. Lightning Bowls, um gegnerische Wards zu entdecken. Da könnte es auch einen Angriff geben. Auf einen leckeren Core. Aber der ist am Tier 2. Und der würde LGD auf jeden Fall reagieren. Unten wird auch drüber nachgedacht. Also, das sind so die beiden Hotspots aktuell. Können wir die Nix-Stats checken. 0-6-0, Leute. 0-6-0 nach 16 Minuten. Er hat nicht einen Assist. Der Arme. Der Arme funktioniert nicht. Ja. Da war das jetzt so ein bisschen, der Angriff. Aber der Ember war sowieso verhalten. Und ich denke, es war auch das Richtige. Weil den Fehler haben sie ja schon mal gemacht. Da unten, ne? Und Nigma war wieder direkt bereit. Und sie hätten wieder ihr Line-Up utilisiert. Und LGD erfolgreich zurückgeschlagen und Kills geholt. Plötzlich hat gleich seine BKB. Noch ein paar hundert Gold. Dann ist es soweit. Und er hat jetzt auch den Ziel-Camer überholt, was den Farmern geht. Und LGD hat seit einer Weile schon dieses Armlet-Echo-Saber-Timing. Ist nicht so wichtig. Das sieht alles total krass aus. Das ist nicht so wichtig, dass da ein Phoenix stirbt. Diese Support-Kills sind so Vision-Geschichten. Die fliegen ein bisschen rum. Die laufen in Rotationen rein. Ist High-Level. Und LGD will vor allen Dingen, dass die Cores farmen. Dass sie nicht sterben. Und dass sie trotzdem Gold-Generänen auf Lanes sind. Vielleicht sogar selber mal einen Kill machen. Die sind auch deshalb sehr verteilt. Ihr seht das ganz gut. Top-Lane ist ein Core. Ungefähr in der Mitte ist ein Core. Und unten auf der Bot-Lane ist der Ember. Die ja gefährlichsten Positionen aktuell. Weil er Remnants hat. Jumpt hier raus. Lässt sich direkt danach noch botteln. Haben sie gut gemacht. Und wird wahrscheinlich präsent auf der Bot-Lane bleiben. Also LGD hat geswitcht. Sie spielen wieder den Modus, den sie im letzten Spiel angefangen haben. Als es anfing schlecht zu laufen. Mit ihren eigenen Angriffen. Und sie haben das Spiel sehr in die Länge gezogen jetzt. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Stehen verteilt. Versuchen Zeit zu schinden. Versuchen Farm zu generieren. Ist die Frage. Ich sehe sie gar nicht stärker im Late Game unbedingt. Aber auch nicht schwächer. Also na, es kann in beide gehen. Beide Teams haben solide Lineups in den meisten Spielstufen. Ich finde eh die Dwarfs sehr, sehr gut. Also die Lineups selber sind in sich sehr geschlossen. Funktionieren ganz gut, finde ich. Bei beiden. Was kommt denn da Feines? Ah, es ist nur ein Kleinzeug. Ich hatte schon gedacht, der hat mehr. Okay, das habe ich. Das hätten wir mal sehen sollen. Das habe ich nicht gecheckt, dass wir den kriegen. Ich habe die Pings gesehen. Aber ich dachte, die lassen ab. Ah, er hat den gar nicht gesehen. Ah, okay. Die haben da gar keinen Ward. LGD hat keinen Ward. Das ist hier so ein Bereich. Da hast du ja meist Vision. Aber der ist durchkontrolliert. Mit mehreren Sentries. Und hier hat ja noch Nigma selber tiefe Vision aufgebaut. Also der Wald gehört Nigma. Vielleicht wird LGD jetzt noch mehr versuchen, den Wald hier zu farmen. Ist auch recht typisch für so eine Situation. Armee farmt sein Triangle, denke ich, weiter. Hat jetzt Fantasy aktiviert für die Lane. Aber die Dinger werden sich schnell zurückziehen müssen. Also LGD schafft es nicht so ganz, die Chores zu behalten. Aber sie haben jetzt immerhin nur die Death Prophet verloren. Der Ember und der Seeker sind lange nicht gestorben. Nigma kriegt wenig Kills. Es ist schwierig dagegen zu spielen. Gegen das, was LGD macht. Und ich glaube, Nigma macht das richtig. Klar, der Gold und XP-Dings, der steigt weiterhin leicht in ihre Richtung. Aber bei weitem nicht mehr so schnell wie davor. Und dementsprechend auch die Bindewahrscheinlichkeit nicht. Aber sie ist recht hoch. Und wenn du jetzt übertreibst, dann wirst du vielleicht auch zerstört. Weil dann einfach LGD einen perfekten Angriff und einen guten Winkel findet, wenn du dich einfach offen zeigst. Deshalb die Kills holen, die du kriegst. Und mit sowas wie einem Tiny und einem Zeus kriegst du eben auch gute Kills. Es geht halt ultra schnell, ne? Der springt da rauf mit dem Dagger. Und sofort hat er die Prophet. Und die ist jetzt zweimal gestorben. Die hat auch nur Yules. Ember und CK sind die beiden, die nach wie vor ausweichen. Ember hat jetzt mal einen Angriff versucht. Geht mit dem Remnant zurück. Wegen Dawnbreaker-Reagierung. Aber der Phönix wurde zeitgleich hier noch geholt. Sumail ist einfach genau der... Also er hat genau den Helden für so eine Situation. Vielleicht hat Nikma das gemerkt letztes Mal, dass sie sowas brauchen. Der holt halt instant irgendwelche Kills. Was viele Helden nicht machen könnten in der Situation. Platzika pusht oben. Sie ziehen die Schlinge gut zu. Und sie finden jetzt doch mehr Kills, als ich erwartet habe. Vor allen Dingen haben sie noch nicht mal Roche geholt. Ich hätte gedacht, dass Nikma jetzt erstmal Roche holt. Sich ein Aegis gönnt. Aber es soll der Nix sein. 0-7-0. Nach 20 Minuten hat er keinen Assist. 5 Kills insgesamt nur bei LGD. 26 bei Enigma Galaxy. Und natürlich, jetzt langsam werden die Differenzen immer größer, immer größer. Sie haben in den letzten 2-3 Minuten nochmal echt viele Kills gemacht. Hmm. Top-Lane. Oder Mitte. Wo starten sie ihren Angriff? Einer der sichersten Orte gerade zum Farmen für LGD. Die Gegnerwaldspitze. Die Position, wo man dann eigentlich immer farmt. Aber selbst das wird manchmal prediktet, weil es so typisch ist. Und Nikma hätte eine Rotation da rein starten können. Habe ich auch gerade Nikma schon machen sehen. Äh, jetzt gerade wollen sie einfach Objectives holen. Sie fühlen sich, denke ich, dominant genug. Obwohl, wenn die Dornbacker rausfällt, hat sie, hat sie Ulti gerade? Äh, sie hat 30 Sekunden Cooldown. Das heißt, sie sind tatsächlich nur zu viert. Spekulieren sie darauf, dass LGD nicht weiß, dass sie Ulti hat? Weil sie zeigen sich auf beiden Lanes. Ja, sie wussten wahrscheinlich einfach, was LGD macht. Und dass sie in der Mitte gerade pushen. Ähm. Exorcism läuft. Fortify ist gleich raus. Und LGD scheint hier zu bleiben. Sind sie so mutig? Langsam formiert sich nämlich Nikma. Ne, sie finden ihr Timing rauszugehen. Gut an der Grenze gespielt von ihnen. Der Wartier hat, denke ich, viel gemacht. Und jetzt im Smoke. Hochtaktische Situation. Ganz schwierige Situation für LGD. Irgendwie total verrückt, dass noch kein Roche gefallen ist. Nikma hat aber auch kein gutes Roche-Line-Up. Und jetzt der Stunt. Und der Nischiert auf dem Blanzicker. Sie haben ihn getrennt von der Herde entdeckt. Aber er macht einfach BKB an und fokussiert das Ei. Das kleine Ei ist tot. Und dadurch kriegt er sogar nochmal Heilung. Er kommt weg. Bloodwide. Und da ist Nikma am Start. Da kommen sie. Natürlich brauchen sie nur wenige Sekunden, um aufzuschließen. Schöner Stunt von dem Nix. Spirit Siphon. Doppel-Silence BKBs von Nikma links und rechts. Zum Mail noch volle Leben. Wirft seine Bäume. Macht Ultra-Damage. Sing stirbt. Armee. Keine AP mehr übrig. Kriegt gerade noch einen Stun raus. Und sie schreien mir hier. 1-1. Das Ding ging in die Hose. Dieser Kampf hier, der letzte. Also es war ja eh schon sehr schlecht, die Situation für LGD. Aber der Kampf, ne? Der war eigentlich gut von ihnen. Man sieht ja hier. Hier greifen sie den Blanzicker an. Und schaut mal. Nikma ist relativ weit weg. Klar, sie haben Dagger auf dem Tiny. Und der kommt schon an, ne? Ist auch ein guter Read. Gut gemacht von Zermel, da schon zu stehen. Und nicht irgendwie da oder so. Es macht dann viel aus. Mind Control hat die Ulti bereit. Und trotzdem hätte ich gedacht, das könnte es sein. Das könnte ein Kill sein. Und ich glaube, das Problem ist, Armee war eben nicht da. Und das ist ja auch okay. Also der macht das schon richtig. Hat seinen Mage Slayer fertig. Will hier farmen. Aber dadurch fehlt ihnen die Hauptdampage schnell. Guckt mal, wie schnell der TP ist. Er reagiert super schnell. Aber es reicht eben nicht ganz. Es reicht eben nicht ganz. Miracle nicht im Stun-Lockdown. Weil auch da der Stun-Lockdown gar nicht genug ist. Weil er nicht reicht. Kriegt die BKB raus. Jetzt ist Armee da. Hat auch kein Phantasm gemacht erst mal, ne? Guckt mal. Jetzt macht er BKB. Und direkt der Curse. Die ganze BKB-Duration dadurch verloren. Blood-Wide-Kombination. Und das Ding ist halt, in dem Moment, wo das Team da war, war es sowieso durch, glaube ich. Selbst wenn Nygma das schlechter gespielt hätte, wäre es dann durch gewesen. Aber da kommen halt so viele Sachen zusammen. Armee nicht schnell genug. Hat auch irgendwie sein Phantasm einfach nicht benutzt. Was mich ziemlich irritiert, ehrlich gesagt. Also jetzt macht er es sehr, sehr spät. Dadurch haben die Illus auch nur halbe Leben. Und sie haben ein bisschen weniger Schaden gemacht. Und Nygma hat so ein paar andere Sachen noch gemacht in dem Clash, die echt krass waren. Und hier war es dann durch. Und zwar vor allem in der Situation hier. Hier. Macht die Dawnbreaker nicht Ulti. Sie benutzen nicht Solar Guardian. Er wird gejumpt. Von allen. Und es kommt kein Solar Guardian. Das hier. Ich würde mal sagen, auch bei Pros. 80% machen da, glaube ich, Solar Guardian. Einfach sofort. Vielleicht verschätze ich mich jetzt, ne? Aber das Play hier nicht Solar Guardian zu benutzen. Sondern das Miracle alles alleine tankt. Den Phönix tötet. Und alleine rauskommt. Und sie jetzt Solar Guardian hier haben. Als Vorab dafür ist halt echt pervers gut. Also, ne? Hier ist Solar Guardian. Klar, die BKBs machen das so ein bisschen nichtig, ne? Aber so von der Idee her ist es super geduldig und kontrolliert gespielt. Hm. Also wollte ich nochmal hervorheben. Ja. Also, Nigma gewinnt die zweite Runde. Das heißt, wir haben ein drittes Match zwischen den beiden Teams. Das feiere ich. Super stark, ey. Nigma Galaxy ist wirklich super stark. Stellt euch vor, ihr seid Division 2 in EU-West. Gut, ihr müsst gegen Nigma Galaxy spielen. Ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Geh, geh. Ja. Also, das war echt heftig. Ähm. Ich kann mir vorstellen, dass Y1 gebannt wird ab jetzt. So, hatte ich ja schon gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass Nix nicht mehr first picked wird. Jetzt wird es Draft Änderungen geben. Das war ein Fiasko. Und der CK. Ich hab den CK gar nicht gepeilt, Mann. Habt ihr den CK verstanden? Ich hab ihn überhaupt nicht gepeilt. Und ich fand ihn auch ingame. Also, da kann Armee, kann noch so gut sein, ne? Wenn der Pick überhaupt nicht passt, dann passt er nicht. Und es war ihr Last Pick. Also, ich glaub einfach, dass... Vielleicht hat China eine andere Idee von Dota gerade als ich. Und ich kenn ja auch ihre Turniere gerade nicht. Ich guck ihre Spiele nicht. Und deshalb bin ich da so, ne? Aber es war so seltsam für mich. Das ganze Line-Up von LGD war irgendwie komisch. Äh, hallo, Mr. Schmutz, Alter. Ey, Mr. Schmutz, wie sieht's denn aus bei dir? Mit, äh, Blasphemous oder wie's heißt? Ist es bald mal vorbei? Weil ich will euch da nicht spoilern lassen. Ich will das noch spielen. Ist es schon weit? Ist es geil? Würdest du's empfehlen? Ja, Stomp-Alarm, Mann. Ey, Yelto, herzlich willkommen. Ja, ey, heute und morgen, ne? Ja, richtiges Premium-Dota. Riot Masters. Ich glaub, man sagt wirklich leider Riot oder so. Oder Riyad. Ich glaub, man sagt Riyad. Aber ich muss Riyad sagen. Ich kann's nicht anders. Also, Riyad Masters. Sau cool. Sau cool. Mh. Einfach fetter Preis-Pool. Ihr seht da ja auch nochmal den aktuellen Turnierbaum. Mh. Jetzt grad LGD gegen Nigma. Galaxy 1.1. Der nächste kommt weiter. Wer jetzt die Runde verliert, ist raus. Wer jetzt gewinnt, hat 225.000 Dollar mehr gesichert. Und ist im Semifinal, hat noch weiterhin Aussicht auf die 1,5 Millionen für den ersten Platz. Zusätzlich zu dieser Preisstaffelung, die ihr da eingeblendet seht, gibt es noch 1 Million insgesamt, glaube ich, mehr. Verteilt an alle Teams einfach. Äh, deshalb steht da auch 5 Millionen Preisgeld im, im Dota-Overlay. Ja, also, die Y-Wan war ja wirklich ein richtiger Frechdachs. Alter Schwede. Division 2 versus Nigma und Secret. Kannst du GG schreiben und off gehen? Also, Secret ist jetzt abgestiegen, ne? Kann das sein? Sind die abgestiegen vielleicht? Ich weiß es grad nicht genau. Ich erinnere mich grad nicht daran, wie Secret in der DPC performiert hat. Ähm, scheiße. Aber gegen Nigma ist schon gemein gewesen. Ja, fand ich auch, Nigma. Fand die DP auch. Es ist, ich hab den Draft, also grad im Hinsicht auf das erste Spiel, hab ich ihn echt nicht so richtig verstanden. Er ging auch nicht auf. Ich bin total gespannt, was jetzt passiert in der Pickface. Bist durch. Nur noch Secret-Boss. Ist geil, der Meinung nach. Ach, krass. Okay, nice. Und was kommt als nächstes? Und wie teuer ist das? Ich bin schon ein bisschen heiß auf das Game. Vor allem der CK wird ja gepickt, nachdem man gesehen hat, Nigma hat ne Y-Wan. Das Matchup CK versus Y-Wan ist eigentlich an die unspielbar. Ja, also ich hab das, ja. Also der CK hat einfach, nicht nur wegen der Y-Wan, auch wegen anderem, aber die natürlich auch zu großen Teilen. Uiuiui. Ist einfach super schwer. LGDs Last Picks waren in ihrer DPC auch etwas fragwürdig. 51 zu 49 für die Balance. Wahnsinn, Genie. Ey, Hadrojax. Vielleicht ist es echt sowas, ne? Ähm, vielleicht gerade bei einem Team wie LGD auf dem Level, auf dem die spielen. Vielleicht ist es sowas. Jetzt ist es noch schlecht und deshalb verstehen wir es alle nicht. Und wenn die noch so ein Quäntchen finden, noch so einen kleinen Switch, ne? Dann wird es vielleicht plötzlich geil. Warum ist mein Green Screen schon wieder hier? Mein Gott. Ähm, das Ähnliches ist ja auch mit Secret passiert. Weil was ich weiß, ich weiß nicht mehr auf die abgestiegen sind, aber ich weiß, in der DPC war Secret nicht so stark. Und hier im Turnier sind sie total stark. Und Papi hat im Interview auch was gesagt in die Richtung, als er gefragt wurde, warum seid ihr plötzlich so krass? Na, da meinte er, wir sollten eigentlich schon länger so krass sein. Es kam noch nicht alles zusammen. Und vielleicht ist es bei LGD gerade so, dass sie es noch nicht schaffen, das, was sie sich wirklich dabei vorstellen, komplett zusammenzubringen. Vielleicht fehlt ihnen noch ein Quäntchen und dann sind sie plötzlich nicht mehr völlig idiotisch vom Draft her, sondern genial. Vielleicht auch nicht. So oder so wird der Draft gleich sehr spannend. War ziemlich cool, Backstein. Keine so langen Spiele, aber sehr unterhaltsam. Vor allen Dingen die erste Runde hat mir richtig gut gefallen. Und ich bin froh, dass es jetzt noch eine dritte Partie zwischen den beiden Teams gibt. Fünf Euro. Oh ja, geil. Weil ich hatte auf Steam gesehen, dass es ein Zvani ist oder so. Ich wollte mal fragen, ob es eine andere Quelle gibt. Ich schreibe dir nochmal deshalb. Aber das Ding ist auch, was neue Spiele angeht, eigentlich bin ich jetzt recht verplant. Weil wir spielen ja Witcher, hat die Abstimmung ergeben. Aber ich habe irgendwie, weil ich es mir nochmal angeguckt habe, auch richtig Bock auf Metro bekommen und auf Dead Space 1. Also ich bin kurz davor, wenn es Spaß macht mit Witcher, dass wir danach einfach die Metro-Reihe von 1 bis 3 spielen. Also dass wir Metro, die in den ersten, zweiten und dritten Teil hintereinander spielen und dann noch Dead Space 1. Irgendwie habe ich da gerade voll Bock drauf. Ich verstehe das einfach nicht. Jetzt sollte es weg sein. Bin ein bisschen dunkler. Aber mal sehen. Kann auch sein, dass es mich dann doch nicht mehr so packt. Jetzt gerade bin ich so in der Laune dafür. Witcher wird ja auch eine Weile dauern erstmal. Das sind 5 Euro zu viel. Das hast du genau richtig verstanden. Ich habe mich gerade nur rausgeredet. Ne, klingt echt billig, aber ich habe anderes vor. Alliance und Goon Squad sind abgestiegen. Into the Breach und Nigma sind aufgestiegen. Genau, Into the Breach ist Zweiter geworden. Auch mit Abstand. Die waren auch super dominant. Nur Nigma konnte die schlagen. Und, äh, ja, Goon Squad erinnere ich mich gerade dran. Ja, die haben wir einfach nicht angeguckt in der DPC. Die habe ich übersprungen. Die haben mich nicht so interessiert. Ja, die sind alle geil, die Spiele. Mhm. Genau, das stimmt. LGD hat einen Tiebreaker aufgegeben, äh, um ihre Landsmänner zu unterstützen. Ja, das haben sie natürlich nicht gesagt, aber so war das. Aber da liegt es nicht an. Da ist es ein bisschen, hey, it's the system, not the player. Naya, das ganze DPC-Ding ist einfach nicht so geil. Und, äh, Walfe hat gerade eine faule Phase. Deshalb machen die daran nichts. Und dann kommen so Sachen zustande, wie das Teams, die es nicht nötig haben, Serien aufgeben, damit andere Punkte bekommen und so. Äh, danke, Lars. Ja, ich mach Sport schon länger. Mhm. Aber das ist auch immer so ein bisschen Winkel- und Kameraeinstellungen abhängig. Jetzt grad mach ich weniger, aber ich seh auch, was du siehst, ich seh gerade breiter aus, als ich bin. Also die Einstellung behalten wir bei. Ähm, aber ja, ich mach, äh, Sport. Ist doch geil, so Spiele immer mal auf der Liste zu haben. Solange es bockt, kann man ja ballern. Ist echt so. Und das Spiel wär auch voll an mir vorbeigegangen. Aber, ähm, ich hab das kurz bevor du's gespielt hast schon mal gesehen und dachte mir, geil, das, ähm, möcht ich mal zocken. So, bevor wir jetzt ins Spiel gehen, wir haben auch noch kurz Zeit. Hm. Ich mach kurz ne kleine Einstellung versuchen zu ändern. Okay, so, das ist angenehmer für mich jetzt. Wo ist Henry, ihr Schweine? Vielleicht ist doch nur die Mütze. Na? Vielleicht macht die Mütze breiter. Ich seh vor allen Dingen, weil das jetzt so dunkel ist, weil ich das Licht nicht hochgestellt habe, ähm, sieh vor allen Dingen richtig fertig aus, find ich. Ah, ich, ich bin auch ein bisschen müde. Es geht aber. Ich bin, ich bin nicht total, ich bin nicht so fertig, wie's aussieht. Sagen wir's so. Ja, Mann, wird geil. Wird geil. Äh, gib mal einen Aussage auf euch in Twitch. Ich will mal gucken, ob's überhaupt klappt. Ich glaub, ich hab den Alert geändert. Der sollte den Witcher-Link ausspucken. Mods können, glaub ich, Mods müssten Links posten können, ja. Ah ja, okay. Mods können Links posten. Weil, ich glaub, man kann das sogar ausschalten. Ja, hast ja recht, hast ja recht, Lars. Äh, Dead Space 1 bis 3 unbedingt. Wenn du jetzt endlich mal das alte Albion Online, ist das doch, oder, Tig Titan zockst? Komm ich auch mal wieder öfter vorbei. Ja, wie, bist du bei Witcher nicht dabei, oder was? Du Schwein, du, da haben wir doch neulich drüber geredet. Ich erinnere mich, scheiße. Ah, also, ich hab halt Bock auf die Spiele. Aber ich hab auch richtig viel Bock auf Witcher. Also, Witcher 2 ist halt so genau dieses, was ich mal wieder jetzt machen wollte. So ein Story-lastiges Fantasy-Rollenspiel, da steh ich halt drauf, was soll ich sagen. Nicht so schau am Türsteher. Mit 1,53 hat man die perfekte Türstehergröße, Quep. Albion ist nicht Albion Online. Oh, da hab ich wahrscheinlich. Das war so was, das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, ne? Das war so ein richtiges Sakrileg in der Albion-Szene, was ich grad gemacht hab, glaub ich. So alles über einen Haufen geworfen. Bestimmt ist Albion Online so richtig hated. Und der Klassiker, ne? Groß gerühmt und beliebt. Lohnt sich Albion zu zweit? Kann man das zu zweit spielen? Scheinbar, ne, wenn du fragst. Alter, Fehlers, was ist denn, wer kennt wen? Das sagt mir irgendwas. Was das irgendwo her ist? Irgendeine Anspielung? Hi, Christian. Ja, cool, Nick. Komm gern vorbei. Da würde ich mich freuen. Da würde ich mich freuen. Es ist natürlich auch jetzt nicht das ganz große Witcher-Programm, ne? Also ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, das ist so ein gemütliches Ding. Wir chillen da in kleiner Runde, wir quatschen ein bisschen. Bisschen Oldschool-Let's-Play-Flair. Ich werd mich auch sehr auf das Spiel einlassen. Ich werd mir Zeit nehmen. Wir brauen uns irgendwelche Tränke zusammen und schlachten irgendwelche Monster ab und erleben die Geschichte gemeinsam. Und es ist auch nur montags. Also es ist immer nur Montag, 18 Uhr bis 23 Uhr, 24 Uhr. Einmal eine fette Session. Und dann nächste Woche geht's immer weiter. Und wenn ihr nachgucken wollt, wird's das auch auf dem Zweitkanal geben. Also die VODs kommen auf dem Zweitkanal. Da gibt's nur eine Sache. Es gibt Nacktszenen in Witcher 2. Und da muss ich mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Auf Twitch sollte das kein Problem sein. Aber auf YouTube... Hm. Naja. Ich werd die VODs auf jeden Fall mal auf meinen Zweitkanal laden. Und dann überleg ich mir da was. Aber Kaya hat doch eine ganz andere Ethnizität als ich, Lars. Ich find, der sieht ein bisschen anders aus. Aber du hast recht, der trägt auch öfters so Mützchen, ne? Das stimmt schon. Und ein bisschen, ja. Er hat auch so einen Bart, glaub ich. Koma, hör auf jetzt. Mach mir keine Angst. Oh, ich hab den nicht gecheckt, Mr. Schmutz. Mit dem Zweit. Du wolltest dieses Online-Ding, ne? Du wolltest genauso wie ich ein Albion-Ignorant sein. Das ist dir bestimmt sehr gut gelungen. Du beißt ihn einfach in die Kniekehle und schleppst sie weg, wenn sie an der Klubtür Stress machen. Ja, so ein Wadenbeißer. Ach, kenn ich nicht Fehlers. Krass. Also vielleicht mal gehört, na? Aber nie benutzt. Singleplayer-Rollenspiel war das alte Albion. Mit toller Story. Aber weit aus den 90ern. Deswegen kennt das hier keiner. Wie lang ist denn das? Genau, wenn man nur den Nippel sieht, erkennt der Algorithmus nicht mehr, dass es ein Nippel ist. Das ist genial. Ja, ist zu warm für eine Mütze, Philipp. Wenn schon alte Rollenspiele, dann DSA, das schwarze Auge. Das waren noch Spiele und Pixel. Was? Das waren noch Spiele und die Pixel. Also es scheint richtig pixelig zu sein, wenn ich das richtig lese. Mit Henry-Köpfen zensieren. Dafür müsste ich das halt dann editieren. Und wenn man was editiert, NHA, muss man es rendern. Und stell dir mal vor, ich spiele 5 Stunden Witcher. Und dann muss ich das gesamte Ding mit einem Programm rendern. Und danach erst hochladen. Das ist so, das dauert einen Tag. Für so ein VOD, was 10 Leute angucken. Und belegt die ganze Zeit den Computer, fordert extreme Rechenleistung, Energie und so weiter. Wäre lustig, aber die Umsetzung ist einfach sehr schwer. Man müsste es bereits beim Streamen editieren. Und das wüsste ich jetzt nicht, wie ich es mal eben so machen soll. Ich könnte in der Szene einfach den Bildschirm schwarz lassen. Ist auch doof, ne? Irradiant-Team-Band. Jo, Dönert hier. Alter, bist du in Lanzarote? Krass. Viel Spaß dir. Voll geil. Jo, du hast zwei spannende Spiele verpasst. Also zumindest eins davon war sehr unterhaltsam. Und die beiden Teams treffen ein drittes Mal aufeinander. Was sehe ich denn jetzt? Leute. Okay. Gibt es was, was euch hier auffällt, was nicht so sein sollte, wie es ist? Ah, ich sehe es schon im Chat. Sie haben Wyvern durchgelassen. Und Tiny als zweiten Pick fände ich super für Nigma. Warum? Weil es war klar, dass LG die Tiny nicht noch bannt. Dafür haben sie gar nicht die Kapazität mehr. Und Tiny war richtig gut für Nigma. Hatte richtig gut funktioniert. Jetzt also einfach als zweiter Pick, weil sie erkannt haben, ey, die Kombination ist geil für uns. Wyvern durchgelassen, wieder den Tusk gebannt. Nur mal so, LG hat im ersten Spiel Wyvern gebannt. Wisp und Wyvern. Dann im zweiten haben sie Tusk gebannt. Nigma hat Wyvern bekommen. Und haben sie vernichtet. Und im dritten Spiel lassen sie wieder Wyvern durch. Und als i-Tüpfelchen, als LG die Wyvern gebannt hat, hat Nigma Tusk nicht gepickt. Logisch ist das nicht, was hier passiert. Verstehe ich nicht. Verstehe ich das nicht. Der Wyvern. Die Wyvern war so gut. Ah, oder LG die hat folgenden Plan ausgelegt. Passt auf, ich glaube, ich bin in ihren Köpfen. Sie haben gesagt, wenn wir sie durchlassen, weil es so gut war, wird Nigma wieder Wyvern picken. Und dieses Mal draften wir schlauer. Vielleicht haben sie, weil das kann auch, das ist ja auch durchaus wahr, haben sie erkannt, sie haben einfach zu wenig gegen die Wyvern gedraftet. Und zu sehr in Nigmas Karten gepickt. Weil jetzt haben sie bisher einen Zeus und einen Earthspirit. Der Zeus hat sehr viel Magic Damage, was immer gut gegen die Wyvern ist. Plus, dass er sie aufdecken kann auch. Und viel Range hat mit den Nukes. Earthspirit würde ich jetzt auch erstmal sagen, passt soweit. Und der Rest ist ja noch komplett offen. Das wäre ja auch ein interessanter Approach. Zu sagen, ey, wir bannen das nicht weg, sondern wir reagieren dahingehend, dass wir jetzt einfach die Picks spezifisch kontern, weil wir wissen, mit was wir bei Nigma rechnen müssen. Und wie gesagt, wer jetzt gewinnt, ist weiter. Wer jetzt verliert, ist raus. Es gibt kein Lower Bracket oder sowas. Also, das Ding ist durch danach. 10 Sekunden remaining. Und... 5 Sekunden remaining. LGD wird hier das Beste draften, was sie können. Jetzt kommt nix von Nigma. Der hat ja gerade gar nicht geklappt. Aber... Er kann gut sein gegen die Helden. Der Mana Drain von ihm kann ab Mid-Game sehr gut sein gegen Zeus. Der hat einen großen Mana Pool. Auch Carapace ist nicht schlecht gegen Zeus und Earthspirit. Also, der Held ist bisher ganz gut in dem Draft. Auch von ihnen selber. Auch mit Tiny und Ryvan ist der ganz gut. Der hat sehr viel Setup für seinen Stun. Allgemein hat Nigma jetzt schon sehr viel Magic Damage und sehr viel Lockdown. Aber Vendetta ist immer gefährlich gegen einen Zeus und so Spähen, viel rumlaufen und gegnerische Einheiten mit Vendetta aufdecken. Kann auch gegen Zeus gefährlich sein, weil meistens hat das Team mit Zeus ein bisschen einen Vision-Vorteil, weil der mit Lightning Bolt ein paar Sachen entdeckt. Und ein paar Worts zerstört. Dann musst du ins Dunkle rennen. Da steht vielleicht ein Sentry und ein Watt von denen. Also, auch hier bin ich jetzt nicht der große Fan von dem Nyx-Pick, muss ich sagen. Ich finde ihn aber besser als letztes Mal. Und der Enchantress ist noch durchgekommen. Gönnt man sich dann. Ah, und da ist Doom. Und das ändert natürlich jetzt vieles. Der Doom ist gut gegen Nyx, der ist gut gegen Wyvern vor allen Dingen, muss man auch mal erfolgen. Zur Zeit ein sehr beliebter Core. Zu Recht vielleicht nicht der, der am besten ins Late-Game skaliert. Aber hohes Farm-Potenzial, starke Mid-Game-Präsenz, großes Kill-Potenzial über Doom. Zumindest auch die Fähigkeit, einen Gegner mal ganz krass rauszunehmen aus einem Kampf direkt. Anstrengend dagegen zu spielen. Ja, trotzdem. Irgendwie. Ja. Weiß ich noch nicht. Mal warten, was LGD noch pickt. Und obwohl ich den Nyx jetzt nicht perfekt finde als Held so zur Zeit. Und deshalb auch bei Nygma vielleicht noch was anderes besser gesehen hätte. Diese drei zusammen, Wyvern, Tiny Nyx. Das ist mordsgefährlich. Oh, hallo. Ich habe Tiny noch ein Magnum-Eis mitgegeben. Er ist jetzt top motiviert. Alter. Oh, stell dir vor, du bist ihm Snickers-Eis. Aber Magnum ist auch schon geil. Also der wird abgehen. Sumel war ja letzte Runde schon sehr stark mit Tiny. Dankeschön, lieber Tinis Lustsklave. Dankeschön, Piet, für die zwei Euro, Mann. Und damit haben wir unsere Startgebühr, merke ich gerade. Jetzt kann es nur gut werden. Letztes Mal wurde keine Startgebühr, glaube ich, bezahlt. Ja. Und was war es? Es war ein Stomp. Deshalb musste Piet jetzt einspringen. Ihr wollt episches Dota? Da muss mal wieder der Lustsklave zur Kasse gebeten werden. Monkey King hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm persönlich. Aber, äh, ja, muss man mal abwarten. Ich kann mir auch vorstellen, das ist ein Koruki-Monkey-K... Ah, nee, die werden den Nyx als Support spielen. Das ist doch kein Kor-Nyx. Nee, das ist ein Kor-Monkey King. Das ist ein Kor-Monkey King. Ähm, und was jetzt noch kommt, wird super relevant. Gerade für LGD. LGD braucht einen... Falls sie nicht Doom einspielen, und das werden sie nicht machen, denke ich nicht, ähm, dann brauchen sie eine Position 1, die irgendwie gegen extrem viel Lockdown und Magic-Damage klarkommt. Und noch eine Y-Bahn. Ein Lifestealer? Vielleicht? Aber ein Lifestealer ist zurzeit out. Und der ist auch schwach. Ein Lifestealer ist zu schwach. Der ist halt gut mit Doom. Der ist ganz gut mit Earth-Spirit. Der passt rein. Der hat Rage. Der braucht halt sowas, ne? Die brauchen irgendwie sowas. Aber Lifestealer passt nicht so rein. Also ist zurzeit einfach nicht gut genug, glaube ich. Ähm, ansonsten hätte ich den gesehen. Ich glaube, ansonsten hätten sie Lifestealer gepickt. Dass der von der Y-Bahn gekontert wird, ist halt auch noch ein Problem. Eigentlich bräuchten sie fast schon einen, der Magic-Damage macht. Ha. Naja, jetzt erstmal die letzten Buns abwarten. Ich bin auch gespannt, was Nigma noch bannt jetzt. Äh, vieles ist ja schon aus dem Pool raus. Oh, wer gewinnt die letzte Runde? LGD gegen Nigma, ey. Fast schon hoffe ich ein bisschen, dass es LGD ist. Weil dann ist OG gegen LGD als nächstes dran, was auch ein geiles Match wäre. Aber ganz ehrlich, Nigma Galaxy mit 2Mail und so stark, wie die gerade sind, gegen OG im Halbfinale auch ultra nice. Ja, ey, ich hab Eis, Quep. Oh, vielleicht esse ich ein Eis. Danke, dass du mich inspirierst. Dein Light gibt mir Ideen. Ein schönes kleines Eis zur Pause. Genau, ein Haier hat es ja schon aufgeklärt. Danach kommt noch eine Serie. Siehst du dann auch nochmal in den Overlays nach der Runde, Philipp. Hm. Ja, Dawn ist diesmal gebannt. Die ist schon lange weg. Ist Ench nicht gegen alle von Nigma ziemlich schlecht? Es kommt drauf an. Also... Ich würde prinzipiell sagen, ja. Ich würde sagen, du hast schon recht. Also Tiny burstet sie schnell. Carapace gegen Impetus ist gefährlich. Monkey ist gegen Ench auch ganz gut. Auch mit seinen ganzen Soldaten und so einem Kram. Und er hat Gap Close und so. Er hat manchmal Probleme mit Untouchable. Ja. Aber ich weiß nicht. Also die Ench ist halt so ein Pick. Ah, Jugger. Ey, Leute. Sie haben genau das gepickt, was sie brauchten, was das angeht. Genau sowas habe ich gesucht. Ich habe nicht mehr an Jugger gedacht. Ein Jugger ist zurzeit stark. Der hat Spell Immunity. Der hat Magic Damage. Er ist trotzdem ein vollwertiger Hard Carry. Der Pick gefällt mir. Aber rettet sie ihr Line-Up? Mal sehen. Vielleicht. Also ich finde den echt gut. Ich glaube, sie haben Ench gepickt, weil Ench durchgekommen ist in der zweiten Phase. In der ersten Bannphase. Ne, warte. In der zweiten Bannphase. Und dann stark genug war. Vielleicht wurde sie auch deshalb nicht gebannt, weil sie gegen Nigma nicht so gut steht. Denn sie hat eben ihre Inherentenstärken trotzdem. Sie hat eine sehr, sehr große Lane-Präsenz. Und das war's. Und sie hat Creeps. Was immer zurzeit sehr wertvoll ist, dass du irgendwelche Summons hast. Die fehlen Nigma übrigens noch. Kann gut sein, dass Nigma jetzt noch eine Off-Lane pickt mit Summons. Also ich glaube, der Ench-Pick ist jetzt nicht geil. Aber auch nichts, was ihnen irgendwie das Genick bricht. Ich glaube, der Draft von LGD ist besser als der letzte. Ich glaube aber auch, dass Nigma es trotzdem gleichwertig ist. Wir warten mal noch den letzten Pick von ihnen ab. Dann werden wir sehen. Ich weiß nicht, ey. Ich glaube wirklich, der Jugger macht ganz, ganz viel. Umso länger ich drüber nachdenke, umso überzeugter bin ich, dass dieser Pick LGD's Line-Up super, super gut komplementiert. Und gegen Nigma sehr gut steht. Auch auf den Lanes schon. Ja, und da ist der Beastmaster. Okay. Also der Beastmaster mit dem Roar jetzt noch und allem. Kann auch durch Blade Fury stunnen. Hat Summons. Hä? Hm. Stärkere Lane jetzt dadurch. Aber, ey, ich bin einfach kein Nyx-Fan. Ich glaube, würde da was anderes als Nyx sein. Würde ich sagen, Nigma ist gleich gut oder besser im Draft. Aber ich, ich sag's. Ey, Leute, ich trau, ich sag's. Ich glaube, LGD... Oder? Doch, ich glaube, LGD hat den besseren Draft. Ich glaube, der Jugger macht extrem viel. Und ich glaube, der Nyx auch wieder gegen die Gegnerhelden. Und allgemein wird nicht so viel bringen. Naja, mal sehen. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt komplett vertue. Hallo, Konstantin. Oh, geil, teilt halt einen guten Hunger. Kann WW-Curse Jugger aufhalten? Es kommt drauf an. Also, natürlich, wenn er ganz normal rumläuft, dann ja. In Blade Fury kannst du's auch auf ihn machen. Weil das geht durch Spellimmunity. Also, wenn der Jugger BKB anhat oder Blade Fury anhat. Du kennst ja den Helden, ne? Er ist selber mal gespielt. Da kann die Wyvern Curse auf ihn zaubern. Wenn er in Omni-Slash ist, dann nicht. Wenn er in Omni-Slash ist, dann kannst du nix auf ihn machen. Und er greift dann auch nicht ein Ziel an, was neben ihm gecursed wird oder so. Im Omni-Slash ist er darüber erhaben. Und er hat noch einen anderen Vorteil, weshalb er als Core solide hier ist. Er braucht halt diese Spellimmunity gegen die ganzen anderen. Und er hat in der Blade Fury ja Magic Damage. Und Wyverns Safe Spell, den GH ja immer so legendär benutzt, ne? Der macht immun gegenüber physischen Angriffen. Also gegenüber den meisten Hard Carries. Und Jugger kann Blade Fury machen. Er kauft meistens auch noch Mailström. Er hat dadurch noch Procs, Magic Damage Procs mit den Attacken, die er appliziert. Und dann kriegt er eben Schaden durch während dieses Safe-Versuchs. Und das kann ganz viel machen. Gerade wenn die Wyvern noch so rankommen, ne? Da ist GH ja sehr gut drin. Die letzten 200 HP auf dem Verbündeten. Da macht Cold Embrace drauf. Und dann kommt der Jugger mit der Blade Fury an. Und dann stirbt er trotzdem. Und deshalb ist es halt so, ne? Deshalb ist der Draft, ist der Pick solide. Auch gegen eine Wyvern. Es gibt keine Alternativen, glaube ich. Ich glaube, es gab keine bessere Carry-Alternative, die so gegen das gesamte Line-Up betrachtet von Nigma besser steht als ein Jugger noch. Riesige Auseinandersetzung. Blade Fury macht unglaubliche Arbeit. Es ist tatsächlich ein 5 gegen 5 am Anfang. Sie treffen komplett aufeinander. Und da alle nur einen Spell haben, ne? Muss man einfach am Ende gucken, was übrig bleibt. Und Nigma bleibt nicht übrig. Die Blade Fury hat einfach alles vernichtet. Dagegen konnten sie nichts tun. Die Blade Fury hat die komplett zerlegt. Und der Rest hat dann aufgeräumt, nachdem der Jugger tot war. Sie kriegen wahrscheinlich sogar noch GH. Die Diven in den Tier 2 und der wird sich den 9... Warte mal. Das ist ihr eigentlich, ich bin verpeilt. Das war, der ist nach da weggegangen. Krasses aufeinandertreffen. Das Ding war auch, die Position war eigentlich okay für Nigma. Und ich glaube, das hat sie in die Situation gelockt. Was für ein Untergang. Ja, sie sind nämlich im Smoke. Sie sehen die. Sie treffen hier einen Boundless Strike. Aber die Blade Fury war einfach viel, viel zu heftig. Und ja, GH weicht nach oben aus. Natürlich muss er in der Situation. Die kriegen Armee zwar noch befokust. Das ist völlig irrelevant. Also, wenn wir gleich auf Kampfresümee gucken, will ich mal sehen, wie viel Schaden hat der Jugger gemacht. Guck mal, nicht den meisten. Ah, Arc Lightning war ja auch noch drin. Das hat sogar noch mehr gemacht. Level 1 Arc Lightning, da seht ihr, warum man am Anfang nicht skillen sollte. Man kann nämlich dann situativ skillen. Und in der Situation war Arc Lightning das Beste. Lightning Bolt und Heavenly Jump sind meistens die besten Level 1 Spells. So kenne ich das, ne? Ähm, aber nicht in der Situation. Da war es Arc Lightning, weil er einfach 5 gegen 5 war. Und er hat, das war wirklich ein gutes Play, das zu skillen. Es ist klein, aber es ist super relevant. Hat noch mehr Schaden gemacht als der Jugger hier. Und vergleicht es mal mit dem anderen Schaden, den so Level 1 Helden gemacht haben. Ne, 1400 und 1090. Also, gerade für so einen 5 gegen 5 Kampf war einfach LGDs Lineup extrem gut aufgestellt. Level 1. Was für ein Anfang für sie. 5-1 vor Spielbeginn. Sie haben 139% XP mehr. Das wird sich gleich relativieren. Und 26% mehr Gold. Guckt euch das an. Jeder hat richtig Asche von denen. Extrem krasser Start. Und wie gesagt, diesmal gefällt mir ihr Lineup auch besser. Ähm, was macht Nigma jetzt? Nach diesem gigantischen Fauxpas. Oh, scheiße, das Overlays. Tut mir leid. Ich war so drin in dem Kampf. Ich hoffe, ihr habt das meiste gesehen. Ähm, sorry, sorry. Das Doomset ist ein Augenöffner. Habt ihr das meiste gesehen gerade? Ah ja, das ist saugeil, oder? Das ist, glaube ich, ein bisschen inspiriert von ETC aus Heroes of the Storm, beziehungsweise der Blizzard-Charakter. Falls ihr den kennt. Da haben wir ihn wieder, ne? Der Laning Nix. Gegen Jugger Ensch, würde ich sagen, kann Nix eigentlich nichts machen. Ich würde sagen, der wird komplett zerrissen. Ich wüsste nicht, wie ich den Helden dagegen spielen soll. Auch nicht mit einem Beastmaster, der in Nokia-Lane ist. Äh, das ist wieder dieses Ding. Dieses Nix-Problem. GG nach Sekunden. Ja, rausgetappt. Das war's. Nein, natürlich nicht. Äh. Alles gesehen, außer den Score. Okay, perfekt. Danke für die Info. Dann ging's nochmal klar. Es ging einfach so schnell los. Und auch so krass. Ich hab den Smoke nicht richtig gecheckt, weil ich, ähm, nicht... Ich dachte, die gehen sich ein bisschen aus dem Weg am Anfang noch. Aber... Dem war nicht so. Sie sind da voll aufeinander getroffen. Hab ich noch nie gesehen. Äh, so ein Anfang. Noch nie. Und ja, das hat natürlich einiges, äh, jetzt gemacht. LGD hat große Gold- und XP-Vorteile. Und das ist eben dieses Schneeball-Ding, ne? Dadurch sind sie auf den Lanes von Anfang an stärker aufgestellt. Sie haben Level, sie haben Gold-Vorteile, sie haben mehr Items. Und, äh, nicht, man muss defensiver spielen, kontrolliert spielen. Sie machen das gut, dass sie nicht sterben oder so jetzt noch. Aber dadurch kriegen sie eben noch weniger Farm. Und, äh, LG hat noch mehr Kontrolle, haben sie noch mehr Geld und so weiter. Ähm, guckt mal, wie die die hier reindrücken. Level 3 und Level 2 gegen Level 1 und Level 2. Setzen Miracle unter Druck. Der trotzdem... Ich geh ja trotzdem noch kurz auf die Lastsitz am Anfang. Der trotzdem... Ja, noch einige holt sich hier. Und der Zeus hat einfach das Spiel seines Lebens in der Mitte. Bisher zumindest. 15 Lastsitz. Ähm, davor ja noch den Kill gemacht. 4 Assists. So, Mel, ich bin überrascht, ne? Hat den gleichen Level. Und auch gar nicht viel weniger Lastsitz. Also, dass der... Ich hätte gedacht, der hat weniger Lastsitz und vor allen Dingen weniger Level. Kurier-Snipe von Kuruki. Das kann man offenbar machen. Es ist auch so eine Sache, ne? Enchant, slowt den. Und dann, äh, wenn Arme da mit Blade Fury dran ist. Sobald Arme Boots hat, ist, äh, Bei einem Misstep, der nix tot. Also, ich glaube, Nigma spielt das gerade ganz gut, dass sie nicht sterben. Weil es ist super schwer, hier nicht zu sterben. Das kann jede Sekunde, äh, sich ändern, dass sie dann doch Down gehen. Kriegen sie den? Ja, gerade so. Letzter Auto-Attack. Es war knapp, aber sie haben ihn bekommen. Könnte sein, dass Möbkel mit seinem Leben zahlt. Tut er. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Passing-Problem war, dass er zurück ist. Vielleicht hat er auch gemerkt, Face tötet ihn so oder so. Schwer zu sagen. Aber der Trade war nach dem Beginn, ja, war nicht gut, finde ich mal. War nicht gut, aber hätte auch schlimmer sein können. Oh, Rotation, Bottle gefüllt. Das habe ich neulich mal gemacht, das hat nicht geklappt. Muss man da irgendwas komisches mittlerweile machen? Ich habe die Bottle mir geben lassen, habe sie zurückgegeben und die war leer. Und der hat die mir schnell gegeben, der Typ. Da waren wir auch beide mega irritiert. Ich habe ihn gefragt, ob es nicht mehr geht. Und dann hat er irgendwie auch so, hä? Also, offenbar geht's noch. Vielleicht war ich, ich überlege gerade, warum das war. Vielleicht bin ich aus Versehen aus der Base raus. Keine Ahnung. Zum Mail von der Rotation getroffen. Also Xing ist ja noch ein bisschen in der Mitte geblieben. Encher hat sich angeschlossen. Das ist ein Kill auf den Tiny. Jetzt steht 7-2. Und trotz dieser Kills, also, klar, in einem normalen Spiel hätte ich jetzt gesagt, oh oh. Aber in der Situation, ich habe wirklich erwartet, dass Nickman noch mehr Tode hat. Oder noch weniger Farm aus den Lanes holt. Sie schlagen sich noch irgendwie okay. Wie lange ist die Frage? Jedes Mal mit den Lanes sehe ich, oh, großes Killpotenzial für LGD. Miracle. Ja, geht noch. Beastmaster hat recht viel Gold. Und jetzt relativieren sich die Abstände langsam. Jetzt wird es angenehmer für sie, glaube ich. Äh, so ein bisschen. Das macht so, machen so 200-300 Gold nicht mehr so viel aus, langsam. Ähm. Und er geht Raindrops gegen den Tiny wieder. Nach seinen Arc Boots. Ein Core-Zeus ist halt auch immer recht gefährlich. Wenn der schnell sein Zeug bekommt. Aghanims-Shard. Kaya, Sange. Äh, einen Aghanims-Scepter. Refresher vielleicht danach. Das macht so viel Schaden, wenn die Sachen dann schnell im Tiny kommen. Ah. Keine Chance. Wurde er nur vom Doom totgelaufen? Äh, ist hier noch geblieben. Ah, die Rolle trifft ihn. Okay, die Rolle hat ihn getroffen. Er wollte einen Mistschief dodgen. Aber der Stun geht natürlich da. Er ist da festgehalten. Keine Chance. Thunder God's Wrath war auch bereit. Selbst ohne hätten sie den, glaube ich, getötet. Aber dadurch keine Schnitte. Und das ist eben auch so ein Ding. Da kann die Wyvern nicht viel machen mit Cold Embrace gegen, ne? Zu viel Magic Damage. Um die Helden von LGD herum. Stirbt jetzt hier sogar auch noch. Und es zeigt sich doch, was ich gemeint habe, ne? Auch wenn ein bisschen später als erwartet. Es zeigt sich doch. LGD dominiert jetzt einfach auf Grundlage dieses Clashes am Anfang. Alle Lanes weg. Ähm. War auch gut von ihnen gespielt. Also die Rotationen vom Earthspirit funktionieren echt herausragend. In der Mitte unten großen Impact gehabt. Und eigentlich hat Armee jetzt Free Farm. Wie gesagt, also Nix kann dagegen nix machen. Der Deastmaster vielleicht ein bisschen, aber mh. Und das wird auch erstmal so bleiben. Nächster Go an der Power Rune. Die ist aber oben gespawnt. Da ist eine Region. Sumail wird da wegkommen. Das ist kein Problem. Aber die Region geht jetzt eben nicht an ihn. Sondern an den Zeus. Ziemlich geiles Ding für den Zeus logischerweise. Freut er sich. Situativ wäre auch mal eine Haste besser. Aber trotzdem. Mai, das ist für den Doom geplant. Laning Stage wird sich in den nächsten 1-2 Minuten dem Ende neigen. Und Armee hätte einen Omni-Slash. Und Level 3 Fury. Das ist eine Sache, die schon krass ist. Da sieht man, dass die gut lanen. Koruki ist zwar nur Level 3. Aber der hat, glaube ich, wirklich zum Maximum seiner Fähigkeit mit dem Helden gespielt. Viele werden da einfach oft gestorben. Hätten mehr forcieren wollen. Hat den Stun leider nicht getroffen. Aber der hätte wahrscheinlich auch mit Blade Fury sonst gedodged. Die nehmen ihn so auseinander, ne? Ja, guck mal. Er hatte noch... Sie wollten halt so einen Blitzversuch machen gegen den. Weil... Gekillt hätten sie ihn so oder so nicht. Aber das wäre zumindest relativ viel Schaden gewesen. Die beiden sind Level 4. Machste gar nix. Äh... Hm. Wie kann Nigma sich hier noch stabilisieren? Wir werden bald aus der Landing Stage rauskommen. Und dann könnten sie versuchen, ein paar Rotationen zu machen. Sie haben Helden mit Kill-Potenzial, ne? Aber sie brauchen ihre Ultis dafür. Und so 1, 2, 3 Minuten müssen sie noch akzeptieren, dass LGD die Map farmt. Ich glaube einfach nicht, dass sie wirklich Kills finden können. Ich wüsste auch nicht, wie sie den killen sollen. Das versuchen sie jetzt mal. Er wurde vom Kühl gestunnt. Äh... ja. Ja, Gorki dreht auch schon um. Auch... auch die drei zusammen. Ohne Ultis geht da nicht viel. Oh Mann. LGD. Ich wage es fast nicht zu sagen, weil wir so früh im Spiel sind. Aber auf bestem Wege, in die nächste Runde zu kommen. Da wird sich Nigma sehr ärgern. Die haben einen echt starken Eindruck gemacht. Noch natürlich nicht vorbei. Sumel wehrt sich mit Händen, Füßen und Bäumen. Kriegt den Kill nicht. Cold Embrace kann ihn nicht retten. Wegen den Zeus-Nooks. Auch der Zeus als Core dieses Mal, ne? Noch besser damit gegen die Wyvern. Doom auf dem Nux. Level 6 gegen Level 4. Versucht noch wegzurennen, während GH auseinandergenommen wird. Und tickt er hier zu Tode. Er hat sehr viel Regen. Versucht auszuweichen, weil Xing auf ihn lauert. Ah, wie geil die spielen, ne? Jetzt finden sie sich. Carapace gedodged. Oh! Tatsächlich ist er danach gestorben. Also Xing hat den Kill zuerst bekommen. Keine XP an den Nux. Ganz bitter. Miracle kriegt einen Kill. Zeitgleich. Oh, ganz wichtig. Balsam für die geschundene Seele von Nigma. Sie kriegen mal irgendwas Kleines. Auch wenn es ein Support ist. Sie müssen hier wirklich um jeden Fitzel kämpfen. Oh Mann, Mann, Mann. Wie sieht es denn aus? Ja. 18% Gold. 22% XP weniger. Dota Plus sagt 73% Win. Wahrscheinlichkeit für LGD. Wir haben Helm of the Dominator für den Beastmaster. Der bleibt farmtechnisch, abgesehen vom Zeus, auch gut dran hier. Statisch auf der Top-Land unterwegs. Pusht konstant rein. Wird irgendwann Helm of the Overlord bekommen. Äh, warte mal. Doch, der heißt Helm of the Overlord, ne? Der zweite. Ja. Und jetzt go Unsinn. Da kommt der Angriff. Blade Fury. Keine Chance. Der ist auf jeden Fall tot. Ich glaube nach wie vor, dass da sogar noch viel mehr gegangen wäre gegen Teams, die das nicht so respektiert hätten, die Präsenz des Jugger. Der funktioniert so gut, der Held. Der wirkt so stark gegen Nigmars Draft. Der Goh war stark. Der ist viel wert. Der hat einen Streak, der Doom. Oft zeitgleiche Kills, ne? Hat einen Streak, der Doom. Und war kurz davor, eine Midas zu bekommen. Dazu noch der Last Hit an Miracle. Der jetzt mit seinem Monkey King wirklich aufgeschlossen hat farmtechnisch. Der ist fast am Jugger dran. Will auch eine Midas gehen. Comeback Item. Macht Sinn. Hier, ne? Das Spiel muss sowieso länger für sie gehen. Sie müssen zurückkommen irgendwie. Midas ist da ganz gut drin. Wird man sehen, ob es am Ende zu Greedy war. Ich glaube, die Wahl, der Versuch ist der richtige. Und ich finde es auch gut, dass Zeit gleich zum Mail, aber Dagger geht. Dass er jetzt sagt, ich hole jetzt keinen fancy Echo Saber. Er holt nicht mal Arc Boots. Er wird einfach ein Dagger, um zu jumpen. Um Avalanche-Toss-Kombo zu benutzen. Und einzelne Kills zu holen, um Space zu machen für seinen Monkey. Das ist genau die richtige Wahl. Auch, weil LGD ein Line-Up hat, das dafür anfällig ist. Eine Edge kann davon echt schnell geburstet werden. Er hat aktuell nicht mal Raindrops. Und selbst in Toys, auch wenn er Core ist, läuft Gefahr. Ein bisschen Follow-Up, finde ich mal, daran zu sterben. Also Itemization vom Tiny. Wieder sieht nicht so besonders aus, aber finde ich absolut schlau in der Situation. Dagger zu rushen. Aus der Mitte heraus. Das Spiel gibt einfach nicht mehr her. Das ist das beste Play, was er jetzt hat, finde ich. Und ich hätte den Read gar nicht gehabt. Ich hätte am Anfang schon kleinere, mehr Items gehofft, weil ich mich als Core verstanden hätte. Und wahrscheinlich schon einen halben Echo-Saber fertig gehabt, wenn ich realisiert hätte, ich will Dagger oder Faceboots oder sowas zumindest. Vielleicht nicht Echo. Mind Control. Spekuliert hier vielleicht auf ein Raw. Also, solange Omni-Sage nicht raus ist, trifft halt Raw. Raw geht auch durch Blade Fury. Damit hätten sie ein bisschen Potenzial gegen ihn. Ganz schwieriges Unterfangen. Er ist fast Level 9. Machst du gar nix. Machst du nix. Ja, ja, das stimmt. Dieses ganz viel, was LG gemacht hat, ging nur wegen dem Team Vibe am Anfang. Ist korrekt. Und stark von Nigma auch. Wie sie immer noch irgendwie alle Tier 1 haben. Immer mal wieder einen Kill machen. Jetzt in letzter Zeit, vor allen letzten Sekunden, sieht man auch hier ganz gut, haben sie sich, letzten Minuten, haben sie sich gut stabilisiert. Oben einen Jump. Sind am Jugger. Das war ein Raw into Wukongs Command, aber er hat Blade Fury rausbekommen. Und er hat noch einen Omni-Sage. Den kriegt er auch raus. Oh, und da kommt noch Summoner Gods Rass. Weil Amis Leben sind runtergegangen. Da war es zu ambitioniert. Sie haben tatsächlich versucht, ihn zu töten. Sie haben tatsächlich versucht, ihn zu töten, Mann. Oh, das ist nicht gut gegangen. GH wird abgeholt. Der Zeus ist so stark. Dieser Anfang von ihm allein schon, ne? Dieser Wipe am Anfang, was der da an Schaden gemacht hat. Und das gesamte Spiel über geht der auf. Und er spielt es auch gut. Die Ultis sitzen, kommen im richtigen Timing, sorgen immer für die Schadensspitze für LGD. Zumal, versuch's mit einem Jump gegen den Raindrop Level 10 Zeus. Macht natürlich nicht genug Damage. Die Enge wäre relativ sicher gestorben. Und keiner der beiden hätte den jeweils anderen retten können. Also ich glaube, er hätte die Enge jumpen sollen. Ich weiß nicht, ob er sie gesehen hat. Sie haben halt hier einen Wardner. Ich glaube, er hat sie gesehen. Muss man ehrlich sagen, war da ein Mistplay. Wäre ein Kill gewesen. Vielleicht hat er dafür jetzt. Oh, okay, versucht ein Untouchable. Ich dachte schon, er hat Meteorhammer so langsam war das. Ja. Ganz kurios. Der hätte sich aber ganz seltsam aus dem Wald gezaubert oder so. Und Simmel hat wieder seinen Dagger und mit Magic Sticks auch das Mana. Aber irgendwie kommt die Enge immer weg. Die wäre... Würde die sterben? Ich glaube, die würde sterben. Level 3 Toss. Er kann den Tui so weit ich weit einfach werfen gegen Untouchable. Beim Toys war mir klar, dass er nicht stirbt. Aber vielleicht 880 Leben. Aber ich glaube, sie wäre knapp gestorben. So. Jetzt unten aber mal. Vielleicht einmal die Enge. Die ist ja die ganze Zeit schon so mutig. Gerade kein Support. Spirit und Jager zu weit weg. Wieso kommen sie die nicht? Ah, sie wissen es nicht. Jetzt kommt Simmel. Sie warten auf Simmel. Da kommt der Jump. Sie wussten nicht, wo der Rest ist. Spirit ist gleich da. Aber es ist nur ein Spirit. Sie bereiten langsam vor. Gehen ran. Avalanche, Toss. Tot. Lasted for Miracle mit dem Boundless Strike. Es war nur eine Enge. Und Y war wirklich extrem aggressiv da unterwegs. Und sie haben lang gebraucht für den Kill. Dennoch. Sie haben zwei Lanes gerade halbwegs unter Kontrolle. Zumindest dahingehend, dass sie sie farmen. Ist immer ganz wichtig, wenn man so weit hinten ist. Dass man es noch schafft, Lanes rauszupushen, zu farmen. Hier ist sogar Tier 2 Fortify forciert. Wird wie fresh, wenn T1 fällt. Aber trotzdem gut. Also aus Perspektive von Nygma. Jetzt echt eine ganz, ganz harte Phase. Jeder Lasted ist relevant. Jeder kleine Kill, den sie machen, ist ganz wichtig. Das nächste Timing von LGD wird schmettern. Und sie werden dann auch angreifen. Sie haben ihren Meltström. Sie haben die BKB noch nicht. Das dauert noch ein bisschen für den Doom. Aber spätestens, wenn die kommt, sehe ich den nächsten Großangriff von LGD. Wahrscheinlich eher davor. Wir haben auch schon Kaya Sange fertig auf dem Zeus. Er hat jetzt zwar noch keinen Chart, aber das ist bei 13 Minuten echt, echt fies. Also der ist super stark. GH sucht. Findet ihn, aber ist vielleicht auch der falsche. Den willst du vielleicht gar nicht entdecken. Oh Gott im Himmel. Oh nein, der Baum wurde runtergeholt. Aber wie? Warte mal, war das der... War das Zufall? Ja, ich glaube es war Zufall. Er hat ihn gekickt und der Baum... Ich habe gar nicht... Warum ist der denn noch kaputt gegangen, der Baum? Das sah voll seltsam aus. Habe ich irgendwas übersehen? Das war... Das war ganz, ganz unglücklich für Nygma. Ich glaube nicht, dass sie den Kampf gewonnen hätten oder so. Aber ich glaube, der Monkey wäre vielleicht noch rausgekommen. Allerdings war Jugga auch relativ schnell da, ne? Vielleicht hätte es zumindest einen Omni-Slash passiert. Ey, Banane. Ein Doom später ist der Nix. Wie geht es denn eigentlich dem Nix? 033. Besser als 080 oder was der andere hatte. Towerdown. Das bringt natürlich jetzt auch den Jugga näher an sein nächstes Item. Und was sehe ich? Sentin Yasha ist gecued. So dominant, dass er sagt, ich gehe jetzt einfach noch Stray Yasha danach. Obwohl, eigentlich ist das normal mit dem Jugga, merke ich gerade. Teiler Quatsch. Ich hatte BKB so im Kopf, aber das ist Quatsch. Auf Jugga kaufst du so. Ah, Dagger-Bereitschaft von Sumail. Wieder am Ench jagen. Sehen halt auch nicht so viel, ne? Unten wird der Monkey gejumped. Das heißt, sie werden wahrscheinlich oben jumpen oder reagieren. Y-1 TP. Noch eine Heilung irgendwie durchgekommen? Reicht nicht. Ganz knapp zu spät. Aber das ist ja auch ein Zeus. Der hat den sowieso noch getötet. Da ist Bolt auch wieder fertig. Der Kill ist da, sie sind zeitgleich nicht auf die Ench gejumped. Haben sich dagegen entschieden, oben zu go und wissen nicht, wo der Jugga ist. Wissen nur, wo der Doom ist. Und wäre der Jugga hier gewesen, wäre der Jump auch nicht gut. Aber vielleicht hätte man das Risiko fahren müssen. Keine Ahnung. Ist einfach super schwer. Links und rechts gehen sie down. Hier wird um Vision gekämpft. Keine Chance. Der Nix ist einfach wirklich ein Pick, den ich nicht verstehe zur Zeit. Funktioniert für mich in keinem der Spiele, in denen ich ihn sehe. Ah, da kam dann doch der Jump. Also sie haben sich dann doch dafür entschieden zu jumpen. Sie haben es dann erkannt, dass sie das machen können. Und was passiert, es hat tatsächlich nicht gereicht. Sie hat mittlerweile ein Fluffy Head, ein Belt und 20 Stick Charges. Der Schaden von einem Beastmaster und einem Tiny, der aus der Mitte kommt, ist nicht genug für die Ench. Bei 15 Minuten. Und das ist ein ganz, ganz, ganz furchtbares Zeichen. Und ihr seht es. Nach hier, einer kurzen Phase der Stabilisierung, ging es steil nach unten. 92% für LGD, sagt Dota Plus. Furchtbares Spiel, weil es so früh ist, geht es eben nicht schnell. Da werden nicht 30 Gebäude eingerissen, wenn du einen Kampf gewinnst. Aber es ist ein schleichender Tod, es ist ein qualvoller Tod. Es ist echt... Also, wenn man mal eine Bounty weniger kriegt oder mal einen First Blood am Anfang verliert. Das passiert öfters und das ist auch okay noch. Das kann man noch gewinnen. Aber dieser Fünf-Mann-Clash, der zieht sich immer noch durchs Spiel, habe ich das Gefühl. Und die BKB vom Doom ist da. Jump auf den Zeus, Tossback. In Instance, schön gespielt von den beiden. Und es reicht, es reicht. Nein, nein, nein. Nein. Oh, der war so wertvoll und zwar so schön gespielt. Man könnte argumentieren, dass der Nyx dann eine Millisekunde später hätte kommen können. Aber, oh mein Gott. Toller Curse auch nochmal hier. Rettet aber Sumayl nicht, weil sie einfach zu schwach sind. Sie machen nochmal Avalanche, Toss, einen Schlag und er kriegt den Kill, bevor er stirbt. Gut gespielt von Sumayl. Also sie spielen stark, aber es bringt alles nichts. Blade Fury, swing GH, dazu Call and Waste zu aktivieren und er wird direkt geburstet. Oh Mann ey, LGD in der letzten Partie dieser Serie mit einem gut funktionierenden Draft und nick mal auch wirklich dazu, zu allem anderen noch recht unglücklich. Also hätten sie den Toys in der Mitte getötet, wäre das ja auch alles gar nicht mehr passiert. Sie hätten nur den Nyx verloren und wären dann gegangen. Und der Toys hat 12-0 und ist Level 14. Der ist so unglaublich viel mehr wert. Ah, das hat echt weh getan. Wie viel Leben hatte der? Zwei? Ach du Schande, oh Gott. Ach du liebe Zeit. Ich mag es, wie gewählt sich der Chat ausdrückt. Bei anderen würde er da stehen. Scheiße! Es ist wirklich super bitter. Und die haben so ein starkes Turnier bisher gespielt, fand ich. Und kommen aus der Division 2, müssen durch die Open Qualifier, wenn sie überhaupt ins TI damit kommen. Wir sehen hier ein starkes Team, was ein bisschen unglücklich früh aus dem Turnier scheidet und zeitgleich durch die Open Qualifier muss, weil sie der Season davor in die Division 2 abgerutscht sind, jetzt aber viel besser sind. Sehr undankbar bisher alles für sie. Wenn sie die gewinnen, die Open Qualifier, ist natürlich alles noch drin. Aber das wäre schon geil für sie gewesen, ne? Wenn du diese Saison hast, du keine Chance bei den DPC-Punkten mitzumachen, weil du in der Division 2 bist. Und dann holst du dir hier mal richtig schön Kohle ab. Wäre geil, hätte sie motiviert. Es ist echt, also ich sehe es nicht mehr, man. Fuck. GH, wer auch noch ausweicht, ne? Also die Movement sind ja gut. Man sieht, dass sie es groß sind. Die spielen gut. Das ist die Dominanz, die Überlegenheit von LG. Die ist einfach zu hoch und das ist eben auch ein Team. Ich weiß nicht. Also die lassen sich sowas nicht mehr einfach so abkaufen. Da muss jetzt schon ein kleines Wunder her. Was haben sie denn noch zur Verfügung? Mittlerweile hat der Monkey gar nichts mehr. Es gab einen Moment, da dachte ich, ey, mit der Maidus und so. Und da hat er ein paar Kills gemacht. Aber jetzt ist er ganz weit hinten. Er hat nix. Er hat nix. Er hat Knob of Corrosion. Hier, da kommt gar kein Schaden durch. Roar. BKB davor rausbekommen. Beastmaster dreht schon um. Miracle muss drinbleiben. Wird jetzt gedoomt. Thundergods Rast ist raus. Der hat ein Agarn im Schad. Der zerfetzt alles. Omni-Slash irgendwo dazwischen. Nigma versucht Dinge, aber man merkt es einfach. Die Item-Unterschiede, die Level-Unterschiede. Da geht nix. Rein mathematisch geht da nix. Da kannst du deine Sachen noch so gut verwenden. Das Einzige, was sie, glaube ich, machen können, ist gar nicht mehr kämpfen. Nur noch Split-Pushen. Nur noch umgehen. Perfektes Positioning. Sowas in die Richtung. Oder vielleicht ein extrem krasser Bombo-Combo-Teamfight, wo sie genau am Anfang den Zeus töten. Und der hat keinen Buyback. Und macht keinen Thundergods Raster nach. Das wäre vielleicht die eine Sache. Den Zeus direkt börsten. Aber der hat halt auch 2000 Leben. Hat nicht so viel Armor. Sie hätten, wenn er alleine steht, schon immer noch das Potenzial, den zu töten. Sie haben es ja vorhin fast schon geschafft. Mit nur zwei Helden. Jetzt bräuchten sie mit den Items, die er hat, mehr. Aber trotzdem. Also wenn der Zeus total auf Position steht, dann ist halt so die Sache. Vielleicht geht dann was. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne Koruki so ein bisschen. Und das ist jetzt Mutmaßung. Das kann totaler Quatsch sein. Ich habe das Gefühl, in so einer Situation, in so einem bitteren Spiel, Runde 3, kurz davor aus dem Turnier zu fliegen, ist er als Käpt'n manchmal, glaube ich, ein bisschen... Ich glaube, so ein OG ist besser darin, sowas noch irgendwie zu gewinnen. Aber die Chancen sind für keinen groß. Ich glaube, der wird da manchmal ein bisschen ungut. Aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt so mal nur eine kleine Vermutung von mir. Schöner Kill. Wie gesagt, jeder Kill ist wertvoll. Sie haben jetzt Aegis LGD gegeben. Komisch, dass sie da nicht drum gekämpft haben. Und versuchen jetzt den Echo Saber für Tiny, um noch ein bisschen mehr Burst Damage rauszuholen. Echo Saber ist auch ziemlich geil gegen Ancient Twist. Ist auch allgemein natürlich ein super Kombo auf dem Helden. Und Tretzer da auch schon fertig. Die hat immer noch nicht viel mehr, den Kindes als davor. Die Drum ist halt fertig. Aber da geht nichts zu nah am Tier 2. Sie rennen schon. Oh, warte mal. Aghanems Chart auf dem Beastmaster. Er hat fliegende Hawks. Und Helm of the Overlord. Er hat auch den meisten Farm von Nygma. Länger niemand mehr von ihnen gestorben. Aegis Zeit tickt. Armee farmt fleißig. Geht jetzt Skadi als nächstes. Auch so gemein, weil LGD benutzt ihre Goldvorteile, um ganz viel HP zu kaufen. Was es halt so fies macht, weil Nygmas out ist, dass sie einen erwischen, bevor der Kampf losgeht. Aber wenn jeder 3000 Leben hat, ist das ungleich schwerer, als wenn die jetzt alle E-Blades kaufen würden oder so bei LGD. Oh, die Rolle trifft. Und jetzt geht Nygma hoffentlich aus dem Kampf raus und versuchen es gar nicht erst. Sieht ganz so aus. Bleiben hinten. Oh, kleine Pings, die versuchen Armee. Aber der hat Aegis. Oh, dafür ist LGD zu schnell. Die sind bei dem, bevor da der Kampf starten kann. Monkey. Nee. Oh, er hat fast den Baum erwischt. A miracle wird trotzdem sterben. Das war so stark gespielt von dem Earth-Briorid. Und GH, ne? GH wollte helfen und wurde von Doom abgefangen an der Seite. Wir sind direkt von hier klare Linie zum Jugger. Und obwohl Nygma schon ablassen wollte, haben sie sie noch erwischt. Level 13 Earth-Briorid. Level 13 Monkey King. Oh, Mann. Oben der Beastmaster sorgt dafür, dass zumindest Zeus mal zurück muss. Jetzt gibt es einen Jump und Tossback in den Tier 2. BKB von FaZe vor dem Stun von Kuroki. Werd sein. Hat ihn benutzt, aber wurde gedodged. Und das ist das Ende von Zumae. Auch dieser Versuch, noch irgendwie einen Kill zusammenzubasteln, hat nicht funktioniert. Kuroki, zu weit vorne. Hat noch Mana Drain gemacht. Sieht hier auch gefrustet aus Display, da stehen zu bleiben. Das macht er eigentlich nicht vom Positioning. Kuroki hat sehr gutes Positioning als Spieler. Ist eine seiner großen Stärken. Ist halt ein alter Boomer, ne? Keine krassen Reflexe. Könnt jetzt keinen Mittel-Core mehr spielen. Aber er hat einen guten Game Sense. Einen sehr guten. Der hat Aegis. Nicht vergessen. Macht euch keine Hoffnung, was den Jugger angeht. Andere wären ein Ziel. Aber ohne Tiny fehlt ihnen, glaube ich, der Damage. Jetzt kommt der Beastmaster vorbei. Sorgt noch für ein bisschen Druck. LG muss raus. Weil die Tower halt auch noch so stark sind, so früh im Spiel. Sie gehen geschlossen zurück. Sie verlieren nicht ein HP. Also sie finden nicht ein Leben zumindest. Ein paar HP haben sie vielleicht verloren. Auch wenn es nicht danach aussah. Ja, also unglaubliches Pech. Vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber sagen wir mal, der Draft von LG funktioniert noch dazu ziemlich gut. Da ist Aegis down. Und das ist, glaube ich, ein Teamwipe, wenn sie jetzt hier aufgehalten werden. Obwohl, wartet mal. Der Roar macht mehr Scheiß. Ich dachte, sie kriegen den Kill. Und der Curse war richtig gut gesetzt. Deshalb kam da nichts. GH hat den Zeus aufgehalten. Sie kriegen den Kill und das Aegis. Sie verlieren nur zwei. Ich war relativ sicher, dass LG sie jetzt komplett aufrollt. Nachdem sie auf den Jugger gejumpt sind. Aber der Curse war geil. GH mit einem guten Play. Und immerhin noch ein Kill für zwei Kills und das Aegis. Das hat ihnen immer noch nicht mehr Gold und XP gebracht. Und man muss ja auch sagen, Nigma ist so weit hinten, wenn die Kills kriegen würden, dann würden sie unglaublich viel dafür bekommen. Vor allem für den Zeus. Aber auch für den Jugger natürlich. Der hat 2-1-15 in der Arme. Trotzdem gefarmt. Wie Sau. Und in Doom geht Shivas. Die sind bei 23 Minuten. Er hat die bald. Uuuh. Ja. Man erholt sich. Man steht in der Base rum. Man hat nichts, was man machen kann. Echo Saber ist irgendwann fertig vielleicht. Dann könnte es für die Eng zum Beispiel reichen. Als kleiner Burst. Der Monkey hat einen Desolator. Full Damage also. Keine BKB. hat erkannt, dass sie einfach selbst mit BKB nicht genug Schaden machen. Sie brauchen Damage. Und Desolator Orb of Corrosion ist wahrscheinlich die Item-Kombination, die jetzt am meisten Schaden macht. Und aufgrund der Midas hat er halt immer noch irgendwie Farm. So ein bisschen. Die war schon die richtige Wahl. Wir haben den nächsten Dagger auf dem Beastmaster. Damit haben wir ein schnelleres Roar, wenn sie mal einen finden. Und LGD macht es halt auch grausam. Die gehen jetzt zurück, machen es wieder langsam, farben ein bisschen, übertreiben es nicht. Noch habe ich ganz, ganz kleine Hoffnung. Ich traue mich nicht zu gucken. 99,1. Es ist noch Hoffnung da. 1 Prozent. Ich habe auf dieses 1 Prozent sehr gehofft. Ja, es geht aber eigentlich. Ich finde jetzt nicht, dass Monkey gegen EarthBoot nicht funktionieren kann. Es ist natürlich fies, wenn du aus deiner Ulti gekickt wirst. Und vor allem, wenn Bäume zerstört werden. Aber so wie hier. Okay, das war auch schon echt Pech. Na ja, da hast du recht. Die Szene auch noch. Und die in der Mitte natürlich. Weil wenn du hier den Baum so verlierst, uff. Also, sowas sieht halt auch immer schlechter aus, wenn du weit hinten bist und wenn die Gegner sehr frei darin sind, alles zu utilisieren, was sie im Kit haben. Klar, es ist nicht gut gegen EarthBoot, aber, ne. Ich glaube schon, dass der Monkey hier funktionieren könnte. Würde das Spiel einfach anders gehen. Das Spiel hätte ich gerne nochmal gesehen, von vorne. Es hätte ganz anders aussehen können, vieles. Trotzdem, der LGD-Draft ist gut. Keine Frage. Der ist gut, der funktioniert. Das merkt man auch. Es liegt nicht nur an dem Anfang. Lange keiner mehr von Nigma gestorben, ne? Ich glaube, LGD kriegt langsam Blutdurst. Schaut mal, Xing an. Da kommt der angerollt. Hm, hallo? Ja, ich bin's. Hier finden sie niemanden. Schau mal, es gibt eine Wave. Guckt mal, das ist so interessant, ne? LGD steht hier in der Gegnerhälfte. Jetzt haben sie ihn. Jetzt haben sie den Monkey gefunden. Ich wollte gerade sagen, und sucht den Monkey, während LGD, äh, während Nigma sehr aggressiv Waves cleart und versucht, Gegnern auszuweichen. Aber sie haben nicht nur den Monkey, ich wollte gerade sagen, nur der Monkey ist vielleicht verschmerzbar. Nein. Sie kriegen wohl auch so ein Mail. Und das muss man mal ansehen. Also, den Monkey finden sie da unten, ne? So. Er ist da unterwegs. Hier, das ist Xing. Ding, der jagt den einfach. Oh, Thunder Gods. Das war für den Monkey. Hat ihn aufgedeckt. Oh, und dann direkt erkannt und er hat Aghanims fertig und dann töten sie den nur mit Zeus-Ulti plus Earthbred. Oh, okay. Okay, also es scheint so zu enden, wie es angefangen hat. Extrem bitter und richtig schmerzhaft. Armes Nigma, Mann. Uff, ich hoffe, sie können rausziehen aus diesem Turnier, wenn sie gleich ausscheiden sollten. Dass sie zumindest auf jeden Fall zur Zeit ein gutes Roster haben, dass es funktioniert. Und das ist auch einfach manchmal gegen ein Top-Team wie LGD nicht reicht. Ich hoffe, davon lassen sie sich nicht entmutigen und kommen richtig stark in die Open Qualifier. Konzentrieren sich voll auf die. Ist halt hart, weil sie in Europa die Open Qualifier haben und die europäischen Teams sind eben richtig stark. Da werden sie ultra fiese Gegner bekommen. Also es sind zwei Lanes, die sie durch die zwei Tode verloren haben oben pushen sie. Die Lane werden sie auch verlieren. Ich glaube nicht, dass sie das verteidigen. Der Tower ist allerdings gleich down. Sie versuchen jetzt noch die Range Rags. Der macht schon Schaden, ne? Oh, er geht auf die Melee. Och, sie haben wieder den Monkey. Das waren Thunder Gods. Ich wollte auch, ich habe es kurz gesagt, oder? Der stand da schon wieder so mutig. Ey, dieser Earth Spirit. Aber das war auch, die Rags konntest du eh nicht verteidigen. Also das war, ehrlich gesagt, glaube ich, ein krasses Misplay von Miracle, sich dahin zu stellen. Klar, es muss nicht klappen, aber LGD ist LGD und du hättest da auch nichts gehabt. Also das hat dir nicht viel gebracht, außer ein bisschen Vision. Oh, Xing wird einmal geworfen, nimmt ordentlich Schaden, stirbt. Und oben müssen wir uns jetzt auch unbedingt angucken. Nur die Range Rags haben sie bekommen und jetzt ist der Beastmaster down. Aber sie haben den Zeus gekriegt und das ist natürlich ein mega wertvoller Kill. Also alles, was jetzt sehr verteilt, ist natürlich immer zurück. Ich will das halt alles sehen. Der Zeus ist hier. So, da haben sie den gejumpt. Jetzt Tepeta und jetzt die Action haben wir uns noch nicht richtig eingeguckt. Wie kriegen sie den Zeus bitteschön? Der hat 2500 Leben. Einfach mehr Schaden, als ich denke. Guck mal, wie viel Schaden der Beastmaster macht. Kuroki kriegt den Streak. Ey, aber man nimmt es. Plötzlich ist Kuroki nicht mal zweitreichster, okay. Aber der hat unglaublich viel dadurch bekommen. Und Tepeta raus. Also Kuroki kriegt den Zeus. Dass sie den Zeus gekillt haben, war halt saukrass. Das war auch der Mana Drain, denke ich, von dem Nyx. Aber der war nur Level 2. Also zu großen Teilen müsste es der Beastmaster gewesen sein. Ganz spannendes Ding. Wieder so stark gespielt von Nygma. In so einer Situation noch eine Range Rags zu bekommen, einen Tower zu bekommen, den Zeus zu töten und den Earthspirit zu töten. Und das, nachdem sie so bitter ihren Monkey im Wald verloren haben. Trotzdem, am Ende haben sie zwei Lanes weniger und das ist nur eine Range Rags, die melee ist viel wichtiger. Und Gold und XP sind natürlich meilenweit ab. Wir sind bei 100 zu 0%. Also 68.000 Gold, 8.300 XP für LGD und viel, viel weniger. Viel weniger. Fast 50% für Nygma Galaxy. Der Beastmaster, ja, der hat nur zwei Items, aber irgendwie ist es krass. Mit Agamem's Shirt noch. Geht jetzt BKB als nächstes Mal. Rosh ist wieder da. Machen sie gar nicht, ist ihnen scheißegal. Die gehen einfach weiter. Der Skadi, Bashar, Minute 28, Jaggernaut. Man kennt ihn. Der Doom hat sogar noch mehr Gold. Der hat ein Shivas und ein halbes Refresher Orb. Fertig. Oh Gott, ey. Die Items, ich verstehe gar nicht, warum das Spiel schon 28 Minuten geht. Die haben so kranke Items. Nygma, keiner von denen hat Items. Keiner bei Nygma hat Items. Aber sie haben eine Double Damage gesammelt. Sumail hat eine gefunden. Also die Wombo-Kombo von ihm selber, mit Avalanche, Toss, Doppelschlag und danach Tree Throw mit Double Damage ist rein von der Grundmechanik so stark, dass sie selbst hier noch einem Zeus beispielsweise gefährlich werden könnte, wenn er nicht schnell genug Ghost Tipped oder so rausbekommt. Oh nein, der Zeus macht das Ultra Play. Oh, das ist so ein Tryhard in dem Spiel auch noch. Der hat die Iandisc noch nicht zusammengebaut und wenn er getosst und Avalanche wird, macht er das mit seinen schnellen Fingerchen währenddessen. Das würde ich nie machen. Ich würde es nämlich nicht hinkriegen. Und dann prockt es und dann ist er raus. Also nein, den kriegen sie damit nicht. Mindbreaker. Gefunden. Oh, Kuroki wollte da ein bisschen spänen. Da gibt es auch einen Tipp. Also ich meine, LG weiß, dass das Spiel eigentlich vorbei ist. Jetzt noch zu tippen ist schon fies. Das ist gemein. Da ist die Kombo und ja, er hat es zusammengebaut. Das war genau das, was ich meinte. Und ey, ohne die Iandisc hätte Sumel das glaube ich geschafft und er hat es nicht gecheckt. Er hat die Items nicht angeguckt, sonst hätte er es nicht gemacht. Ziemlich sicher. Er hat es nicht angeguckt, er hat kurz die Gelegenheit gesehen, er ist raufgesprungen, er hat es versucht und es war, finde ich, in der Situation gerade noch so die Idee gehabt, die läuft ja auch irgendwann aus. Geht auch aus der Bottle automatisch irgendwann. Ey, du musst es probieren, ne? Und da war natürlich Zeus mit seiner Iandisc am Start, der alte Tryhard. Jeder, jeder Hubstar hätte jetzt ein E-Blade gekauft, weil man eh dominiert und wäre da gestorben. Aber nicht Nothing to say. Und da gibt es auch nicht mehr viel Zusagen. Das ist die letzte Lane. 20 Sekunden nur auf dem Tiny, weil er noch kein hohen Level hat. Vielleicht geht noch was. GH hat gedaggert irgendwie und wird jetzt da erwischt. Doom auf dem Monkey. Jetzt kommt The Curse auf den Dooms. Dann Äxte. Alles kommt hintereinander. Tiny lebt noch gar nicht. Das Dagger war ganz komisch. Ich glaube, GH wollte was cursen und die Range hat knapp nicht gereicht. Knapp nicht gereicht und dann hat das Passing ihn nach hinten gedrückt. Weiß ich nicht. Aber, ähm, ja. Nigma wird jetzt hier leider gleich raus tabben müssen. Noch ein kleines Buyback auf dem Nyx. Sie sind also noch zu dritt. Noch gibt es keine Mega Creeps für LGD, aber es gibt ein Tiny. Mh. Ein wenig Stein zum Mittagessen. Eges von Armel. Die Blade ist so stark. Ah, ne, Fountain macht gut Damage. Kennt seine Grenze, hat ja noch Healing Ward. Sie diven rein und, äh, beenden das Spiel hier. Es ist schade, es tut mir voll leid gerade. Aber ich find's auch geil, dass LGD weiter ist, weil damit, ähm, bleibt mehr Varianz, was Nationalitäten angeht, im Turnier erhalten. Okay. Okay. Was für ein Spiel. 48 zu 11, 36.000 Gold Vorteil nach 31 Minuten. Und, ähm, das war die erste Serie des Tages. Weiter geht's dann gleich, aber noch nicht jetzt. So. Gucken wir mal, ob das funktioniert jetzt. Zack. Ähm, was sagt ihr dazu? Henry Ward sagt, er ist pansexuell. Ist auch interessant. Was sagt ihr zu diesem Spiel? Hat wahrscheinlich nicht so Bock gemacht beim Zusehen, ne? Ähm, war doch sehr einseitig. Und was läuft da? Witcher Musik. Denn morgen, nee, übermorgen zocken wir geil Witcher. Der Monkey war auf den Earthsburg. Ach, das hatte ich schon. Äh, 1,8k Geld. Wenn Dutta Plus sagt, 100% kann das Game doch eigentlich vorab beendet werden. Spart allen Zeit und Geld. Ja, das stimmt. Die runden da wahrscheinlich auf, ne? Müsste ja irgendwie so 99,9 sein. Aber, ähm, fände ich eigentlich gut, so eine Dutta Plus Petition. Dann sagen, im All Chat sagen dann die Observer, ey, könnte aufhören. Ah, war gut, echt? Bist du LDD-Fan oder fandest du das Spiel unterhaltsamer als ich denke? Ja, danke für die Erinnerung, Quepp. Ich hole mir jetzt mal ein Eis und wir lassen das mal kurz gemeinsam sacken. Äh, wir haben jetzt gleich Royal Never Give Up gegen Team Spirit vor uns. Warum ist der jetzt mein Overlay kaputt? Hm. Das ist die nächste Runde. die uns bevorsteht. Und das ist auch geil. Also das könnte richtig cool werden. Der Gewinner davon muss dann gegen Secret ran. Äh, ich bin gespannt. Spirit hat ja das TI gewonnen. Royal Never Give Up kann ich nicht gut einschätzen. Ich weiß nicht, wie stark die gerade sind. Ähm, und ja, die Serie nehmen wir heute natürlich auch mit. Bis gleich. Bis gleich. Pastor Small Tommy É Writing Haus da. All right. Jetzt. Hey. Jetzt. Ich binęprich. San baby Singularuğ Seiiti dieinfanker. yes Tag. Wie spaßig. Ausatmen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich werde wie immer den Hauptstream im Blick behalten, also ich sage euch, wenn es losgeht, das wird jetzt kurz dauern, wir snacken ein bisschen, das Eis hebe ich mir auf für nachher. Und der Countdown sagt da, in 6 Minuten geht es weiter, aber bis dann wirklich die Teams, das ist ja ein lang, mit einem richtigen Venue da, bis die Teams dann in die jeweils vorgesehenen Booses da gehen, in diese Player-Kammern, dauert es. Also, ja, jetzt erstmal ein bisschen entspannen, erste Serie ist vorbei. Ich kann das auch noch eintragen, auch wenn es nicht so super schön ist. Das können wir mal noch kurz machen, damit ihr Bescheid wisst. Ähm, genau. Und falls ihr das Video jetzt guckt, es wird Kapitel geben, also ihr könnt direkt vorspulen zu dem Punkt, wo dann angezeigt ist, dass die nächste Serie beginnt. So, jetzt habe ich mir ein paar Teams vorbereitet. Also wir haben einmal Nigma und Nigma ist, äh, Platz 5 bis 6 jetzt. Das ist ziemlich schwer so zu machen, ich sehe nicht so viel, aber ich glaube, so ist es halbwegs erkennbar, ne? Ähm, ein Tick größer. Also ja, Nigma ist Platz 6. Und... Ah, ne, sind nicht weiter. Das können wir uns also sparen. Ähm, aber Dingens ist weiter. LGD ist weiter. Die würde ich dann auch noch mal kurz hier runter machen. Klar, das ist jetzt nicht so super schön, aber für sehr gute Augen erkennbar, dass LGD in den Semifinals gegen OG antritt. Es ist schade, dass ich diese Serie als einzige verpasse, ähm, weil ich die sehr, sehr geil finde. Also an euch die Empfehlung verpasst sie nicht, wenn ihr Bock auf Dota habt, guckt sie euch woanders an. Super nice. Ich bin dann dabei, äh, ab Secret gegen... wissen wir noch nicht. Einfach mal gesehen, wie man es macht. Meinst du von hinten spielen oder von vorne spielen? Ich fand's krass und cool zum Gucken, da ein Pubs vor 15 Minuten GG gewesen wäre. Also 15 Minuten früher GG gewesen wäre. Mhm. Und sie noch viel aus der Situation gemacht haben. Na, hast du auch nicht Unrecht mit. Und die haben natürlich so ein paar Sachen drauf. Auch im zweiten Spiel hat man das schon gemerkt, mhm, die du auf normalem, normalsterblichem Level natürlich nicht hast, ja. Ist tatsächlich für... Um zu sehen, wie man von hinten spielt, ein gutes, ein gutes, lehrreiches Spiel gewesen. Auch so die Chancen, die sie noch versucht haben wahrzunehmen, die haben jetzt halt nicht geklappt, aber du musst auch gewisse Risiken eingehen, wenn du so weit hinten bist. Genau. Ey, das ist ganz lustig, dass du's sagst, Mr. Schmutz, weil ich hab tatsächlich heute schon Eis gegessen. Vorm Streamstart. Nee, schnell ein Brot reinschieben, dann gibt's wieder Eis. Moin, Toni. Was macht dein Wochenende? Skala von 1 bis 10? Was würdest du sagen? Wenn ich zu sehr schmatze, sagt Bescheid, ne? Da kann ich auf jeden Fall auch noch was justieren. Oh, wir müssen über was reden, Leute. Wir müssen über was reden. Kennt ihr John Reed? Also McFit kennt ihr wahrscheinlich. Geht ihr zu John Reed oder zu McFit? Ist jemand hier, der zu einem dieser beiden Fitnesscenter geht? Jo, Konstantin. Eine entspannte 6 von 10, das klingt doch solide. Nimmt man mit, würde ich sagen. In unserem Alter, Toni. Keine Ahnung, wie alt Toni ist. Jetzt nicht, aber du gehst zum Sporten. Ich weiß nicht warum, zur Seite ist ja alles super teuer. Tomaten sind richtig billig. Nee, nee, nee. Warte mal. Gibt's hier keinen? Bei Cleverfit, ja das ist smart. Geht hier von euch keiner? Kann ich mir erzählen, keiner von euch geht zu McFit oder John Reed? Ihr seid ja Leute. Zwei dumme Einwitz, Mr. Schmutz. Warte mal. Warte mal. mal. Vielleicht sind dann mehr da. Ich glaube, aber legitim, ich habe den Verdacht. Jetzt muss ich mal als Umfrage machen. Ich habe den Verdacht, von uns geht einfach kein Arsch ins Fitnessstudio. Scheiße. Ich gehe doch nicht ins Fitnessstudio. Einmal MacFit-Probe-Training, danach nie wieder. Ich möchte was erzählen, was ich voll scheiße von denen finde. Aber ich will, dass Leute mit mir sich aufregen. Und dafür muss man es selber erleben. Oder erlebt haben. Nein, ich will lästern. Ich will über John Reed ganz schlechte Dinge erzählen. Ich will großes Drama verbreiten und mich richtig aufregen. Aber um richtig auszuholen, brauche ich Leute, die mein Feuer teilen. Na, das ist fies, Crap. Er hat nur Summers-Mitglieders-Leucht aus. Was ist denn? Okay. Okay, gibt es hier außer in Haier jemanden, der Sport macht? Wenn ihr Sport macht, schreibt eins in den Chat. Und ich meine nicht Schach. Körperlichen Sport. Alter, riecht dich mal richtig auf. Ich werde die Geschichte heute eh noch erzählen. Ich hoffe nur, dass ich noch einen Moment finde, wo es Leute gibt, die mitmachen. Aber ich werde es heute noch erzählen. Na, ich bin angepisst. Das kannst du ja... Also, Erdnuss haben wir irgendwie, glaube ich, nicht. Oh, guck mal, doch. Okay, es gibt irgendwie ein paar wenige, die Sport machen. Aber die sind dann wahrscheinlich nicht in Fitness-Centern. Was ja eigentlich auch gut ist. Aber es gibt ja sehr viele coole Sportler. Man muss nicht ins Fitness-Centern gehen. Ich freue mich auch schon voll morgen auf Fußball. Fußball ist voll mir gewachsen. Ich spiele richtig, richtig gern Fußball. Aber ich gucke gar nicht gern Fußball. Und ich finde dieses ganze Fan-Ding und um Fußball auch überhaupt nicht, holt mich überhaupt nicht ab. Also, da habe ich nicht so viel. WM gucke ich mal ein bisschen. Aber spielen macht mal richtig Bock. Fußball ist voll das geile Spiel. Kein Wunder, dass es so eine omnipräsente Beliebtheit hat und dass auch eben gerade ärmere Leute mit weniger Mitteln in vielen Ländern viel Fußball spielen. Du brauchst nur einen Ball und ein paar Leute. Du kannst echt viel Spaß haben. Es ist auch nicht so wichtig, ob der Ball gut aufgepumpt ist, solange es halbwegs geht oder schon ein bisschen zerfleddert ist. Du brauchst nicht immer das perfekte Tor. Du brauchst eine gerade Fläche und irgendwie zwei Schuhe als Pfosten. Dann kannst du schon Spaß haben. Manchmal machst du Sport. Okay. Was ist ein Faustball? Was ist das? Das klingt total grausam, Erdnusshammer. Ich würde niemals gegen dich kämpfen wollen. Also, wir spielen nur im Freundeskreis, Toni, nicht im Verein oder so. Miteinander. Aber wir haben viele ehemalige Vereinsspieler, die auch sehr gut sind, würde ich sagen. Was ich mag, bevor ich auf das Positionsding eingehe, wir spielen nicht so körperlich. Ich glaube, Fußball ist so ein Ding, wenn du wirklich ein bisschen besser spielen willst, so wirklich auf Turnierniveau, also niedrigem, aber mal in der Liga mitspielen bist du in irgendeiner kleinen, da musst du sehr körperlich sein. Außer du bist ein Genie am Ball. Du musst richtig rammen, musst richtig rein. Und wir sind halt ziemlich lieb zueinander. Also wir faulen uns auch nicht so, wie es vielleicht ein Schiri noch nicht pfeifen würde. Und dadurch kriegt das Spiel noch mehr Nuance dahingehend, dass man mit Ballkontrolle viel machen kann, mit Tricks viel machen kann, mit ein paar Übersteigern, mit einem gut gesetzten Pass und einem geschickten Ding, weil wenn du an einem vorbeigehst, dann haut er dir nicht in die Hacke, dann lässt er dich auch gehen. Aber trotzdem ist es noch competitive genug, dass es mich auch abholt. Und ich bin auch nicht so super gut im Fußball gewesen davor. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen gespielt, bin besser geworden und hatte auch gute Mitspieler, was ja immer viel macht. Und positionstechnisch ist es bei uns deshalb genauso. Wir sind da recht frei. Man spielt eigentlich so, wie man Lust hat. Aber das ist auch so ein interessantes Ding. Oft ist eben so, man merkt, wenn ein, zwei Sachen fehlen, dann sagt man, okay, ich bleibe jetzt hinten. Wir brauchen einen mehr hinten. Oder so. Und tendenziell bin ich eher ein Stürmer, würde ich sagen. So rein vom, also ich stehe auch mal hinten und mache Verteidigung, wenn ich merke, es klappt nicht, weil einfach zu viele von uns angreifen. Aber es zieht mich eher nach vorne und es fällt mir auch schwer, hinten zu bleiben. Ich ertappe mich dann immer, wenn ich hinten bleiben will, mich doch wieder mitrennen. Oder sogar vorne auf den Konter spekuliere. Also ich bin schon eher ein aggressiver Spieler. Und ich glaube, ich bin, ja doch, ich glaube, ich bin vielleicht aggressives Mittelfeld, würde ich mich sehen. Ich schau dir mal Rugby an, das ist ein super Sport mit einer sehr angenehmen. In Berlin gibt es auch mehrere Vereine. Alter, Edward. Rugby. Spiele ich eine Runde und habe alle Knochen sofort gebrochen. Ja. Da kommt der große Olaf mit seinen 2,20 Meter und 140 Kilogramm Muskelmasse und kickt mir meine Beine weg. Ich spiele doch kein Rugby, Alter. Da stelle ich mir wahrscheinlich völlig falsch vor. Also was ähnliches wie Volleyball reicht mir, glaube ich, schon. Volleyball hat mir nie so Spaß gemacht, aber kurioserweise Beachvolleyball Ball total. Ich weiß nicht, warum. Ich finde Hallenvolleyball, 5 gegen 5, so kenne ich das halt. Super lahm. Aber Beachvolleyball, 2 gegen 2. Richtig geil. Auch 3 gegen 3 noch. Richtig Bock gemacht. Beachvolleyball habe ich ein, zwei Jahre lang auch mit Freunden einfach semi-regelmäßig gemeinsam gespielt. Hat immer voll Spaß gemacht. Abstauber? Also wäre ich vielleicht gerne, Toni bin ich aber nicht. So ein Klose, ne? So ein Klose-Typ, so gibt es ja auch welche, wir haben auch einen, der heißt Usman, der kann das auch, das liegt ihm im Blut. Der kann auch nichts anderes, der ist nicht hinten, das schafft er irgendwie auch nicht, selbst wenn er will. Hey, Greyman. Aber der hat halt so, der steht zur richtigen Zeit manchmal am richtigen Ort und macht dann auch das Tor. Und das bin ich gar nicht. Ich bin kein so ein guter Knipser. Wenn ich einen riesenlangen Pass kriege und schon vor dem Tor stehe, wo ich eh nicht stehe. Ich stehe nie so aggressiv, dass ich da bin. Aber wenn ich die Situation habe, da bin ich auch nicht gut drin, dann so kaltblütig zu sein und dann so, ich bin ja auch, ich stehe ja auch einen Meter daneben oder so. Da gibt es so Leute, die haben das so drin. Ich habe das gar nicht. Nee, ich bin eher, ich bin eher so ein Mittelfeldspieler, der sehr viel um den Ball kämpft und sehr viel, sehr aktiv im Spiel ist und auch sehr viel versucht, mit Pass zu machen. Aber wenn ein Angriff kommt, dann renne ich mit und will auch ein Tor machen. Also ich habe dann auch schon sehr Bock anzugreifen. Ich bin eher niemand, der vorne steht. Ich bin jemand, der nach vorne rennt. Und dann auch, ich will dann auch an drei Leuten vorbeikommen. Und dann, also da habe ich auch Bock. Klappt aber nicht immer. Fast nie. Aber ne? So. Keine Ahnung, wie man die Position nennt. Ich glaube ein bisschen wie, wie hieß denn eine von Bayern? Robben? Vielleicht ein bisschen wie Robben. Natürlich auch mindestens genauso gut. Nur so vom Spielstil. Was? Man hebt sich gegenseitig hoch im Rugby. Olaf ist ein Lieber. Du läufst höchstens gegen den und brichst dir alles. Ich habe gerade nicht so Lust darauf, Konstantin. Mal schauen, okay? Ich kann dir leider jetzt nichts Festes dazu versprechen. Sorry. Ist anders, ne? Grey ist ganz anders. Da triffst du es, glaube ich, mit. Es hat mir so viel mehr Spaß gemacht, Beachvolleyball. Ich weiß, Edward. Ich habe auch ein bisschen, ich habe auch ein bisschen übertrieben. Mir ist schon klar, ne? Aber es ist auch oft so, dass in so kleineren Sportcommunities, gerade bei den nicht ganz so großen Namen wie Fußball hier in Deutschland, die Gruppen, auf die du triffst, wenn du ein bisschen Glück hast, total nett sind. Das ist ein eingeschworener Kreis. Die mögen sich, die respektieren sich. Das ist oft so. Das kann was echt Positives sein. Und ich habe auch oft was in die Richtung total Lust. Aber das ist nicht Rugby. Oder so ist es Kampfsport. Ich überlege schon seit ein, zwei Monaten, ob ich mich, ja, ob ich einem Verein beitrete, ob ich einen Kampfsport mache. Weil es gibt mir ganz vieles, glaube ich, was mir gerade fehlt. Es gibt mir einmal eine Form von Auslastung, die ich sehr vermisse. Ich habe früher schon ein bisschen Kampfsport mal gemacht, die du nicht bekommst über Fußball und Fitness und Fahrrad. Und das ist so eine Gruppe, wo ich die Erfahrung gemacht habe. Und das kann auch nur Glück gewesen sein, dass die Leute, die sowas machen, wenn du dir einen Verein gut aussuchst und wenn der Trainer gut ist und die Gruppe gut ist. Ich kann das nicht so beschreiben. Ich finde, das hat oft was sehr, sehr Schönes, gemeinsam mit Leuten Kampfsport zu machen. Und es gibt mir auch was. Also ich weiß nicht, ob es mein Testosteron ist, was ich damit kontrollieren kann. Aber es gibt mir auch was. Ich habe auch einfach Bock. Ich mag es richtig gern zuzuschlagen und so. Ich habe irgendwie was Aggressives da vielleicht. Und es fühlt sich immer sehr gesund für mich an, sowas zu machen. Und ich habe es ewig nicht gemacht. Das Problem ist, ich hätte mega Bock. Ich hoffe, ich spreche es jetzt nicht falsch auf Jujutsu. Aber das ist mir zu bodenlastig. Ich will zuschlagen. Halt aber eigentlich Bodenkampfe effektiver, wenn es um Selbstverteidigung geht. Natürlich auch nicht immer ist auch ein kompliziertes Thema. Aber das hat ja auch einen Aspekt, dass man sich so ein bisschen wehrhafter fühlt. Ja, und jetzt, ich überlege, ob ich Kickboxen mache. Ich glaube, Kickboxen würde mich sehr abholen. Auch nicht zu hart, ne? Man kann sich ja bei sowas auch echt, ja, reinhauen und dann, höhö. Und dann, ähm, gibt es dann ein gewisses Verletzungsrisiko. Du kriegst auch ordentlich was auf den Deckel. Mal gucken, welches Level ich da anstrebe und ob das überhaupt so ist, wie ich es mir vorstelle. Aber ja, wenn ich jetzt nochmal was anderes mache, dann wird das Kampfsport sein in irgendeiner Form. Ah, 6 gegen 6, okay, Agent. Ich hatte 5 gegen 5 im Kopf. Hm. Na, Tischtennis finde ich auch ganz cool, aber das ist für mich eher, Tischtennis eher so auf einer Steinplatte im Park mit dem Radler eine halbe Stunde. Interessant, Agent. Hm. Na, das glaube ich etwas. Aikido hast du gemacht. Mattentanzen wurde es genannt, sind aber keine Attenstege oder Tritte dabei. Dafür jede Menge Griffe, Würfe und Holes. Genau. Ich habe lange Judo gemacht. Judo wird auch gerne mal unterschätzt. Judo ist ein starker Bodenkampf, wenn du das drauf hast, was ich nicht habe. Aber, ähm, und daher weiß ich halt, das hat, das ist super anstrengend. Gerade dieses Rolling, Judo geht auch in so eine Richtung. Ähm, und dieses auf dem Boden sich gegenseitig, aber, mir fehlt das Schlagen. Ich finde, das hat voll was. Gegen, könnt ihr das nachempfinden? Gegen Pratzen und so zu schlagen und ein bisschen zu treten und so. Ich finde, das gibt einem irgendwie was. Hm. Ja, zu weit aus der Comfortzone verstehe ich durchaus. Aber, das ist auch so was, zumindest meine Erfahrung, Agent, bei Kampfsport. Man wird bei sowas oft sehr gut aufgenommen. Und, äh, die Leute sind auch nicht so, wie es im Internet vielleicht suggeriert wird. Und nicht jeder hat einen schwarzen Gurt und nicht, ähm, und die Leute wollen dir auch nicht wehtun oder sowas. Hm. Gerade Kampfsportler sind oft sehr, ähm, ausgelastet und balanciert mental. Mein Eindruck. Ja, außer dem Gegner ist nackt. Great, da ist ein Problem. Wenn er nackt und eingehüllt ist, bist du am Arsch. Ja, ich weiß schon, dass richtiges Tischtennis nicht vergleichbar ist. Aber Pingpong ist es nicht, Tiger Titan, ne? Pingpong ist ja, dass man den Ball, den Tischtennisball, auf jeder Platte einmal bouncen lässt. Oder? Lieg ich da richtig? Und klassisches Tischtennis ist einfach nur, dass es nur auf der Gegnerhälfte aufkommen darf. Und Pingpong halte ich für totalen Quatsch. Tischtennis macht dagegen Spaß. Also, Pingpong macht mir keinen Spaß. So richtig. Ein halbes Jahr Judo in der Oberstufe ist meine einzige Erfahrung. Naja, wenn es dir ein bisschen Spaß gemacht hat. Genauso, gegen den Boxsack schlagen und so, das ist voll geil. Was denn für ein Konstantin? Ne, äh, Taekwondo ist nicht so meins. Es ist, es ist, also, ich glaube, es ist entweder Kickboxen, ich glaube, wenn ich darauf gehen will, was mir am meisten Spaß bringt, dann ist es Kickboxen, aber da weiß ich auch, werde ich nicht ohne blaue Flecken und Schmerzen wegkommen. Das hast du aber eh überall. Und wenn es das ist, wo ich sagen würde, okay, ich will mich am wehrhaftesten fühlen, wäre es, glaube ich, Bodenkampf. Bin relativ überzeugt davon, dass auf den meisten Leveln, selbst auf den höchsten, Bodenkampf so ziemlich das ist, was dir in der direkten Eins-gegen-eins-Auseinandersetzung meistens den Sieg bereitet. Es ist schwer, jemanden zu haben, der es schafft, dass du ihn nicht auf den Boden bringst, wenn du dich auskennst. Nun, Mr. Schmutz, ich weiß nicht, was dir erzählt wurde, aber ich glaube, du wurdest ein wenig ausgenutzt. Ja, normales Boxen habe ich auch überlegt. Und das Ding ist, das wäre total komfortabel für mich, Grey, auch wenn ich es für keinen effizienten Kampfsport unbedingt halte. Aber es geht mir zu wenig in die Richtung wehrhaft sein und zu viel noch ist es in meiner Komfortzone, weil Schlagen finde ich sehr intuitiv, sehr angenehm, aber Treten bin ich gar nicht gut drin. Und das ist was, was ich aber integriert haben will, um mich da ein bisschen rauszulocken, weißt du? Ein bisschen sowas mit dem Bein noch zu machen. Ich glaube, Boxen macht richtig Laune. Ich glaube, Boxen kann richtig Spaß machen, ey. So mit Footwork, Ducking und dann dieser Handfokus mit dem Schlagen gegen diese Boxdinger und so. Spaß. Das macht schon richtig Spaß, glaube ich. Aua, aua. Das klingt auch schmerzhaft direkt da hinten. Ja, mach das, Crap, mach das. Wird geil. Da kenne ich mich nicht so aus einfach, Sperry. Mixed Martial Arts. Das erste, an was ich dann denke, ist jemand, der einfach genau das macht, was ich dann zum Beispiel, dass er zum Beispiel Kickboxen macht. Aber zeitgleich lernt er dann noch Judo und vielleicht Karate. Und, ähm, ich dachte immer nicht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es eine, einen simplen Lernkurs auf nicht professionellem, einfach auf lockerem Level gibt, wo man gemeinsam Mixed Martial Arts macht mit einem Trainer und der hat dann bereits den perfekten Hybriden für dich bereit, ne. Der ist dann proeffizient in drei, vier Kampfsportarten und sagt, okay, für deinen Körpertyp, für dein Gewicht, für das, was du so kannst, kombinieren wir das und das und das und dann machst du mit mir Mixed Martial Arts. Oder meinst du einfach so die Wettkampfkategorie irgendwie, wo dann alles gilt, weil da ist es ja eher so bei MMA, da gibt es dann eben den einen, der kann Aikido und den anderen, der kann Jujutsu und der gewinnt, ja immer. Ne, so, also, ähm, keine Ahnung, leg dich auf der Straße lieber nicht auf den Boden, du weißt nicht, wer da noch rumläuft und dich dann wegtritt. Was? Scheiße, ich bin da, ich habe vergessen, was ich vor drei Minuten gesagt habe, etwa. Ich glaube, Boxen ist ultra anspruchsvoll und anstrengend. Ja, glaube ich auch. Das ist auf jeden Fall, das ist Kampfsport, aber immer. Kampfsport ist eigentlich, wenn du es gut machen willst, immer sehr anstrengend und, äh, sehr anspruchsvoll. Ja, finde ich schon. Also, ich habe persönlich, ist noch, mir fällt jetzt nichts ein, was da sehr leicht ist oder so. Das hat aber auch was, ne? Ja, also, mit MMA anfangen, vielleicht ist mein Verständnis falsch. Aber für mich heißt mit MMA anfangen, man hat anderen Kampfsport gelernt und dann geht man in ein MMA-Turnier und kämpft gegen Competitive MMA-Kämpfer. Ich bin ja nicht wahnsinnig. So, ne? Die bringen mich um. Also, totaler Quatsch, da kriege ich komplett auf die Fresse, Leute. Ähm, also, ich will zu einem Trainer, der sagt, hallo, lass uns gemeinsam ein wenig Sport machen und üben und wir machen dich jetzt zum Kämpfer und du powerst dich ein bisschen aus gegen andere, ne? Und ich will nicht in ein MMA-Cage-Fight, Leute, weil ich nicht so Bock. Ja. Warte mal, haben wir irgendwann mal Mikado gespielt oder ich war ultra krass? Ich glaube nicht. Schade. Das wäre mal ein krasses Experiment. Das wäre bestimmt ein gutes YouTube-Format. ohne Kampfsport-Erfahrung einfach sich in ein MMA-Turnier einschreiben. Und mal gucken, ich weiß nicht, ob das lebensgefährlich ist schon. Es ist auf jeden Fall knapp dran. Weil die wissen das am Anfang ja nicht. Die wissen, das ist kein Rekord oder so. Aber wenn du halbwegs sportlich aussiehst, dann denken die, okay, der wird schon ein bisschen kämpfen können und dann legt der erst mal los, ne? Oh, Mr. Schmutz will den Cage-Fight. Gibt's in Witcher 2 Cage-Fights? Gibt's irgendein, wisst ihr das? Oder so Boxkämpfe oder sowas? Ich meine, in Witcher 3 gab's Boxkämpfe. Vielleicht gibt's irgendeine Kraftmessung in Witcher 2. Auch, ich weiß gar nicht mehr, ob's gewend in Witcher 2 gab. Ich erinnere mich nicht an die Minispiele in dem Spiel. Ich glaub, die sehen nach der ersten Bewegung, dass du ein Lappen bist. Jaja, aber das ist es ja in Haier. Sie sehen es erst nach der ersten Bewegung. Und die erste Bewegung, da ist ja schon sein Kick am Laufen. Der wird ja eine schnellere erste Bewegung machen als ich. Also, ich kann mir gut vorstellen, wenn's losgeht, dann mach ich irgendwie so und er denkt dann vielleicht kurz, hey, komische Stellung und in dem Moment fliegt schon der Kick, den er seit 300 Jahren lernt. Wahrscheinlich würde das so aussehen, der kickt mich hier dann irgendwie oder so, der trifft mich hier und ich so, aua, aua, weil normalerweise, man denkt ja immer, wenn man sowas auch guckt, dass die, die, die Dinge abprallen, bis derjenige dann erschöpft umfällt. Wenn man das selber nicht gemacht hat, kann man schwer einschätzen, wie erschöpfend das ist, warum die so schnell schwitzen. Das sieht nicht so krass aus, wie es ist. Dann kickt der dich ein paar Mal und der andere reagiert nicht richtig, man sieht das nicht. Natürlich ist der voll beschädigt. Es wäre lustig, wenn mal so ein Amateur wie ich dann voll reagiert. Dann kommt einfach so ein Kick in die Seite oder ans Bein und sein Plan ist vielleicht zehnmal diese Stelle treffen und beim ersten Mal humpel ich das schon. Au, Alter, spinnst du gar nicht gegen das Bein treten, Mann? Bare Knuckele? Ja. Nicht, dass du unter vier gebrochenen Knochen wie eine Memma aus dem Käfig kriegst. Oh Gott. Joko und Klaas haben ganz früher mal einen Kampf gemacht, aber in Maskottchenkostümen und der eine hat einen Profikampfwörter für ihn antreten lassen. Das finde ich schon ziemlich lustig. Der hat den wahrscheinlich ordentlich weggebügelt an den anderen, aber da siehst du ja auch schon, hinter der Kamera ist Joko und Klaas ja was sehr Kalkuliertes. Die wissen genau, wie sie einen Effekt erzeugen, dass es für uns extrem heftig aussieht, aber in Wahrheit ist das natürlich alles sehr, 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 sehr geschützt. Da passiert nichts Großes. Und deshalb, diese Maskottchenkostüme, gehe ich mal stark davon aus, waren sehr schützend. Wenn dem nicht so gewesen wäre, guck mal, gleich geht's los. Wenn dem nicht so gewesen wäre, dann, äh, wäre das, glaube ich, zu gefährlich gewesen. Können wir sogar vorstellen, dass es da Restriktionen gibt, dass du nicht einfach so in ein Turnier reingehen kannst, sondern dass die erstmal irgendwie deinen Hintergrund prüfen oder so. Wer weiß, vielleicht auch nicht, aber man müsste da wahrscheinlich schon so einen Underground Ong Bak Kampf finden und da bist du dann wirklich am Arsch. Also, wenn du so was, wenn du in so einen Underground Cage Fight gehst, so a la X-Men 1, der Anfang, ne. Ich habe im Training einen Tritt in die Leber und seine schmerzhaften Folgen gesehen. Seitdem war ich nicht mehr dort. Das ist was, was definitiv immer passieren kann. Und es ist auch super bitter und es ist ein Risiko. Das hast du auch recht, das muss man dann bewusst eingehen. Die Wahrheit ist, zumindest ist es meine Erfahrung, was Kampfsport angeht, auch wenn Leute vorsichtig sind und auch wenn Leute gut sind in dem, was sie machen, es passiert. Es passiert einfach. Irgendwann trifft dich mal einer. Und zwar an einer blöden Stelle und auch ziemlich doll und das ist dann auch jemand, der Kampfsport macht und der hat dann eine gute Technik und das sitzt dann und das tut weh und das ist auch gefährlich und wenn du richtig Pech hast, verletzt es dich auch dauerhaft oder lange. Es ist leider Element des Ganzen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob bodenkampflastige Kampfsportarten a la Judo und Jujutsu viel ungefährlicher sind. Du hast natürlich nicht das Risiko, geschlagen zu werden. Ich glaube, was da eher passiert, du schürfst dich durch diese Bodenkämpfe oft und du hast oft so Brandwunden dadurch. So was. Und vielleicht wird mal was überdehnt oder leicht ausgekugelt. Vielleicht wird dein Ohr mal ordentlich verletzt, wenn du da an der Matte hängst. Solche Sachen. Du hast oft, glaube ich, auch diesen Kontrollverlust, der für viele unangenehm ist. Was ich für mich, glaube ich, auch. Also wenn dich einer hat in einem guten Griff, du kommst da nicht weg, bist am Arsch. Und dann hat er dich und du tappst und dieses Gefühl, dass er einfach dich komplett in seiner Gewalt hat, dein Gegner, und jetzt einfach nur so machen müsste zum Beispiel und dann bist du weg. Das ist vielleicht auch noch so eine Sache. Also Kampfsportarten, wenn man sie trainiert, sind, denke ich, immer mit einer gewissen Härte verbunden. Es ist ja auch im Kern einfach eine Kunst, jemand anderen physisch zu überwältigen und auszuschalten. Ja, Volleyball hast du den Finger vielleicht mal, oder? Dass der Ball so zack, sowas, könnte ich mir vorstellen, bei Volleyball. Hm, naja. Es ist noch, also der Draft hat gestartet, aber es dauert noch eine Weile. Ich will euch schon mal eine Sache verraten. Zwischen RNG und Spirit, Zeus wurde wieder gepickt. First Pick für RNG. Mehr sage ich nicht. Mehr sehe ich auch nicht. Ich habe den Stream jetzt pausiert in den anderen. Also ich weiß nur, dass Zeus gepickt wurde und dass wir am Anfang des Drafts sind. Das ist die letzte Serie für heute. Die Quarterfinals finden mit diesem Best of Three ihr Ende. RNG oder Spirit, ein Team wird gegen Secret dann morgen antreten. Und dementsprechend gibt es natürlich morgen wirklich absolute Sahnespiele. Weil in den Semifinals, wie gesagt, ihr müsst ja ohne mich gucken. Ich steige erst 16.30 Uhr mit Secret gegen den Gewinner von jetzt ein. Haben wir OG gegen LGD und OG gegen LGD ist ein Traumspiel, ein absolutes Traumspiel. Keine Frage. Und dann haben wir Secret gegen Dings danach, was ich mir angucke mit euch, wenn ihr wollt. Und das ist auch saugeil. Also zweimal schon garantiert richtig gute Matches. Und dann natürlich das Finale, noch am gleichen Tag. Best of Three. Zwischen wem auch immer, wo es dann wirklich um anderthalb Millionen Dollar geht. Natürlich Grey. Aber die Abwägung, bei welchem Sport das Risiko höher ist, die sollte man ja trotzdem mal ziehen. Hast du mal Kampfsport gemacht? Du hattest vorhin was geschrieben, oder? Hast du gemeint Judo? Nur beim Blocken der Finger, sonst passiert das eher nicht. Hm, okay. Ich weiß nicht, ich hab den Reiz von Hallenvolleyball einfach nie verstanden. Man steht da ewig und immer ist ein anderer dran, wenn der Ball kommt. Auf höherem Level ändert sich das vielleicht. Aber trotzdem, ich fand dieses Zweierding beim Beatvolleyball so geil irgendwie, weil du hast diese Team-Synergie, du hast diesen Partner bei dir und ihr müsst zu zweit über den Ball retten. Und dadurch, dass du für mich gefühlt mehr Platz hast und auch mehr Bälle übernehmen musst, ist es so dynamisch irgendwie. Du bist die ganze Zeit im Spiel involviert und du hast dieses, ich kann es so schwer beschreiben, das ist natürlich alles Amateur-Level, aber du hast so diesen geilen Effekt. So der Ball wird hart rüber gespielt von den Gegnern und du denkst schon, er ist weg, aber nein, dein Kumpel springt noch hin, ist eigentlich noch fast auf deiner Seite schon, aber er holt ihn gerade noch so, angelt ihn mit der Hand, aber natürlich, weil er so sich Mühe gegeben hat, bist du zwar motiviert, aber der Ball kommt nicht gut, weil er hat ihn gerade noch irgendwie, du rennst also auch los, kriegst ihn gerade noch mit deinem Handrücken hochgespielt und er zieht ihn gerade noch irgendwie rüber oder so und dann freut man sich voll, dass man den Punkt gemacht hat und sowas oder du springst ans Netz, versuchst zu blocken und bist 1,53 groß und kriegst den irgendwie so rüber noch gelupft oder abgewehrt und das gibt es glaube ich bei Halle auch, aber ich weiß auch nicht, das hat mir so einen Spaß gemacht zu zweit, das war immer so ein, man war auch voll angestrengt, ich bin die ganze Zeit gerannt, ich habe mega geschwitzt, das war richtig gut und bei dem einzigen Hallenvolleyball, den ich je gespielt habe, ich stand einfach, 30% des Spiels stand ich, andere 30% habe ich so gezuckt, weil ich dachte, jetzt muss ich zum Ball, aber jemand anders hat den genommen und die anderen 30% habe ich sehr ungestüm irgendeinen Ball genommen, weil ich gar nicht richtig, also weil ich nicht so richtig warm war körperlich. Ich glaube, ich brauche richtig, ich brauche so ganz Körpersport, das merke ich auch voll, auch bei Fitness, also bei Sport, ich mache ganz wenig isolierte Übungen, ich gehe da nicht und mache Bizeps Curls, ich mache Klimmzüge und so, also Sachen, die einfach den ganzen Körper aktivieren, das mag ich auch bei Fußball, ich bin auch beim Fußball jemand, deshalb spiele ich glaube, auch gerne Sturm, ich bin gerne dynamisch und mache Schlag, Haken und Rennen, Kampfsport ist ganz Körper, Beachvolleyball hatte ich auch dieses Gefühl. Ja, das glaube ich, das war Faustball, ey, ich meine, das klingt ja schon so. Ja, sowas kann immer passieren, das ist halt Bewegung, Agent, das gehört dazu. Ich glaube, wenn man sagt, um mich nicht zu verletzen, mache ich keinen Sport, dann nimmt man sich ganz, ganz viel, der Deal geht nicht auf und ich glaube, ultimativ ist sportliche Aktivität extrem gesund für den Körper und gerade wir in unserer Bürogeneration, dem ewigen Sitzen und ich bin auch jemand, der sich viel zu wenig bewegt, der auch viel im Bett liegt und so, als das, wir sind darauf ausgelegt zu rennen, zu laufen, uns zu bewegen, zu schwitzen und so weiter. Aikido, stimmt, stimmt. Ich glaube, du hast es mal gesagt. Schwertkampf wusste ich auch noch, aber das habe ich jetzt mal nicht dazu gezählt, aber vielleicht war das auch doof von mir. Ich meine, im Endeffekt kann Schwertkampf super stark sein. Das Ding ist, wenn man einen soliden Stock dabei hat, ist man direkt jedem Kampfsportler massiv überlegen, solange man den weiß, wie man den verwendet. Also wenn du ein guter Schwertkämpfer bist und du hast einen massiven Stock in der Hand oder einen Besenstiel oder so, der halbwegs funktioniert für dich, sehe ich nicht, wie du den besiegen sollst mit normalem Kampfsport, ehrlich gesagt, denjenigen. Waffen machen so viel. Ich würde auch sagen, eine Waffe mit Reichweite ist wirklich, ich weiß nicht, ey, also da musst du schon ganz, ganz krass überlegen sein, um denjenigen beizukommen. körperlich vielleicht allein oder auch technisch. Ich hatte mal jemanden vor mir, der das konnte, der so ein bisschen Stockkampf gemacht hat und der hatte so einen anderthalb Meter langen Massivholzstab. Und ich habe schon gesehen, also ich stand so zweieinhalb Meter von ihm entfernt und er hat so ein paar Übungen gemacht. Ich glaube, ich habe drei Meter entfernt. Und ich habe schon gesehen, da ist nichts mit den Stock greifen, wenn er mich angreift oder so. Ich hätte keinen Wickel, also der hätte mich einfach damit verprügelt. Und ich hatte fast schon das Gefühl, ich ihn hätte ich den Stock. Also. Heimweiber ist auch zu perfekt. Alter! Affe mit Waffe? Dankeschön. Ich muss gerade kurz überlegen, weil ich kenne Affe mit Waffe. Aber woher? Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Entweder es ist ein anderer Name, aber ich kenne das irgendwoher. Dankeschön, Neo Crown. Krass. Ja, ey, das ist sehr lieb von dir. Ich brauche unbedingt mal Sportschuhe. Da wollte ich euch auch nochmal fragen, aber wir müssen jetzt gleich ins Spiel, deshalb kann ich das nicht machen. Ich gehe schon mal in den Loading Screen. Ich frage euch nach der Runde, wenn ihr mich daran erinnert oder wenn ich daran denke, nach Sportschuhen nochmal. Weil dank Neo Crown und der krassen Spende gerade kann ich die jetzt erstmal holen. Das wird so ungefähr 60 Euro sein. Ich weiß noch nicht genau, welches Budget ich da nehme, aber 60 werde ich ausgeben. Meine Sportschuhe habe ich noch aus der Schule und ich bin ein sehr alter Mann. Ich brauche unbedingt neue. Ich brauche Fußballschuhe oder normale Sportschuhe. Vielleicht so ein Hybrid. Mal sehen. Und ich kenne mich null damit aus. Aber ich weiß ungefähr, was die Kosten müssen, wenn es halbwegs passen soll. Und ich glaube, da ist 60 Euro eine gute Einschätzung. Also ja, vielen Dank, man. Vielen, vielen Dank für den Support, Alter. Bei der Startgebühr muss es ja jetzt mal richtig knallen. Also, da muss ich sagen, Edward, der war geschickt. Touché. Da habe ich mich schon sehr in die Rugby-Richtung manövriert. Aber weißt du, für mich ist Rugby, und ich frage dich jetzt einfach mal ganz ehrlich, Rugby ist für mich ein bisschen wie Basketball, was körperliche Voraussetzungen angeht. Ich habe das Gefühl, Leute, die sagen, wenn du nicht 1,95 Meter bist, kannst du trotzdem krass im Basketball sein, die lügen zu 90 Prozent. Ja, es gibt ganz wenige Ausnahmen und es hat ganz kleine Vorteile, auch klein zu sein, aber seien wir mal ehrlich, Basketball, wenn du jetzt nicht unbedingt, also eigentlich auf jedem Level, bist du einfach natürlich bevorteilt, wenn du fucking groß bist und wenn du eine krasse Physik hast. Und Rugby geht für mich auch in so eine Richtung und das kann totaler Quatsch sein, aber ich habe das Gefühl, Rugby, musst du halt entweder eine absolute genetische Maschine sein, um da irgendwie Spaß dran zu haben gegen deine Gegner oder du bist ein Jahrhundertgenie, wie auch im Basketball, aber hey, das bin ich eh nicht oder du bist der Typ, der immer ganz flink rennt und dann komplett weggeballert wird. So richtig hart, du bist der schnelle Hackenschläger und dann bam, wirst du weggefetzt. 1,80 Ton, äh 1,43, ach 1,80 bin ich. Stab und Dolche gehören da zum Training dazu. Bei Dolchen habe ich richtig gute Reflexe bekommen und verständlich Sprung- und Rollbereit. Da bekommt man echt flinke Füße. Mh, das klingt richtig krass und mit Dolchen und so. Stellt euch vor, da kommt so ein lieber Grey, ja, also für die, die nicht wissen, wie Grey aussieht, Grey ist so ein Tick größer als ich, kräftig gebaut, aber jetzt auch nicht gigantisch oder so, so ein liebes Gesicht, so ein voller Bart, ist ja auch schon ein bisschen älter, so ungefähr 68 und der läuft da so mit seinem zarten Lächeln, wirkt jetzt auch nicht so, als wäre er unglaublich agil und dann kommst du da und denkst, ha, den mache ich fertig, ja, dem zeige ich jetzt mal hier, wo der Frosch die Locken hat und dann holt der so kleine Ninja-Dolche raus und fängt an, ich da, Hilfe, ey. Okay, welche, welche Position wäre meine etwa? Ich wiege 80 Kilo und bin 1,80 groß. Was würde ich spielen bei Rugby? Gerne auch mit Erklärung, also wirklich, interessiert mich ehrlich. was würde ich spielen? In was könnte es halbwegs funktionieren? Ja, na das, das glaube ich sofort Neo Crown, danke nochmal übrigens. Du bist ja ein sehr, sehr großer Typ, also 1,98 ist ja schon nicht nur groß, sondern so dieses 2-Meter-Ding ist ja schon sehr, sehr groß. Also ein großer Mann, würde ich sagen, ist so 1,90, ein normaler heutzutage 1,80 und ein kleiner 1,70. Und wenn du 2 Meter bist, da kommt es ja auch immer drauf an. Es gibt so die Lanky 2-Meter-Dudes, die sind so, die gehen immer weiter nach oben, aber da ist nicht viel und bei so Leuten habe ich immer das Gefühl, die brechen sich alle Knochen bei jeder Bewegung und dann gibt es die ganz seltenen Fälle. Die, die groß sind, die siehst du oft beim Basketball, zumindest bei Spitzenbasketball, die sind so real groß und haben aber zeitgleich die Physik von einem 1,80 großen normalen Typen oder noch athletischer sogar. Die sind breit, die haben noch dazu eine ordentliche Physik, die brauchen wahrscheinlich 20.000 Kilokalorien am Tag und die, die sind sehr krass, dann hätte ich gedacht in so körperlichen Sportarten wie Rugby, Neo Crown. Aber, dass du dann trotzdem auf die rüberkriegst, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil erstmal in der Rolle bist du wahrscheinlich jemand, der sich mit anderen großen Typen anlegt und das ist halt auch, Menschen sind einfach sehr zerbrechlich und auch wenn du, ich glaube Leute fallen oft darauf rein, auch wenn du eine große Erscheinung hast und wenn du kräftig bist, dann siehst du so unkaputtbar aus, bist du aber nicht. Da reicht ein Kick in ein Gelenk, in eine falsche Stelle, eine schlechte Bewegung, ein genetisches Problem, dass du irgendwo einfach eine Schwäche hast, vielleicht einen schwachen Knochen irgendwo und du bist am Arsch, wenn dich einer falsch trifft und es tut richtig weh. Wenn dir einer ein blaues Auge haut, dann ist es auch egal, dein Auge ist immer gleich groß, ob du jetzt 1,50 oder 1,90 bist. Aber ein Gewichtsunterschied macht einfach doch sehr viel aus in so kontrolliert körperlichen Sportarten vor allem, so ein Rugby, wenn zwei aufeinander knallen und der eine wiegt 120 Kilo und der andere wiegt 60 Kilo, dann wird der 1,60, der mit den 60 Kilo sich viel öfter wehtun und sich viel öfter verletzen und vor allen Dingen auch in dem Kampf natürlich verlieren, wegfliegen. 30 Zentimeter Dolch, ich, oh Gott. Ja, okay, was mach ich vielleicht mal? Da bist du ähnlich gebaut wie ich. Ich habe Außen-Center Gestänge-Hype und Lock gespielt. Okay, das sagt mir jetzt natürlich nichts, aber ich versuch mir mal Außen-Center zu merken und wenn ich mir Rugby angucke, ich guck mir das wirklich mal 5 Minuten an, denke ich. Dann guck ich mal auf das, was ich denk, was Außen-Center ist. Guck mal, du siehst den Metergrundquep. Ich war die ganze Zeit im Ladebildschirm, jetzt hat der Draft angefangen. Ich gehe auch schon mal rein, weil wir einfach jetzt den Loading-Screen schon so lange hatten, Leute. Machen wir den Dota-Sound an, um schon mal langsam in Stimmung zu kommen. Royal Never Give Up gegen Team Spirit fängt hier mit an. Wir liegen auch ganz gut in der Zeit. Ich muss sagen, dieses Turnier hat echt pünktliche Zeiten, ganz im Gegensatz zu allem, was Wives organisiert. Das ist super angenehm. Gedränge halb, nicht Gestänge. Gedränge halb. Das klingt auch wie ein verrücktes Fachwort. Hey, Umi. Klar, ne? Das ist ein gutes Beispiel. Es gibt natürlich so genetische Freaks, die alles in sich vereinen. Sehr, sehr groß. Dieser Half-Sword zum Beispiel. Sehr, sehr groß. Sehr viele Muskeln, auch so von Natur aus. Dazu rigoroses, diszipliniertes Training in dem Bereich. Das ist mal ein ganz wichtiger Aspekt. Aber auch der, der hatte doch, die Hälfte von seinem Gesicht ist doch gelähmt. Der kann doch kaum noch reden. War das nicht irgendwie so ein Stroke? Ich weiß nicht genau, warum das passiert ist. Wahrscheinlich beim Training. Ich tippe mal, weil sein Herz auch große Probleme hat, so einen Körper ordentlich zu durchpumpen in allen Situationen. Ist gar nicht böse und ich wünsche dem Mann das längste Leben aller Zeiten. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Lebenserwartung von jemand mit einer Statur wie Half-Sword-Beyonson nicht so hoch ist wie von einem normalen Menschen, also einem gewöhnlichen, dem Standard. So hat jeder so ein bisschen seins. Und selbst der, klar, wenn der im Rugby gegen dich rennt und ihr seid beide gleich schnell und trefft einfach mit der Schulter aufeinander, dann ist deine Schulter matsch und seine Schulter fragt sich, ob da was war. Aber auch der, wenn dem ins Gelenk getreten wird, ist der am Arsch. Der ist echt diszipliniert und der hat ein großes sportliches Fachwissen und auch gute Trainer. Und der hat ja geswitcht. Der war Strongman, hat extrem krasse Gewichte mit seiner genetischen Voraussetzung plus seinem Training gestemmt, unglaubliche Leistungen vollbracht und hat dann geswitcht auf Boxen. Und jetzt könnte man ja denken, also ich hätte gedacht, so mein Gehirn ohne Wissen dahinter, hätte gedacht, dieser, wie er ihn in Game of Thrones als Mountain gesehen hat, dieser Berg von einem Mann, der besiegt jeden, du kannst ihn nicht schlagen. Aber als er angefangen hat, Kampfsport zu machen, als er angefangen hat, darauf zu trainieren, Leute im Kampf zu besiegen, er sah dann immer noch krass aus. Sehr krass. Aber viel schlanker. Viel schlanker, viel athletischer, viel gesünder auch irgendwo. Das ist halt ein Biest, der Typ, der ist immer breit. Aber der war kein Vergleich mehr zu seiner Strongman-Karrierezeit, als er sich auf Boxen fokussiert hat, sondern er war viel rippter, viel schlanker, viel dynamischer, viel schneller vor allem auch. Und die Wahrheit dahinter ist, der Fleischklops hätte in der direkten Auseinandersetzung mit einem professionellen Kampfsporter der Schwergewichtsklasse schlechtere Karten als die schnellere Version, die vielleicht ein bisschen weniger Gesamtkraft besitzt. Und die ist auch weniger verletzlich, weil der ist dehnbarer, der ist schneller, der biegt sich nicht so schnell was um, der hat vor allem viel mehr Ausdauer, was ja auch bei Kämpfen immer ganz wichtig ist, neben der Kraft. Also das fand ich sehr spannend, diese Transition mitzuerleben. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen. Und ich fand das auch respektabel, wie der einfach, ja, sich da reingekniet hat und seinen ganzen Körper dafür geändert hat. Keine Ahnung, wie gut er jetzt darin wirklich ist, ne? Aber ich glaube nicht, dass der Boxweltmeister wird, obwohl er echt viel dafür trainiert hat und obwohl er eine gigantische Statur hat. Äh, das stimmt natürlich. Extremsport ist nie gesund. Da hast du auch recht. Also wenn du an den Grenzen gehst, klar, dann ist es nie gesund für deinen Körper. Dann machst du es aus anderen Gründen. Das stimmt definitiv. Gibt es einen Extremsport? Also eine Extremsportart, die gesund sein könnte? Oder anders? Gibt es eine Sportart, die, wenn sie extrem ausgeführt wird, noch gesund ist? Vielleicht die Yoga? Schach? Aber das gilt nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ja, mein Moppel. Das stimmt mit den Dolchen. Also Phoenix, den Zeus hatte ich ja schon gespoilert. Clock Phoenix, freue ich mich drauf. Mitte Clock wäre geil. Ich sehe ihn hier eher als Support zu früh gepickt. Ja, ey, ist genau so, Edna Summer. Ich habe auch direkt gedacht, er setzt sich so eine Kapuze dabei auf. Wenn ihr Bock auf Dolche habt, dann gerne bei ab Montag mit Witcher 2, ey. Da gibt es durchaus sowas. Da gibt es durchaus vieles in die Richtung. Bist du eigentlich dabei, Edna Summer? Wir hatten darüber geredet. Ich habe es vergessen. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, du musst jetzt mitkommen. Und wenn du nicht da bist, dann bin ich ganz sauer auf dich. Extremsport ist nie gesund. Hat dich. Der musste speziell trainieren, dass er nicht im Schlaf erstickt vom Gewicht auf seinem Brustkorb. Du meinst Huffer? Ach du Scheiße, das kann nicht wahr sein. Bei so einem Ripcage, ne? Nix. Warum denn nix? Die haben doch gerade das Spiel bestimmt gesehen. Doch nicht nix. Och, doch nicht nix von all den Helden. Bitte, bitte, bitte. Wisst ihr, warum die alle nix picken? Weil ich ein Gameplay gemacht habe. Ich habe ein nix Gameplay neulich gemacht. Ihr habt es alle gesehen, weil ihr mich mögt. Und, ähm, was habe ich gesagt im Gameplay? Richtig. Ich glaube nicht, dass es stark ist. Und man hat in dem Gameplay auch durchaus gesehen, was ich gemeint habe, finde ich. Sie haben es gesehen, aber das ist so wieder mit den Pros. Die gucken meine Gameplays und die sehen nur den Titel. Ah, Henry hat es gespielt, wird es schon gut sein. Pick es mal in der ersten Phase. Ne? Ich hätte einfach kein nix Gameplay vor diesem Turnier hochladen dürfen. Ich habe es mir schon gedacht. Laufen, würde ich auch sagen, ist, ähm, wenn du es extrem machst, sehr ungesund. Und ich kannte mal jemanden, der hatte sogar den Zwang, seinen Körper lauftechnisch bis an die Grenzen zu bringen. Und er war absolut drahtig, kaum körperfett und, ähm, hatte immer wieder körperliche Leiden, muss dann auch teilweise im Rollstuhl deshalb sitzen. Ähm, also, trotzdem ist es ein guter Ansatz. Ich glaube, Rennen und Laufen ist zumindest sehr lange für Menschen noch sehr gesund oder zumindest nicht ungesund, weil der menschliche Körper extrem auf Ausdauer ausgelegt ist. Wir sind ja überhaupt nicht auf Kraft ausgelegt. Also, ähm, wir sind im Vergleich zu anderen Menschen vielleicht stark, aber wir sind nicht stark für unsere, für unsere, für unser Gewicht, unsere Gesamtgröße. Wir sind eigentlich voll die Lappen. Wir sind aber sehr ausdauernd. Wir können schwitzen, das ist sowieso total krass, die Fähigkeit, äh, uns sehr gut klimatisieren. Wir können ewig verfolgen. Wir sind halt Langstreckenjäger. Und, äh, Laufen ist deshalb für den menschlichen Körper auch sehr lange noch gesund beziehungsweise lange nicht ungesund. Eis-Schnelllauf. Hm. Ah, Klettern? Ja, vielleicht nicht ungesund, aber diese, diese absolut krassen Kletterer, Milla, die haben zumindest kaputte Hände, oder? Die haben die ganze Zeit aufgefetzte Hände, kaputte Sehnen, schmerzende Finger, mehrfach gebrochene Finger, die zusammenwachsen und dann im Alter Arthrose haben. Sowas würde ich schon sagen. Du hast schon einen fetten Verschleiß deiner Gelenke beim Klettern. Wenn du es heftig machst. Aber, ich habe auch das Gefühl, es gibt so manche Kletterfreaks, die wirken dahingehend unkaputtbar. Wer weiß. Bei A Witcher ab Montag auf Twitch. Ich dachte, darüber hatten wir ja schon geredet. Hm. Ey, geil, Agent. Ja, cool, Mann. Aber, nur mal Vorwarnung. Ich freue mich natürlich, wenn ihr kommt. Ich mache mal ein bisschen Werbung dafür. Aber es ist echt, es ist ein Fantasy-Spiel mit einer langen Geschichte. Da gibt es Dialoge, da gibt es große Menüs. Da gibt es natürlich auch Monster und alles und Abenteuer, aber das ist nichts, wo ich durchwaschen werde. Verstehe auch voll, wenn es nicht für viele was ist. Ich will es mal wieder machen wie früher. Volleyball, Tischtennis, Bandminton noch gesund, wenn man es profimäßig macht. Tischtennis finde ich sehr gut. Volleyball vielleicht auch noch. Ja, Bandminton, ja vielleicht auch. Doch, die sind gut. Du hast recht, es gibt voll viele. Sehe jetzt auch nicht, was bei Tischtennis irgendwie auf Dauer scheiße sein kann. Und die besten Tischtennis-Spieler der Welt, die sehen auch einfach ganz normal aus körperlich, finde ich. Normalsportlich. TI Trendsetter, ja genau, Neochron. Sorry, dass ich den Draft so ein bisschen überspringen, aber es ist die erste Serie zwischen den beiden Teams. Die picken jetzt halt ihre Komfort-Sachen ein bisschen gegeneinander noch und dann geht es gleich los und dann gucken wir mal, was die beiden aufs Parkett zaubern, würde ich sagen. Und ab dem nächsten, nach dem, ab dem nächsten Spiel wird es dann sehr interessant, weil sie entsprechend aufeinander reagieren. Stimmt, sie verstehen mich nicht, Sarah. Ja, du bist da was ganz Großem dran. Ich muss am Anfang so eine kleine englische Warnnachricht reinbringen in die Gameplays, dass sie doch bitte nicht picken sollen. Größenwahn ist doch auch Extremsport und auch nicht gesund. 10 Sekunden remaining. Ey, das hat schon Bock gemacht, oder? Das Spiel hatte auch andere Sachen, die vielleicht nicht cool waren und ich habe auch echt gefailt manchmal, aber die Jagd auf den Sniper, die war schon großer Spaß, fand ich, in den Nyx Gameplay. Also, das war schon sehr cool. Stimmt, schwimmen. Ja, da hast du recht. Ich habe immer das Gefühl, schwimmen, Omi, entweder du bist mit einem langen Oberkörper geboren und hast diese komische Blubberfigur und dann bist du der krasse Schwimmer oder du bist eben nicht so geboren. Dann kannst du zwar schwimmen, aber niemals wirklich auf höchstem Level. So, und der Rest ist eigentlich nur nur noch Training. Jonas ist ein guter Schwimmer. Nice tribe. Zumindest war er das mal. Der Mensch ist das ausdauerndste Lebewesen auf zwei Beinen. Gibt es denn so viele Lebewesen mit zwei Beinen? Haben die meisten nicht vier oder mehr? Aber ich würde auch sagen, der Mensch ist eines der ausdauerndsten Lebewesen. Gibt es ein ausdauerndes Lebewesen als den Menschen? Ich denke mal zum Beispiel, ein Mensch hat mehr Stamina als ein Pferd. Würde ich mal sagen. Vielleicht ist es da knapp. Aber Pferd ist mir jetzt als einziges eingefallen, wo ich sagen würde, hm, könnte schwer werden. Gerade so bei Hitze über Tage. Menschen können über Tage rennen. Ich glaube, die sind auch, ja, nee, ich glaube, auch Pferde könnten wir verfolgen und fangen. Muss nicht die Spuren lesen können, ne? Dann rennt es hinterher. Tagelang. Zweiweiniger Leopard. Ich weiß nicht, warum ich das so geil finde. Oh, oh, Skribbel. Müssen wir mal wieder machen. Also Gartik-Phone meine ich damit eher. Oder habt ihr mal Skribbel gespielt? Nur mal wieder Gartik-Phone. Da muss man wieder in Frodo von Mr. Schmutz her. Oh, okay. Timo Boll hatte scheinbar bei extremen Tischtennis irgendwelche Sachen. Timo Boll kenne ich. Ich hätte jetzt aber, der sah für mich jetzt nicht ungesund aus auf den ersten Blick. Was hatte der denn Tag-Titan? Ja, Witcher 3 ist auch mega geil, Agent. Keine Frage. Ja, der große Collapse Mars. Du sagst es, wir erinnern uns vielleicht noch ans TI. Collapse Mars, eine der Sachen, eine der Faktoren, die Spirit tatsächlich das TI gewonnen haben. Und jetzt gibt's TA. Die spielt Toronto auch sehr gut und sehr gern, auch wenn sie sich gerade hinter dem Schild versteckt. Ja, also Spirit macht ein Spirit-Draft, aber das ist fast ein TI-Draft, ne, auf einem neuen Patch. Die spielen einfach quasi gerne mit dem, also wenn ich ein TI gewinnen würde, würde ich das nächste Jahr auch einfach mal das gleiche weiterspielen. Mal gucken. Ja, das glaube ich auch, Grey, aber im Vergleich zu einem Menschen hat ein Pferd, glaube ich, weniger Ausdauer, oder? Hunde. Sicher, Jabba? Sicher, dass selbst ich, also vielleicht irgendwie ganz besondere Hunde, aber Hunde können nicht schwitzen. Die klimatisieren über die Zunge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hunde mehr Ausdauer als Menschen haben. Ich würde wirklich sagen, 99% sicher, dass Menschen mehr Ausdauer haben als Hunde. Hunde sind viel schneller, alle Tiere sind schneller, wir sind voll langsam, aber Ausdauer, hm? Wildhunde kenne ich nicht. Ja, am besten werfen können wir auf jeden Fall. Da bin ich sicher, ja. Wolf würde ich auch nicht sagen, hat auch nicht mehr Ausdauer. Echt, sind Hunde so krass? Ja, vielleicht Handgelenksprobleme stimmt. Kaputte Schulter und kaputter Rücken, grundsätzlich immer Ellenbogen, Knie, Schulter, Rücken, Knöchel. Ja, okay, macht auch eigentlich Sinn. Also das Ding ist, wenn du was einfach öfter machst, als es für deinen Körper gesund ist, dann tut es weh. Und deshalb ist laufend vielleicht noch der beste Ansatz. Das kannst du auch übertreiben, aber da ist der Körper dafür ausgelegt, zumindest viel davon auszuhalten. Sehr natürliche Bewegung für den Menschen. Tischtennis und viele andere Sportbewegungen wahrscheinlich nicht. Trampeltiere. Das glaube ich nicht, ey. Gib mal ein, Ausdauerndes, Ausdauerndes Lebewesen der Welt oder so. Gibt es da bestimmten Rankings, würde mich voll interessieren. Ja, Onze, ey. Erstmal grüß dich und hat auch gerade schon Tug Titan gesagt. Also es gibt Probleme, aber es ist im Vergleich zu anderen Sportarten noch vertretbarer. Ja. Es gibt sicher noch weniger schonend als Tischtennis. Ah, stimmt, Sarah. Das ist, also bei Hunden hätte ich jetzt erstmal gedacht, mh. Aber Huskies, da habe ich eben direkt dieses Bild vor Augen mit dem Schlitten und die können ja dann in so einem Zug auch wirklich tagelang Menschen auf ihren Schlitten ziehen und die sind wirklich sehr ausdauernd. Doch ihr habt glaube ich recht, Hunde können sehr lange sehr gut rennen. Die rennen halt auch viel schneller. Aber rein von der Ausdauer, also in der richtigen Klimazone hätte ein Mensch ja eh keine Chance. Wenn es kalt genug ist, dann bist du tot und der Husky hat schon zwei Kilometer geschafft. Aber ja, vielleicht sind die krasser als Menschen sogar. Ich sehe es irgendwie mittlerweile durch euch. Eure schwimmende Tiere, da würde ich jetzt mal sagen, da haben wir gar keine Chance. Aber das kannst du auch nicht vergleichen. Das ist ein anderes Element. Da bist du kein Opfer der Schwerkraft. Der Gabelbock erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde und kann diese sogar bis zu 5 Kilometer halten. Damit ist der Wiederkäuer das Land hier mit der besten Ausdauer. Hm. Aber das, Hm. Schwarzkopf. Erstmal danke. Gabelbock. Aber das meine ich nicht. Warum ist das denn die beste Ausdauer? Der kann doch nur 5 Kilometer rennen. Das ist krass, ne? Das ist richtig schnell. 90 kmh für 5 Kilometer lang ist lächerlich. Aber ich meine eher so 3, 4 Tage. So wie Menschen früher Beute gejagt haben. Die sind einfach tagelang gerannt. Menschen können, wir nicht, wir sind Lappen. Aber wenn ihr trainiert seid, könnt ihr tagelang rennen. Zumindest konnten wir das früher. Und man merkt es auch heute noch bei Extremmarathons, wie lange Menschen rennen können. Und die Zeit erscheint mir sehr kurz, die da gerade, die 5 Kilometer sind ja nix. Menschen können ja viel größere Strecken zurücklegen über sehr, sehr lange Zeit. Ja, Kamele können lange laufen, Sarah. Das stimmt schon. Ich weiß nicht, ab welchem Tempo es nicht mehr gilt, ab welchem Tempo es nicht mehr rennen ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, Kamele würden wir auch bekommen. Ich glaube, Menschen konnten fast jedes Tier irgendwann jagen. Manche hat lang gedauert, weil die waren erst sehr schnell. Manche waren ausdauernder. Manche waren schneller. Aber am Ende ist der Mensch irgendwann immer rangekommen. Beim Kamele, die können auf jeden Fall ewig laufen, aber die sind vielleicht dann zu langsam, um es noch rennen zu nennen. Hundeartige sind Ausdauerjäger. Ja, ich denke, ihr habt damit recht. Ich habe Hunde vielleicht ein bisschen unterschätzt, was ihre Ausdauer angeht, weil die Fell haben und eine Zunge und keine Schweißporen. Ich freue mich auf den Profit. Auf den Bounty freue ich mich am meisten. Ich finde den Draft von Spirit total geil. Der wird richtig Bock bringen. Ich sage euch eins, der Spirit Draft bringt Leben ins Spiel. Lifestealer habe ich nicht mitgerechnet, halte ich zurzeit für nicht so stark. Ich finde den Draft von Royal Never Give Up allgemein nicht so stark. Ich finde die Ench, den Lifestealer und den Nyx irgendwie als Helden gerade nicht so krass. Ench so mit einem weinen und lachenden Auge, die geht noch. Profit und Soyce sind solide. Mal sehen. Vielleicht vertue ich mich, aber ich finde Spirits Draft irgendwie geil. Der Bounty muss halt aufgeben. Aufgehen. Aufgeben sollte er danach. Bounty ist immer Hit or Miss. Von hinten spielt er sich nicht gut. Muss Trackkills kriegen. Genau, Pferde haben auf jeden Fall gute Ausdauer. Aber ich meine, dass Menschen noch besser sind. Also, dass Menschen theoretisch Pferde jagen können. Dass die erschöpft sind vor den Menschen. In der Theorie. Dass es früher mit Wildpferden mal so war. Aber es muss nicht stimmen. Ach, komm mal. Ja, gut. So rum natürlich. Bei Hitze können Menschen sehr gut rennen. Das ist ja auch klar. Wir haben ja damals unsere Ursprünge in Afrika gehabt und haben da sehr viel gejagt. Und das heißt, Menschen sind sehr gut darin, in großer Hitze zu rennen. Weil sie sich klimatisieren können über Schweiß. Das fällt weg, wenn du irgendwo bei der Kälte ein Husky bist. Das ist schon richtig. Da gibt es dann immer Unterschiede. Aber ey, wirklich so durch die Steppe bei 25 Grad eine Verfolgung aufnehmen. Ich glaube nicht, dass es ein Tier gibt, was besser ist als ein Mensch da drin. Menschen und Pferde sind die beiden einzigen Tiere, die sich buchstäblich zu Tode laufen können. Das ist auch sehr interessant. Das wusste ich nicht, dass Menschen das können. Obwohl, nee, ich wusste es, dass Pferde es können. Ich wusste es, dass Menschen das können. Ich wusste nicht, dass es andere nicht können. Ja, das ist total irre. Also, fünf Kilometer sprinten, das ist krass. Aber Menschen würden einfach die Spuren verfolgen. Irgendwann haben sie die. Aber es ist total krass. Also, das würden mir nie mal, also, es ist super krank, was die rennen können. Eisbären. Homelander ist noch schneller. Wir müssen gleich das Spiel lang gucken, aber ich finde Tiere immer so spannend. Es tut mir leid, ich bin abgelenkt. Doch, doch, das haben sie gemacht, Jabber. Also, klar, das in Schluchten treiben und so, das war auch sehr beliebt, aber es ist relativ sicher, dass Menschen ihre Beute über Tage lang verfolgt haben, bis die an Erschöpfung kapituliert haben. Das muss ja nicht immer so sein. Viele Tiere sind irgendwann auch einfach zu erschöpft und das dauert nicht so lange. Und dazu ist ja auch so ein Intellect-Ding dabei. Also, Tiere checken vielleicht gerade bei menschlichen Jägern gar nicht so schnell, dass sie gejagt werden und haben normales Tempo drauf und da kommen Menschen dann über die Zeit eben doch irgendwann mit. Aber doch, ich bin relativ sicher, verbessert mich, wenn ich komplett falsch liege, aber ich bin relativ sicher, dass Menschen über Tage lang Beute verfolgt haben früher. Nicht nur treiben und festsitzen. Genau, das, was Hadriac sagt, das ist definitiv richtig. Der Aufrechtegang ist langsamer, aber viel Energie sparen da. Dazu haben wir Schweiß. Also, wir sind extrem, extrem gut im Dauerlauf. Oh, krass, guck mal, Mongolenpferde können scheinbar durch so eine spezielle Gangart. Aber das kann ich mir auch, also, so ein Pferd kann ich mir auch vorstellen, gerade wenn es so ein Mongolenpferd ist mit Supergang, kann ich mir nicht vorstellen, dass Menschen das bekommen. Ehrlich gesagt, da bist du Wochen unterwegs mit Pech. Wenn die schlau genug sind, dir weiter wegzureiten, ne? Vielleicht checken sie es halt irgendwann nicht. Hm. Ah ja, Agent, okay, bei Hunden kann das auch mal passieren. Gerade junge Hunde scheinbar. Noch ist kein Käfer gefallen, wir haben also nichts verpasst. Ich zeige euch schon mal die Last Hits. Ah. Und es ist ein Offlane-Core-Bounty. Das wird ein Aghanims-Bounty werden, denke ich. Der versucht, am Anfang ein paar Track-Kills zu sammeln, darüber das Aghanims zu bekommen und dann ganz wie Gold mit den Shuriken-Tosses zu generieren. Ist schon spannend. Ich habe halt mega Bock auf den Draft von Spirit. Vor allem auch wegen dem Bounty. Aber ich finde ihn allgemein auch ganz gut. Das ist tatsächlich Mars-Mitte. Ich dachte, dass Toronto mit TA-Mitte geht. Das heißt ja, Toro, Safe-Lane, TA, Mars-Mitte für Toronto, kein Collapse, ähm, Mars, sondern der Bounty-Hunter-Mars. Bisschen anders, als man hätte denken können. Der Bounty-Hunter, der, der, der Collapse-Bounty-Hunter, meine ich. Ähm, bisschen anders, als man hätte denken können. Die haben anders gedraftet, als ich erwartet hab. Beziehungs, das stimmt nicht, die haben anders gelaned, als ich erwartet hab. Und haben eine andere Helden-Verteilung. Ähm, ob's funktioniert oder nicht, prinzipiell find ich den, find ich das Line-Up okay. Ich find den Mars auch in der Mitte okay. Nur Bounty und Clock ist so eine Frage. Äh, ne, ob das funktioniert oder nicht, da muss man abwarten. Der benutzt echt oft Toss, weil Toss hat nur 50 Mana. Und Bounty hat's schon am Anfang, 375 zur Verfügung. Also, man kann wirklich viel Toss-Spam. Ich hab's Gefühl, das macht man auf Bounty nicht so sehr auf der Lane. Ich mach das eigentlich nicht. Das ist was, was ich mir angewöhnen sollte. Einfach das Toss oft benutzen. Warum nicht? Na, es kostet nicht viel. Macht immerhin 80 Damage. Ist nicht so wenig. Hat einen kleinen Minis dann, könnte auch mal helfen. Hier geht's noch schön um Pferde, find ich gut. Kann ich jetzt leider nicht mehr ganz so gut, äh, drauf eingehen. Es ist eine relativ, ja, unspektakuläre Laning Stage, denke ich mal. Also, es gibt sehr wenig Kill-Potenzial auf den Lanes. Unten könnte mal was passieren, aber auch hier, wenn der Clock keinen einsperrt, mh, ne, und die beiden haben keine Stunts, da müsste sich, es wird schon sehr verschätzen, um zu sterben. Oben, genau das gleiche Thema. Prophet wird hier niemanden töten. Die beiden, wenn der Prophet kein Misspositioning hat, werden ihn auch nicht töten. Lyx ist nicht der krasseste Laner. Mitte, solange da keiner einen Spielfehler macht, stoppt auch keiner. Also, es würde mich wundern, wenn jetzt ein Kill fällt. Meistens passiert es ja dann doch irgendwie in Dota, aber vielleicht ja über eine Rotation oder so. Selbst der Toys hat mittlerweile Jump, also wenn der Clock jetzt in die Mitte rotiert und ihn einsperrt, dann passiert auch nichts. Jetzt haben wir es, da ist es doch mal passiert. Und der Grund ist, Bounty Rune, äh, ich meine, Wasser Rune, Runde, ähm, Minute 4. Dadurch kriegen sie jetzt tatsächlich einen Kill, auch wenn lange arbeitet. Selbst dieser Easy Kill eigentlich, ne, mit, äh, Mitte Rotation plus Support gegen einen kleinen Engine für Support. Hat super lang gedauert. Hm, aber, so auf den Lanes selber hätte es, glaube ich, nicht geschehen können. Deshalb sollte es relativ glücklich sein, dass sie hier einen First Blood kriegen. und es hat sogar Toronto-Tokyo bekommen. Also Mars jetzt mit einem Gold-Vorteil, äh, Zeus hat es mit Last Hits wettgemacht, 26 gegen 17. Also sind Gold-technisch zumindest gleich auf. XP-technisch ist der Zeus sogar eine ganze Ecke vorne, ähm, was ganz interessant ist. Also läuft für den Zeus, der ja wirklich stark ist. Also es ist das dritte Spiel miteinander, wo wir den Zeus sehen. Alle drei Malers sehr gut funktioniert. Sowohl als Support als auch in der Mitte bisher. Und auch dieser Zeus wird wieder, denke ich, sehr, sehr viel machen. Hm, ist einfach nicht zu verhindern, dass er unglaublich viel Schaden drückt. Und dieser ganze Burst auf dem Level, wenn die Teams gut fokussen, ah, schwer dagegen zu überleben. Vielleicht ist Chan ein guter Konter. Tatsächlich. Wie läuft's denn, mein Motto? Er hat viel Farm, ne? Hat mehr als der Lifestealer, dadurch, dass er gegen einen Melee-Carry steht, gegen den Lifestealer, hat er natürlich auch ein gefundenes Fressen mit seinen Ginada-Angriffen. Könnte ein Grund gewesen sein, dass sie den gedraftet haben, weil sie gedacht haben, okay, dagegen kann das gut funktionieren. Im Eins-gegen-Eins kriegt der Lifestealer da fette Probleme. Und die kriegt er definitiv. Also Collapse gewinnt die Lane hier. Und Mira verfolgt einfach X-Nova, was natürlich perfekt für Spurrid ist, weil die Enge ist stärker auf der Lane als der Clock und macht da auch mehr. Aber in diesen Wald-Unterhaltungen immerhin Battery Assault. ohne große Creep-Sachen, also zumindest keine Creep-Waves. Und das hält eben auch den Kampf fern von denen zwei hier, wodurch dann der Bounty seine Dominanz ausspielen kann. Bisher also Spurrid mit einem soliden Auftakt führen ein wenig die Network-Spitze an. Natürlich auch noch alles sehr, sehr knapp. Und wie erwartet ist eigentlich auf den anderen Lanes nichts viel passiert, außer gegeneinander zu farmen. Der Prophet hat etwas mehr Last Hits, als ich erwartet habe. Aber ist auch kein schlechter Last Hitter. Ich finde TA nur besser da drin. Ja, die Supports neutralisieren sich so halbwegs. Und das einzig Interessante ist wahrscheinlich wirklich, wie der Bounty den Lifestealer da unten völlig auseinander nimmt. Der hat einen Vanguard und wir sind bei 6 Minuten 30. Der ist nicht mehr von der Lanes zu holen. Da gibt es jetzt den Versuch. Ah, ich wollte gerade sagen, wird sehr knapp, aber dann ist es das. Gerade noch davon geredet. Level 6 Ulti von Zeus ist am Start. Thunder Gods Rath sorgt für den Kill und das ist halt dieses Timing auf dem Level. Die wissen halt, okay, der Zeus ist 6, jetzt reicht es für den Go auf der Land. Jetzt haben wir mehr Damage. So praktisch, so stark und auch eine Sache, die man in Pubs nicht so utilisieren kann. Außer man, ja, kriegt den Call direkt gut hin oder so. Aber hier weiß genau das Team, wie weit sie gehen können und geil gemacht von RNG. Ich glaube, ohne die Ulti wäre es nicht drin gewesen. Ghost unten, der stirbt da fast. Hat mit Track jetzt, äh, hat Track gepurcht mit seinem Rage und hat dann noch seine Ulti benutzt. Also er musste alles ziehen um aus der Nummer rauszukommen, während der Bounty sich einfach bequem heilt und jetzt auch Faceboots into Aghanims geht scheinbar. Oben gibt es einen Kampf, weil Mira hochrotiert ist. Oh, die Koks haben ihn aus der Arena gestoßen, aber ist egal. Er wird trotzdem sterben. Denke ich, Carapace hat noch ganz gut gesohnt tatsächlich. Dadurch kommen sie nicht mit Autorex dran, aber er überlebt tatsächlich. Er überlebt, Leute. Die Koks, Mann, oh Gott. Kaka lebt auch noch. Doppelstunt, zieht sich zurück, Speer trifft ihn nicht, verteidigt vor dem Zeus, damit er da ist. Und die Prophet-Ulti ist auch noch mal reingefahren. RNG kriegt dementsprechend den Clock noch über einen Thunderbolt vom Zeus und ist nicht so viel passiert, ne? Ist echt, also da hat, ich glaube da hat RNG ziemlich viel Glück gehabt, erst, dass der Prophet rausgekommen ist und dann hat er aber Spirit Glück. Ich habe am Ende das Gefühl gehabt, da hätte mehr von denen sterben können. Die sind dann auch noch mal gut weggekommen. Spielen auch beide relativ stark. Das war ein schöner Disengage dann noch von Spirit. Bounty bleibt unten, gerade wo er Track hat, ne? Es ist eigentlich verlockend, bei so Sachen mitzugehen. Interessante Entscheidung, nicht hinzugehen und da mitzutracken oder sowas. Er hätte einen TP gehabt. RNG holt sich jetzt die obere Land. Das können sie natürlich sehr schnell machen mit dem Prophet und der Enge. Und in der Mitte und unten pushen entsprechend die Leute von Spirit ein bisschen rein. Leicester Level genügt sich nach wie vor mit dem Wald. Geht armlet, keine Comeback Midas oder so, obwohl sein Spiel super schlecht ist. Und der Bounty, der Bounty hat jetzt Face Boots, Wankner hat fertig. Würde ihn schon sehr gern über die Map rotieren sehen jetzt. Er hat kein Invis geskillt. Noch nicht mal auf Level 1. Ist voll auf Landing Kampf gegangen. Hat auch funktioniert, aber ich denke, sein nächster Level sollte ein Invis werden. Oh, das ist eine Haste, ne? Eine Haste gefunden. Kommt dementsprechend hier schnell auf den High Ground. Arena Speer sitzen. Keine Cox, um ihn rauszubouncen von Mira. Und wertvoller Kill, den Zeus da zu holen. Er hatte bisher ein gutes Spiel und da konnte ihn keiner mehr retten. Aber sie hat nicht wirklich reagiert. Ging zu schnell, denke ich. Und sie haben auch kein Lineup, was da gut beschützen kann. Wenn der Nix nicht direkt daneben steht, was willst du dann machen? Eingesperrt. Doppelter Schaden gegen Creeps vom Battery Assault. Speer in die Cox. Auch eine geile Kombo. Und tot ist er. Gleich lebt der Zeus wieder. Meposhka ist Level 5. Keine Supernova zur Verfügung und bam. Thunder Gods, Ra's nach dem Respawn vom Zeus sorgt nicht nur für den Kill auf den Phoenix, sondern hat auch den Clock noch vorgeschwächt, um es zu Ende zu bringen. Ein gebrochener Maas zieht sich zurück. Zwei Return Kills von RNG. Bounty immer noch nicht in den Kämpfen. Ganz anders, als man das gewohnt ist, wie man Bounty spielt. Dieses, oh, ich bin Level 6, ich will überall Track Kills sammeln. Der spielt farmlastig. Bleibt unten, holt den Tower und jetzt, jetzt kommt die Rotation. Nachdem er den T1 unten einreißt, fängt er an, ein bisschen zu tracken und so. Wird hier erstmal gestunt. Er ist halt super tanky und das will er ausnutzen. Zwei getrackt, aber nicht gegen Magic Burst tatsächlich. Der Zeus kann ihm noch gefährlich werden. Da kommen die Cox, Follow-up vom Team. Mehrere sind getrackt. Toss wird reingeworfen, macht gut Schaden. Dive kommt raus. Reicht der Damage von Spirid? Ist knapp, ich glaube nicht. Und jetzt kommt langsam der Zeus DPS durch. Maas ist schon mal Opfer geworden. Collapse kriegt gleich auch noch einen Thunderbolt rein. Toss noch einmal. Ah, der hat es gar nicht geskillt. Nur Arc Lightning. Es skillen wirklich Arc Lightning alle, ne? Ich werde mir das auch mal zu Gemüte führen. Also auch gerade als Support werde ich mal versuchen, Arc Lightning und nicht Lightning Bolt zu skillen, glaube ich. Also sie haben nur den Mars bekommen, aber der Schaden von Spirid hat nicht gereicht und das war der Versuch, Track-Kills zu kriegen. Das war der Versuch. Sie wollten unbedingt da wenigstens einen Track-Kill haben. Ähm, da wird sich der Bounty drüber ärgern. Es schlägt sich direkt im Netverse wieder, dass er unten die Lane jetzt und den Free Farm aufgegeben hat für die Aktion. Ah, Zwilt hat auch nicht so viel Schaden, wenn die TA nicht dabei ist. Die TA ist eine ganz große Damage-Quelle. Oh, gejagt. Und nicht. Nicht hingekriegt. Ganz knapp. Gut, dass er noch gecancelt hat. Impale hätte da nicht mehr getroffen. Das bisher beste Nix-Spiel, von denen, die wir so gesehen haben. Er hat 0-1-1 nach elf Minuten. Er hatte als ein Held, der wirklich dafür gemacht ist, Einfluss auf einen Kill. Und das ist der beste Nix, den wir bisher gesehen haben, finde ich. Für wen bin ich in dem Match-Up? Och, ich weiß es gar nicht genau. Ich würde es beiden gönnen. So, der ist kein Favoriten. Gerade bin ich für Spirit, weil mir das Line-Up gut gefällt, weil ich es cool finde. Clock und Mars, wenn die gut zusammenspielen, funktionieren schon prächtig. Mein dreier Söhnchen einfach so zu mir umarmt mein Bein und sagt, danke, dass du da bist. Oh. Soll ich das auch mal bei dir machen? Ich bin fast genauso süß. Das ist sehr niedlich. Ich habe auch mehrere Gangarten von schleppend, überhinkend bis zu unmotiviert. Du hast drei meiner vier Gangarten. Dir fehlt nur noch der Stolpergang. Tölt heißt die, okay. Die Gangart der Mongolenpferde, die endlos rennen. Ich kann tilten. Toys haben wir doch neulich gespielt, Quip. Haben wir schon, haben wir schon. Es gibt ein Toys-Gameplay, Leute. So, so, das ist doch wieder, es tut weh. Es tut weh in meinem Herzen. Ey, ich glaube wirklich, ich möchte mal sagen, Neocron, falls du noch zusiehst, vielen Dank für die große Spende und ich glaube wirklich, wegen dir haben wir diesen geilen Bounty-Pick. Wegen deiner heftigen Startgebühr haben wir diesen Bounty-Pick, weil, damit habe ich echt nicht gerechnet, gerade nachdem Mars schon gepickt war, dass wir hier mit sowas verwöhnt werden. Es macht mir großen Spaß. Ich finde es auch so geil, dass der Bounty ein gutes Spiel hat, dass wir den in Aktion sehen können. Das ist super nice. Ich weiß nicht, wen du da bestochen hast, aber es hat funktioniert. Und er hat seinen Point-Booster, er geht auf Arganims als nächstes. Das eine, was ihm nicht gelungen ist, ist irgendein Kill. Keinen einzigen Kill. Das ist doch schon ewig her wieder. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Schweine seid ihr alle Sand. Ewig her. Ich mache in letzter Zeit regelmäßige Gameplays. Es wird auch nicht ewig so gehen. Ich kann das nicht ewig. Aber zur Zeit kamen echt viele, fand ich. Und ich fand auch gute. Ich muss mal wirklich, muss ich mal ehrlich sagen, ich habe auch viel gespielt dafür. Das sieht immer so ein bisschen easier aus, als es ist, solide Runden zu bekommen. Aber ich fand, die Qualität der letzten Gameplays war insgesamt auf einem ziemlich guten Niveau. Ja. Ein bisschen Selbstloben hier. Schöner Go mit dem Lifestyler noch drin. Aber auch ein saugeiles TP. Und es hat halt trotzdem Thunder Gods war es nicht gereicht. Mann war das knapp. Sau heftig. Vor allem, der Zeus hat jetzt Cooldown. Das weiß natürlich auch Spirit. Und es ist so schön zu sehen, wie Team, wie Pro Team mit Zeus spielen. Wie sie die Ulti benutzen. In dem Fall hat es jetzt nicht geklappt. Der Bounty kommt raus. Ganz wichtig auch für ihn. Sehr starkes TP. Ich habe ihn da tot gesehen. Ich habe nicht mehr an die Option gedacht, dass er TPen kann nach dem Nix dann. Enge konnte dagegen eben auch nichts machen. Ja, und da sind sie direkt wieder. Vielleicht ja jetzt mal endlich ein Trickkill. Da kommt ein Torst, der gar nichts macht. Und der Hook. Er hat überlegt, aber wenn er zurückbounced. Äh, was? Im Endeffekt hat er gar nichts gemacht. Moment mal. Moment mal. Was ist denn mit Spirit los? Können die mal aufhören rumzutrollen? Den da raufzuschieben? Das sind so Dinge, am Ende überlebt die dann ganz komisch. Naja. Hat geklappt. Es war ein Trackkill. Der große, erträumte Trackkill. Er hat auch den Lasted bekommen. Also entschuldigt, dass ich mich sehr auf den Bounty fokussiere. Wenn man das jetzt hochprofessionell casten will, dann sollte man auch mehr auf andere Helden eingehen und ihre Itemtimings. Mach ich ja auch oft. Najos hat grad seinen Chart, hat einen Witchblade zum Beispiel. Aber es ist mir alles scheißegal. Es ist einfach jetzt Bounty-Fokus. Ich will sehen, wie der Bounty in diesem Spiel funktioniert. Und deshalb guck ich den Bounty an. Wir machen hier einen Bounty Hunter Livestream. Noch 2000 Gold, nicht mal mehr, bis zum Aghanims. Für die, die es nicht auf dem Schirm haben, Torst hat dann mehr Reichweite. Und jeder Treffer von Toss, und der bounced ja auch zwischen getrackten Zielen, wirkt Jinnada auf die Gegner. Also den Crit von ihm. Und klaut auch entsprechend Gold. Also ihr trackt drei Leute, schießt das Toss auf den vierten, das bounced im Optimalfall zu allen vier, und ihr klaut jedem Gold. Da kommt richtig Asche rein. Weil man kann ja auch oft Toss werfen. Das hat nur 5 Sekunden Cooldown und dann entsprechend sehr viel Reichweite. Das ist stark, aber es ist ein Snowboarding. Es klappt eher von vorne als von hinten. Und es muss halt funktionieren. So, der Go hier war zu viel für die TA. Damit hat sie nicht gerechnet mit der Rotation. War auch nicht zu rechnen. Die war einfach stark gespielt von RNG und sehr überraschend. Spirit überlegt jetzt, ob sie noch was machen. Sie hätten eine Arena zur Verfügung. Oh, Thunderbolt hat die abgebrochen. Das war stark vom Zeus. Dadurch ist er gerade noch rausgekommen. Schön gemacht von ihm. Lightning Bolt meine ich. Ein Kaka im Track kommt hier nicht weg, denke ich. Also sieht, trotz dieser mittleren Arena okay was. Ah, sie haben den Bounty geburstet. Der Zeus macht so viel. Das war's. Der Kampf geht auf jeden Fall an RNG. Ich dachte, der Bounty tankt noch ein bisschen länger. Aber der Zeus hat so viel Damage gemacht. Er hätte in der Arena getroffen werden müssen. Das ist hier ein Bug. Der ist aus der Map geflogen. Ist jetzt trotzdem tot. Das ist nicht ganz so geplant, aber es geht mit Phoenix und ich glaube noch ein, zwei anderen Helden. Gucken wir mal auf den Schaden von Zeus. Zack. 4.500 Damage. Der Prophet hat auch ein bisschen mehr noch gemacht, als ich dachte in dem Kampf. Ich will noch einmal kurz den Bounty verfolgen, weil es gab diesen einen Punkt. Ah, die Arena hat einfach schon so viel versorgt. Das war so geil. Das war so eine kleine Nuance, die ganz viel ausgemacht hat. Er kommt hier. Na? Hier kommt er an. Und jetzt will er Arena machen, um den Zeus zu erwischen. Und dieser Mini-Stun hat dafür gesorgt, dass er wegkommt. Und er ist sogar, das habe ich gar nicht gesehen, zeitgleich noch dem Hookshot ausgewichen mit dem Jump. Und das hat es extrem versaut. Der Mars ist jetzt hier in der Bedrängnis. Und hier an dem Punkt dachte ich noch, jetzt kriegen sie aber den Zeus. Weil Collapse springt auf den drauf. Aber guck mal, der nimmt gar kein Damage. Nimmt gar kein Damage. Und das Proud war auch ziemlich stark. Quelling ist irgendwie auf cool. Oh. Er hat hier den Baum zerstört, aber es geht nicht wegen dem Shard. Und dadurch war der Triant und hat ihn geblockt. Weil er dann ja spawned. Das habe ich noch gar nicht so realisiert. Dass es auch gut gegen Quelling Blades ist, das Shard. Ja, und dann war es natürlich durch. Also sehr viel für sie schief gegangen. Storm hat nochmal gute Aufklärung gebracht. Was passiert jetzt? Phönix wird ja noch geholt. Sie gehen nach oben. Pushen hier so ein bisschen. Verteilen sich weiter über die Map. Mal sehen, ob sie noch ein Ziel finden. Natürlich muss sich Spurt jetzt erstmal erholen. Bisschen Wunden lecken. Arena-Cool-Done abwarten und so weiter. BKB fast fertig auf dem Mars. Die wäre da sehr praktisch gewesen. Dagger braucht er, denke ich, auch. Die TA ist sehr gefarmt. Das ist auch sehr typisch für eine TA. Die hat hier durchaus Space. Sie nimmt sich den Space auch. Und farmt sehr, sehr schnell Camps mit den Psyblades. Hat desolater Dragonlance Timing bereits bei 17 Minuten. Das ist sehr solide. Das läuft bei ihr. Und die braucht Spirid jetzt auch. Spirid braucht... Spirid braucht... Spirid braucht die TA unbedingt in diesen Kämpfen. Die muss mit ein paar Hits am besten den Zeus holen. Von mir aus den Profit. Irgendwen. RNG im Smoke. Gleich wird wohl der nächste Angriff folgen. Da unten ist eine Invis. Da gibt es keinen Hookshot. Mira muss da weg. Hat fast 4-Step. Kommt jetzt angeflogen. Bei Item-Timings sind da. Goldtechnisch sind die Teams auch immer noch. Relativ ausgeglichen. XP-technisch ebenfalls. Also gleich ist BKB da. Und 4-Step auf dem Clock ist schon da. Nur Arganems werden sie wohl nicht bekommen für den nächsten Kampf. Oh, BKB vielleicht auch nicht. Schönes Manöver, aber trotzdem vom Sun getroffen. Einmal gecancelt und dann reicht's. Toll gespielt von RNG. Gerade von dem Nyx. Den Standard zu treffen. War relativ skill-lastig, weil der Track-Movement-Speed und die Manöver vom Bounty durchaus vorhanden waren. Was bedeutet das? Sie kriegen den Kill kurz vor den Item-Timings und der Bounty. Man muss es ehrlich sagen. Der hat echt nach einem Mega-Start ganz viel verloren. Keine Kills gemacht. Nicht in der Backline aufräumen können. Er hat 1-2-1. Und er muss hoffen, dass er mit seinem Aga jetzt Comeback. Dass er in dem Moment, wo er Aga hat, einfach Momente hat, wo er ganz viele Tosses trifft auf Gegner. Und ganz viel Gold generiert. Aber eigentlich ist es jetzt durch. Also, es ist nicht durch, ne? Aber sein Spielplan, seine Spielidee sah erst sehr gut aus und ist jetzt ziemlich am Arsch. Weil er sollte jetzt eigentlich am Snowballen sein. Und schon die ganze Zeit mit Aga nimmst Kohle-Farm. Man merkt es auch in den Kämpfen. Der macht auch voll wenig Schaden und so. Ist einfach jetzt von den Items hinten. Somnus ist Level 14. Die TA ist Level 15. Ja, Toro farmt wirklich viel. Und dieser Punkt, dass die TA wirklich stark ist. Sie haben ihn ja mal getötet und so. Aber der Punkt wird kommen. Ein kleiner Track-Kill. Nix ist ein dankbares Ziel wegen Track. Auch jetzt hat er eh Vendetta-Cooldown für einen Bounty. Und die sind natürlich gut, weil er die unbedingt braucht. Aber es war noch Level 1 Track. Und jetzt will RNG vielleicht zu viert kämpfen. Nix ist ja eh nur ein halber Held. Oh, hook direkt auf den Prophet. Und der Burst vom Zeus. Ich wollte gerade sagen, ey, die wollen echt zu viert kämpfen. Aber ja, why not offenbar. BKB ist gezündet. Damit rennt er aus der Arena raus, der Prophet. Nova hat keine Items in die Richtung. Viel zu wenig Gold als Support, um aus sowas hier rauszukommen. Und zumindest den kriegt Spirit noch. Aber das war eine BKB-Charge. Und vielleicht auch noch das Leben vom Mars. Plus Arena-Cooldown. Zeus muss gebannt werden, Leute. Mein Gott, es ist ja einfach jedes Spiel krank. Völlig verrückt. Der drückt so unglaublich viel Damage immer. Der Prophet ist ja auch geil, ne? Die BKB hat sich sehr ausgezahlt. Und Witchblade into BKB. Das ist Schaden, das ist Tankiness. Volle Programm. Hat auch viel, viel, viel Farmen, der Typ. Das öffnet auf jeden Fall RNG-Rosh. Und das sieht schlecht aus für Spirit aktuell. Das sieht wirklich nicht gut aus. Ah, Carapace hat ihn da gestunnt. Und das war jetzt mal einfach nix, wie er lebt und lebt. Da hat das mal richtig geil funktioniert. Übelst geowned den Bounty. Carapace gegen Toss. Den Stun dann schön ausgenutzt. Follow-up vom Team. Er selber mit dem Decker rübergesprungen. Hat gestunnt. Hat sogar noch überlebt. Geheilt vom Lifestealer. Das ist Rosh und das ist der Bounty. Ey, RNG spielt geiles Dota. Ich finde das andere Line-Up vielleicht sympathischer. Aber es ist schön gespielt von ihm. Da machst du nix, ey. Alter Schwede. Ich muss es heute ganz oft sagen, weil er mal nix im Spiel ist. Selbst Miposhka ist ihnen noch zum Opfer gefallen, weil sie direkt aus dem Pit hier aggressiv geworden sind. Und TA, weiterhin am Farben, weiterhin auf jeden Fall Spirits Weg aus der Misere. Also wenn das einer carriert, dann die TA. Und ganz ehrlich, ich rede ja jetzt hier gerade so pro RNG. Und es stimmt auch, sie sind vorne. Es sieht gut aus für sie aktuell. Aber die TA kann da noch was machen. Die hat Items und TA ist ein Held, der mit Items Spiele gewinnt. Die, hier ist eine Motte. Egal. Die, in einem guten Kampf, kann die sehr gut aufräumen. Die macht viel Schaden. Die macht sehr schnell den Schaden. Selbst für Prost dann schwierig, das unter Kontrolle zu bringen. Aber es muss viel stimmen. Ich würde sagen, sie braucht auf jeden Fall noch eine BKB eigentlich. Aber sie geht gar nicht BKB. Das war es mit dem A, der Zeus hat Aghanims, Leute. Aghanims, Kaya. Also ein relativ schnelles Aghanims gekauft. In der Runde. Man kann ja durchaus erst noch Sage kaufen und so. Aber er hat auch Schad schon. Also er hat Kaya Schad für Max Magic Damage und jetzt Aghanims. Und er stirbt halt trotzdem nicht. Das ist ein aggressives Bild, was ihn eigentlich relativ squishy macht. Aber es ist völlig egal. Trotzdem genug Leben. Und natürlich sein Heavenly Jump zur Verfügung. Jui, jui, jui. Ey, Paddy. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Es ist der Bonties Film, weil er einfach vom Charakter mir am ähnlichsten ist. Da wurde ich von Paddy natürlich durchschaut. Scheiße. Ich wusste das vorhin mit der anderthalbfachen. Ich weiß, wo du meinst. Ich wollte ein bisschen Vorspulen, weil wir nicht zu weit hinten sind. Aber es ist mir heute auch schon mal anders passiert. Also wir haben ja versucht, jemanden zu entdecken. Aber Spirit ist ausgewichen. Und ich glaube, damit ist Zeus Ruity auf Cooldown. Vielleicht eine kleine Möglichkeit für Spirit. Ja, alles gut. Mach mal das Audio lauter. Ich habe manchmal das Gefühl, das Audio ist sehr leise. Muss mal einen Tick lauter. Sagt es mir, wenn es euch stört. Ich glaube, es wird nicht so viel Unterschied machen. Ja, also dem Killversuch sind sie entfleucht. Aber Aegis ist immer noch zweieinhalb Minuten aktiv. Der Tower ist nach wie vor in akuter Gefahr. Und die werden jetzt wahrscheinlich einfach die Ulti abwarten. Das sind immerhin 80 Sekunden. Das hat Spirit schon ein wenig Luft zum Atmen gegeben. Pyke, Desolator sind da. Für die TA. Sie hat immer noch das meiste Gold, wenn auch knapp. Was aber mal zeigt, wie unglaublich schnell die Seite farmen kann. Und jetzt geht RNG auf die Botland. Nicht mal den letzten Tier 2 in der Mitte. Sie gehen sogar high ground, während Thunder Gods noch auf Cooldown ist. Einfach, weil sie viele Summons haben und immer noch Aegis. Ich dachte, sie warten jetzt zumindest noch 50 Sekunden und holen maximal den Tier 2. Sie kriegen den Fortify raus. Sie haben soliden Tier 3 Damage gemacht. Das war der richtige Call. Und Esporid hat keine Antwort. Shit. Dieses Manöber habe ich nicht gesehen. Warte mal. Ah, hier. Das habe ich nicht gesehen. Shit. Krass, ja. Gutes Manöber. Ich habe mich gewundert, wo die sind. Flankieren. Stark gespielt. Oh, der Zeus, Mann. Schön noch gespielt da von ihm. Aber ist egal. Diesmal ist die Arena und der Speer an ihm dran. Und er hat nicht die Items dagegen. Supernova, Stunt, alles. Selbst Chalice in der BKB. Trek bricht nochmal die Teleportation ab. Das ist der Kampf, den sie gebraucht haben. Das sind alles Trek-Kills, Leute. Sie kriegen die beiden wertvollen Kurs und sie sind gut zu verfolgen. Darin zu verfolgen in dem Line-Up. Ench ist tot. Hier ist der Mars vorgesprungen. Zusammen mit dem Clock kümmern die sich jetzt darum, dass hier keiner mehr wegkommt. Ghost wird gekitet. Versucht es mit einem TP. Und das wird er wohl rauskriegen. Boah. Und irgendwie ist Kaka nicht getrackt. Und konnte mit Vendetta noch entkommen. Aber was für ein geiles Play von Spirit. Da lang zu laufen. Da abzufangen. Zu checken, dass sie sich auch zurückziehen. Vielleicht hatten sie auch ursprünglich vor. Ah, sie haben ihn noch erwischt hier. Ähm, den Clock. Dafür stirbt aber der Nix, der hat ihn gesniped. Äh. Dafür hatten sie allerdings. Ne. Ich glaube, sie hatten ursprünglich vor, einfach so hinzugehen. In den Rücken zu fallen von da. Und das hat ihnen noch zusätzlich in die Karten gespielt, dass Spirit eh gegangen ist. Nach dem Fortify. Weil Spirit hat gedacht, die stehen hier. Andersrum. Natürlich, RNG hat gedacht, die stehen hier von Spirit. Na. Und Spirit war hier. Also sie haben sich auch vom falschen Fuß erwischt. Äh. Und der Rückzug hat ihn aber noch in die Karten gespielt. Ich glaube, dass RNG sich da zurückgezogen hat. War super glücklich für Spirit. Ähm. Selbst wären sie hier reingesprungen, hätte das ein guter Kampf für, ähm, Spirit werden können. Das war ganz, ganz wichtig für sie. Der Bounty hat extrem davon profitiert. Er hat Arganims, er geht als nächstes BKB. Die haben alle Kohle gemacht. Desolator Stacks für die TA wurden gefarmt. Ähm. Sie hat den kleinen Crit fertig. Geht als nächstes Daedalus BKB. Also sie geht noch auf BKB. Ich wundere mich sehr, dass sie Daedalus sogar noch vor der BKB kauft. Ehrlich gesagt gegen sowas wie Nyx und Zeus und so. Aber ist mutig, ist aggressiv, sagen wir es mal auf die Art, wie er genervt wird. Muss hier sogar ein bisschen aufpassen. Prophet kommt dazu. Hat BKB schon mal angemacht. Probiert es direkt mit einem TP und es sollte auch funktionieren. Dagegen hat RNG nix. Aber BKB ist weg. Arena steht zur Verfügung. Level 3 Arena. Er muss den Zeus da drin kriegen. Er muss den Zeus mit dem Speer in die Arena setzen. Ihr habt gesehen, wie gut das war letztes Mal. Und der Zeus hat eigentlich geil reagiert noch mit einem Nimbus. War es nicht. Was ist in dem Lineup gut gegen Lifestealer? Also der Lifestealer ist hier erstmal solide. Ja, ist kein schlechter Held hier gegen Spirits Einheiten. Gegen Spirits Helden. Aber TA kann ihn schon schlagen. TA mit gutem Schaden, wenn er ein bisschen gekitet wird davor vom Team. Supernova geht durch Enrage. Also durch BKB. Sie haben so ein paar kleine Sachen. Aber prinzipiell ist der Lifestealer einfach gut hier. Würde ich sagen. Ich halte aber nicht viel von dem Helden momentan, Umi. Ich glaube, der ist einfach nicht so stark. Und der Lifestealer spielt ja solide. Der lässt sich fast nie umbringen. Er ist noch nicht gestorben. Selbst im letzten Kampf ist er noch mit Rage und TP rausgekommen. Macht den Schaden, den er kann. Hat eine Helbert gekauft gegen die TA. Aber so richtig gefährlich. Ja. Kann gut sein, dass RNG das gewinnt. Und dass der Lifestealer noch ganz viel Arbeit macht. Der kann schon viel bringen. Er ist jetzt nicht total scheiße oder sowas. Aber ja. Also obwohl er hier auch passt. Auch zum eigenen Line-Up durchaus passt. Bin ich jetzt nicht so total der Fan irgendwie davon. Der wird jetzt weiter versuchen, Items zu kriegen. Der hat gleich einen Skadi fertig. Und ja. Schlägt halt zu und hofft, dass es reicht. Vielleicht reicht es vielleicht nicht. Nix. Im Nimbus gefangen. Kommt raus. Die Jungs von RNG haben das hier gedreht. Und ja. In den Zeus-Nimbus kann halt Zwirt schlecht reinfighten. Da kommt er also gar nicht mal mehr weg. Er ist zurückgegangen. Aber das Toss hat ihn getötet. Und ich glaube, er wollte Carapace benutzen. Ist aber irgendwie doch gestorben. Können wir uns vielleicht gleich nochmal angucken. Interessant. Das Ding bisher ist gar nicht so krass, das passiert. Das sah sehr spektakulär aus. Aber war es eigentlich nicht. Das war mehr oder weniger ein Support-Trade. Das Ding ist halt, am Anfang, ne? Hier. Guck mal. Er ist da eingesperrt. In den Koks. Wird rausgebounced. Kommt weg. Hat er auch einen Essence-Wing aktiviert. Der Nimbus-Zone ein bisschen. Spirit will hier schon gehen. Und da ist er eigentlich noch am Leben. Er weiß auch, er ist getrackt. Er hat aber Carapace gleich wieder. Und ich glaube, er hat darauf spekuliert, einmal Carapace zu benutzen. Jetzt hat er es wieder. Und da wollte ich nochmal gucken, weil das Toss trifft ihn. Und er macht doch da eigentlich Carapace. Also was tötet ihn? Jetzt kommt ein Toss. Hä? Aber Carapace wirft doch den Schaden zurück. Bin ich bescheuert? Irgendwas checke ich gerade nicht. Vielleicht könnt ihr mich ja aufklären, warum der Nix da gestorben ist. Hm. Aber er ist an dem Toss gestorben. Während Carapace aktiv war, soweit ich das sehe. Wieso ist er da gestorben? Kollapsed Megakill. Ja. Comeback ist vollendet. Der Typ hat wieder Gold. Er hat fast so viel wie der Lifestyler. Der kriegt ja auch in solchen Kämpfen immer richtig viel Kohle. Er hat den Toss-Kill auf den Nix bekommen. Er hat jetzt gerade noch die Ench abgeholt. Äh, das sind alles Toss-Würfel mit Aghanims plus Track-Kills. Er ist mittlerweile immerhin Level 16. Nein, aber den Kill hat der Bounty gemacht, Quep. Die Kill ging an den Bounty. Also ich dachte, Escarapace ist gerade so ausgelaufen vielleicht. Vielleicht funktioniert es nicht, weil Toss vom Zeus auf ihn bouncet und dann... Nee, das wäre ein zu offensichtlicher Fehler, Hariax. Ähm, das wäre schon lange, lange mehrfach gesagt worden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwie, das... Ich habe das schon beim ersten Mal gesehen und dachte, hä? Ich dachte, er hätte sich verteimt oder es wäre noch kurz auf cooldown oder sowas. Ähm, aber der hat das genauso gemacht, wie man es machen sollte. Mit dem Carrow-Pace. Und es war auch richtig, nochmal zurückzugehen. Ich hätte also, ne, gut gespielt, war da nochmal zurückzugehen und einmal den Bounty zu stunnen. Der letzte kleine Impact, den du haben kannst. Tja. Vielleicht ist es tatsächlich irgendwie sowas, dass es, wenn es bouncet, oder so... Hm. Komisch. Ganz komisch. Noch ist er getrackt. Das heißt, sie wissen auch, dass er aktuell im Vendetta ist. Spirit kämpft sich hier gut zurück. Na. Es gab schon eine 87-prozentige Chance für RNG teilweise. Jetzt sind wir wieder ein bisschen zurück. Immer noch nach Dota-Plus RNG bevorteilt. Sehe ich auch übrigens, ne. Viele Cores von denen sind nach wie vor sehr gut gefarmt. Der Zeus ist stark, der Lifestealer, der Profit vor allem auch. Hat eine QS fertig. Ähm, aber Spirit zeigt, die können hier durchaus mitkämpfen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und ja, Toro hat seinen Daedalus. Und da kommt jetzt noch ein kleines Item vielleicht noch dazu. Eine BKB ist noch nicht. Ähm. Hä? Wo ist sein Kurier? Hier. Ohr. Warte mal. Der hat ja noch doch deutlich mehr als ich dachte. Ach, der hat echt viel Farm. Der geht Orchid jetzt noch? Ist das ein Orchid? Was war das? Die hat ein Orchid. Die hat noch ein Orchid oben drauf. Also, ich hätte BKB erwartet. Ähm. Aber allein, dass sie so viel Gold hat. Meine Herren. Ist die fett. Also, aggressiv gesehen. Ja. Killt die jeden. Solange er unwellig ist. Vielleicht Orchid als Antwort gegen den Lifestealer. Aber der hat Helbert. Und sie... Ach, ich weiß nicht. Ich finde wirklich, dass sie BKB braucht. Sie hat Refraction gegen die Schadensinstanzen von Zeus. Und so ist es eigentlich nur der Nyx, der sie gut disablen kann ohne BKB. Vielleicht ein Ancient Twist, Slope, Creeps. Vielleicht ist es nicht so wichtig, wie ich denke. Hm. Und das Team deckt sie ja auch. Und ja, die Gegner haben jetzt eigentlich... Wirklich, die müssen ganz schnell sich um die kümmern. Weil die tötet alles in Sekundenbruchteilen. Hookshot. Da geht's rein. Schön, der Nyxia hat erstmal im Dauer dasselbe gefangen. Der Lifestealer wird gefokust und ist tot, bevor er was machen kann. Sehr, sehr krass. Selbst Mira überlebt das Ganze noch, nachdem er Nyxia hat. Kollateralschaden sind die Supports in der Arena. Und Spirit holt den Kampf aber sowas von direkt. Und der Roche ist wieder da. Was für ein Timing. Spirit jetzt vorne im Spiel, weil der Roche wird auch an sie gehen. Lifestealer. Durch diesen Hookshot into Spear nach den Cox. Komplett zerfetzt worden. Keine Chance zu entfesten oder irgendwas oder überhaupt noch was zu machen. Und die TA macht einen perversen Schaden für diese Spielstufe. Sieht's auch am Roche, der allein von ihr in Sekundenbruchteilen umgelegt wird. Das ist ein Aegis. Hat sie gerade... Sie hat irgendwas denied. Aber ich glaube nicht Schad. Ich glaube sie hat Schad sich genommen. Psionic Trap. Es hat jetzt mehr Anzahl. Du kannst mehr machen. Und du kannst damit Gegner silencen, wenn sie voll aufgeladen sind, die Traps. Und das ist sehr, sehr stark. Auch gerade gegen das Line-Up von RNG ist Silenced ziemlich gut. Damit natürlich noch weiter vorne vom Gold her. Dota Plus geht steil nach unten. 60-40 jetzt für Spirit. Und der Bounty. Der Bounty. Er kann es schaffen. Er kann es schaffen. Er hat BKB. Er geht jetzt Hex. Das ist auch ein gutes Itembild, finde ich. Und er findet Ex Nova. Wurde noch gescannt, aber ist alles egal. Die ist schon mal... Öh... Ich dachte schon. Mit dem Toss am Ende. Der Rest von RNG läuft semi-irritiert durch die Gegend. Das Spiel hat sich halt so heftig gewendet plötzlich. Dieser Kampf war auch so bitter, weil es direkt vor dem Roche war. Spirit also jetzt mit dem besten BKB-Ersatz, den man sich vorstellen kann auf der TA in einem Aegis. Er hat die Powertrits dafür erstmal hingelegt. Hat ja zumindest noch einen Dagger für Mobilität. Will wir das nächste Swift-Blink kaufen. Vielleicht Bloodshorn hätte ich auch noch erwartet. Was kauft denn nach Skadi? Satanic. Okay. Also Leister geht es. Von dem haben wir wenig gesehen. Spricht ein bisschen für das, was ich vorhin meinte. Der hat ja durchaus Items gehabt. Jetzt nicht mehr. Aber der hatte viel Farm. Der hatte starke Items. Gerade so, als er in dem Moment sogar so gerade sein Skadi hatte. Aber man muss auch sagen, er wurde heftig erwischt. Da gab es wenig Möglichkeiten für ihn. Trotzdem, ein Held, der eine BKB hat, ist da einfach besser dran als er, glaube ich. Und ein paar andere Mechaniken. Er stand da halt dann relativ verloren in der einen Sekunde, die er Zeit hatte, bevor er tot war, als er noch 200 Leben hatte. Es gab nichts, was er machen konnte. Mit Infest war er abhängig von einem Teammate. Ja, ist vielleicht zu hart. Aber mir gefällt Lifestealer einfach allgemein gerade nicht so. Auch wenn ein Spiel da immer schlechte Stichprobenzahl ist. Sie jagen. Lifestealer und nix. Die Kombo. Die Götter-Kombo dieses Metas. Rennst du Gegner-Base. Und sie finden Toronto, Tokio. Den können sie gar nicht töten. Jetzt gehen sie da hin. Da finden sie auch niemanden. Zurück in die Mitte. Ah, Spirit macht das ganz gut. Aber selbst wenn sie da einen erwischen. Ehrlich gesagt, ich glaube, hätten sie den Mars angegriffen, wären sie einfach gestorben. Das gesamte Team war drumherum positioniert. Und der hat BKB, der hat Refresher-O-Up, Leute. Eee. Dash tut weh. Bounty ist unten am rumlurken. Genau wie ihr das immer macht. Und der Nature's Profit ist schon ein bisschen so mehr im Split-Push-Modus jetzt vielleicht. Mal sehen. Gerade hat er noch ein paar Teammates dabei. Der hat schon starke Items. Das ist aktuell der stärkste von RNG. Nicht nur was Gold angeht, auch so vom Impact, denke ich. Das heißt, er hat ein bisschen nachgelassen. Das ist auch klar. Mittlerweile gibt es BKB-Space-Spirit. Und er hatte halt am Anfang auch im Vergleich zu den anderen sehr viel Gold und Spielstärke damit. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir mal irgendwas erwischen. Aber Kaka hat richtig nice, dass der gerade benutzt. Übelst schön überlebt. Mit dem Essence-Swing noch dazu. Kriegen sie nicht mal den Kill. Also dafür, dass Spirit Aegis hat. Ist doch ganz gut. Jetzt der Angriff unten vielleicht. Collapse hat den Profit am Wickel. Jetzt kommt der Mars darauf, hat er gewartet. Erstmal Speer. Interessanter Speer. Weiß nicht genau wieso. Wie haben sie den gerade gestunt? Ah, er hat Basher. Der Mars hat einen Basher. Das habe ich nicht gesehen. Der Mars hat einen Basher. Ich dachte, der kommt jetzt raus, der Prophet, wenn er ihn so sperrt. Der Speer war auf jeden Fall nicht so richtig gut. Aber er hat ihn halt auch direkt gebasht. Wieso hat er denn einen Basher auf Mars? Ja. Sieht man ganz selten, Basher auf Mars. Hat hier natürlich hervorragend funktioniert jetzt gerade. Total verrückt. Wie bitter auch für den Prophet. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, an der Stelle von Prophet, da zu sterben mit der BKB. Außer Clock Hook. Aber ansonsten nicht. Was? Minis denn, Toss? Verstehe ich nicht. Der hat der BKB an. Falls du das meinst. Hallo Marco. Guten Abend. Ich denke, durch das Aga von Bounty Hunter der Toss verstufen. Toss wird geblockt und Ginada im Nachgang nicht mehr. Alter, ich glaube, du hast recht. Das ist smart. Das wird sein. Das appliziert ja einen Ginada-Hit. Das heißt, du kriegst den Toss-Schaden und danach den Ginada-Schlag. Und das hat, glaube ich, auch der Nix nicht bedacht. Free Lucky? Free Lucky, ich glaube, du hast es gelöst. Das tut weh beim Zusehen. In letzter Zeit ist es einfach nur noch die Spirit-Show. Der Mars macht ganz, ganz viel. Die Arenas zerfetzen, RNG. Jetzt ist es halt so eine Sache. Der Prophet ist tot und ohne den hat Royal Never Give Up aktuell kein Rückgrat. Also, wenn du dann irgendwie mit dem Support rumläufst und da steht gerade ein gegnerischer Korps, dann goht er dich. Oh, da ist der Lifestealer drin. Einen werden sie nicht bekommen. Der haut einfach ab. Was machen sie jetzt noch? Aegis ist ausgelaufen. Sie haben ihre Bloodthorn fertig. Die T.R. hat Aghanims. Das heißt, sie kann von Trap zu Trap springen. Shard hat sie, wie gesagt, auch. Die hat alles, was sie sich wünscht, außer vielleicht eine BKB. Aber ihr Item-Bild ist jetzt auch damit vervollständigt. Trap sind verkauft. Sie will nur noch Swift-Blink. Die ist full-equipped. Das kann man fast schon positiv für RNG sehen, weil sie jetzt ihren Farm nicht mehr ganz so gut umsetzen kann wie davor. Hat Slot-Probleme. Aber, ach, das ist schon, ja, greifen nach Strohhalmen. Spoddy hat einen Jam übrigens heute. Und das Hex, wenn er will, hat er auch gleich. Der Mars mit dem Basher und dem Refresher. Was willst du dagegen machen? Da kannst du nur noch kapitulieren. Zeus hat E-Blade, BKB, Agha. Ich weiß nicht so richtig. Das ist ganz viel Magic-Damage. Aber die T.A. hat Refraction-Charges. Und sie hat sieben Instanzen mehr wegen Level 25-Talent. Das heißt, da durchzukommen mit einem Zeus, boah. Dagegen haben sie echt nicht viel. Sie haben echt nicht viel gegen Refractions. Klar, so Trients und so. Das ist nicht so effizient. Es funktioniert nicht so wie, keine Ahnung, ein Venomancer-Poison oder so. Und mit den maximalen Charges jetzt wird es ganz hart. Zeus wuppt sehr aggressiv. Hat aber Schad und kommt deshalb erstmal noch ein bisschen weg. Wird jetzt geslowt vom Lifestealer und endlich mal getötet. Selbst der Kill-Filien schwer. Und das war sehr aufmüpfig vom Glock. Rest hat da kein Follow-Up gefunden. Prophet holt sogar noch den Phönix hinten. Der hatte Supernova. Hat sie einfach nicht benutzt. Der hat sich geweigert, sie zu verwenden. In der Situation, wo er sein Team durchaus Follow-Up haben kann. Guck mal. Macht er nicht. Und das sah für mich so aus, als haben die fest damit gerechnet. Das Ei stirbt recht schnell, ne? Aber er hat ihn noch geslowt. Also er hatte Fire Spirits. Ja, gegen die KS. Ich hätte es gemacht, glaube ich. Vielleicht war es gut, das zu behalten. Weil der Bounty hätte eventuell den gar nicht davon abhalten können alleine. Dann hätte er das Ei auch noch geholt. Der hätte BKB gemacht, hätte das Ei zerstört. Irgendwie so. Ist halt die Frage, ob seine BKB mehr oder weniger wert ist als die Supernova. Interessantes Play. Auch sehr geduldig. Die aufzubewahren. Oh. Das war ein Miss-Click vom Mars. Ha. Die spielen echt chaotisch. Also man merkt schon, es sind andere Teams als Enigma und LGD, finde ich. Das war eine BKB, aber ich glaube, die war eh schon auf 6 Sekunden. Also zumindest dahingehend haben sie jetzt nur den Cooldown, den sie abwarten müssen. Hmm. RNG, paar kleine Kills gemacht. Ihr seht, ein bisschen gehen die Grafen hoch. Interessant, dass die Win-Wahrscheinlichkeit sich direkt so steil verändert. Also offenbar sieht Dota plus RNG durchaus im Late-Game gewinnen hier. Kann ich auch sehen. Also ich finde, der Lifestiller ist hier schon ein starker Late-Gamer. Ähnlich wie die TA. Vielleicht gleich stark, vielleicht ein Tick schwächer sogar. Aber auch sonst, ein zu heißen Profit fürs Late-Game ist schon ganz gut. Ich glaube aber trotzdem, dass S-B-Root das gewinnen wird. Mittlerweile. Ich glaube, dass die TA einfach zu stark ist. Und ja, das war auch gerade schon ein Solo-Kill von Yatoro auf der Enge. Da hilft ihr auch Untouchable nicht. Wegen dem Swift-Blink. Wenn die dann Dagger benutzt, hat sie so viel Attack-Speed, dass sie zwar verlangsamt ist, aber wie ihr gerade gesehen habt, trotzdem eben zwei, drei Attacken durchbringt. Ach, macht Amma auch öfter. Aber sehe ich ihn auch, Sky-Rack. Der ist ja auch ein sehr greedy Offliner, ne? Amma. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Match von OG mit Mars durchschauen. Also glaube ich, das ist einfach mal ja. Auch eine doofe Aussage. Ich glaube das auch sofort. Ich habe es aber auch noch nie gesehen, den Bäscher. Sehr interessant. Bei Amma kann ich mir das gut vorstellen. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass Bäscher jetzt total schlecht ist. Ich habe einfach in der Situation nicht damit gerechnet. Oh, der hat jetzt auch ein bisschen, was natürlich nochmal geiler ist. Oh, das war sehr mutig vom Nix hier. Wurde aber durchgeheilt, ne? Lightsealer und allen. Alle zusammen. RNG wehrt sich hier aktuell noch. Jetzt gibt es einen fetten Silence durch die Trap und da ist die TA drin. Merkt ihr das? Das ist es halt. Das ist einfach zu viel Schaden. Die TA, das ist davor, das ist so ein normaler Teamfight. Und dann kommt diese absolut krank ausgerüstete TA. mit drei Milliarden Items und vernichtet alles. Du hast hier... Ist so lustig, ne? So ein typisches Ding. Ist ein Hookshot, dann wird reagiert. Es gibt einen Nimbus, bla bla bla. Er wurde hier auch noch krass geheilt, weil der Lifestyle durch die Cox durchgekommen ist. Und jetzt gleich... Jetzt denkt RNG geht vielleicht noch was. Jetzt gleich kommt die TA. Das ist einfach sofort vorbei. Sie steht da auch gut. Die Arena war gut platziert, aber trotzdem, das ist... Der Schaden war insane. Es ist immerhin... Guckt euch die Items an. Der Lifestyle hat Reaver, Skadi, Helbert. Sogar Misschance also noch dazu. Und... Wie viele Schläge hat sie für den überhaupt? Wenige. Sehr wenige. Ey, Neocon, danke, Mann. Guck mal. 8000 damage. Kauf dir doch die guten Schuhe. Man sieht sich am Montag bei Herr Witcher. Ja, geil, ey. Dankeschön. Ich überlege die ganze Zeit, wer du bist. Hast du den Namen geändert? Ja, freut mich, wenn du dabei bist. Fände ich voll cool. Danke für die Spende. Nach dem Spiel, falls sich jemand auskennt mit Sportschuhen, sehr, sehr gerne. Ein, zwei Empfehlungen. Natürlich, jeder Fuß ist anders, aber ich kenne mich null aus. Ich... Ich tue mich ganz schwer, RNG jetzt hier noch irgendwie ein paar Chancen beizumessen. Der Bounty ist so crazy. Es war natürlich der Bounty und nicht etwa die TA oder so. Der Bounty hat's gecarried. Ja. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich mich so freue über Neocorns Spenden. Ich bin Bounty-Fan. Ja. Ich liebe das einfach. Ich spiele das auch selber gern. Ich finde das total geil. Da gehe ich richtig auf. Oh Gott. Jetzt kommt so eine Spielphase. Es wird interessant zu sehen, was RNG macht. Also, Aegis wird jetzt erstmal natürlich geholt. Refresher, Cheese, der ganze Kram. Und was jetzt passiert ist, denke ich, RNG wird versuchen, sehr defensiv zu stehen und Ausfälle zu starten. Weil sonst wären sie einfach outfarmt und haben garantiert verloren. Und in den Ausfällen müssen sie halt das richtige Ziel finden. Davon gibt es wenige. Äh, die TA hat Aegis. Der Mars ist nicht das richtige Ziel und hat Schieß. Phoenix, Clock und Bounty bleiben so ein bisschen übrig. Bounty hat Hex und BKB. Und dann sind es eben eigentlich nur noch Clock und Phoenix. Phoenix hat Eiendisk. Dann ist eigentlich nur noch der Clock, den du wirklich jumpen kannst. Und ganz ehrlich, wenn sie den Clock kriegen, sind sie wahrscheinlich dafür tot, weil der Kill ist nicht wertvoll genug. Wenn sie den töten und darauf committen, der Counter initiiert der vier anderen mit den Items, die sie haben. Was ich damit sagen will, es gibt kein richtiges Target. Ich weiß nicht richtig, wie RNG damit umgehen soll. Die Antwort ist, ich denke, sie verlieren einfach das Spiel. Ja, sie haben hier ein bisschen Vision gemacht. Arena steht. Nova tankt ganz gut erstmal, wird jetzt aber durchgesäbelt. Mira, na, halbe Leben hat er noch. Und guter Hookshot hält den Lifestealer kurz zurück. Da wird er getrappt. Aber er tankt gut durch. Das war ein Satanic, ne? Ja, Satanic hat ihn krass stabilisiert. Gewinnen sie diesen Kampf irgendwie. Da gibt es noch einen Schieß. Ah, nee, hat er es schon benutzt. Ist tot. Ist tot. Die gewinnen den Kampf. Hä? Die gewinnen den Kampf. Alter. Der Lifestealer hat das alles gedenkt. Was hat die TA gemacht? Okay, das gucken wir uns nochmal an. Was war da denn los? Sie haben den Phönix auch... Phönix hat doch ihren Disc. Wie haben sie den denn getötet? Der hat hier noch Supernova und alles. So, er geht hier rein. Er macht da... Er macht Supernova plus ihren Disc zeitgleich. Also er hat... Ah, okay. Er hat die... Die wurde geprockt eine Sekunde, bevor Supernova durchging. Ein bisschen unglücklich für den Phönix. Er wurde gerade so getötet in letzter Sekunde. Und jetzt... Kommt das Satanic vom Lifestealer richtig durch. Die TA hat sich um die... Ähm... Um die Edge gekümmert. Und deshalb hat hier der Schaden gefehlt. Ich glaube, das war von Spirit ein bisschen Misspositioning. Bisschen Unglück. Falscher Fokus. Und dazu... Wie ich auch... Ich habe, glaube ich, einen G-Infekt unterschätzt. Also ich weiß nicht, ob die die auch unterschätzt haben. Weil ich habe sie auf jeden Fall unterschätzt. Doppel-Satanic ist stark. Also ich habe nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der Prophet so eine Items hat. Obwohl wir es ja mit der QS auch noch genau gesehen hatten. Und... Wahnsinn. Also der Kampf ist jetzt nicht total krass gewonnen. Also sie haben ihn deutlich gewonnen. Aber ich meine, das war kein Team-Vibe, ja. Die sind jetzt nicht irgendwie plötzlich 8000 Gold vor Spirit. Spirit ist immer noch weit vorne, was Gold und XP angeht. Aber das war in den Aegis rein. TA hat das Aegis auch gar nicht benutzt. Die haben die ignoriert. Das war auch so ein Ding, was ich sagen wollte. Wenn ein Teamfight ausbricht, dachte ich, dass Spirit eigentlich immer gewinnt. Weil sie haben eben eine TA mit Aegis. Und dadurch kann sie nicht gefokust werden. Und sie macht zu viel Schaden, um sie nicht zu fokussen. Aber das hat irgendwie geklappt. Die hat sich da nur um die Ench gekümmert. Und der Lifestealer, ja, hatte damit genug Zeit, mit Zetanix sich zu regenerieren. Und die sind tanky. Also Lifestealer und Prophet sind tanky und Out-Attack-Maschinen. Jetzt also der Tower. Wahnsinnskampf. Krass. Hey, Mr. Snoops. Was geht denn? Henry sieht Bounty. Sellout. Ey, danke Joey. Ja, Mann. Ich hab den jetzt angemütet, weil es warm ist. Oh, der Damage. Der Damage der TA. Aber er reicht halt nicht mehr ganz. Und sie war da recht allein. Der Hookshot. Ich glaub, der soll sie nur safen. Die ist kurz davor zu sterben. Das war das Aegis dann schon mal. Ja, stirbt. Gerade so. Wär fast noch weggekommen tatsächlich. RNG kriegt das Aegis. Jetzt den Sprout rein. Chalice heilt sich dagegen. Kommt tatsächlich nochmal durch. Wird jetzt gehext vom Bounty. Der komplett committed. Muss sich am Ende zurückziehen. Der Hookshot trifft ganz knapp und ganz bitter nicht. Der wär super gewesen von Mira. Das war der Aghanims Hookshot. Jetzt wird er gleich gestunnt. Der wär super gewesen in der Situation. Hätte er da in die Mitte gehuckt, hätte er mit den Koks den Kampf aufteilen können und auch den Rückzug vereiteln können. Ich glaube, das war gerade das zweite Mal, dass RNG das sehr gut gespielt hat. Aber dass sie auch wirklich echt Glück hatten. Beziehungsweise vielleicht von Spirit halt Missplay, dass der Hook nicht trifft. Wie man es formulieren will. Aber da, boah. Da sind gerade die Dota-Götter irgendwie RNG wohlgesonnen. Es passieren Dinge, die nicht passieren sollten. Massiver Smoke von RNG. Der ist richtig dick. Da wird gequatzt. Ey, guten Abend, Hubi. Hey, Fischkopf. Hubis Lieblings-Emote. Mh, auf Twitch zumindest. Joa. Spirit ist, glaube ich, auch ein bisschen verdattert. Sie haben so viel bekommen. Sie haben ein fresher Shard gehabt. Es ist noch da, es hat der Phönix. Sie hatten einen Eges, sie hatten einen Schieß. Jetzt sind sie in ihrer Base. Oh, der Zeus mit dem AOE-Bold wegen Level 25 Talent. Und Charlize-Satanik-BKB. Sie macht nicht genug Damage. Er kommt raus, er spaziert einfach raus. Aber der Lifestealer, der stirbt jetzt doch. Der hätte Bayback, benutzt es auch sofort. Und da ist die Arena. Jetzt rennt Spirit doch noch drüber, oder was? Der Hookshot bricht das TP vom Zeus ab. Und damit gewinnen sie ganz, ganz deutlich den Kampf. Erst habe ich schon wieder kurz gedacht, dass sich RNG da irgendwie gegen stabilisiert. Aber nicht gegen den Mars. Die Arena war wunderschön. Die hat richtig reingehauen. Dassa war ja noch relativ knapp an dem Punkt. Also zumindest, naja, die Reflection-Instanzen. Da hat man gesehen, wie gut die sind. Die hat keinen Schaden genommen, die TA. Aber der Prophet konnte gegenhalten. Da ist er erstmal den getötet. Aber der hatte Baybacks, auch noch so ein Ding gewesen. Der hatte Bayback, das war da ganz wichtig. Und hier kommt zwar der Prophet raus, aber der Lifestealer wird gesperrt. Und das Refresher und die zweite Arena vom Mars waren dann einfach zu viel. Das war zu viel. Da hat Wurwitz Line-Up einfach ihre gesamte Macht ausgespielt. Die haben wirklich alles reingezimmert, was sie hatten. Und da gab es nichts mehr, was Avenida dagegen tun konnte. Jetzt ist ungefähr das passiert, was ich davor erwartet habe. Lifestealer hat Bayback, nicht Diebacked. Prophet hätte Bayback. Der im Zeus 4.400 Gold. Der hat Refresher und Thunder God's Ra's in, ja, nach seinem Respawn. Plus natürlich dem AOE Lightning Bolt, wegen Level 25, was ziemlich stark ist. Und ja, Tora hat eine Ninja Gear. Damit kann er noch besser einen Kampfwinkel finden. Und einen Nulli Fire ist auch interessant. Er hebelt den Forstaff aus. Des Jules kontert er. Und ansonsten eigentlich nichts. Das heißt, er will weiter die Supports zerstören. Ich habe das Gefühl, er sollte mehr die Carries töten. Aber wer weiß. Wenn er schnell 1, 2 Supports tötet, auch nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall mit dem Nulli Fire relativ easy jetzt zu töten. Erste Line ist down. Ich meine, RNG hat einen Fortify. Es ist noch nicht ganz vorbei. Sie werden die Lane auf jeden Fall verlieren. Die Frage ist, geht Spirbett dann dahin? Oder gehen sie auf die T4s? Und ich glaube fast, sie werden sich zurückziehen. Ne, sieht nicht so aus. Sie finden den Hook. Sie gehen rein. Ah, er wurde schön geforst, der Life-Sealer. Damit überlebt er jetzt erst mal. Und jetzt ziehen sie sich aber zurück, oder? Das war eigentlich geil gespielt. Ich glaube, sie wollten sich zurückziehen. Haben dann aber gedacht, okay, wir warten noch, ob wir einen Kill finden in schnellen. Weil sie wussten ja, der Life-Sealer hat schon buybacked. Und wenn sie den Life-Sealer da töten, dann schnell töten vor allem. Selbst wenn dann noch jemand buybacks hat vielleicht, dem Zeus. Das wussten sie nicht, ob der buyback hat. Und wenn sie den schnell töten, dann kommt er nicht wieder. Dann könnten sie die Spieler auf Grundlage dessen gewinnen. Aber in dem Moment, wo es nicht geklappt hat, wo Nova schnell war mit dem Force-Death, haben sie richtig reagiert, da sofort rauszugehen, würde ich sagen. Und es nicht zu riskieren in der Position. Auch so ein Ding, er musste eben Force-Death machen, bevor Rage kommt vom Life-Sealer. Das kann dann sonst schnell mal schief gehen. Das ist jetzt die T2. Vielleicht der finale Fight gleich. Wir sind bei fast 50 Minuten. Immer noch Philosopher's Stone auf dem Phönix. Aber die Twixter vom Clock ist natürlich nice. Und die Cooldown-Verringerung durch Spell-Prism auch. RNG hat ein Penta-Edged auf dem Life-Sealer. Das ist, würde ich sagen, das beste T4-Item, was er finden kann. Spell-Prism ist auch ganz nett. Auf dem Zeus, Witch-Ban, Cap. Endlich hat noch ein Essence-Ring. Ist auch ein sehr gutes T2-Item. Ninja-Gear will nicht. Ist echt immer noch ein bisschen spannend. Aber es sieht wieder aus, wie, wo ich so überrascht wurde, dass RNG einen Kampf gewonnen hat. Spirit meilenweit vorne. Buyback-technisch ist RNG nur noch Semi-aufgestellt. Sie haben immerhin noch den Profit zur Verfügung. Und die Ancient Twists. Und es ist ja der Kampf in ihrer Base. Das heißt, mit Buybacks könnten sie dann wirklich, äh, schnell zurückkommen. Obwohl der Profit überall hin kann, ne? Aber vor allen Dingen Spirit kann mit ihren Buybacks nicht so schnell zurück. Die haben auch keine Travels. Oh, da ist der Nischi-Head. Direkt weggesperrt. Aber Iren-Disk rettet Kaka noch eine Weile. Ghost hat ihn versucht zu heilen. Hat nicht gereicht. Nix, kein Buyback. Und die Ancient Twists. Steht da noch ein bisschen rum. Spirit hat so ein bisschen disengaged. Und alle gehen so ein bisschen auseinander. Ja, 50 Sekunden, kein Nix. Dafür keine BKB und keine Arena. Refresher ist auch auf Cooldown. Können sie die TA nochmal aufhalten. Mit ihren endlosen Refractions. Na ja, Spirit macht den richtigen Call, denke ich. Geht jetzt zur Top-Land. Äh, hier kommt die Wave rein. Das heißt, keine Backdrop-Protection. Versuchen da weiteren Schaden zu machen. Mega-Creeps zu sichern. 30 Sekunden noch bis zum Nix. Noch kein Jump gefunden. In Fest ist in 10 Sekunden wieder da. Ja, eventuell ja eine Möglichkeit für RNG. Irgendwas zu fokussen hier. Irgendwas hinten zu finden. Oh, da kommt der Hook. Bevor der Ward zerstört werden konnte. Die finden den Lifestyle. Er ist im Lockdown. Er ist im Lockdown. Und er fällt. Was für ein geiles Play schon wieder. Wie sie den da holen. Der Clock, ey. Damit ist natürlich das Spiel sofort vorbei. Der Kill beendet's direkt. Ähm, das war dann nicht mal mehr ein spannender Teamfight oder so. Darauf hatte ich ein bisschen gehofft. Aber das, das war zu viel. Das war zu viel. Ähm. Hier wollte die Ench noch schnell die Vision nehmen. Ghost steht einfach nur. Ne. Bewegt sich nicht mal. Ist nicht in Bewegung. Chillt da rum. Jetzt läuft ein Schritt. Ich guck mir's nochmal genau an. Wie kriegt der hier die Linie? Da ist Track. Sie zieht sich zurück. Das dauert, glaub, noch kurz. Oh, was? Ist schade, ne? Ich hätte gerne noch einen epischen Endkampf gehabt. Da, er bricht ab. Und jetzt findet er gleich. Und irgendwie hat er das der Live-Stealer nicht auf dem Schirm. Der Forced-Death war aber auch. Von wem war der Forced-Death? Der war von Clock selber. Das war so stark gespielt von ihm, ey. Ich dachte, er hätte ihn einfach gebounced. Er hat ihn geforced und dann wurde er noch gebounced. Das war so stark gespielt. Und ja, Toru tönt er natürlich in zwei Sekunden. Wenn er da so steht. Ohne, dass der Tenic dagegen wirkt. So stark, der ist auch Level 30. Der hat ein Melt-Bash, nicht wundern. Also, der hatte beide Level 25er-Talente. Hat sich da noch rein teleportiert. So ein kleines Show-Off am Ende. Ja, GG, Spirit, krass. Sehr krass. Easy. Wer war's? Wer hat das Spiel gewonnen? Wer war der krasseste Pick für Spirit für euch? Wer hatte hier, ihr könnt mal gucken, wie viel Gold hatte. Wer würdet ihr sagen, hatte den besten Impact? Der Gewinner dieser Wette oder dieser Quizfrage, ja, der kriegt meine Ehre. Was ist denn Kup, Hardriax? Aber falls du dich verabschiedet hast, cool, dass du da warst, Mann. Hau rein. Viel Spaß dir noch. Best of success to you, Luft. Hope it's helping, but I'm talking a bit faster, guess. So. Knabberspaß für Runde 2 lese ich da. Oh, ich habe auch Bock auf Knabberspaß. Ich glaube, ich hole mir ein kleines Eis jetzt, Hardriax. Das hat mich inspiriert. Guten Abend auch an Tux. Grüße gehen raus. Wir haben die erste Runde hinter uns. Das hat Bock auf mehr gemacht, wenn ihr mich fragt. Das war ein geiles Match. Ich mach mal kurz hier Audio aus. So. Bounty. Ja, Red Rotten hat recht. Es war der Bounty. Der Bounty. Ein Haier hat es nicht geschrieben. Nur der Red Rotten. Bounty hat das Spiel im Alleingang entschieden, würde ich sagen. Ich denke, ihr habt einen guten Game Sense. Haben alle gut gespielt. Also die, ja, das ganze Team. Ich finde, das klingt jetzt komisch, weil die ist ja am Ende so drüber gefahren. Ich fand die TA manchmal einen Tick zu passiv. Das kann aber auch einfach sehr gute Kontrolle gewesen sein. Ansonsten, ja, würde ich bei allen mitgeben. Heftige Plays von jedem einzelnen Spieler. Äh, TA auch am Ende super krass gewesen. Die Initiates vom Clock, vom Mars. Aber auch die Rollenverteilung in dem Team. Also der Bounty ist so ein bisschen rausgefallen. Seien wir mal ganz ehrlich. Der Bounty ist so ein bisschen rausgefallen, ja. Egal. Er hat seine Lane gewonnen, hey. Und er hat später mit Track und so natürlich auch viel gemacht. Aber der Rest hat so eine klare, so eine klare abgerundete Sache verfolgt. Ne, du hattest vorne ganz, ganz starke Teamfight-Control und sehr viele Lebenspunkte mit Mars und Clockwork. Da hast du hinten eine Schadenskanone mit der TA, die außerdem Flash farmt, weil du sonst das im Team nicht so richtig hast. Ähm, das sind alles so Sachen, die haben für sie richtig gut funktioniert. Und trotzdem hätte das Spiel in beide Richtungen gehen können. AMG hat immer wieder dagegen geschlagen. Die haben sogar noch Kämpfe gewonnen oder einen Kampf zumindest gewonnen. In der Situation, wo ich damit echt nicht mehr gerechnet hätte. Ai, ai, ai. Fand ich auch, Onze. Da geh ich komplett mit. Der Clock hat ihn nach dem Hook geforst. Na ja, das war wirklich krass. Was ist denn das da? Ich bin gerade irritiert. Egal, ich muss kurz was im Chat nachlesen, Leute. Äh, bin gleich zurück. Ne, stimmt nicht. Dann hole ich mir nämlich noch ein Eis. Nice Boomer-Mütze. Estragon, falls du noch da bist. Dankeschön. Ich nehme das als Lob, denn ich bin ein Boomer und ich umarme das Boomer-Sein. Die trage ich auch nicht draußen. Ich kann nur keine Mütze tragen und ich will euch meine Haare nicht zeigen. Oh, ich liebe die Boomer-Mütze. Falls du vorhin, Miller, die Frage mit dem Lyx und dem Carapace meintest, der ist am Bounty gestorben. Ähm, so. Ich glaube, ich habe dich vorhin verpasst. Äh, also nochmal jetzt ein verspätetes Hallo, Red Rotten. Es war ein geiles Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht. Heute sind die Spiele eh geil. Das ist einfach, man merkt, dass es ein cooles Turnier ist. Das wird morgen bestimmt noch krasser. Marco, auch falls ich dich übersehen habe, dann, äh, herzlich willkommen, falls du noch da bist. Das Golf, was angezeigt wurde, war aber orange. Er ist an der Supernova verbrannt. Aber da stand doch, dass der Kill an den Bounty ging. Dann kann der Lasted ja nicht die Supernova gemacht haben. Weißt du? Das geht ja gar nicht. Keine Ahnung, das verstehe ich nicht. Dann verstehe ich. Oder ich habe mich verguckt, was den Kill angeht. Und du hast recht, er ist an der Supernova verbrannt. Hm. Könnte sein, dann dodges es nicht komplett. So, ist nicht wieder aktuell. Ich lese es jetzt auch noch kurz. Ihr Lümmel liked viel zu wenig. Ja, ey, liked gerne den Stream, Leute. Das würde mich freuen. Dankeschön. Hm. Sehr lieb auch von dir, Turks, dass du kurz vorbeischaust. Joey, herzlich willkommen. Hallo. Ähm. Dankeschön, Quepp. Gefällt euch das Overlay, Leute? Wie findet ihr das Overlay? Ich finde es auch ganz gut. Ähm. Dauert ja auch immer ein bisschen so was zu machen. Aber das Turnier war es mir wert. Und ich bin auch sehr zufrieden. Ich finde es schick. Hm. Freut mich, dass es dir gefällt. Ja, äh, Quepp, es ist gar nicht so spektakulär, wie man denkt. Ganz viele Sachen passieren unabgesprochen. Weil du das gar nicht alles formulieren kannst, was die machen, ne? Äh, das ist dann eher so was wie, ich hab Hook, ich hab Hook. Und dann ist es kurz still, äh, weil die dann alle schon wissen, okay, wenn er Hook hat, dann warte ich mit der Arena bis danach. Dann queuen sie das aneinander, verwenden es irgendwie. Und dann kommen eher noch so Sachen wie Focus Calls. Also, einer von den Gegnern hat Misspositioning oder jemand erkennt, dass man ihn töten kann. Und dann den Zeus, den Zeus. So ungefähr. Das ist zumindest bei den meisten Teams so. Und oft ist es auch so, dass Leute, ähm, dass nicht alle reden. Dass der Unterschied ist, dass manche sehr, sehr redefreudig sind. Meistens die Captains, meistens die Supporter. Und dass andere deutlich stiller sind und eher auf die Calls hören oder die versuchen umzusetzen. So ein bisschen die Dinge dabei machen. Weil sonst zu viele Köche verderben den Brei. Bist du schon über 60 oder wer hat dir erlaubt, diese Mütze zu tragen? Toni, Toni, jetzt mal nicht zu frech. Ja? Ich kann dir noch was erzählen von meiner Jugend. Ich hab Lebenserfahrung, das kannst du gar nicht, äh, fassen bei meinem Alter. Ich bin ein stolzer Alter, ich bin in einem stolzen Alter und nicht stolz und ein alter Mann. Hallo Onkel, hat's funktioniert? Wie fandet ihr den Nix? Ich muss sagen, für mich immer noch nicht so der Pick. Äh, ja, hat ein paar Sachen dieses Mal gemacht. Ein, zwei Mal hat er eine gute Place gebracht. Einmal den Bounty richtig weggeowned. Aber, nö. Dafür, dass Laning Stage gerade so wichtig ist und die, die mit Nix echt nicht gut ist, finde ich seinen Impact danach einfach bei weitem nicht genug. Ne, ich finde, der macht keinen starken Eindruck von dem, was ich sehe. Aber wer weiß, die werden, die, die wissen es besser als ich, die Leute. Best of luck to you, Luft. Ähm. Geile Mütze. Manche mögen sie, manche hassen sie. Die Boomer-Mütze. Vielleicht sollte ich die draußen tragen. Hört auf, immer zu sagen, dass die gut ist, dann trage ich die draußen und werde ausgelacht. So, ich hole mir jetzt einen Kuyamara-Split. Wer das nicht kennt, ist noch jung. Wer das nicht kennt, ist noch jung. Aber, wie ist noch jung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann leck ich erotisch am Eis Aber dank Enhaya mache ich das jetzt nicht Habt ihr Glück gehabt? Genau, also das ist glaube ich das größte Lob, was man von einem Hubi erwarten kann Ja okay Moppel, naja okay, ist frech Ich finde das Eis echt lecker Ich mag Kuyamara Split, ist ein kleines Outing, ich steh drauf Und ich bin sehr froh, dass der Greenscreen und die Kamera wieder halbwegs funktionieren Aber ist etwas stabiler jetzt, zumindest in meiner Anzeige Also, ich hab gute Nachrichten Wir können bereits auf einen Draft spekulieren Es sollte nicht so lang dauern Ich hab irgendwas krankes in meinem Gehirn, dass immer wenn ich spekulieren sage, ich sofort Lust auf Spekulatius bekomme Und ich bin eigentlich gar kein großer Fan von Spekulatius Aber wenn ich spekulieren sage, oder auch wenn andere über Speck reden So Bacon, Speck Ich hab sofort Bock auf Spekulatius Von all den Dingen Oh danke Moppel, einmal hab ich's vergessen Das ist für mich natürlich gut Naja Audio Tiny First Pick Tiny, so sehr ich ja immer mich über den Nix hermache Tiny find ich richtig stark Auch in dem Spiel, wo Nigma mit Tiny verloren hat Der Tiny ist stark gewesen Stumail hat aber auch einen sehr guten Tiny gespielt Keine Ahnung, wie er so in Spirits Händen aussieht Bestimmt total schlecht Naja, das sind doch alles Leute, was haben die für Rankings Ich guck's mir nachher an Da ist nix an MMR Einmal ist keinmal Und zweimal ist einmal Das macht eigentlich voll Sinn Ich find's ganz nett, dass Viper gebannt wird Sehr viel Ähm, sie kam auch schon durch erste Bannphasen durch, glaub ich Wurde aber nicht gepickt Und das ist kein Held, der so richtig Spaß macht Beim Zusehen Wollt ihr mal ein Viper Gameplay, Leute? Könnt ihr euch mal Viper spielen? Ah, das wollt ihr Das gefällt euch doch wieder, ne? Das ist so der Held, den mögt er Ihr seid alles Viper-Spieler Ich weiß es doch Ja, das glaub ich sofort, Edward Das ist auch einfach ein sehr starker Held zur Zeit Aber ich find auch So ein bisschen Übung braucht man mit dem Nicht wirklich viel, aber so ein bisschen Man muss gut einschätzen können, wie viel Schaden man macht Und diese Kombo sehr effizient zu verwenden Mit Autotext plus Treethos danach Äh, was wir ein, zweimal gemacht haben Ja, das Ding ist, Snoopy Ich hatte neulich mal ein Eis gegessen Und hab ne Kälteempfindlichkeit bekommen Und dann hat mein Gebiss weh getan Für zwei, drei Tage Und ich muss grad ein bisschen vorsichtig sein Ich hab auch nen abgebrochenen Zahn Und ich schiebe, leider, ist auch echt doof Meinen Zahnarztding auf Ich hab mal einmal versucht, jetzt einen Termin zu machen Hab keinen erreicht Und jetzt hab ich's wieder gelassen Das ist echt kacke, weil Ich hab halt Angst, dass das Geld kostet Und deshalb mach ich's nicht Aber das ist totaler Scheiß Weil Zähne sind Zähne Und Untersuchung ist erstmal eh umsonst Und, ähm, ja Ist natürlich eigentlich total wichtig Und deshalb esse ich vorsichtig Der Keks ist fad Aber der Name Spekulatius Ist der denkbar beste Name Für ein Spritzgebäck Und das ist echt wahr Hast du komplett recht, Moritz Spekulatius klingt einfach sau lecker Ich find auch gar nicht, dass sie nicht gut schmecken Ich find Spekulatius ganz lecker Aber eben auch nicht spektakulär Was übrigens auch ein leckeres Wort ist Spekulatius klingt aber verdammt geil Ja, Hubi Ich muss vorsichtig sein, Mann Achso, warte mal Du meinst was anderes, die S-Art Du lutschst, du machst so Ja, Alter, ich bin hier online Ich fang jetzt nicht an, dem Eis einen Blowjob zu geben Für dich Junge, Junge Das ist diese subtile Manipulation Spekulativ, da krieg ich schon wieder direkt Bock Auf den Spekulatius Stimmt, also wenn es nicht mehr Also ich kann ja auch einfach nicht zum Arzt gehen Und nur noch Suppen essen in Zukunft Stimmt eigentlich So, I hope you have success learning German Luft But this is really out of topic It's a German Dota stream We're talking about the game here So, sorry, but I can't help you In this regard Das Beste am Spekulatius Die Feuerzangenbowle dazu Ja, Feuerzangenbowle schmeckt lecker Schmeckt, klingt aber nicht lecker Doch, doch Gib direkt Bubi hat's nur für mich getan Hätte ich doch mal wieder ein bisschen Sex-Content gebracht Ich wette Hand aufs Herz Ehrliche Aussage jetzt Ich wette Würde ich einen Ernsthaft gemeinten Onlyfans-Account machen Würden sich welche von euch das geben Und ich wette Nur 90% von denen Die's machen würden Würden's aus reinem Interesse machen Weil sie's nicht fassen können 10% fänden's auch ziemlich geil Aber damit so ganz Ganz schlechten Bildern So gefakter Lustvoller Blick Kartoffelkamera Ja, krass Klingt Feuerzangenbowle Aber nicht so, als würde ich's gerne trinken wollen Ich find Ja, also der Name ist einprägsamer Aber ich find nicht, dass Feuerzangenbowle lecker klingt Ich find Feuer und Zange klingt nicht lecker Oh Marcy ist mal durchgekommen Ja, Profit war ja grad schon echt Ziemlich gut Hat gut funktioniert Also Am Ende Hat's nicht gereicht, aber Fand jetzt nicht, dass der Profit irgendwie da Schlechten Eindruck gemacht hat Und Timbershop Ist zumindest mal gegen den Profit sehr gut Ist ein guter Held gegen Profit Lane-Dominierer Zur Zeit gibt's so ein paar Spieler Die auf Timber einfach alles zerstören Allen voran OG OGs Timber Wird eigentlich immer gebannt, glaub ich Ja Mal sehen Weiß einer von euch noch Ob der Timber letztes Mal gebannt wurde Und wenn ja, in welcher Phase Bald und guten Abend Auch interessant, ne? Ein Rubik Warum Rubik? Also Zur Zeit ganz solide, aber Ich hätt' gedacht, es gibt ein paar mehr Supports, die grad Ist das ein Chor? Kannst vielleicht sehen, wenn Ein Mitte Rubik Hm Hm, naja Also Er kann ein ganz gutes Belz klauen Timber Chain ist okay Chakram und so kann ganz Ganz okay sein Ähm Avaland Stoss Beides solide Aber es ist auch kein Enigma im Gegner Team Oder sowas Ah, ein Troll Ey Interessantes Drafting hier Ein Troll jetzt noch Hm Mhm Troll ist, glaub ich Ich könnt mir vorstellen, dass Troll ganz gut damit umgehen kann Von einer Marcy gegrabt zu werden Gerade später Gerade später Wenn Dann so eine Marcy einfach auf einen jumpt und initiatet Und das ist der Troll Der muss halt Ulti-Spam Und nicht irgendwie Und stirbt nicht einfach so weg danach Ist halt sehr gut In so einer Situation Wenn alle Gegner auf ihn raufspringen Und der initiatet wird Glaub nicht, dass das jetzt der Hauptgrund ist, dass wir ihn gepickt haben Ist mir nur gerade so durch den Kopf gegangen Vielleicht wird es ein Battle-Fury-Troll Auch gegen die Prophet-Trees Kann man durchaus spielen Aber Hm Ja Hätte wirklich nicht mit dem Draft gerechnet Das Schwab, der Eier Was ist denn hier los? Mr. Schmutz Guck mal Hä? Ist völlig abseits von dem Was ich als Meta jetzt hier gesehen habe Nicht unbedingt schlecht Also Ist ja auch schön Der Dota ist ziemlich balanciert nach wie vor Und das Schwab da ist gut Man sieht ihn halt eigentlich aber gerade nicht Ich hätte gedacht Er ist das Quäntchen zu schlecht Im Vergleich zu anderen Hm War geil Hey Lars Nobody should listen Ja Da ist die Freude groß Ich gucke ja auch das Web da gerne zu Vielleicht sehen wir ein paar edle Glimpses Und da ist noch ein Monkey Also warte mal Wir haben Marcy Prophet Rubik Monkey Das ist ja schon erstmal für sich so Ein geiles Line-Up Was finde ich noch ein bisschen fehlt Ist ein Fleischberg vorne drin Ähm Aber die Die bauen ja zur Zeit den Prophet Sehr tanky Und sehr Ja Teamfight lastig Mit BKB Und so Kieres letztes Mal Dazu noch Monkey Der steht auch vorne Der kriegt Bonus Armor In der Ulti Hm Rubik Marcy Ich finde trotzdem Dass die noch sowas brauchen Irgendwie Und Spirits Braft Ist Echt stark Auf ne komische Art und Weise Also der Troll und der Disruptor Mit denen muss ich erst noch ein bisschen warm werden Glaube ich Ähm Das ist so die Sache Da müssen wir mal abwarten Aber Ja ansonsten Es ist schon Es hat halt Sehr sehr viele Sachen Du kannst Extrem gut Pushen Mit dem was Spirit hat Sie haben guten Tower Push Sie haben starke Lanes Sie haben guten Chase Hm Sie haben viel Burst Damage Sie haben viel Physical Damage Sie haben guten Roche Und die meisten Sachen sind so abgelegt Was sie vielleicht nicht so viel haben Ist Teamfight Control Äh Sie haben ein bisschen AOE Lockdown mit Tiny Sie haben Static Storm Ne Sie haben mal einen Root vom Troll Äh Ich denke sie werden noch was holen Was Teamfight Control gibt Und bei RNG weiß ich es nicht Also mein Gefühl Wenn ich das Lineup sehe Es pickt noch ein Frontline Tank Aber damit kann ich falsch liegen Weil ich glaube Monkey und Prophet Sind schon ganz gut vorne Und Rubik und Marcy Sind halt so typische Die genau um solche Helden Auch drum herum laufen dann Hm Was fehlt denen denn noch Es kommt eben drauf an Wie sie den Rubik spielen Ich gehe mal davon aus Das ist ein Support Marcy Rubik Support So Dann hast du ein Prophet Und ein Monkey Dann wahrscheinlich eine Mitte Dann ist der Prophet Off oder Safe Lane Und der Monkey macht entsprechend Die andere Lane Dann brauchst du eine Mitte Die Magic Damage macht Das ist recht wichtig Die haben auf jeden Fall Zu wenig Magic Damage Vielleicht ein bisschen Burst hat So was Du brauchst auch noch was Gegen den Timber Die brauchen noch was Um den Timber noch ein bisschen Mehr zum Schmelzen zu bringen Aber mir fällt nichts ein Also Nichts typisches Was aktuell drin ist Was gerne gespielt wird Was man oft sieht Ich würde zum Beispiel sagen Ember Spirit Ist es hier nicht Dagegen sind die Gegner Zu gut aufgestellt Der würde ein paar Sachen Machen die sie brauchen Aber der ist auch noch Zu viel Physical Außer er geht Full Magic Und das ist glaube ich Gerade nicht so stark Das Bild Ähm Storm Spirit ist Tozell zu schwach Den werden sie nicht holen Void Spirit Vielleicht Au E-Silence ist nicht schlecht Aber Void Spirit Ist gegen Static Storm Ein bisschen problematisch Wenn er ihn erwischt Und er kommt instant Dann brauchst du eigentlich Schon ein paar Items Um da irgendwie wegzukommen Ist nicht so geil Und Tiny Ich weiß auch nicht Ob das Matchup so beliebt ist Okay Darkseer Bei Spirit Das ist ja das Also jetzt haben sie Jetzt haben sie Die Teamfight Control Reingebracht Ja Okay Äh Der Surge Das ist auch geil Surge ist gut mit Troll Darkseer Und Timber Sind eigentlich beides Klassische Position 3 Helden Mal sehen wie sie das jetzt machen Ah Okay Aiden Oh die Der macht was Der ist gut gegen den Timber Der Ist Ein Mitte Held Ja Er ist sehr gut Dabei den Troll zu kiten Allgemein zu kiten So ein bisschen Mit Prison und allem Er hat Burst Er hat Magic Damage So gesehen Er braucht garantiert Eine BKB hier Interessantes Pickup Von RNG Dieser OD Ich muss mal gucken Wie die Lane Das wird sehr interessant Zu sehen Wie die Lane Und dann können wir Vielleicht noch ein paar mehr Rückschlüsse ziehen Was hast du gesagt Wieso das Was meinst du Markus Es ist zu lange her Habe ich jetzt erst gelesen Wenn es dich interessiert Kann es gerne nochmal sagen Achso du hast doch Fubi geantwortet Sorry jetzt habe ich es gecheckt Ja stimmt Das wurde drafted Echt ziemlich interessant Soda-Time Ja Also ich finde auch Dass Dass ein Disruptor Von hinten gespielt werden kann Ich habe darüber kurz Nachdenken müssen Weil es gibt auch Argumente dafür Dass es nicht so gut Funktioniert Aber es kommt einfach Sehr drauf an Ich glaube Disruptor Ist so ein Held Der spielt sich Prinzipiell nicht gut Von hinten Also wenn du Wenn du Probleme hast Im Spiel ist Disruptor Nicht unbedingt der Held Den du haben möchtest Aber wenn du es schaffst Nicht unbedingt Auf Grundlage des Disruptors Wenn du es schaffst Einmal in den Teamfight Ein bisschen zu gewinnen Mal einen zu töten Der Rest von den Gegnern Rennt weg Dann ist es halt voll geil Und dahingehend Kann er dann eben Comebacken Weil diese Glimpse-Dinger Unglaublich viel ausmachen können In so Situationen Da ist so die Sache Und was er auch hat Wenn du hinten liegst Du hast halt Mit Static Storm In einigen Oft in Heldenkonstellationen Die Möglichkeit Mit Support Mit Follow-up Von deinem Team Einen Gegner zu töten Den du einfach erwischst damit Dann passen die Gegner Mal nicht auf Sind eigentlich vorne Du setzt Static Storm Auf den Kopf von einem Core Der dagegen anfällig ist Und es stirbt einfach da drin Der wurde ja auch gebufft Der Static Storm hält jetzt Sogar noch länger Also es ist wirklich sehr lang Ich glaube noch eine halbe Oder eine Sekunde mehr Ja hier Von 5 auf 6 Sekunden Erhöht Das ist echt stark Und das merkt man Wusstest du das schon Mr. Schmutz Static Storm geht jetzt einfach Eine Sekunde länger Ich finde das wirklich stark Und das sieht man auch Man hat das Gefühl Der hört überhaupt nicht mehr auf Spieler öffnet Kein Team Vibe Vor Vor Spawn der Creeps Da bin ich schon ganz froh drum Mal sehen wie so die Bounties ausgehen Ich glaube hier wird erst mal Wenden an die Marschen gefalle auf Und die läuft eh weg Ja Ich kann leider den Chat Jetzt nicht mehr nachholen Äh Ey Alter Harderjax Richtig geile Theorie Der Nück soll gar nicht abliefern Man zeigt einfach seine Balls Wenn man den pickt Oh Am Highground hier Einfach forciert Und übelst Schaden an den Trients genommen Chalice steht einfach wie ein Turret Oh Mann ey Der arme Der arme Disruptor Nein das ist tatsächlich Dann niemand gestorben Ähm Ein paar kleine Auseinandersetzungen Links und rechts Bounties Sind Drei an Spirit gegangen Nur Ne warte mal Ne Ist 2-2 ausgegangen 2 an Spirit 2 an RNG Aber mir hat noch Ein Observer Wort erwischt Auch ganz nice Ist natürlich Ja Dann haben wir jetzt hier Und so Darkseer Tiny Lane Mit der habe ich halt auch nicht gerechnet Das ist ein Tiny Support Deshalb wollte ich mal auf die Lanes warten Ähm Mira Der da vor Clock gespielt hat Mit dem Tiny unterwegs Mitte Timber Also Darkseer 3 Timber 2 1 ist natürlich der Troll Äh Das schwappt da 5 Und das ist das einzige Was das kurios hier macht Tiny 4 Mh Wurde auch sehr früh gepickt RNG hat entsprechend sich auf den Tiny einstellen können Haben sicher nicht mit einer 5 Äh mit einer 4 gerechnet Äh ja Overlay habe ich gemacht Naja Habe ich Niemals die Blinkseer Heute ist Hardrax gut drauf Ey Habe ich das Gefühl Ich hoffe es geht dir gut Es wirkt so Mh Ja ich habe auch Bock auf das Wabdown Darkseer Vakuum Ist hier Vakuum krass Vakuum ist hier krass Mit ähm Follow up vom Tiny Selbst wenn der nur ein Support ist Ne Mit Wenn er ein Dagger hat irgendwann Avalanche Toss Nacht zusammenziehen Mit dem ganzen Magic Damage AOE Den Timber da reinhauen kann Mit Static Storm Also die beiden Supports Vor allen Dingen der Disruptor Funktionieren sehr gut mit Vakuum Und vielleicht ja noch sogar eine Battlefury Der hat die Ja der hat die auch geqt Ja Battlefury Troll Ist durchaus legitim Oh Kollaps Du kleiner Keck Jetzt noch ein Schlägchen Oh Oh Langsam heilt er sich auch wieder Nova committed Da gibt es noch ein Branch Nova läuft weiter Hat gleich wieder Grab Oh die Branch ist Outplayed Outplayed Aber er wird Nova nicht bekommen Der hat noch Healing Save angemacht Oi 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 Er hat zwei Branches verwendet Um Bäume zu kreieren da Und gerade so überlebt Oh Ja Also in dem Moment Wäre das ein Papp Würde ich rausgehen Armer Ex Nova Natürlich ganz wichtig Für Spirit Dann nicht den Darkseer Zu verlieren Kein First Blood Akzeptieren zu müssen Supports kämpfen Da ein bisschen um die Stacks Der Pull ist allerdings durchgegangen Für Spirit Was prinzipiell Solide für ihre Safe Land ist Das heißt der Troll Kann unter dem Tower Last hitten Da kann der Prophet Nicht allzu viel denyen Der hat ja bereits Fünf D-Nice gesammelt Der Troll selber Äh Noch keinen Nices Overlay Leute Ich hab doch voll schnell Das Overlay gewechselt Oder Hä bin ich bescheuert Ich hatte das Gefühl Ich hab das richtig schnell gemacht Shard auf Diss Um Troll zu waffen Stimmt Mal sehen ob sie das machen Hubi Also wenn man den Shard kauft Auf das Wabda Dann kriegt Thunder Strike Einen Buff Wenn du es auf Teammates machst Und nicht auf Gegner Hört das Bewegungstempo Und das Angriffstempo Und das sind beides Dinge Von denen ein Troll sehr profitiert Kann echt sein Dass wir das sehen Das ist nicht so schlecht Und ja Du hast recht Das ist gerade mit einem Troll Eine gute Kombination Auch ein cooles Ding Mit Tiny und Darkseer Dem Kampf als Sieger hervorzugehen Also fällt nur der Gegnersupport 1-1 jetzt damit Ja Toro Probiert hier auf der Lane Weiter um die Lasted zu kämpfen Er hat Mittleren Farben Der Profit hat schon deutlich mehr Ich hab mir das fast gedacht Ich dachte nur der Unterschied Ist nicht ganz so hoch Weil der Profit hat durch die ganzen Nice Eben oben drauf noch Ähm XP Vorteil Also es sieht nicht so geil aus Die Top Lane Mit dem Disruptor Und dem Troll Und es ist auch nicht Die allerstärkste Lane Troll Disruptor ist Mittelmäßig Für heutige Standards Was Lanes angeht Nicht schwach Nicht schwach Aber auch nicht Äh Total stark Hätte jetzt aber auch Rubik und Profit Eher als gleich stark eingeschätzt Mh Zumindest nicht Überaus Viel stärker Oder so Und die Auseinandersetzungen Waren ja auch knapp Da haben wir gerade die nächste vor uns Kaka kriegt wieder den Kill Gerade so mit Fadebolt noch Nach dem Magic Stick Hatte er das Mana Kann der Troll jetzt Zurückkommen Und auch mal einen holen Noch einen Fairy Fire Und den hat er nur bekommen Weil er dran geblieben ist Viele werden jetzt gegangen Während die letzte Autotech fliegt Und werden umgedreht Weil sie dachten Das ist schon mal ein Kill Und er ist weiter gegangen Weil er das Fairy Fire Noch auf dem Schirm hatte Also stark gespielt von beiden Auch das Abwarten des Fairy Fires Ghost hatte Stacks voll Jingo Mastery Hat sich deshalb mit Den Boundlesset Komplett hochheilen können Und hat während oben Der Rubik gejagt wurde Deshalb hier den Kampf Unten für RNG entscheiden können Collapse Die 3 ist natürlich etwas wertvoller Und die kriegen sie vielleicht Auch noch Oh Mit dem Grab Auf das Surge gewartet Ein Autotech Toll gespielt von den beiden Toll gespielt Und ja Da sieht man ein bisschen Die Power von so einer Masse hier auf der Lane Der Monkey King Geht Power Trads Hat sie dadurch Jetzt gleich fertig Hat ja auch beide Kills da gekriegt Ah ne Hat nur einen bekommen Aber immerhin Ist schon nice gewesen Jetzt für sie Richtiger Befreiungsschlag Auf der Bot Lane Da werden sie noch Geschichtsbrücher Bücher drüber schreiben Leute Super wenig Mana Die ganze Zeit Auf dem Troll Irgendwie Vielleicht holt er sich Jetzt gerade was Naja nur eine Chainmail Will keine Consumables kaufen Will wahrscheinlich Irgendwann einfach Eine Perseverance besitzen Im Optimalfall Zumindest Ja und der OD Einsame Spitzenklasse Was die Laning Stage angeht Ist auch ein starker Laner Vor allen Dingen Auch so ein Ding Sie wussten doch Dass der OD Mitte geht Oder man konnte Zumindest damit rechnen Wenn es nicht der Tiny ist Und OD ist ein ganz Klassischer Mitte hält Und dann haben sie Den Timber dagegen gestellt Also Timber wird doch Von OD komplett In der Mitte zerrissen Das ist mir jetzt Gerade erst so bewusst geworden Dass das Matchup Super seltsam ist Weil ja Der OD Der Last Pick war Und Spirit Durchaus die Möglichkeit hatte Hier Tiny in die Mitte zu stellen Vielleicht aus irgendwelchen Gründen Entweder ihr Mittespieler Ist kein Tiny Spieler Das kann durchaus sein So was Oder Sie hatten einfach Einen ganz anderen Plan Noch mit dem Mit dem Lineup Außerdem Übrigens Tiny Wird davon auch gekontert Also OD kontert Tiny In der Mitte schon hart Vielleicht war das auch Ein Grund den zu picken Einfach dass er in der Mitte Sehr stark steht Egal was Spirit da hinstellt Vielleicht haben sie dann gesagt Machen wir lieber den Den Timber hin Wäre interessant Da mal Mäuschen zu spielen Zu hören Ob der Draft Nochmal geändert wurde Aber Ich hätte doch eher noch Sogar Tiny Als Timber gesehen Obwohl beide dagegen untergehen Oh da muss er aufpassen Lift geht durch Und Kaka hat Hat hier noch das Proud Von Chalice dazu bekommen Reicht trotzdem nicht Für einen Kill Allerdings auf der anderen Seite Hier wird auch gekämpft Spirits Großer Angriff Mit Tiny Und Darkseer Ist interessant Dass Ah jetzt weiß ich warum Das Ghost reingesprungen ist Es lag darin Dass Somnus dazu gekommen ist Und Ja das ist auf jeden Fall ein Kill Wasser 12 wird gut gemacht Sie haben sich nämlich gesplittet Und dadurch kriegen sie hier nur einen Und auch den Wertloseren Wenn man so will Was die Positionen angeht Dax hier Wird nochmal wegkommen Das bedeutet Timber hat mal kurz Luft Und kann ein bisschen in der Mitte farmen Der OD Ist schon krass gefahnt Aber er ist nicht alleine damit Der Monkey Hat richtig viel Gold Und der Prophet Wie ja auch letztes Mal Extrem gefahnt Also insgesamt Viel mehr Gold Und XP Für RNG Und wisst ihr was Total interessant ist Das sieht man auch ganz selten Sie haben wirklich Einen großen Gold Und XP Vorteil 18 und 13 Prozent Und trotzdem Sagt Dota Plus 76 Prozent Für Team Spirit Einfach wegen der Lineups 76 Prozent Das habe ich glaube ich Noch nie gesehen Bei so einem Vorteil Fürs andere Team Richtig richtig interessant Dass sie Spirit Hier so weit oben sehen Auch von Anfang an Es hat schon mit 60 zu 40 Prozent Nach Dota Plus angefangen Und obwohl RNG so einen Vorteil Rausgekämpft hat Sinkt die Wünschwahrscheinlichkeit Sogar noch für sie Ich sehe das übrigens Überhaupt nicht so Ich sehe RNG hier Vorne jetzt aktuell Aber ich denke Beide Teams können noch gewinnen Ich finde auch nicht Dass das Lineup von Spirit Jetzt plötzlich Unschlagbar für sie wird Oder so Keine Ahnung Zurzeit sind sie auf jeden Fall Noch Schlagbar Wie man sieht Da haben sie sich Den nächsten gegönnt Jetzt gibt es noch Den Tinyum drauf Nova hat ganz knapp Überlebt Das war aber auch schon Wieder sehr edel Von RNG gespielt Mit dem Sprout Und allem da Charlie ist sofort An Ort und Stelle Oh Toronto Die kleine Sau Da hat der Rubik Sich noch über den letzten Kampf gefreut Und da kommt mal So eine Timbersäge vorbei Willst eigentlich nur Durch den Wald gehen Und dann ist da Der Holzfäller So eine Scheiße Wird noch ein bisschen gepinkt Vielleicht trifft man hier Noch mal aufeinander Sieht aber aktuell Nicht mehr so aus Und ja Der Troll Probiert jetzt mal langsam Sich in Richtung Battle Fury Zu bewegen Der hat auch ein bisschen Nachzuholen Na Ihr seht es in der Übersicht Der hat vergleichsweise Nicht so den geilen Farm am Start Hm Darkseer hat einen Point Booster Gequeued Was kommt denn da Für ihn gerade Nur klein Zeug Will der ein schnelles Aganems kaufen Vielleicht Gucken wir uns an Wer das macht 9G sollte gerade Glaube ich Recht zufrieden sein Mit der Situation Witchblade Vom OD Wird demnächst Da sein Wir haben Eine Fast fertiggestellte Vessel Auf dem Prophet Mal kurz gucken Ob irgendwelche Manöver Demnächst gestartet werden Aber ich sehe Keine Smogs Ah doch da ist einer Ähm Also ich hatte Gedacht Er Das war Er hat keinen Smog im Inventar Aber er hatte einen Invis sogar noch gefunden Für Mira Der geht Dagger Aber auch natürlich Als Support Ist ja nur die Tranquil Boots Ich finde Das sieht alles Sehr sehr gut aus Für RNG Aber Vielleicht kriegt Spirit ja Jetzt mal Einen gewonnenen Kampf hin Und werden nicht bestraft Für den Kill Alter überlebt Nova lang Und da ist es Im Prison Nach dem TP von Sumnus Nova lebt immer noch Immer noch Immer noch Und der Rest von Spirit Rennt jetzt schon Bevor sie den Kill gemacht haben Also auch dieses Unterfangen Wird vehement Vereitelt Einer kommt raus Und der andere nicht Ghost zu mobil dafür Darkseer Schließt sich seinem Support an Die beiden sind tot Klar Ja Toro hat Space Durch diese Manöver Der wird jetzt nicht Aufgehalten von RNG Aber müssen sie ihn Wirklich aufhalten Ist er gefährlich Ja Mit vielen Items vor allem Aber Der braucht schon noch Lange 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 Und bei denen selber Sieht es ja auch gut aus Die haben durchaus Kurs Um dem Beizukommen Wenn sie ebenfalls Items haben Gerade jetzt denke ich Wenn das OD Witchblade fertig ist Und wenn die Spiritwessel Fertig ist Ist RNG einfach Bockstark So was war das Fetter Leck Nichts passiert Fand ich auch total krass Markus Aber ich gehe auch Überhaupt nicht mit Und so langsam versucht Ha Dota Plus versucht Langsam zurück zu kommen Seht ihr wie sie sich Rausreden wollen So ja Also eigentlich meinte ich Nur 69% Naja es ist trotzdem Auch immer noch Super komisch Ich würde auch gar nicht Sagen dass Spirit keine Win Chance Mehr hat Aber realistisch hier Meine Einschätzung nach 65% RNG Und nicht andersrum Und nicht 69% für Spirit Und die sind hier vorne Und das Lineup gewinnt auch Äh wenn es so weiter geht Da bin ich sicher Dass sie das gewinnen können damit Ja Stunt auf den Darkseer Den haut es jetzt erstmal Aus dem Leder Mann der macht auch schon Ganz guten Schaden Der Monkey Ja auch auf Corrosion Minus Armour Und Somnus natürlich Mit den Auto-Hit-Tacks Also wenn er Witchblade hat Ich sehe selten Odie Witchblade Weil Odie nicht mehr viel gespielt wird Aber wenn er Witchblade hat Ist das schon ein fetter Lannage Nenni steht mal wieder Auf Ex Nova Der so tanky ist 1180 Leben 5 Armour Fühlt sich an wie das Doppelte Der Torstus bringt alles nichts Das ist alles irrelevant Und die Death Äh die Nature's Profit Ulti Auf einem der letzten Bounces Haut dem Tiny Die Hüfte raus Stein zerbricht Gab einen Glimpse Versuch Geschützt Durch Prison Auch nice Ne der OG Äh der der OD Scheint ein guter Pick gewesen zu sein Bisher Schön den Glimpse gekontert Oh Nova hat die die Chain abgebrochen Aber irgendwie wurde er nicht Nach hinten geworfen Wie richtig Und Wukongs Command Trifft ganz ganz viele Static Storm Naja Hm Geht so Und der Rest von Spirit Kämpft irgendwie Sie haben jetzt den OD gefokust Versuchen noch mehr Und ich glaube die dürften Da nicht zu weit rein Das ist das erste Mal Dass sich der Troll Angeschlossen hat Noch vor der Fury Und er sind zu tief rein Ist auch schwer Weil er sich ja nicht mehr Steuern kann dann in der Ulti Sie sind zu tief rein Als der OD gefallen ist Habe ich mir schon gedacht Hm Kann sein dass sie hart Bestraft werden Aber es ging noch Er wurde halt hier Einmal eingesperrt Na Dadurch war es klar Dass sie in Fokus Zu müssen Dann ist er direkt gestorben An Äxten und so weiter Und ich glaube da Hätten sie noch Geschlossener rennen müssen Weil jetzt verlieren sie Dafür eben den Troll Und noch dazu den Tiny Und der Troll ist der eine Den sie auf keinen Fall Verlieren wollen Den wollen sie echt nicht verlieren Geil war der Kampf Allerdings was Böwits Seite angeht Für den Timber Hm Der hat jetzt Boah Durchaus profitiert davon Na Der hat gut Gold gemacht Gut XP gemacht Hat auch viel Schaden gedrückt hier Ist jetzt eine sehr starke Phase Für so einen Timber Obwohl er noch nicht viele Items hat RNG Am Tier 1 unten Wollen also sogar noch mehr rausschlagen Als die beiden Kills Und es wird ihnen auch gelingen Ah Spirit hat jetzt gerade noch ein paar Cooldowns Wall 40 Sekunden Static Storm 40 Sekunden Und natürlich auch Battle Trance Die Troll Ulti Witchblade ist trotz des Todes fertig Und er hätte auch eine Sanities Eclipse Eigentlich kann RNG jetzt ganz gut kämpfen Sie haben keinen Wukong Ähm Keinen Wukongs Command Aber Alles andere Und die Gegner haben Cooldowns Und sie haben solide Item Timings Der Ghost Äh Der Echo Saver für den Monkeys Auch fertig Mal sehen ob sie ihn finden Sie versuchen es auf jeden Fall Also zu kämpfen ist schon mal Ein geiles Play von ihnen Finde ich Miposhka wird dagegen auch nicht viel machen können Hier zu sterben Aber er hat noch Zeit geschunden Und das ist jetzt die Frage Kommt dadurch der Rest weg Zwei von Spirit Rennen Gen Tower Sind jetzt in den Bäumen versteckt Charlize Sorgt für Sicht Aber Es gibt kein Follow Up mehr an der Stelle Und RNG lässt ab Spirit nur ein Disruptor verloren Während der Troll weiter farmt Und es sind jetzt nur noch Ungefähr 1000 Gold Für die Battle Fury Aber die braucht er Und er braucht auch noch ein bisschen mehr Und RNG hat eben das Timing Und die denken gar nicht daran Jetzt abzulassen Selbst wenn die Cooldowns wieder da sind Die sind jetzt wieder da Static Stormwall und so Hat RNG einfach einen relativ starken Timing Point Das ist jetzt noch ein Tower Den sie dadurch bekommen Und sie gehen aggressiv nach oben Schwierige Positionen Für RNG Weil sie hochlaufen müssen Vielleicht der Käufer ist bewirkt Ja sie sagen das probieren wir Schon wieder das Größe gegen den Toss Immer wieder savet er seine Mates Charlize steht jetzt hier nach dem Toss Ganz lustig Und da ist sie Die Mega-Kombo Vakuum Static Storm Und alles zusammen Reicht es vom Schaden Oh der OD haut auch richtig rein Übelste Klatsche Trotz Kombo bekommen Übelst weggefegt RNGs Damage hat trotzdem gereicht Und irgendwie Haben sie sich da durchgetankt Es sah eigentlich schön aus von Spirit Aber es hat nicht gereicht Sie hatten sogar noch Schaden Mit Schakam und allem Kriegt er wenigstens noch den Rubik hier Ja den Rubik hat er Aber die Chain wurde Von X-Novas Toss abgebrochen Auch wieder geil gespielt RNG macht super viele Individuelle Schöne Plays Vereitelt immer wieder die Projekte Von Spirit Saved mit Prisons Bricht irgendwelche Chains ab Der OD hat in dem Kampf Wirklich viel gemacht Und wir gucken uns nochmal In Slow-Mo an Weil es einfach Erst so gut fürs eine Team aussah Und sich dann trotzdem noch Gewendet hat Was dafür spricht Wie gut RNG einfach Ihr Timing Fenster getroffen hat Und wie stark sie aktuell sind Also hier ne Ich verstehe auch total Dass man dann da angreift Als Spirit Weil dieses auf den Highground gehen Ist ein bisschen tricky Das ist ein gutes Ding Sie stehen bereit Sie haben ihre Ultis wieder Das ist eine ganz lustige Interaktion Der landet jetzt gleich da Weil er da hingeworfen wurde Sie positionieren sich da auch schon Das wussten sie also Ziemlich stark gespielt Und jetzt Bomb Sie kriegen gerade so nicht Chalice Das war ein bisschen unglücklich Aber drei Leute Alles zusammen Da kommt Schakreim rein Aber irgendwie Irgendwie sterben sie nicht Die Avalanche funktioniert hier gut Der Monkey überlebt Misschief war Ich glaub Misschief Ach ne Ich glaub er wär auch so rausgekommen Also wirklich heftig Durchgetankt Auch wegen den Items Gute Items jetzt aktuell Gesamte Kombo überlebt Und noch Glück im Unglück Dass man mit irgendwie den Rubik Nebenbei getötet hat Alles andere Ist in die Brüche gegangen Was für ein Kampf Von RNG Was für ein Timing Was sie hier aggressiv Umgesetzt haben Stark gespielt Stark gespielt Wir ein bisschen vorspulen So Ich geh mal zum Live-Build Ja Ist nichts passiert Sie haben eine Roche Sie haben Roche geholt Keine Kills oder so Der Roche war in RNGs Kontrolle Jetzt pushen sie nach oben Um weiter auszunutzen Dass sie einfach so mächtig sind Sie haben eine BKB Auf dem Monkey Und dieser Roche Der war eben Auf Grundlage des Kampfes Fast ein No-Brainer Ich glaub das Bild War klar Dass sie da nichts gegen machen können Weil da war ja jetzt wieder Wall und Static Storm Auf Cooldown Und auch einfach Weil RNG viel stärker ist Monkey hat Das meiste Gold Mittlerweile Der Troll hält noch gegen Da war Der Lift Gegen Tiny am Start Rubik Hat keine Lens Ist trotzdem angekommen Sein Dagger Gab ihm wohl die Mobilität Und Aegis auf dem OD Macht's natürlich jetzt Relativ entspannt Ich hätte mir sogar vorstellen können Dass sie das Aegis Den Profit geben Weil er dann Die Tower die ganze Zeit haut Der macht ein bisschen mehr Gegen Tower Andererseits weiß ich nicht mal Weil der OD hat mehr Auto-Tick-Damage gekauft Troll probiert seine BKB zu bekommen Man muss eine Sache echt sagen Die Fury Ist noch nicht lang her Dass er die fertiggestellt hat Und jetzt hat er schon fast die BKB Also der Troll Hat wirklich guten Farm Oh Dota Plus Hm Komisch 67% für RNG Ist ja seltsam Obwohl jetzt der Graf wieder runter geht Hier was die XP angeht Ja 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 Kannste keinem erzählen mehr ey Da sitzt ein Mensch Hinter dem's peinlich ist gerade Hm Ja Versucht seinen Gegnern Auszuweichen Steht im Gegnerwald Wartet bis er sich trauen kann Da irgendwie mal ein Camp zu farmen Und so Bis er genug sieht von den Gegnern Sie haben ja hier sehr viel Vision Also Spirit hat im Gegnerwald sehr viel Vision Warte mal Ah doch Ich hab noch Sound Hm Jetzt hat er das gefarmt Ist auch interessant zu sehen ne Wie tief der sich da bewegt Um nicht entdeckt zu werden Und wie krass die Wards von Spirit Aufgestellt sind Um ihm diese Möglichkeit hier zu geben Irgendwie Das BKB Recipe Zu Ende zu farmen Ähm Du siehst den Troll gar nicht funktionieren Sagen der Uli dagegen steht Genau Das Zauberwort ist eben die BKB Ne Hadriax Also wenn er BKB hat Hat er in der BKB Duration Möglichkeiten Klar es gibt immer Prison Und so weiter Aber er hat auch noch ein Team Und er hat Lockdown Und so Die haben noch Control Ich find schon Dass er Dass er hier funktionieren kann Dass er auch Impact haben kann Aber ich würde auch niemals sagen Dass Spirit in irgendeiner Weise vorne liegt Also RNGs Lineup ist stark RNG kann einen Troll auch im Late Game besiegen Mit dem Odi Und den anderen Tools die sie haben Ja Also Ist ganz schwer für Spirit Das Spiel zu mir Sieht aus Als würde es ein 1-1 werden Muss schon So Muss schon so richtig viel schief geben Der Spirit muss ohne BKB erwischt werden Oh Na gut Muss noch mehr schief gehen Scheiße Er hat die BKB Und Ja Sonst hätten sie Nach dem Aegis Auslauf Den vielleicht erwischen können Also die beiden wichtigsten Chors Haben beide BKB Für RNG Ja Dann müssen sie ihn eben erwischen Er darf sich nicht bewegen Da drin Dafür haben sie zwar nicht so richtig Das Lineup Aber vielleicht mit dem Tiny oder so Und RNG weiß das RNG weiß wie stark sie sind Und das gehört auch immer dazu Das ist einfach auch gut Von innen Allein schon dieser Angriff In der Mitte da Nach dem eher ausgeglichenen unten Es war gut gespielt Hat sie sehr belohnt Oh Sofort tot der Kollege Spiel ist fast vorbei Der Troll kriegt die BKB gar nicht mehr Weil hat sie Alter es geht immer ein bisschen schneller Als ich denke bei diesen Pros Er hat die BKB Er hat die BKB Aegis läuft gleich aus Eine winzige Timing Option für Spirit Ich glaube sie würden den Kampf verlieren Aber vielleicht sollten sie es trotzdem riskieren Tatsächlich Was hat der Rubik geklaut? Toss Jetzt will RNG gehen Und das wäre jetzt der Punkt Na gut 10 Sekunden auf Darkseer Wäre knapp geworden Schwierig zu exekutieren Da jetzt irgendwie Ein Follow vom Zaun zu brechen Na ich dachte vielleicht Mit so einem Glimpse oder sowas Ein zurückziehen Langsam einen Kampf starten Und dann mit dem Auslaufen des Aegis Und der BKB vom Troll Einmal zuschlagen Im Endeffekt verlieren sie jetzt Eine Lane Ohne sich zu wehren Es könnte auch wirklich Der bessere Call gewesen sein Da gar nichts zu machen Weil wenn du den Kampf dann verlierst Ist das Spiel durch So hält sich Spirit Zwar im Spiel Aber die Chancen sinken Eben immer weiter XP ist fast ausgeglichen Das ist ganz interessant Aber goldtechnisch Hat RNG einen enormen Vorteil Und von den Helden Gegeneinander In dieser Zeit Gerade mit den Items Ist RNG einfach viel stärker So Jetzt aber hier Spirit mit dem Smoke Vielleicht erwischen sie ja einen Bevor dann alle reagieren können Um ihn zu retten Der Odi ist weit weg Oh und der Monkey Ist weggejumped Ich glaube die haben es gecheckt Smoke ist gebrochen Sie wissen Also Spirit weiß Dass Gegner hier sind Und sie wissen Sie haben keine Vision Da kommt der Timber rein Er trifft nicht Der Monkey hat reagiert Das ausgewichen Wow Sie haben ihn da gesehen Auf dem Twist durch den Ward Oh was ein Play von Ghost Das war's Spirit muss raus Oh sie geben alles Aber das war stark gespielt Der hat das voll Auf dem Schirm gehabt Dass das passieren kann Das war doch kein Zufall Er ist hier Sie sehen ihn Sie warten Sie wollen ihn da überraschen Ah es ist einfach schnell gewesen Der hat einfach schnell reagiert Ich glaube damit hat er nicht mal 100% gerechnet Der hat einfach nur super schnell reagiert Weil es hat einen Delay Also da runter zu jumpen Ist nicht instant Wenn du das drückst Dann dauert es kurz Und ich hätte gedacht Er macht die instant Ja vielleicht war es aber auch Ein bisschen Glück Vielleicht hätte er versucht zu reagieren Eher Primal Spring gemacht Weil das geht schneller Als einfach runterspringen Ich weiß es nicht Vielleicht hatten sie Glück Vielleicht war es eine krasse Reaktion Und gut getimt Und er wollte Primal Spring noch aufsparen Aber es ist auf jeden Fall In die Hose gegangen Und ich fand den Angriff von Spirit Gar nicht so doof gedacht Hat halt nicht funktioniert Der Monkey ist ja auch davor schon weggesprungen Bin da auch nicht sicher Ob er sie gesehen hat Weil da sind halt nur Sentries Da ist wirklich die Vision Kontrolle Komplett bei Spirit Was total beeindruckend ist Dass sie die so aufrecht halten hier Ja noch halten sie ihre zwei Lanes Der Timber lebt gleich wieder Und der Troll hat die im nächsten Badger Der will Leute So richtig beeindrucken mit seinen Schlägen Dass sie sich erstmal gar nicht bewegen können Und einfach nur Völlig irritiert und erstaunt angucken Und denken Was ein schöner Schlag Braucht aber noch eine Weile Auch wieder ein Item Wo ich denke es dauert ewig Und dann gucke ich eine Minute später Na das im Inventar Ist krass was Marcy so machen kann Mit nur Tranks Die hat auch nach wie vor einfach Nur Tranquil Boots Und das reicht Klar sie hat so kleine Sachen Dann Fluffy hält Ein bisschen Movement Speed Durch die Delays Der Rubik geht Force Death Der will keine Lanes Obwohl er Arc Boots hat Dass der ja die bauen könnte Will einfach nur noch Einen schicken Force Death Ist auch geil Ist schön mobil Force und Dagger Ist in jeder Situation was Stimmt er hatte Ah ne hat er nicht Ah mit 14 hatte er das noch Ah hätte ich auch nicht gedacht Dass er das Orb Präferiert Aber ich kenne den Held auch nicht gut Es weiß ich nicht wem sie die Tomes gegeben haben Aber Ja Toro Musst du bedenken War wirklich die ganze Zeit Am Farmen Es kann auch sein Dass er Tomes genommen hat Aber die XP Die hohen XP Hat er primär deshalb Weil er während die anderen gekämpft haben Immer den Gegnerwald gefarmt hat Mit der Battle Fury Also der hat viel gefarmt in dem Spiel Der hat definitiv viel gefarmt Das sieht man auch Das ist der einzige Der noch mithalten kann Mit den anderen Und ja Ich muss auch echt sagen Dafür dass so viel Auf den Troll gesetzt wurde Die Runde BKB und Fury Klar mit einem Basher Und vielleicht noch einem Item danach Würde ich sagen Ey Aber das ist nicht so krass Also der wird in Kämpfen Nicht so viel machen Gerade nicht gegen OD Bisher ist das nicht so gefährlich Für RPG Die haben auch ganz viele Force Steps Die kannst du auch benutzen Wenn du festgewurzelt bist Von seinen Schlägen Nicht gegen Bashern natürlich Und das wird wohl ein Hex Witchblade BKB Hex Für den OD Das sieht schon viel gefährlicher aus Der hat auch sogar noch mehr Gold Als der Troll Das wird tatsächlich rausgetraut Farmen hier ein bisschen Positionieren sich um ihren Troll Es wird auf Aegis gewartet Noch anderthalb Minuten Gute anderthalb Minuten Dann ist Roche In der Höhle Und dann gibt's Aegis Und das wird interessant Ob Spirid da rausgeht Oder das akzeptiert Ich denke sie werden kämpfen Das ist ein Schadrosch Und vielleicht passiert ja sogar schon was davor RNG sucht zumindest Spirid sehr defensiv unterwegs Berechtigterweise Aber ich glaube sie müssen um das Aegis kämpfen Ähm Sie wissen nicht wann es respawnt Das weiß nur RNG Spirid hat keine Möglichkeit Rosch zu checken Sie haben keinen Sunstrike Keine Clockwork Rocket oder ähnliches Aber sie haben ihn Sie haben ihren Basher Und ich glaube das ist es Die haben auf Basher gewartet Und jetzt rennen sie los Sie haben einfach gehofft Dass bis dahin Rosch nicht bespawnt Ähm Finden sich zusammen Das war ihr letztes Item Was sie noch irgendwie aufgebären konnten Und es geht in die Party BKB auch auf Timber Der Dax hier hat sein Aga gekauft Das heißt Einschall hat jetzt zwei Aufladungen Und er erhöht die Dauer um 15 Sekunden Und es gibt noch Bonusleben Wurde früher gern gemacht Wurde dann genervt Wurde dann genervt Ist wahrscheinlich immer noch ganz gut Ähm Bufft also zwei ordentlich Die Poshka hat keinen Schad Und sie finden Monkey Anstatt Rosch finden sie Monkey Der hat eine BKB Wurde gebasht Dadurch kein Command benutzt Oh Und da ist sie Keine BKB vom Troll verwendet Prison rettet den Monkey Sie versuchen trotzdem noch zu verfolgen Toronto in der BKB Rennt hier sehr tief rein Denkt das war eine ganz dumme Idee Und TP't einfach raus Ähm Der Rest hat sich derweil um die Master gekümmert Und das ist wirklich gut für sie Dass sie wenigstens die Master getötet haben Wenn Rosch respawned Könnt ihr die aber beibecken Und dann ist es 4 gegen 5 Und sie müssen vielleicht Rosch aufgeben Oh Ich glaube da werden sie sich in den Arsch beißen Dass der Troll nicht einfach BKB gemacht hat Weil das ist natürlich ein ultra wertvoller Kill Das ist tricky Das ist eine tricky Situation Ähm Aber der OD Konnte ihn da einsperren Und jetzt Haben sie erstmal den Outpost genommen Noch ist alles gut für Spirit Weil die Marcy tot ist Ne Jetzt ist der Timber gleich zurück Der chains sich fleißig Wie Tarzan durch den Wald Und äh Hat dann halt keine BKB Solange die Marcy tot ist Auch noch okay Ich hätte mir halt vorstellen können Wenn Rosch respawned Und wir haben das jetzt gesehen Dass Marcy beibeckt Ähm Und sie dann da den Kampf direkt nehmen Weil RNG so viel stärker ist Und jetzt sogar noch eine BKB fehlt Für Spirit Aber machen sie nicht Sie warten ein bisschen Ist ja auch okay Ne Damit ist dann BKB wieder da Diesmal nur noch 8 Sekunden Und Marcy auch Hab ich das gerade gehört Ich denke Warte Ist das bei mir draußen Oder war das im Spiel Das ist ein ganz seltsames Geräusch Wie so ein UFO was landet Ey ich glaube bei mir ist gerade ein UFO gelandet Das war Das ist mein letzter Stream Das waren meine letzten Worte Alter Jetzt wird gepinkt Spirit will natürlich contesten Marcy gleich erst wieder am Leben Oh der Lift auf die Klippe Weil sie hier Vision hatten Ja Tore steht auf der Klippe Ist gehext Kriegt mega Schaden Kriegt nix raus Ist tot Wird gebürstet Was ein Play von RNG Und er hat kein Beibeck Auch aber so schade Immer wenn wir kurz vor so großen Spannungsmomenten sind Gehen diese Kämpfe so aus Merkt ihr das heute? Das ist richtig krass Das ist jetzt schon mehrfach passiert Ich war mir sicher Da kommt gleich ein fetter Kampf Es wird richtig knallen Was ein Play von dem Rubik Ohne Lenz Er setzt hier ein Ward Ghost hat nochmal Vision gemacht Da Sieht er ihn Zack Und er lässt ihn auch nicht Er versucht ihn nicht glaube ich dahin zu Er hat ihn wirklich bewusst auf die Klippe gemacht Und was soll er da tun? Kein Forstaff im eigenen Team Keiner kann ihn runterziehen Da konnte keiner was machen Sie hatten kein Item um ihn da zu retten In dem Moment wäre das einzige Play BKB TP gewesen Instant BKB TP Hätte er machen müssen Alles andere ist sein Tod Und das hätte auch Rosh direkt aufgegeben Ich glaube es ist schwer so schnell zu schalten Aber das wäre das Play gewesen Er hatte die Sekunde Wo er es hätte machen können Als er raufgeliftet wurde Aber das war richtig gemein Das war ein absolutes Arschlochmanöver von ihm Extrem unsympathisch und geil Ja Jam hat der Disruptor sich gegönnt Und das ist jetzt auch der Forstaff für den Rubik Sie haben Aegis bekommen Der OD freut sich drüber Monkey hat ein Shadow Blade gekauft Und jetzt ist es ein Silver Edge gerade geworden Also auch noch Break gegen den Timber Und allgemein halt sehr viele Items auf dem Monkey Wenn ihr euch mal Vermögen anguckt Ja hier die 3 ne Eieieiei Und der Prophet wieder Sehr tanky gebaut Macht durchaus auch Auto-Attacks Bisschen anders als letztes Mal Bisschen weniger greedy Aber stark Hält viel aus Macht trotzdem noch soliden Damage Dem ist einfach schwer beizukommen Ist auch schwer ihn aufzuhalten beim Farm Der farmt eben noch viel Rubik Avalanche Toss Zurück in den Static Storm Kompletzer Combo Oder war der Normal Punch One Punch Man Anspielung Durch das Arganems Chart von Darkseer auch noch Dabei ist ein sehr sehr starkes Arganems Chart Das ist nett Da freut man sich ein wenig Diesen Kill zu bekommen Aber es war ein Static Storm Und RNG definitiv hier Absolut im Fahrersitz 95 Jetzt 93% Nacht-Dot-A-Plus Für RNG Und das heißt aber auch Wir haben noch Eine dritte Runde vor uns Wenn das gleich so ausgeht Wie erwartet Schönes Ding Doch doch Das geht Markus Das war mal so Das ist aber lange her Du bist ja auch ein Boomer Markus Allerdings Tony Moritz Hard outplayed Mit dem Klippenmanöver hier Ich hab für einen kurzen Moment gedacht Der Troll ist Atisi Nach dem Basher Da hat er ja die ganze Zeit Diesen Farm Modus gehabt Hat sich das natürlich Unter anderem auch wegen dem Tod Sehr nachgelassen Da kam nichts mehr Der wurde jetzt auch nicht Wirklich umgesetzt Der hat einmal hier Den Troll Schwitz Äh den Monkey schwitzen lassen Aber der ist ja dann doch noch rausgekommen Jetzt gibt es hier einen Blast Rig Ist potenziell solide Gegen den Monkey King Aber es kann auch gepurcht werden Mit BKB und so Ich glaube wenn man es nicht Purchtieren könnte Wäre Blast Rig voll krank Aber so Da ist wieder der Lift Ein Lift Sie alle zu knechten Kein Byback für den Timber Ist die bittere Realität Leute Kein Byback 150 Gold fehlen ihm Vielleicht ist es wenig genug Dass eine kleine Sneaky Bounty Wie diese hier Ihm einen Byback einbringt Aber hat es dafür die Kapazitäten überhaupt Ähm Es ist ein ähnliches Szenario Wie da gewesen Die Vision Kontrolle Reicht ONG Oder sie haben kurz Vision In dem Bereich Während die anderen auch noch darum kämpfen Und dann gibt es eben den Lift Den Initiate Und da ist ihr Lineup Einfach auch ein bisschen besser drin Sowas hat Spirit nicht Auf die Art und Weise So funktionieren sie gar nicht Die wollen eine fette Teamfight-Kommo machen Und da ist er wieder Der Lift Initiate Nach dem Dagger Rubik macht hier einfach Ein Hammer Play Ein Hammer Spiel Insgesamt muss man sagen Kaka spielt auch Echt guten Rubik Ich erinnere mich an den Ich habe den schon öfters mal Auf Rubik zugesehen Fand ich ziemlich oft Auch sehr sehr gut Oh und wieder Das Prison gegen den Glimpse Auch so ein schöner Konter Mr. Schmuss Was hältst du von Disrupta? Läuft bei ihm Geht nicht auch bisher der Pick Man muss es sagen Ich finde auch Der spielt ganz solide Aber Miposhka kann nicht viel machen Ähm Es könnte auch ein Farmen werden Und auf Gegner lauern Weil darin sind sie besser Als im Highground Ich finde es total süß Guckt mal Der hat Tree Grab geklaut Und hat sich so einen kleinen Baum geschnappt Guckt mal Oh Na also sie sind sehr sehr gut Also sie sind nicht so gut darin Highground zu gehen Wenn sie nicht davor einen Kampf gewinnen Sie sind sehr gut darin Kills zu holen auf der Map Wenn da irgendeiner sich zeigt Und so weit vorne steht Na Marcy Immer sehr gut in sowas Prophet kann überall sein Wenn er will Der Rubik haben wir jetzt schon mehrfach gesehen Mit seinem Mit seinem Läger Warte mal Bin ich doof? Ich dachte er hätte einen Forstaff Habe ich mich verguckt? Ich dachte Rubik hätte einen Forstaff Leute Der hat jetzt auf jeden Fall fast einen Arganims Da habe ich mich wahrscheinlich vertan Ne? Sorry Ähm Wenn dem so war Ich hatte gedacht Rubik hat einen Forstaff Vielleicht habe ich da den Prophet gesehen Ja Es ist aber auch so Es fällt mir auch auf Mr. Schmutz Es ist auch so Jeder Das Rob der den wir sehen Verliert Wohl eher ein Ast Ja So eine Mischung Kein großer Baum Ey Dimitri Der OD Pick war wirklich gut Wirklich gut Allein dieses Das habe ich im Draft Gar nicht erwähnt Weil ich es nicht mehr gecheckt habe Dieses Matchup In der Landing Stage schon Auch später Ich habe eher so über das Midgame Und später nachgedacht Aber das Das Matchup in der Mitte War ja auch schon so Dass der OD garantiert Ein geiles Spiel bekommt Weil Timber oder Tiny Haben keine Chance dagegen Dagegen hat der Spirit Kein Play Und er ist jetzt eben auch noch Er ist super gegen Gegen den Glimpse Er ist super gegen den Troll Ähm Er gibt auch genau das Was RNG eh noch gebraucht hat Mhm Also Ja genialer Pick Sehr ungewöhnlich auch Weil er zur Zeit nicht gespielt wird Aber das spricht ja für so ein Team Den Game Sense zu haben Dann den Pick zu finden Und das ist ihnen hier gelungen Das Spiel Ja Ist so lustig ne Es sieht aus Als wäre es ein echt guter Draft Für RNG gewesen Und das ist das eine Spiel Wo Dota Plus Wirklich mal gesagt hat Also da Also den Draft Das gewinnt immer Spirit Tiny Dark City Erfolge der Flop Ja Das Ding ist Markus Ja Jetzt ist es so Aber erinnerst du dich An die Momente Wo sie es probiert haben Wo es fast geklappt hätte Äh Vor allen Dingen Vakuum mit Static Storm Und dann halt noch Avalanche Und so ein Kram Das war schon gefährlich Und hat auch gut ausgesehen Es hat vom Schaden nicht gereicht Obwohl sie extra noch Ein Timber dazu gestellt haben Äh Ich bin mir bis jetzt Noch nicht ganz sicher Warum es vom Schaden nicht gereicht hat Also man kann es schon Vielleicht dahingehend sagen War ein Flop Aber ich muss ehrlich sagen Das ist so eine Kombo Ich sehe die in Spielen auch funktionieren Äh Tiny Dark City Er kann auf einer Lane Auch mal wirklich gefährlich sein Wirklich stark sein Die waren auch nicht ungefährlich Auf der Lane ne Die haben auch Kills gemacht und so Und es kann auch später Oh da ist ja der Lift Oh nein Aber diesmal BKB rausbekommen Vielleicht kann er das Behörd noch irgendwas machen Direkt reingebashed Toronto merkt jetzt schon Das war's Er ist viel zu stark Holt mich raus Leute Ich will gehen Das war King King Das war eine Milchschnitte Weg hier Oh Und ja Jetzt sind sie alle BKBs Der Troll ist gefangen Er hat schon Ulti gemacht Ah Er rennt auf Er wurde hoch Er wurde hingeworfen Öh Das war der Rubik oder Ich glaube es war der Rubik Und jetzt schnappen die sich den Rest Nur Marcy bisher tot Der arme Timber Er versucht alles Kollaps rettet ihm vielleicht Das Hinterteil Ne Ne Und die Wessel ist auch zu fies dagegen Chalice hat noch ein paar Leben übrig TP direkt raus Die ganzen Buybacks Kommt da jetzt noch Oh da kommt es noch Vakuum und Glimpse Da haben sie was Gutes gemacht Ich wollte fast den Disrupt da loben Aber hätte er nicht mehr gebraucht Das Glimpse war verständlich Oh die schmettert die Ulti rein Zerstört alles was gerade Buybacked hat Und RNG wird wohl die zweite Runde gewinnen Mit Dagger und Hacks ist er hier einfach viel zu stark Mittlerweile Oh er muss aufpassen Aber Lunge Normal Punch Wie stark Normal Punch einfach ist Jetzt ist Tiny tot Jetzt gleich Darkseer tot Und sie kriegen ihn mit Mira Sie kriegen den wichtigsten Kill im ganzen Spiel noch Einmal bitte 1800 Gold 1700 Gold Für Mira Ja zum wahrscheinlichen Ende dieser Runde Ich glaube nicht dass er sie aufhalten kann Aber in 20 Sekunden kommt ja nochmal der Troll Sie haben kein Forti Fall Er geht rein Er macht Avalanche Er wird geliftet Der 80. grausame Lift In diesem Spiel Ist wirklich die Rubik Show Was das angeht Oh Boundless Strike hat nicht getroffen Jetzt der Force Der überlebt Er überlebt tatsächlich Er hat nochmal kurz Zeit schon Das reicht aber nicht Der Damage ist zu hoch Der Damage ist zu hoch Er springt nochmal rein Bukongs Command kommt raus Und Troll bespawnt In dem Moment wo BG geschrieben wurde Ah Schön nochmal versucht zu verteidigen Vom Tiny Das wäre krass gewesen Aber das war natürlich Schon in dem Moment wo sie Initial den Kill Nicht bekommen haben War es Eher scheiße Das war hier diese Stelle Kurz davor Da ist der Timber verständlicherweise rauf Also die Situation Warte mal Hä? Ist doch jetzt hier Ah ja jetzt kommen sie So hier ne Hier sind sie halt rauf Aber er hat die BKB rausbekommen Und dann steht er da blöd Er will ja auch vorne so ein bisschen tanken Der Rest steht sehr bereit Die haben auch Ultis und alles Aber irgendwie wird es nicht so richtig umgesetzt Vielleicht fehlen noch ein paar Items Ein Dagger wäre da gewesen Zumindest Ja sie finden den Punkt nicht Somnus geht rein Und Da war es halt schon so Richtig scheiße Er geht Was ja richtig ist Auf den OD Aber der kriegt auch BKB raus Dann steht er da Wird gekitet Sein Team ist eben auch gar nicht da Es ist noch kein Static Storm Und noch keine Wall gekommen Also die sterben einfach alle Komplett hintereinander Äh Und das war es eigentlich da auch schon Ist eh krass Dass Bivit jetzt noch so viel gemacht hat Sie glimpsen hier die Marcy Der Glimps war tatsächlich ganz cool gespielt Oh wie sie noch ausweicht Jetzt habe ich gar nicht gesehen Dass sie dem Chakram noch ausgewichen ist Äh mit dem Jump Ich fand den Jump sehr stark Aber ich habe nicht gesehen Dass sie noch zeitgleich ihrem Tod Damit entronnen ist Ja und hier war ich sehr irritiert Dass sie dem Prophet noch so gefährlich werden Auf ihre alten HP Tage Aber im Endeffekt ja Also der Boundless Strike von Ghost Da auch nochmal ein Daher Das Ding ist natürlich An dem Punkt noch einfach sehr sehr durch Jo Okay 1-1 1-1 zwischen RNG und Spirit Und das heißt Wir haben eine dritte und finale Runde vor uns Geiles Ding Äh Ich chill mal kurz Und dann Werden wir uns die Gemeinsam wenn ihr wollt Zu Gemüte führen Liked gerne den Stream Wenn es euch gefällt Dann kriegt ihr ein Küsschen Von eurem Freund Freund oder eurer Freundin Mit Zunge Aufs Ohr Mh So Leute Kennt sich jemand mit Sportschuhen aus Ich brauche eigentlich Fußballschuhe Ich würde gerne Fußballschuhe haben Weil meine Fußballschuhe Sind scheiße Die ähm Kosten 20 Euro Die habe ich bei Wie heißt das Decathlon glaube ich Gekauft Und die machen immer Blasen Und sind extrem unbequem Aber ich spiele halt nicht auf Rasen Sondern ich spiele auf Äh So Gummi Diesem rötlichen Gummi Kennt er wahrscheinlich Da frage ich mich Was würdet ihr empfehlen Ich bin jetzt auch kein Fußballprofi Ich will jetzt nicht der krasseste Player sein Aber ich will auch ein bisschen Geld ausgeben Ich will dass der Schuh ganz gut ist Dass er was hält Und dass es sich auch gut mit ihm spielt Und zeitgleich will ich aber auch nicht Die Ultra Tappen haben Hättet ihr eine Idee Wenn nicht auch kein Problem Hättet ihr eine Idee Danke Max Danke Moritz Hast du breite Füße Ne Ich habe normale Füße Relativ normale Füße Ich gucke nochmal Also als ich klein war Ja Das ist eine Wahlgeschichte Da war ich im Schwimmbad So mit 6 oder 7 Und da kam ein alter Und sehr weise aussehender Mann Wo man gesehen hat Der hat auch wirklich Ahnung Ja Und er hat zu mir gemeint Hey Kleiner Du hast aber schöne Füße Du könntest Fußmodel werden Das Habe ich mir gemerkt Und das war natürlich Nichts Gruseliges Oder irgendwas mit Hintergedanken Von einem pädophilen alten Mann Das war ein nettes Lob Was mir ein alter Mann Im Schwimmbad entgegengebracht hat Als ich klein war Was ich damit sagen will Ich habe wunderbare Füße Ich habe wirklich Sehr schöne Füße Ja Meine Schuhgröße beträgt 43,5 Ähm Und meine Füße Sind sehr wohl geformt Barfuß Oh Gott Äh Es ist Es ist auf jeden Fall cool Die letzten Spiele Muss ich sagen Warrior of Doom Haben teilweise Sehr viel Spaß gemacht Aber teilweise Wurde ich auch ein bisschen Enttäuscht Weil ich manchmal dachte Jetzt wird es richtig geil Und dann ging der Kampf Superschnell zu Ende Weil ein Team Ein mega Initial Hinbekommen hat Aber insgesamt War es auf jeden Fall Super cool Hat sehr viel Laune gemacht Warum schreibt ihr denn jetzt Uff Da seid ihr wohl Sehr neidisch Auf dieses Erlebnis Das kann ich verstehen Nicht jeder hat So schöne Füße Was bei meinen Füßen Vielleicht ein bisschen eklig ist Wenn ich Fußball spiele Oder lange Und ja Und das passiert Mit den Blasen Und so Meine Haut Ich kriege da nicht So eine kleine Blase Ich kriege so eine fette Also es ist keine richtige Blase Es ist eigentlich So ein toter Hautlappen So ein riesiger Und den ziehe ich dann so ab So Dann habe ich wirklich So einen Hautlappen Von meinem unteren Fuß abgezogen Und esse ihn Weil man es macht Man will ja sowas auch dann Und das ist sowas Was ich gern verhindern möchte In Zukunft Ach verdammt Es ist kompliziert Es kommt auf die Fußform an Sagt er Ach kann es nicht einfach sein Hättest du nicht sagen können Guck mal hier bei Amazon Die heißen Football 6k Naja Dankeschön Die Mütze scheint anzukommen Leute Vielleicht ist die Mütze Die neue Mütze Weil die ist nicht so warm Über den Sommer Vielleicht ist es jetzt Der neue Style Also sagt mal ehrlich Findet ihr die Mütze Hat was im Stream Weil das ist auch besser Für den Greenscreen Ich hatte schon überlegt Durch die Hitze Einfach wirklich Gar keine Mütze mehr zu tragen Aber das sieht echt scheiße aus Mit Greenscreen Und ich will sie auch nicht zeigen Ja das geht ja nicht Vielleicht Adidas Mundial Mit Turfsohle Ich weiß nicht mal Was das ist Mann Scheiße Aber Toni Soos Klingt wie Toni Kroos Und das muss also gut sein Adidas Mundial Alter Die kosten 100 Euro Ah Hier gibt es einen für 80 Hier Turf Mundial 83,90 Bei Intersport Also vom Modell Finde ich den schon mal Ganz nice Muss ich sagen Ich kenne mich null aus Nicht die Bohnen Aber ich zeige euch den mal Trotzdem Der sieht vom Modell Schon so aus Wie was Was ich mir vorstelle Aber ich habe gleich noch Eine Frage zu dem Schaut mal Hä Klappt nicht Ach das geht nicht mehr Per Drag and Drop Oder was Okay Moment Äh So sieht der aus Also Ich finde die Die Sohle gut Weil das sind nicht Diese ultralangen Komischen Tappen Die brauche ich gar nicht Von der Form auch Ich finde ihn sehr teuer 80 Euro Finde ich echt teuer Aber meine andere Frage Der sieht für mich aus Wie so ein Straßenschuh Mit den Schnürsenkeln Weil meine Fußballschuhe Meine 20 Euro Fußballschuhe Die sind viel flacher Die sind so flach Die sind so Ich habe das Gefühl Damit man besser unter den Ball kommt Und so Man sieht da aus Wie so ein cooler Fußballspieler Und die sehen eher aus Wie so ein Sneaker Mit ein paar Tappen unten dran Aber mir ist schon klar Dass die bestimmt gut sind Fürs Fußballspielen Aber es sieht irgendwie Für mich nicht wie ein Fußballschuh aus Wisst ihr was ich meine Aber eigentlich ja Sowas habe ich mir vorgestellt Vom Prinzip Warum sind die denn so teuer Die sind doch nur aus Stoff und Gummi Ah warte mal Ich sehe gerade der andere Auf der anderen Der sieht doch deutlich lederigerer Und stromlinienförmiger aus Als auf dem Bild suggeriert Ich habe gerade noch ein paar Mehr Bilder von dem gesehen Der ist doch ein bisschen flacher Noch als ich dachte Vielleicht ist der ganz gut Der ist bestimmt gut Mit seiner perfekten Passform Und überragendem Ballgefühl Leute der hat Ballgefühl Das brauchst du dann gar nicht mehr Ist der Mundial weltweit Eine feste Größe Auf jedem Fußballplatz Der Fußballschuh kommt mit Einem Obermaterial aus Wildleder Und Leder für ein super bequemes Tragegefühl Da ist echtes Leder dabei Und hervorragende Ballkontrolle Seine Gummi-Außensohle Garantiert dir außerdem Traktion auf Kunstrasen Älterer Generation Während die Schaumstoff-Zwischensohle Optimale Dämpfung ermöglicht What the fuck Alter Diese Maschine das Ding Oh mein Gott Habt ihr den neuen HDR-Trailer schon gesehen? Hast du den gesehen? Den ich im Discord gepostet hab Mr. Schmutz Ah ja Hagazus hat schon geschrieben Einfach nur furchtbar Meine Fresse ey Darüber reden wir gleich Darüber reden wir gleich Ich habe noch zwei Dinge Über die ich mich Richtig auslassen muss Und dann gehen wir ins Spiel Nike Mercurial Ich habe jetzt leider Keine Zeit mehr Es gibt noch andere Themen Aber ich lese den Chat nach Und ich recherchiere das Hobbit-Füße hab ich nicht Moritz Mütze 10 von 10 Ja danke Pai Die Mütze passt wirklich gut Mit dem Bart zusammen Die Kombi erinnert mich Irgendwie an einen Detektiv Ja ne? So ein bisschen aus Ne alten Zeit noch Wo Farbe noch nicht erfunden war Ich finde Sportschuhe Muss man immer anprobieren Da hast du eigentlich recht Aber ich bin der bequeme Einfach Kaufer Ich mach's da beim Laden Also bei denen Geh ich dann schon in den Laden Mh Voll Roxy Yo Monk Auf jeden Fall Es geht noch ein Spiel Royal gegen Spirit Leute Zwei Sachen Das erste Herr der Ringe Sieht scheiße aus Mann Sieht aus wie Rat der Zeit Mit ein bisschen mehr Budget Was ist denn das? Es kann doch nicht sein Sind wir hier die Idioten? Sind wir ein kleiner Kreis Von Pseudo-Elitisten Die den alten Look lieber mögen Und die ganze Welt feiert Dieses CGI-Ding Warum gibt's nur noch Fantasy-Welten Die eigentlich ein sehr erwachsenes Ernstes und graues Raues Bild zeigen Heutzutage nur noch Mit perfekter Schminke Keinem Schmutz mehr Auf dem Hemd Und durchtrainierten Schönlingen Die sich Ich könnte darüber Okay Ich merke schon Ich raste gleich aus Das macht mich richtig sauer Weil ich darüber sehr enttäuscht bin Ich bin Fan von diesem Genre Und ich liebe Herr der Ringe Im Original Also die Die Original-Trilogie Von Peter Jackson Und Das ist ja gar nicht die Original Aber die liebe ich Und Alter Es ärgert mich einfach voll Weil es so schade ist Und ich werde es natürlich trotzdem gucken Und vielleicht ist es auch ganz gut Ich versuche es zu genießen Es hat auch Man merkt es hat Budget Es hat Look Aber fuck ey Es sieht nicht so aus Wie ich das will Ich will das anders Mann So Was 5.000 Was ist das nur für eine Schuhgröße Golf Profi Ist gut Ich sehe aus wie ein Golf Profi Ja vielleicht Ne Ich beziehe mich nur auf Trailer Und sammle Vorurteile Moritz Ist noch nicht draußen Ich meine den Look davon Kann Nalf und Kim Lee Waren auch durchtrainierte Schönlinge Oh es ist so geleckt alles Ey du siehst Die kommen wirklich aus einer 5 Stunden perfekt aufgetragenen Maske Die sind offenbar Während sie gegen Orcs kämpfen Zeitgleich immer noch 3 Stunden pro Tag Beim Friseur Einer muss es doch mal sagen Ähm Ja startet im September Anfang September geht es los Es kotzt mich einfach an So und wisst ihr was mich noch ankotzt Was mich richtig ankotzt Ich war gestern bei meinem Fitnesscenter John Reed Der gehört zu Die Reihe gehört zur McFit Gruppe Und ähm Da habe ich einen Vertrag Schon länger 20 Euro Ist recht gut der Vertrag Würde ich sagen Äh Und ich sehe so ein rotes Schild Und da steht ja Wir erhöhen die Preise Auf 30 Euro Bei jedem Bei laufenden Verträgen Einfach so Du stimmst in dem Moment zu Wo du durchs Drehkreuz läufst So Habe ich mit dem Typen geredet Fand ich ultra dreist Der meinte ja Nee komm Ich gebe dir jetzt eine Karte Du gehst erstmal so durch Ich werde dann ein Ticket schreiben Ich werde ihm widersprechen Und was passiert dann Richtig Sie werden es akzeptieren Und ich werde weiterhin 20 Euro zahlen Weil das überhaupt nicht rechtens ist Dass man sowas damit bestätigt Und das ist ja auch Dann für mich fein Kein Problem Weil es bescheuert ist Die Aktion ist aber nicht nur dreist Ich habe darüber mal nachgedacht Und ich finde daran was anderes Richtig schlimm Deshalb wollte ich es mal erwähnen Äh Und auch wollte ich Weil falls jemand von euch Zu McFit oder so geht Ihr könnt ihm locker widersprechen Auch wenn ihr schon durchs Scheiß Drehkreuz gegangen seid Übrigens Na das ist überhaupt nicht Ähm Relevant dafür Äh Also viele widersprechen Wie ich Ne Gerade die die weniger Geld haben Die sich kurz darum kümmern Die widersprechen Alles cool Aber wisst ihr was mich daran Wirklich ärgert Es ist eigentlich verboten Das zu machen So Sie dürfen das gar nicht Ist illegal Sie dürfen den Vertrag kündigen Das wäre was anderes Das ist fair Aber ihn einfach so Zu erhöhen Und zu sagen Du hast zugestimmt Indem du durch ein Drehkreuz läufst Geht nicht klar Ähm Sie machen das trotzdem Und was passiert jetzt Einige werden ihm widersprechen Andere werden es gar nicht merken Andere kümmert es nicht Oder sie akzeptieren es Murmel Äh grummelnd So Das heißt McFit und John Reed Kriegen aktiv durch ihre Preiserhöhungen Deutlich mehr Geld Das ist eine große Von 20 auf 30 Euro 50% Erhöhung In meinem Fall Ähm Sie kriegen aktiv viel mehr Geld Weil sie was machen Was eigentlich gar nicht rechtens ist Das ist ein bisschen wie Sie klauen aktiv Du kannst ja auch nicht was klauen Klauen ist illegal Kommt die Polizei ist nicht so geil Wenn du erwischt wirst Ich finde was die machen ist Die klauen Und wenn sie erwischt werden Sagen sie Oh sorry hast recht Hier ist dein Geld zurück Aber sie gehen dann zum nächsten Und klauen da wieder Das machen sie Bei jedem bei dem es klappt Haben sie mehr Geld Bei dem dem es nicht gibt Haben sie nicht mehr Geld Ich finde das voll schade Dass da nicht irgendwas greift Äh Und dass man wahrscheinlich Aktiv dagegen klagen müsste Mit so einer Sammelklage Oder so einem Scheiß Ich finde es voll schade Dass es einfach so geht Es ist nicht Ich finde mittlerweile Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht Ich finde es nicht nur dreist Ich finde es nicht nur ein frecher Versuch Ich finde es wirklich eklig Ähm Und ich finde es total krass Dass man damit offenbar durchkommt Na Wo kein Kläger Da kein Angeklagter Oder so weiß ich nicht Sie Sie machen es einfach Sie Sie ändern Die Kosten für laufende Verträge In denen Nix davon steht Dass es erlaubt ist Übrigens Also Das steht da nicht irgendwo drin Dass sie das dürfen Sie machen es einfach Trotzdem Wenn es klappt Klappt Geht doch gar nicht klar oder Was ist das für eine Scheiße So jetzt habe ich mich Ein bisschen aufgeregt Wir gehen ins Spiel Sorry Das musste mal raus Das hat mich heute beides sehr geärgert Sowohl der Trailer Als auch diese Aktion Von meinem Fitnesscenter Also wenn ihr Eine Sammelklage machen wollt Ich bin dabei Ja total Pain Factory Das ist einfach so Was mich daran so ärgert Ich weiß genau wie das läuft Das ist so Die Leute die es ärgert Wie mich Die widersprechen Und dann ist es für sie ja Aus der Welt Da ist ein Mensch Mich eingeschlossen Auch relativ egoistisch Das Problem ist dann nicht mehr da Du zahlst ja deinen Preis Die Leute die mehr zahlen Sind genau die Die eben nicht aufschreien Und dadurch passiert eigentlich nichts Außer dass Diese große Firma Mit großem Einkommen Mit einem großen Ding Auf illegale Art und Weise Viel mehr Geld In irgendeiner Form Gerade wenn es im großen Stil passiert Das muss ja jetzt nicht Jeder kleine Fisch Das wäre ein logistisch gigantischer Aufwand Aber wenn große Firmen Dinge machen Die in die Richtung gehen Dass es einfach automatisch Dann landesseitig Eine Konsequenz geben sollte Oder so Das ist ja Es ist einfach schlimm Also Das weiß ich nicht Moritz Ich kenne mich auch nur mit dem Thema aus Ich finde es einfach nur scheiße Ich habe keine Ahnung Von der Rechtslage da Ich weiß davon gar nichts Ob da jetzt eine Sammelklage Gar nicht geht Oder doch Oder was man da machen könnte Oder müsste Es ist mir auch egal Ich finde es einfach doof So Mann Das musst du dir mal überlegen Du gehst in ein Fitnesscenter Und da ist ein Schild Und da steht Ja wir erhöhen die Preise In laufenden Verträgen Zum nächsten Monat Um 50% Du bestätigst das Ganze Indem du durch dieses Drehkreuz läufst Vor allen Dingen noch implikativ Dass du sonst auch keinen Sport mehr Plötzlich machen darfst Was dein Vertrag ja auch garantiert Und Dann komm Gehst du zu einem Angestellten Und der sagt Okay ich lasse dich mit meiner Karte rein Damit du nicht deine aktivieren musst Um dem nicht digital zuzustimmen Was man wahrscheinlich trotzdem Was eh nicht relevant wäre Aber ne Das ist doch so Hä wo sind wir denn hier Also ich dachte echt Ich bin im falschen Film Mhm Wir sind sehr früh in den Draft gegangen Sehe ich gerade Ich dachte irgendwie Wir hätten mehr Zeitdruck Weil ich so viel gerantet habe Aber geht noch Wir kommen mit einem guten Timing Ins letzte Spiel des Tages 1-1 Auch jetzt wird wieder einer ausscheiden Royal Never Give Up Oder Team Spirit Werden das Turnier heute verlassen Der jeweils andere zieht Gegen Team Secret Ins Halbfinale Und hat auch schon mal Deutlich mehr Kohle Eingesteckt Ähm Wer wird's machen Mal sehen Für wen seid ihr Gibt's hier überhaupt Favoriten Royal Never Give Up Gegen Spirit Beides keine europäischen Teams Gibt's da einen Wo ihr sagen würdet Ja Da stelle ich mich dahinter Gerade von dem Was ihr bisher gesehen habt Vielleicht Oder so allgemein 1 für RNG 2 für Spirit Was würdet ihr sagen Wen seht Äh Wen möchtet ihr gerne Als Sieger hier sehen 5 Sekunden Radiant Team Band Team Spirit Turn to Pink Was sind denn Knicksenkfüße Deshalb brauchst du So eine teure So eine teuren Schuhe Ich hab keine Ahnung Was es ist Ein Knicksenkfuß Spirit bist du Du willst Spirit Aber guck mal Tony zum Beispiel Möchte RNG Red Rotten Sagt dann schon wieder Eher Spirit Ist sein Team Die Irina ist immer spannend Ja Das ist wahr Ich überlege gerade Wie ich so sagen würde Vom Vom Skill her Also wie ich jetzt Die beiden Teams finde Welches ich als besser sehe Und da muss ich ehrlich sagen Ist sehr knapp Ist sehr knapp Und ich würde sagen Minimal RNG Äh Von dem was ich bisher gesehen habe Ich denke RNG hat Eine kleine Nasenlänge Ist eine kleine Nasenlänge vorne So So 1-2% stärker Ist aber nur meine Einschätzung Und ihr merkt schon Das ist sehr ausgeglichen Hier kann also alles passieren Es gibt wieder den Tiny First Pick Für Team Spirit Also es gibt wieder Den Tiny First Pick Hm Und ob der jetzt Support Wieder für sie wird Oder nicht Das ist eine ganz andere Frage Also gerade dieses Support Tiny Ding Ja Ist schwer einzuschätzen Finde ich Wie gut das war In dem Spiel Ehrlich gesagt Hat jetzt am Ende Natürlich gar nicht mehr geklappt Irgendwann Markus Umi Sind auch noch für Spirit Also ein bisschen mehr Spirit Lese ich hier Ah Plattfüße Okay die kenne ich Ähm Eigentlich weiß ich gar nicht Was ich für Füße habe Noch nie hat sich jemand Der Füße gut kennt Außer der Mann im Hallenbad Meine Füße angeguckt Jetzt kommt 100% Meta Draft Wie kommst du darauf Red Rotten Also ich Ich wollte gerade sagen Ich würde dir widersprechen Und in dem Moment kommt die Lina Die glaube ich gerade nicht Meta ist Weil jetzt haben die beiden Teams Ja ein bisschen Erfahrung Aneinander gesammelt Und spezifizieren ihre Drafts Vielleicht etwas mehr Wo ich aber komplett mitgehen würde Ist dass wir viele Meta Picks haben Weil die beiden Spiele davor Nicht in so eine Richtung gingen Wo ein Team jetzt sagen muss Okay wir ändern alles Das ist komplett Standard Lina Ja Hab ich heute noch nicht gesehen Allgemein letzter Zeit Nicht viel gesehen Was wird das jetzt Wird das eine Core Lina Das könnte eine Mitte Lina werden War eine Weile sehr beliebt Könnte eine Support Lina werden Haben wir fast nicht mehr gesehen In letzter Zeit Miauts auch eher für zwei Genau beide wollen gewinnen Das ist aber schon die ganze Zeit so Weil wir in dieser Best of 3 Kein Lower Bracket Keine Gruppenphase Sache sind Was oft so ist Ist dass Komfort Picks Und das sind dann meist Meta Picks Gespielt werden Wenn man aufeinander trifft Das erste Mal in einem Matchup Weil man erstmal nochmal guckt Und einfach sein bestes Game machen will Und wenn man mit seiner Strategie Erfolg hatte In den letzten Partien Wenn man allerdings Nach ein paar Spielen Zum Beispiel jetzt In der 1-1 Situation In der Serie Sachen probiert hat Die eigentlich Meta sind Die nicht geklappt haben Oder auch merkt Man verliert einfach Und muss komplettes System brechen Dann kommen die verrückten Picks Also oft hat man im späteren Spiel Wenn beide Teams unbedingt gewinnen wollen Viel auf dem Spiel steht Auch mal ganz verrückte Picks Sehe ich jetzt hier aber wie gesagt Auch nicht unbedingt Weil die eben Sehr ausgeglichen Mittlerweile waren Und die Spiele Klar der OD-Pick war geil Das war ein guter Der ist aufgegangen Aber ich glaube nicht Dass jetzt Spirit denkt Oh nein Wir müssen unseren Draftverhalten ändern Nichts klappt was wir spielen So ist es nämlich nicht Spirit jetzt mit dem Rubik Der hat für RNG In Kakas Händen Zu großen Teilen Das Spiel gewonnen Der hat ganz viel gemacht Jetzt also mit Spirit Unterwegs Ja Ich glaube dass das sehr viel Individueller Skill von Kakka war Ein bisschen Glück Dass die Situation mit den Lifts Oft gestimmt haben Gerade das mit dem Troll War sehr sehr bitter Man muss dazu aber sagen Rubik ist hier Allgemein schon Ganz gut Weil Lina Stun ist einer der besten Sachen Die Rubik klauen kann Rubik hat keine Cast Animation Und Linas AOE Stun Kommt damit instant Wenn er den benutzt Und das ist sehr sehr geil Das ist sehr stark Wenn er das Laguna Blade Von dir klaut Ist auch ein guter Burst Der auch keine Animationen hat Spirit hat ein cooleres Logo Ja ich finde das RNG Logo Ehrlich gesagt sehr langweilig Also es gefällt mir auch nicht so Das Ding bei der Art ist hier auch Man packt die Sportsachen zusammen Ja freut sich aufs Training Eventuell hat man sich auch Erstmal überwinden müssen Da kommt man da an Und kann bescheiden Entweder zurück oder mehr zahlen Richtig In dem Moment Beziehungsweise in dem Vertrag zu stimmen In dem Moment geht man dann nämlich Meistens rein Weil man keinen Bock mehr hat Weg zu gehen Und das doppelt gemeine ist Das ist überhaupt nicht legal Du kannst da reingehen Du kannst durch dieses Drehkreuz gehen Und du kannst danach Immer noch widersprechen Aber damit spekulieren sie halt darauf Dass du das nicht merkst Dass du denkst Ah ich hab aktiv die Entscheidung getroffen Dem zuzustimmen Und das ist ein psychologischer Effekt Der dafür sorgt Dass weniger Leute dem dann noch widersprechen Weil sie denken Ach ich hab's ja schon versaut Oder sogar sie gehen rein Sehen das gar nicht Ist nur ein kleines Schild Sehen das gar nicht Ich komm raus Sehen es erst zwei, drei Tage Zwei Wochen später Und merken Oh Mist Ich bin die ganze Zeit Weiter zum Training Ich hab schon zugestimmt Gerade Leute Die jetzt davon Nicht viel Ahnung haben Oder so Die würden dann denken Ja ein bisschen komisch Aber ist jetzt so Bin ich reingefallen Oder sowas Und das macht so richtig Richtig eklig Und ich find echt Das gehört voll bestraft eigentlich Und deshalb hab ich mir was überlegt Ich werde nächstes Mal Kein Handtuch benutzen Spirit letztes Game Einfach outdrafted worden Ja der Odie Pick war sehr gut Ja Ich hätte das Spiel gerne nochmal gesehen Wenn ein paar Sachen anders gelaufen wären Dota ist so ein Spiel Es sieht dann immer alles so schwarz-weiß aus Ab einem gewissen Punkt Aber da sind so viele kleine Faktoren Die ineinander spielen Da fehlt ein Item Da fehlt ein Level Sonst wäre alles plötzlich ein bisschen anders Ist immer ganz schwer einzuschätzen Aber ja Der Odie Pick hat sie schon Sehr hart erwischt Oh Gott Endlich kann ich schauen Hey Jakob Ich geh mal nachschauen Hab auf dem Weg in den Urlaub Die Fähre verpasst Elf Stunden Fahrt Und minus tausend Euro Was No ey Was Das ist ja voll scheiße Jakob Tausend Euro musstest du zahlen Aber das ist auch so eine dreckige Situation Du bist ja auch recht jung Warst du alleine unterwegs Also wenn man alleine In jungen Jahren Eine wichtige Verbindung verpasst Und dann da einfach steht Das ist ein mieses Ding Oh Okay Ey das guck ich mir glaube ich an Das ist doch dieser Rechtsanwalt Also ich hab Keine so ein Draht Zu diesem YouTube Rechtsanwaltsding Aber das interessiert mich sehr Das Thema Was er dazu sagt Martin Hast du es gesehen Und wenn ja Liege ich komplett falsch Mit meiner Einschätzung Ist es total legal Ist es cool Oder ist es scheiße Die sie dir bauen Also ich hoffe mal Dass es scheiße ist Die sie bauen Sonst wäre ich echt enttäuscht Vom System Hm Ach ja meine Musik ist noch So wir kommen in die heiße Zweite Pick Phase Die ist immer sehr sehr wichtig Und spannend finde ich Monkey ist diesmal gekickt worden Vielleicht hervorhebenswert Und der Troll ist weg Das Blitz hat den Troll gebaut Hm Davon haben sie ihn selber probiert Oder Ne mit den Eltern zum Glück Oh okay Haben wir jetzt nach Langem Suchen Ihr habt jetzt nach Langem Suchen Ein Hotel gefunden Für ne Nacht Aber nochmal 400 Euro Ach das tut mir voll leid Ey Ist jetzt ne blöde Frage Du musst sie nicht beantworten Musst sie nicht beantworten Aber Ähm Wenn das kein Problem Für euch ist Die zu beantworten Ist es für deine Eltern Jetzt so Dass sie sagen Ja bisschen doof gelaufen Oder ist es was Wo man sich schon drüber ärgert Weil das sind ja Durchaus Beträge Die ein bisschen scheiße sein können Äh Und Ach das ärgert Das ist schade Gerade in dem Urlaub Ich hoffe ihr lasst euch Den dadurch nicht Ihr versaut euch den damit Nicht mental zu sehr Und hängt dem nicht zu sehr nach Sondern könnt ihn trotzdem Noch genießen Zumindest war gut Dass ihr angekommen seid Und dass ihr irgendwas Zum Schlafen gefunden habt Nicht legal Okay Sehr gut Immerhin Ne Weil Das war ja eigentlich auch klar Nicht legal Und damit Doch eigentlich auch Strafbar Na Was man da jetzt machen kann Oder nicht Keine Ahnung Aber wenn es irgendwo Eine Petition gibt Oder so Dann werde ich die unterschreiben Ein bisschen doof gelaufen Aber Stimmung Ist halt nicht so nice Ja Na gut Dass die Stimmung jetzt erstmal Für den Tag zumindest Im Keller ist Kann ich mir vorstellen Ich hatte das auch mal Dass ich Einen Anschluss Einen wichtigen verpasst hab Da war ich ein bisschen jünger noch Als du so 13 Und Das war eine fiese Situation Für mich Weil ich alleine war Und es wurde dann auch Etwas teurer Und dann hatte ich Ein schlechtes Gewissen Weil ich dafür gesorgt habe Weil meine Eltern Hatten sehr wenig Geld Oh das war ein unangenehmer Anruf Und das auch alles noch zu organisieren Ich hatte dann Glück Dann kam noch jemand Also ein Erwachsener Ich bin zu so einem Infoschalter Und der hat mir ein bisschen geholfen Mehr als er hätte müssen Da wurde ich so ein bisschen durchgeboxt Snapfire Slada Das ist sehr interessant Minus Armor Sehr viel Minus Armor Die beiden Helden zusammen Dazu Tiny Physical Das wird ein Tiny Core Mit dem Lineup Das wird ein Slada Offlane Snap Rubik Support Tiny Mitte Oder Safe Lane Ähm Und Why You'll Never Give Up Hat einfach mal Lina Lion Lina Lion Lion hab ich ewig nicht gesehen Einfach mal Vor allen Dingen Der Rubik kann wirklich Richtig geile Spells jetzt klauen Ähm Und ich finde auch nicht Dass Lion gut gegen Rubik Oder Tiny ist Also jetzt nicht auffällig gut In irgendeiner Form Spannende Wahl Äh Hab ich überhaupt nicht mit gerechnet Ist es ein Core Line? Ne Ist es eine Core Lina Das ist ein Lion Support Wahrscheinlich Ha Vielleicht haben wir die Laguna Blade Finger of Death Oldschool Kombination Laser Party Bei RNG Snap Core Wär geil Glaub ich nicht Slada My Love Ah Ja das Das sorgt jetzt auf jeden Fall Schon mal für Spannung Und das ist auch so interessant Weil Ey RNG Es steht 1-1 RNG will nicht verlieren Die machen hier komplett ernst Das geht um Millionen Von Dollars Die wollen unbedingt gewinnen Und sie entscheiden sich Für einen Lion Von all den Picks Beastmaster finde ich gut Beastmaster ist stark Der hat letztes Mal Als wir ihn gesehen haben Verloren heute Aber der Beastmaster War wirklich nicht schuld Der hat richtig viel gemacht Und das Obwohl sie so weit hinten waren Das war noch mit Nigma gegen LGD Das letzte Spiel Puh Marcelina Lion Beastmaster Also irgendwas an dem Lineup ist total verrückt Für mich Ich weiß auch nicht Ganz viel Single Target Disable Nicht mal nur Single Target Ganz viel Disable Ganz viel Burst Hm Sie haben Sie haben Ich meine Lina hat auch viel Auto Attack Damage Es ist eigentlich auch Gar nicht so schwach Das Lineup Es ist einfach nur so Untypisch Aber es ist Mordsgefährlich Also Marcy Wenn die einen findet Und dahinter sind Lina Lion Beastmaster Irgendwas von denen Irgendeine Konstellation Meist ist einfach direkt tot Spirit braucht BKB Helden dagegen Das ist klar Äh Sie haben jetzt schon zwei Mit Tiny und Slada Die da einiges machen können Die Snapfire Wird mit Mortimer Kisses Auch anstrengend Für die Squishies Von RNG Nur mehr Aber Lion Finde ich als Held cool Ich auch Ich auch Den alten Lion Fand ich vom Modell Noch sympathischer Lion hatte früher Als Dota noch In den Kinderschuhen war Also Dota 2 So ein richtig geiles Speckiges Doppelkinn Der wäre wirklich Hässlich Der wurde irgendwann geändert Und dann hat er ein bisschen Coolere Augen bekommen Cooleren Der ist nicht hübsch jetzt Aber der ist ein bisschen mehr Ja Ein bisschen Mehr klassisch Der Böse Der noch schön fürs Auge ist So wie Herr der Ringe Jetzt neuerdings In Amazons Händen Ähm Aber früher Da war Lion Ein richtiger Asi Ja Fettes Speckiges Doppelkinn Mit Bartstoppeln Ultra entstellte Fresse Riesennase Hä Ist da rumgelaufen Ein super cooler Typ Hat gesehen Dass John Reed Auch Nur noch Mitgliedschaften Ab Silver Level rausgeben Und das auch nur noch Für einen Club Yes Deshalb sind die alten Verträge Nämlich auch so gut Meiner upgradet sich noch In zwei Monaten Hab ich die Goldkarte Für 20 Euro im Monat Und ich verstehe auch Dass die dieses Modell Nicht mehr jetzt haben Weil die Zeiten sich ändern Dass alles teurer wird Und ich würde sogar noch verstehen Wenn sie sagen Dafür müssen wir euch kündigen Ihr müsst euch einen neuen Vertrag machen Wenn ihr weiter Sport machen wollt Das machen sie natürlich nicht Die haben ja Interesse an zahlenden Kunden Und äh So hart wie die Weißt du sowas So hart wie sie ihre Preise machen So hart machen sie sie Und dann können sie Das müssen sie wissen Wer dann noch kauft und wer nicht So funktioniert Kapitalismus Da können sie ihre Analysten arbeiten lassen Sollen sie kalibrieren Was für sie am besten ist Aber meinen laufenden Vertrag Ohne entsprechende Klausel Zu ändern Wenn ich ein Drehkreuz passiere Da gibt es eine Nackenschelle Oder auch nicht Weil ich ein kleiner Lappen bin Aber am liebsten würde ich Es wird das aktuelle Champion Des größten Turniers oder? Ja Äh ja Toro Carry auf Terrorblade War das glaube ich Komplett richtig Erik Ähm Das war das Finale Äh Des TI Finales Mit dem Terrorblade Da stand es 2 zu 2 Zwischen LGD Die auch in dem Turnier noch sind Gegen äh Spirit Und es ist auch noch Das gleiche Lineup Sie haben das TI gewonnen Sie haben auch einen Traum damit Irgendwie gelebt So ein bisschen OG mäßig War das Ähm Also der Underdog Der immer besser spielt Und an den Gegnern wächst Und am Ende im Finale Unfassbares Dota gemacht hat Hier jetzt gegen RNG Auch übrigens ein sehr starkes Team Einfach mit Problemen Aber auch mit Chancen Und mit einem Phantom Lancer Gegen einen Jugger Hm Phantom Lancer Phantom Lancer Auch lange nicht gesehen Ich halte Phantom Lancer aktuell Für sehr schwach Leute Aber Eine Sache hat Phantom Lancer Er ist vielleicht gerade nicht In seiner allerstärksten Patchphase Aber wenn er Ins Lineup passt Wenn die Gegner nicht so viel Antworten gegen ihn haben Dann kann er Ab einem gewissen Spiellevel Einfach das Spiel Im Alleingang gewinnen Meistens ist es so Das Timing Wenn er Diffu Manta Und dann Hart hat Also wenn so das dritte Große Item Das zweite Sehr große Item kommt Ähm Weil dann ist der AP Pull Der Illus zu groß Die Gegner können ihm nicht beikommen Er macht die ganze Zeit Doppelgänger Und der Pick Ist nicht schlecht hier Doppelgänger Nullifiziert Omni-Slash Kann ganz gut Animations-Stunts Dodgen Wie der von Lion Auf Home-Level zumindest Und von Lina Ähm Wenn viele Illus sind Ist es schwer Roar zu treffen Allgemein hat RNG Nicht so die krassen Sachen Gegen den PL Und das ist auch der Grund Warum Spiriting gepickt hat PL ist auf dem Papier Hier gut Ja Das kann ich schon mal sagen Aber reicht es für den Sieg Sie haben eh ein spannendes Lineup Sie haben sehr viel Minus Armor Sie haben sehr sehr viel Physical Damage Sie haben fast kein Magic Damage Aber sie haben zumindest Mortimer Kisses Das heißt RNG kann sich nicht Nur gegen Physical einstellen Das ist schon mal sehr wertvoll Und der PL Ist ein geiler Pick Der Jugger ist mehr Standard Der ist auch zur Zeit sehr gut Ist auch zur Zeit stärker als ein PL Als Held Aber der PL passt einfach Wirklich Sehr solide rein Das könnte funktionieren Vielleicht Ja Oh warte Danke Habe auch gerade mal gedacht Aber gut dass ich es gesagt habe Mann Ähm Genau Collapse Hortus und so So jetzt Henry Ich verstehe dich voll Ich habe auch gedacht Das war so eine neue Scheiße Und kein HDR Das sieht genauso Wie die ganzen anderen Fantasy Sachen Auf Amazon aus Das sieht aus Genau Sieht aus wie Rat der Zeit Was neulich rauskam Mit mehr Budget Und ein bisschen hübscher Furchtbar dadurch So lange glaube ich Die haben gar keine andere Möglichkeit Außer Fantasy so aussehen zu lassen Ey Ich habe keine Ahnung Ich glaube sie haben zumindest die Möglichkeit Dass nicht jeder immer perfekt geschminkt Und wunderschön ist Das wird ja wohl nochmal Möglich sein Äh Dass nicht alle aussehen Als kommen sie gerade direkt aus der Maske Wenn sie irgendwie durch den Dunkelwald laufen Und da vor drei Tagen im Sumpf kampiert haben Aber wir dürfen damit nicht anfangen Take my Energy Team Spirit Von Drafting Gerade hattet ihr schon gesagt Die meisten waren eher für Spirit Welchen Draft findet ihr jetzt sympathischer Da haben wir auf der einen Seite Den PL Last Pick Mit Snapfire und Slada und so Und auf der anderen Seite Haben wir aber den Lion Ne Der ja auch ein bisschen Sympathiebonus genießt Eins für jetzt andersrum Eins für Spirit Zwei für RNG Schreibt gerne rein Würde mich wirklich interessieren Welchen Draft findet ihr hier Unterhaltsamer Sympathischer Einfach cooler zum Zusehen Ich glaube ich bin Rubik ist auch unterhaltsam zum Zusehen Aber ich bin fast mehr bei RNG Was den Draft angeht Ich gucke auch einem Juggler gerne zu Ja da mal viel Erfolg bei Ossi Ich glaube den habe ich nicht Aber du kannst ihn auf jeden Fall halten Und musst dich dann halt einsetzen Entsprechend Oh einsen bisher nur Spirit 1 1 Wegen Rubik Rubik ist auch cool Ja hatte ich auch erwähnt Lina Mitte Von Somnus Gegen Toronto Auf dem Tiny Wir haben die Slala Snaplane Ist genau gelandet wie wir dachten Natürlich Marcy 5 da Mit dem Juggler Das hätte andersrum sein können Marcy hätte mit dem Beastmaster stehen können Aber so ist es glaube ich etwas besser Da haben wir den Grab Dispose heißt es Into Blade Fury Und oben Ja es ist eine sehr klassische Lane So Beastmaster Line Cool dass man mal wieder Ein Laien sieht Oh einmal Red Rotten Für den Laien bitte Und K.O. hat auch nochmal ein bisschen Sich stark für RNG gemacht Rein vom Lineup RNG Auch bei Hubi Einfach deshalb Weil ich gestern Ein gutes Slala Spiel hatte Ah deshalb bist du für eins Ja verstehe Ja vielleicht wird der Slala hier Stark Er ist auf jeden Fall in Core Und mir gefällt der Draft von Spirit Muss man ganz klar sagen Also jetzt nicht auf dem Unterhaltungsvergleich Sondern wirklich von Spielstärke her Ähm Finde ich den Oh guck mal Dota Plus auch Den Draft von Spirit Ziemlich gut Vor allem den PL Ich weiß auch noch nicht so ganz Was dann ihre Antwort Gegen den sein soll Außer ihn natürlich Klein zu halten wenn möglich Aber wenn der ein gutes Spiel hat Wenn er ein bisschen Farm bekommt Und so Hm Ich überlege noch Oh Der ist tot Der ist tot Aber wie ist es dazu gekommen Dass er so steht Damit habe ich nicht gerechnet Dass sie den da so schnell töten Nicht auf Level 2 Wir haben eine Killer Lane Also die beiden können Kills machen Aber eigentlich kriegst du keinen Jugger Ah Der Jump Und dann Collapse Mit dem schnellen Stun Und dadurch kommt der Grab Erst danach Ghost hat Seinen Healing World hier hingesetzt Der wird schnell gefokust Und Collapse ist zu tanky Und zu stark Mit der Bracer Und den Stick Charges Uh Gut gespielt vom Slada vor allen Dingen Die haben alle Das ist ziemlich gut gespielt Sind halt Prost Aber der Slada Hat mit Glissarine Crush Einfach die Marcy überrascht Und abgefuckt Hm Der war schön schnell Bevor sie ihn disposen konnte Er kam ja nicht in Müll Sondern hat nochmal aufgehalten Und sie hat danach erst gegrabt Also Marcy Jugger Ist keine schwache Lane Na Aber Snap und Snap und Slada Ist auch eine eklig gute Lane Die sind schon sehr stark Zu zweit Das ist nice Ich gehe mal aufs Vermögen First Blood ist ja schon gefallen Sieht man direkt Der Slada hat jetzt Asche wie Heu Ich wette er geht mal wieder Zum Fischmarkt damit Oben ist noch ein kleiner Kill gefallen Und wenn ich vorgespielt habe Auch das so eine Sache Hätte nicht unbedingt passieren müssen Dass sie da den Support bekommen Finde ich Also relativ frühe Kills Die Lanes sind durchaus aggressiv Die sind dafür gemacht Dass sie auch mal einen Kill kriegen Aber es ist schon ziemlich früh Und Mana Dwayne hier gerade Gegen die Illu benutzt Ich weiß gar nicht Das irritiert mich gerade Ich muss das nochmal angucken Das ist einfach eine Illu Rune Oder was Warum hat der Illu Ach so Er hat Doppelgänger schon geskillt Jaja Das ist so ein Tryhard Verstehe Der hat die Doppelgänger davor benutzt Also er hat tatsächlich Sich entschieden Mit Mana Dwayne Die Doppelgänger Illus Zu zerstören Und damit keinen Mana zu saugen Effektiv Auch eine interessante Wahl Das war es was ich noch nicht erwähnt habe Daran habe ich aber schon gedacht Der hat halt Mana Dwayne Und der kann einen Shard kaufen Und dann kann er drei Leute Gleichzeitig aussaugen Also drei Illus zerstören Der PL wird hier nochmal rauskommen Ähm Jetzt gibt es hier den Jump aber Auf den Slada Wieder mit dem Stun Rausgezögert die Zeit Aber jetzt gibt es den Grab in die Fury Und da ist auch keine Snap dabei Body Blocks von den Creeps Reicht trotzdem nicht um ihn zu töten Er ist zu tanky Und hat natürlich noch eine Self Bisschen die Sachen rausziehen Damit es effektiver ist Und hochgeheilt Mh Jo Also diese drei Ziele Die er dann zerstören kann Diese drei Illus Die sind gegen Illu Helden Wie vielleicht eine Naga Ganz gut Er hat auch Spell Immunity Während er zieht dann Während der Mana zieht Oh Somnus Die Rotation von Mira Deshalb konnte er dem Slada nicht helfen Aber Nova reagiert Probiert hier noch was Geht auf Mira jetzt Die machen Cookie raus Er hatte Kein Disports mehr Aber selbst mit Schwierig Somnus hatte ja auch schon große Probleme Also die beiden Supports Neutralisieren sich in der Mitte Unten hat Collapse überlebt Deshalb immer noch 1-1 Ja und gegen den PL funktioniert es aber nicht so gut mit dem Mana Drain Weil der hat einfach endlos viele Illus Und wenn du da mal 3 zerstörst Ist vielleicht nicht unpraktisch Aber auch nicht sonderlich geil Eventuell ist es aber gut um den Echten zu entdecken Du machst es da rein Und der Echte Bei dem bleibt das Saugen ja bestehen Also wir müssen mal gucken Ob der Lion dann Schad kauft Das wollte ich nur damit sagen Bisschen weit ausgeholt Aber das könnte nochmal interessant werden 12 Lanes laufen super Die Slada Lane läuft gut Mit der Marcy Vor allen Dingen Dass er da auch nicht gestorben ist Gegen Ghost Ihr seht auch Er hat schon echt viel Gold Nicht zuletzt wegen dem First Blood Und hier ist zwar einmal schon Jetzt der Rubik gestorben Aber der PL Farm nach wie vor gut Hält gut mit Und das sollte auch noch passen In der Mitte Ist es recht ausgeglichen Beide Mithelden haben nicht so viel Gold Diese Runde Aber keiner zieht dem anderen davon Oder sowas Ending Stage Mit kleinen Rotationen Ansonsten aber bisher noch wenig Bewegung Jetzt haben wir gleich 6 Minuten Das heißt man wird auf Power Runes gehen Da seht ihr schon Auf der Minimap Und jetzt zeigt es auch gerade die geführte Dass die Snap da so in die Richtung sich bewegt Ich hätte jetzt gedacht Sie geht zum Power Runes Spot Um da die Rune für den Tiny zu sichern Damit er oben hingehen kann Dass sie garantiert die kriegen Oben ist auch Somnus unterwegs Der ist tatsächlich alleine Aber es kommen auch bereits Supports von RNG Okay die Invis geht an den Tiny Und die Snap ist den beiden Den nicht zum Opfer gefallen Also es gab den Kampf um die Power Rune Oh und sie haben ihn doch noch entdeckt Es war Nacht Sie hat ihn nicht gesehen Deshalb ist die Snap zurückgelaufen Vielleicht wurde sie auch einfach Von der Lina geblockt Oh der Cookie Der Götter Meine Fresse war das schön Damit sogar noch der Dragon Slave ausgewichen Die war immerhin Level 3 Kein Problem für die Snap Bisschen All Chat Chat Wheel Herr Toro hat einfach akzeptiert Dass er dieses Spiel Kein Mana hat auf der Lane Wegen dem Line Und behält den Magic Wand Für eine Situation Wo er es mal kurz braucht Gegen Helden die Mana ziehen Wie Linen auf der Lane Ist es immer ganz gut Ihm sowas wie eine Mango zu haben Oder viele Magic Wand Sticks Charges Immer sowas in die Richtung Damit du einmal schnell Mana hast Auch gegen Anti-Mage Macht das sehr viel Sinn Gegen Power Cogs In seltenen Fällen Von Clockwork So ein ganzes Zeug Auf WK ist es immer sehr gut Auch einen Impulse Heiler zu haben Damit er die Ulti setzen kann Falls es gezogen wird Davor Im späteren Spiel Slada Ist einfach so tanky Guck mal Jetzt haben sie ihn schon weggeworfen Weil sie einfach keinen Bock mehr auf den haben Sie haben erst ein bisschen überlegt Ob sie ihn töten können Dann haben sie ihn weggeschmissen Ah Toronto ist auch noch da Avalanche Toss Jumpt nochmal von der Marcy In die Bäume Und die wird überleben Die wird überleben Der Tree Toss reicht dann nicht Wegen ihrem Stick Und ist schon schön zu sehen Wie die alle so spielen Supermobil Sind immer da Die Supports Immer da wo die Action ist Sehr aktiv auf der Map Überleben in letzter Sekunde Die krassesten Initiales Der Gegner Hallo Kobra und FV Herzlich Willkommen Zu RNG gegen Spirit Und einem toten Juggernaut Einen sehr toten Juggernaut Schon wieder ist er denen zum Opfer gefallen War davor natürlich auch eine Weile her Aber trotzdem Er ist aggressiv Aber Kollaps ist einfach zu tanky Und das Ding ist halt auch Kollaps ist 6 Slada Level 6 Macht unglaublichen Auto-Attack-Damage Wenn der Bash durchgeht Und der Bash Hat ihm irgendwie 300 Leben abgezogen Oder so Als er noch in Blade Fury war Xnova Wieder mit dem Jump-Versuch Geht jetzt da in die Bäume Ich glaub das hat ihr Schicksal besiegelt Weil Kollaps mit dem Crelling In der der kommt Und mit dem Stunt trifft Das war's mit ihm Slada Meistes Gold im Spiel Danach kommt auch erstmal Sein eigener PL Und erst dann Ist RNG langsam dran Sim Was? Snap Slada ist mega Hab ich auch vor Partei gespielt Ja ist ne mega Kombo 1-1 Siehst du auch hier oben Kobra Weißt du doch Hier 1-1 Die beiden kleinen Mini-Leuchtpunkte Die keiner erkennt immer Ja ich mag die auch gerne Umi Ich kann die leider nicht so gut spielen Wie ich gerne würde Ich bleib mit der immer unter dem Potential Irgendwie Ich Ja Keine Ahnung Schwer zu beschreiben Die spielt sich für mich Ein bisschen wie Shadow Fiend Ich spiel die gerne Und auch jetzt nicht total schlecht Oder sowas Das funktioniert schon Aber ich hab immer das Gefühl So Ich kämpfe mit den Animationen Und ich Als wäre die so ein bisschen Als würde ich auf Eis laufen Wenn ich die spiele Die beiden Helden Ich kann nicht genau beschreiben Was es ist Ist bei SF aber noch mehr Als bei Lina So für mich Die spielen sich irgendwie So ein bisschen glitschig Slada nicht Slada ist zwar eigentlich glitschig Spielt sich aber nicht so Der ist robust Guck dir das Schulterblatt an Ist direkt aus dem BOW Set Der hat doch Transmog Double Damage Das geht sogar noch schneller Das geht sogar noch schneller Als ich dachte Sie haben zusätzlich In der Beast Aura Zwirt will eher Den Tower auf der anderen Seite töten Zerstören Was auch typisch ist Aber Sie haben noch gar keinen Schaden gemacht Wegen dem Fortify Das hat überhaupt nicht funktioniert Gehen jetzt ein bisschen weg Rubik Als Support Nimmt gerade in der Mitte Farm Genau wie der Lion Die beiden gönnen sich hier XP Die wollen sich dem Level 6 nähern Wie Poschke hat es schon Kaka immer noch 4 Ach ich erinnere mich gerade Kaka ist auch ein legendärer Lion Spieler Lion war sehr beliebt Ich glaube im TI Oder irgendwann davor Und Der hat eigentlich immer sehr schnell Dagger mit dem gekauft Und der hat einen unglaublich Guten Lion gespielt damals Also da können wir nochmal gespannt sein Was der Held hier macht Das war aber immer so Der hat am Anfang immer niedrigen Level Und irgendwann hat er plötzlich Dagger gehabt Keiner weiß warum Wird es ihm wieder gelingen Ist jetzt ein anderer Patch Ist ein anderes Meter Und der hat den Held wahrscheinlich Auch nicht mehr so viel gespielt Nova in großer Gefahr Könnte noch jumpen Sie sehen ihn natürlich Ja er geht schon mal weg Ich glaube es war ihnen wichtig Dass nicht die Lina da stirbt Deshalb haben sie es so positioniert Und da hat das Tumblers Toy von Tiny Nicht gereicht Da hat er schon einen Dagger für gebraucht Also Spirit jagt Aber aktuell AMG mit gutem Positioning Weichen vielem aus Frage ist Was ist mit dem Jugger Der ist jetzt zweimal gestorben Muss hier auch raus tippen Wäre der Slider rangekommen Hätte ihn geblasht Kaka Versucht an Rubik ranzukommen Hat jetzt das Hex getroffen Dann noch den Stun Merkt das war ein großer Fehler Geht weg Und stirbt trotzdem Am Level 7 Tiny Mit Avalanche Toss Einfach so viel Schaden Gegen den kleinen Squishy Support Der wird jetzt gerowrt Omni Slashes drauf Und es reicht nicht Ganz tatsächlich Mit Blade Fury hinterher Aber schon die Marcy verloren Und er lässt ab Ich glaube hätte er committed Hätte er zumindest den noch getötet Oh mein Gott ey RNG Voll untergegangen Team Spirit Hat hier Hat hier richtig mit ihnen aufgeräumt Der Jugger ist nämlich in die Mitte TP Und nicht in die Base da Was ein starkes Play war Dadurch konnte er direkt dahin Hat alles nicht geholfen Etwas überaggressiv Der Versuch auf den Rubik zu jumpen Er wollte halt dass der Cent Rankommt Den der Beastmaster kontrolliert hat Und die haben ihn dann auch noch Durchgestunt den Rubik War ja in der Situation dann eh egal Tiny Unglaublich viel da gemacht Na schon wieder Sich als sehr starker Pick Bisher herausgestellt PL farmt unbeirrt weiter Wir wissen es noch Von dem TA Game Die spielen gerne so Dass ihre Position 1 Sich wirklich lange lange raushält Und sehr sehr viel farmt Und dafür spielt sie auch Die entsprechenden Helden Im PL Ist der klassische Lasst mich alle alleine Wenn ich Space hab Gewinn ich euch das Spiel Held Und er ist auf bestem Wege In diese Richtung Auch wenn es noch sehr früh ist Soda Plus sagt auch Ey Spirit Ich mag euch 77% Win Wahrscheinlichkeit Und jetzt folgt noch Ihr Angriff auf den Tier 1 Und ich meinte ja schon Da vorne Der PL hat sowieso Das Potential Jedes Spiel im Alleingang Zu gewinnen mit ein paar Items Wenn sein Spiel am Anfang Gut läuft und er nicht Kleingehalten wird Das Gegenteil ist der Fall Der Ist richtig gut unterwegs Nova Auf der Marcy Gegen Tumblers Toy Von Toronto's Tiny Auf der Flucht Noch 2 Sekunden Bis Avalanche Jump ist früher fertig Sie kommt nochmal weg Wichtige Sekunden auch Die sie ihrem Team Spendiert Ohne zu sterben Wohlgemerkt Meldström für den Jugga Ist geplant Aber der PL Hat so viel mehr Gold So viel mehr Gold Und er geht Er geht auf jeden Fall Diffu into Manta Und dann kauft er ein Hard Ja Es ist Diffu Manta Hard Genau wie angesagt Nur dass er noch Ein Chart reinschiebt Für den Spirit Lance Bounce Und da muss man mal gucken Ob er das macht oder nicht Sieht gut aus Für Spirit Leute Sieht gut aus Und die meisten von euch War noch für Spirit Das freut mich dann natürlich Schöner Burst Hier von der Lina Sie haben den Rubik rausgenommen Aber jetzt kommen die Mortimer Kisses direkt Und die Avalanche von der Seite Flankiert PL ist auch dabei Jetzt wird aufgeräumt Sie kriegen die Lina Guter Kill für sie Und noch Als Obolus Den Lion Der Jugga Ist hier nochmal weggekommen Wird aktuell verfolgt Wyvern hat den aufgedeckt Vom Warte mal Von dem SD Ah ne das war nur Neutral Ding Ich dachte schon Hä Weil keiner von denen Kann Creeps kontrollieren Ich dachte Er ist mehr Einer von Spirits Summons oder sowas Aber geht ja gar nicht Hm Ja er kommt auf jeden Fall weg Tiny hat ihn ja da Ein bisschen verfolgt Ähm Hat aber wenig Leben Hashtag wenig Leben Healing World gleich fertig Kann er den mal kurz verwenden Ist ein gruseliges Spiel Was er hier spielen muss Und das Ding ist Er überlebt jetzt vielleicht Aber er läuft halt die ganze Zeit rum Er hat gar nicht die Möglichkeit Was zu machen Und Yatoro Farmt unbeirrt weiter Der hat jetzt Gleich 7k Net Worth Wir sind bei 14 Minuten Das Yasha Ist gleich fertig Hm Dagger Für Toronto Auch nicht mehr so lang Obwohl der insgesamt nicht so viel Kohle hat Jetzt Und was macht der Slada Er hat die Mom gekauft Das ist auch das was ich öfters in letzter Zeit Auf dem Held gesehen hab Bisschen her dass ich den gesehen hab Aber da war's so Und geht jetzt erstmal Dagger Ähm Ich denke es wird Dagger BKB Ziemlich sicher Und mit der Mom machst du einfach schon so viel Schaden Weil du so viele Tag Speed hast Plus Grocer Face natürlich Ich hab immer so seltsame Wortverbindungen Bei Miposhka zum Beispiel Muss ich immer an Pogo Puschel denken Und Pogo Puschel ist aus Secret of Mana Und ich hab keine Ahnung warum So ähnlich sind sich die Worte jetzt auch nicht Aber ich lese Miposhka Und ich will immer Pogo Puschel sagen Naja Meides halte ich ganz wenig von Auf nem Slada Von der Offlane Ähm Ich denke Mom Blink BKB Oder Situativ Wenn du sehr schlechtes Spiel hast Vielleicht Meides Aber puh Vielleicht auch mal die BKB vor dem Blink Darüber könnte man auch reden Ähm Aber ja Ich denke mal Mom ist wirklich Sehr 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 stark Auf dem Helden zur Zeit Das ist schon sehr geil Hm Ah ja ich verstehe Hubi Positioning ist bei ihr auch wichtig Wie bei Sniper Draw Aber Sniper Draw spielen sich nicht so glitschig Das hab ich eher bei so Ich glaub es sind die Animationen Und die Angriffe Und dieses Entscheiden Ob man Angriff oder Spells benutzt Bei Sf und bei Lina Und bei Sf ist noch die Positionierung Für die Raises und so Du musst halt immer dich so komisch bewegen Das ist irgendwie Ja Nichts was so leicht ist Wie andere Helden spielen Finde ich Ja man Mattenfried voll Immer noch dabei Ja cool Ja sehr situational oder Gerade die aktuelle Meides Smoke hinterm Jugger Wollen sie irgendwie angreifen Ja sie wollen den PL Oh das ist ein guter Jump Mit dem Raw Er ist ihnen direkt in die Arme gelaufen Das ist ein unglaublich guter Kill für sie Sie kriegen ihn Sie brauchten alles Aber sie hatten auch alles ready Und sie sind genau hier hoch Darf kann er ja nicht mit rechnen Was ein Smoke in den Gegnerwald Super krasser Kill Schön gemacht von RNG Und das belebtes Spiel natürlich Dass ihnen sowas gelingt Aber machen wir uns nichts vor Es wird immer noch Das Heft in der Hand Sehr sehr stark Kaka ist Level 800 1500 Gold Ich hab's gewusst Dass es wieder passiert Ich guck da mal nicht hin kurz Und dann hat der Laien Einfach fast ein Dagger fertig Jaja Also wir werden das Laien Dagger Hier noch sehen Wenn nicht ganz viel schief geht In das Spiel Und Beastmaster hat seinen Helm Auf die Overlord Jetzt auch fertig Das sollte RNG durchaus helfen Das große Problem ist definitiv Ihr Jugger Er hat jetzt nicht so wenig Farben Dass man sagen kann Der ist raus aus dem Spiel Das geht noch Aber es ist schon wenig Er geht in Klassiker Er geht Maelstrom Schad Das ist gut Seine Blade Fury Ist stark im Midgame Gerade durch die Buffs Die es durchs Schad bekommt Die Attacks Brocken dann die Maelstrom Blitze Die man In der Blade Fury macht Und es ist wenig Gold Für viel Damage Also es ist die richtige Entscheidung Denke ich Aber es ist halt schon recht langsam Alles Gerade im Vergleich zum PL Und die Uhr tickt weiterhin Sie haben ihn jetzt einmal getötet Das war total gut für sie Aber Der lässt sich jetzt auch nicht beirren Der farmt weiter Vielleicht gibt es gleich einen Kampf hier Es gibt ja einen Smoke Von Spirit Die gehen hier auf die Marsi Aber das ist jetzt nicht der allerkrasseste Kill Ähm War Eine Raindrop Charge Haben sie ihr abgeknüpft War nicht schlecht Lina hat ihre Travels Falconblade Und geht jetzt BKB Der Slada Geht jetzt auch BKB Nach dem Dagger Und PL Ja Hat bald Manta Und wenn er Manta hat Dann ist der Weg Zum Hard auch nicht mehr weit Und wir alle wissen was passiert Wenn ein PL Gegen die richtigen Gegner Sein Hard fertig hat Mit den Items Die er Mit den entsprechenden Damage Items davor Da passiert meist nicht mehr viel Das fühlt sich dann unmöglich an Noch hat RNG ein wenig Zeit Aber Aegis Geht hier scheinbar an Spirit Ohne großen Contest Die Äxte kamen mal noch Wenn lustig Hat er zufällig damit den Roche gesnipet Und direkt TP'n sie zurück Um hier was zu fangen Die Lina hat Splitpusht Mit ihren Travels Aber zu schnell reagiert Zu schnell reagiert Von Spirit Und damit kriegen sie auch noch Die gegnerische Mitte Neben dem Aegis Also perfekt für sie Absolut perfekt Werden sie jetzt pushen Oder werden sie einfach Den PL noch weiter farmen Ich lassen Ich denke sie werden pushen Weil er jetzt gerade Manta fertig hat Plus Aegis Oh nein Er hat Dagger Kacke hat Dagger Und er kann hier auch Dagger Er wird hier wahrscheinlich rauskommen Außer er wird geliftet Oder sowas Ne der ist weg Hat fast so viel Gold Wie der Rubik der Typ Der ist dieses Mal Lens gegangen Der Rubik Kein Dagger Aber Forstaff will er noch haben Vielleicht kann er hier mal So einen Roar klauen Das wäre nice Oder eben den Lina Stun Den Lion Stun In den Kämpfen Sollte Freies Geleit haben Oder zumindest viele Möglichkeiten Falls Behörd Einfach stärker ist Momentan Hm Man Wartet hier Man guckt Man will nicht die Snap Feier Und der Slada steht auch sehr bereit Das ist gefährlich Wenn Avenger das macht Haben sie vielleicht ein Problem Sie gehen auf die Snap Sie kriegen sie Nicht geburstet Aber Der Roar gegen den Slada Hält den zumindest mal auf Mira lebt immer noch Kümmert sich um Exnova Sie töten sich gegenseitig Und Collapse Stirbt Und sie stirbt Weil Swirlwind noch länger gebraucht hat Als ich dachte Sie kommen jetzt erst rein Miposhka hat mit einem geklauten Burst Schon mal den Laien getötet Und Ghost Wird wahrscheinlich Auch drauf gehen Healing Ward Rettet ihn Nicht den Arsch Shalice TP Also ja RNG hat im Endeffekt Dann den Kampf verloren Aber es lief noch deutlich besser Als ich dachte Weil Zwar haben Slada Und Marcy Und Snapfire Sehr lange überlebt Aber Spirbett hat noch länger gebraucht Um da hinterher zu kommen Und RNG hatte voll viel Zeit Um gegen ihn zu kämpfen Weil die sind hier durch den Wald gelaufen Spirbett ist hier so lang gelatscht Ich habe einfach drei TPs erwartet Hm Das bedeutet Wenn man mal rekapituliert Dafür das gerade ist Wird Aegis trägt Und RNG hinten ist War das noch in Ordnung Ganz blöd Dass sie den Jugger wieder verloren haben Aber insgesamt Nicht unbedingt ein schlechtes Ding Für sie Dieser Angriff gewesen Haben sie glaube ich Ein bisschen Glück gehabt Ehrlich gesagt Weil der Slada stand da sehr gut Und das wussten sie ja nicht Es hätte sehr schief gehen können RNG jetzt mit Cooldowns Omni Slash haben sie aber noch Laguna Blade auch Nur der Raw und der Finger Von Lion sind weg Ah und Marcy Ulti Naja Marcy ist jetzt auch eh weg Also RNG kurzzeitig zu zweit Äh zu dritt Äh zu viert Der Smoke von Spirit Hat ein Ziel getroffen Was nicht so wichtig ist Aber sie treffen wohl noch eins Und das tut jetzt richtig weh Sie haben auch noch den Beastmaster Ich wollte nämlich gerade wieder sagen Ist okay für RNG Ist nicht so schlecht Aber sie haben den Beastmaster Und der Raw Wird ihn nicht retten Miposhka hat den geklaut Ähm Und das ist es dann gewesen Ah Wie schade für RNG Ne Die Marcy da Den Gank abfangen Das ist okay Aber direkt danach Noch den Beastmaster Zu verlieren Kaka Durchgehend am Splitpushen Am Nerven Mit dem Dagger Jetzt auch wieder rausgekommen Ist in der Mitte Ist nicht in die Base Tippet Und versucht hier vielleicht Dem Dagger gegen den PL Zu helfen Oh PL versucht es nochmal Sie locken ihn Und gestunt Oh wie Kaka das gespielt hat So geil So geduldig Und er ist tot Also das Aegis ist weg Jetzt müssen sie gehen Weil sonst kommt Spirit Oh man Ey ich liebe diesen Diesen Line Von Kaka Kaka spielt eh so gut Das ist mir auch schon Auf dem Rubik Im ersten Spiel aufgefallen Ich werde auf jeden Fall Auf den PL dumm raufgerannt Oder weggerannt Aber da so hinten stehen Und erwarten Dass der reindasht Und den dann so hinten rein Baten Das war ein nices Aegis Äh Ein nicer Aegis-Stil Den sie da Angebracht haben Mit dem Lockdown Dann auch noch Sie müssen hier In der Stunt Chain Hetten Damit kein Doppelgänger Rauskommt Sonst ist es durch Deshalb ne Sie müssen halt Irgendwie gewinnen Eigentlich Bevor der PL hart bekommt Er hat jetzt auch Schon Scharf Und den Witt Booster Weaver In so 2400 Gold Auch da Es wird nicht lange dauern Er farmt relativ schnell Aber ein bisschen Zeit Haben sie noch Und auch einen Smoke Haze Drohne Zusätzlich auf der Lina Zur Verfügung Sie macht jetzt noch nicht Ultimativ viel Attack Damage Hat ne QS geküht Das könnte das verbessern Aber sie hat BKB Sie hat Fiery Soul Stacks Und sie hat Burst Schon relativ viel Schaden Den sie macht Ähm Und der Jugga kann auch Obwohl er wenig Items hat Schaden machen So ist nicht Smoke jetzt allerdings auch von Spirit Die sind ebenfalls gefährlich Und Toss Avalanche Marcy ist getroffen Und wie letztes Mal Deja Vu mäßig Direkt danach den Beastmaster Mortimer Kisses sind drin Oh aber ein schöner Stunt von der Lina Plus Blade für die Sorgen Zumindest mal für ein Kill auf den Sala Jetzt müssen sie rennen Schaffen sie nicht Avalanche zu stark Tossed Kontrolliert Und macht alles Buyback von Exnovat Noch einiges an Impact gehabt Könnte den Rest zumindest retten Sie sehe ich schon ziemlich tot hier Und Lion kommt irgendwie weg Keine Ahnung wie Vor allen Dingen aber die Lina Ja hat sie sehr viel gekostet War ein ganz ganz fieser Kampf Für RNG Sieht schlecht aus Sie werden wahrscheinlich verlieren Keine Frage Aber hätte sogar noch schlimmer werden können Und Da wurden sie einfach zu hart erwischt Der Tiny Hier die Marcy Und dann Zeitgleich hat der Rest den Beastmaster Dagehalten Das ist genau das was RNG nicht will RNG will selber den Initiate finden RNG will mit dem Lineup was sie haben Selber den Den Gegner finden Und einen schon mal töten Bevor es überhaupt los geht Wenn sie dann so reaktiv spielen müssen Dann Klappt das nicht mehr so gut Sieht man hier auch ganz gut Gerade weil sie jetzt unterlegen sind Und es dann nicht über Items und Levelpower Und so drehen können Puh Was haben sie noch für Sachen Die ausstehen Die vielleicht gut wären Lina hat ein bisschen Gold Aber dauert schon noch Ansonsten ey Ganz ehrlich So Ihr Lineup ist jetzt nicht so Dass sie auf irgendwas tolles warten Das hat eher Spirit mit dem PL Einen Kampf haben sie vielleicht noch Vor dem Hart zumindest Da geht es aber Der Jack hat schon Ganz Ganz gut Damage gedrückt Mit seinem Spin Ja Das ist wegen dem Shard Meldstrom plus Shard Macht einfach sehr viel Schaden Im Late Fury Und deshalb ist es auch Das was man eigentlich Meist kauft Meldstrom into Shard Das wird jetzt langsam Aber immer weniger Normalerweise hast du dann BKB Timings Wie jetzt vom Slada Die das ein bisschen negieren Die Leute kriegen große Items haben mehr Leben Der Magic Damage Fühlt sich nicht mehr so mächtig an Oha Sie wollten den Slada Wollt ihr mich verarschen Warum denn den Slada Oh Ist ja richtig Dass sie angreifen Aber Slada Das war es überhaupt nicht Also sie konnten nicht wissen Dass die direkt dahinter stehen Die Gegner Und ich verstehe auch Dass sie hier In dem Ziel angreifen Aber doch nicht den Der ist doch tanky Er ist fuck Wie Kack hat das Spiel Oh Er hat sich verteimt Er spielt das ja eigentlich Unglaublich kontrolliert Guck mal Er steht da so Sieht erstmal schlecht Das ist total kontrolliert Er wollte es perfekt timen Aber er wäre ja sowieso Nicht gestorben Der Slada Der Forst Der Forst Der Forst war ziemlich geil Spirit war dann da Aber es hat auch zu lange gedauert Also das war einfach Sie müssen ja Sie kriegen ja den Kill Mit den beiden Helden Wenn es nicht vom Burst reicht Und es hat dann nicht gereicht Nur wenn sie ganz lang Die Disables queuen Also ohne Sobot wäre ja dann Irgendwann gestorben Da kommt dann der Lion Stunt Dann kommt das Hex Und die Lina haut die ganze Zeit raus Aber dafür muss der Lion warten Und es dauert dann halt so 5, 6, 7 Sekunden Bis so ein Slada tot ist Und das reicht für Spirit Da waren Tier 2 noch Da waren jetzt in dem Fall Sowieso welche direkt dahinter Bisschen unglücklich für RNG Aber muss man ehrlich sagen War auch echt Echt greedy Gerade auf dem Slada Gegen jemand der Squishy ist Könnten sie gleichzeitig Deckern und einfach Bursten Und dann rennen Da klappt es dann vielleicht irgendwie Da hätte ich das Play eher gesehen Glück für RNG Dass der Jugger nochmal rausgekommen ist Aber ihr seht es Die haben kein Play mehr auf der Map Die werden überall weggedrängt Die Lina hat mittlerweile Auch nicht mehr so viel zu bieten Das hat sie jetzt sehr nach hinten geworfen Was die QS angeht Dieser Tod Und der Beastmaster Ähnlich wie bei Nigma Als sie so hinten waren Der probiert jetzt eben Die Split Push Und das ist ja auch nicht schlecht Das macht auch sehr viel Damage Der pusht wirklich verdammt schnell Spirit noch schneller Heart kommt jetzt im Kurier Für den PL Und ihr werdet sehen Der ist dann Eine absolute Macht Der initiiert auf den Beastmaster Er wurde überrascht Er wollte gerade gehen Die TPs kommen Der Lift ist da Die Cookies Sitzen Und er ist tot Und der Rest von Das muss natürlich jetzt gehen Weil da hätte jetzt RNG direkt angreifen können Als Reaktion Haben sie vielleicht so ein bisschen versucht Mhm So 3.150 Leben Unglaublich viel Rüstung Weil es ein PL ist Mit sehr viel Base AG Und auch AG Gain Und Mal sehen Er will jetzt ein Orchid kaufen Wäre ich jetzt der PL Hätte ich gegen die Gegner Wahrscheinlich Eher ein Basher gekauft Ehrlich gesagt Aber Orchid ist Sehr gut Gegen Lain Gegen Marcy Und Solange sie die BKB Nicht aktiv hat Auch gegen die Dina Und vor allen Dingen Der Beastmaster Hat ja auch keine BKB Na Orchid ist schon richtig gut hier Nee Orchid ist besser Als Bescher Butterfly wäre auch sehr krass Weil die Gegner haben nicht Die Kapazitäten Um irgendwie eine MKB zu kaufen Aber nee Ich glaube Orchid Ist eine geile Wahl Nein ist raus Die werden hier überleben Das war ein gutes Manöver Von Spirit Ne Von RNG Weil Spirit ist nach oben gegangen Um die zu ganken Und sie haben den Outpost Zwar zurückgeholt Aber in der Zeit Holt RNG jetzt einfach den unten Und sie Machen halt Zeit gut Ist nur so schade Dass wir oft in letzter Zeit In Situationen sind Wo das überlegene Team Das ist was vom Lineup Er eher Zeit gut machen könnte Wäre die Situation andersrum Wäre das spannend Weil der PL Da hätte ich gesagt Oh vielleicht hat er irgendwann noch Hart Sie müssen nur Zeit für ihn kaufen Aber so ist es eben nicht RNG hat das aggressive Kill holende Burst Jugger Lineup Und die stehen mit Sechs Die haben sechs Kills In 27 Minuten gemacht Sind 14.000 Gold hinten Und stehen in der Base Und versuchen irgendwie Zeit zu schinden Gegen den PL Der Freeform hat Und immer stärker wird Das ist halt totaler Quark Ähm 94% Für Spirit Ein großer Aufbäumer Von RNG Aber sie kommen zu spät Der Der Rosh ist down Und in dem Moment Versuchen sie umzudrehen Und jetzt ist natürlich Jetzt natürlich ganz bitter Jetzt werden sie auch noch erwischt Ähm Ja Es ist nur Es ist nur die Marcy Ah ne Das Dada hat den Jugger noch gejagt Zum Glück kriegen sie den nicht Für RNG zum Glück Ja Fünf Sekunden früher hätten sie da sein müssen Ich glaube nicht, dass sie an den Kampf gewonnen hätten Aber dann hätten sie zumindest noch mal Den Kampf um Rosh gehabt Jetzt ist es wieder die klassische Wir können eigentlich nichts mehr machen Verteilung über die Map Ähm Nach wie vor muss ihre Idee sein Kills zu finden Einzelne kleine Kills Jemanden zu überraschen Unglaublich schwer Ähm Und es geht halt auch mit kaum mehr Mehr wem Ich glaube selbst den Also ja Ne Den 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 Krass Schnell getötet Ne Die Nina hier Oh dann Schöner Stun gegen die Snapfire Dem Aghanims Tree Toss Vom Tiny ausgewichen Habe ich jetzt nicht mit gerechnet Ne Was die da mal so solide traden Gut verteidigt Bisschen zurückgebissen Lotus Orb hat die Snap Sehr sehr gut gegen RNG Lotus Orb Tiny will Ian das kaufen Auch interessant Ich hätte eher mit einer BKB Oder einem kleinen Crit gerechnet Aber Aghanims Echo Ist ja immer macht halt auch schon für sich genommen Sehr 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 viel Damage Hier wurde gepinkt wie wild Kann mir aber nicht vorstellen Dass RNG wirklich angreift Ja ist ein bisschen einseitig heute Da hast du recht Das Geile ist dass ja morgen erst Das ganz große Ding stattfindet Na Morgen ist ja Ähm Halbfinale und noch Finale Direkt danach Die erste Serie gucke ich nicht Aber ab 16.30 Uhr Bin ich wieder hier auf YouTube live Also ab 16.30 Uhr könnt ihr das tun Wenn ihr wollt bei mir gucken Und ähm Ja da haben wir dann Secret gegen Spirit wahrscheinlich Und dann Den Gewinner von OG und LGD Gegen den Gewinner von Secret und Spirit Um 1,5 Millionen Das ist dann Na richtig Premium Also Sonntag ist Dota Tag Wird saugeil Äh Die Spiele Obwohl sie heute Auch öfters so ein bisschen Wie dieses hier waren Haben mir Zeitgleich doch Sehr viel Lust auf mehr gemacht Ich weiß gar nicht genau warum Ich glaube ich sehe die ganze Zeit So ein großes Potenzial in den Games Dass es auch richtig Richtig nice werden kann Und die Teams spielen eben auch sehr gut Man merkt irgendwie Auch dieses ne Das unterschiedliche Regionen aufeinandertreffen Was ich immer mag Das ist um wirklich was geht auch Äh Finde ich geil Unterschiedliche Strategien Der einzelnen Teams Aufeinanderprallen Und jetzt Ja Es ist halt Es ist halt eigentlich durch Aber es dauert noch ein bisschen Das ist dieser klassische PL Mit seinem Hart Der jetzt langsam zu Tode quillt Die Gegner Weil ihr seht Die können nicht angreifen Also wenn sie ihn angreifen Sind sie tot Jetzt hat er mal versucht Äxte zu werfen Direkt Sie einen Support dafür geopfert Damit Charlize rauskommt Und Beastmaster Direkt auch bereut Was er da versucht hat Der Toro bleibt weiter vorne Sie können dagegen nichts machen Ich glaube der Beastmaster Sollte gerade hier Split pushen Aber egal Sie werden gleich ein 5 gegen 5 versuchen Da gibt es den Go Dagger Alles drauf Lotus Orb jetzt hinten dran Der Toro überlebt Kriegt Doppelgänger raus Hat sowieso Noch Aegis Und er hat eben das Hart Das heißt Nicht mal der Schaden ist wertvoll Weil er heilt sich jetzt einfach hoch Und der Threshold Ist nicht mehr zu erreichen Mit dieser Kombo aus Hart Und der Armour Die er hat Schon tausendmal gesehen Bei Pros Wenn der gepickt wird Als Last Pick Ist es ganz oft so Dass das Spiel so endet Wenn die PL Seite gewinnt Ähm Ja Jetzt haben sie einmal rausgehauen Sie haben aber noch ihren Burst Sie haben noch Finger zumindest Vom Line Und sie haben noch Laguna Blade Spirit lässt scheinbar ab Noch eine Minute Auf dem Aegis gehabt Ich glaube sie hätten das forsten können Scheinen sich ganz safe Zu machen Gehen jetzt erstmal auf die Creeps hier Im Triangle Und dann gucken wir uns mal Den nächsten Schritt an Schon interessant Dass sie jetzt nicht noch Die Minute mit dem Aegis Weiter forciert haben Sie wollten wahrscheinlich Nicht so tief hier reingehen Weil er dann in die Tier 4s Gegrabbt werden könnte Oder so Aber ey die killen den doch Niemals Zweimal Der hat noch Und kriegt noch einen Lotus Orb Arminji hätte wahrscheinlich Versuchen sollen Von hinten irgendwie Anzugreifen Ähnlich wie wir es auch schon mal Gesehen haben Mit einem Manöver Hier vorne in einem Spiel So Ja Alles sehr schwer Sie können halt eigentlich Nicht den PL töten Sie müssen die Snap Und den Rubik erwischen Sowas Nächster Angriff Aegis noch 30 Sekunden Also sie kommen doch nochmal Zurück mit dem Aegis Was ich gut finde Also das ist denke ich Das Richtige Oh Avalanche Tossback Und jetzt finden sie aber Ihr Target damit Der Tiny ist ziemlich weit Nach vorne Ah halt Iendisk Iendisk stimmt Hat er gekauft Und dann gab es noch Rubik Schad Rausgeliftet Sie kriegen den Slada Ghost hat da mit Omni Sehr viel Damage gemacht Aber ja Toro Na Den müssen sie eben ignorieren Und der kämpft hier gerade Allein gegen drei Geht in die Fountain fast rein Killt alle drei nicht Aber alle drei fast Und damit hat RNG Irgendwie es geschafft Vier gegen vier zu stehen Und kein Aegis mehr Jetzt müssen sie eigentlich Angreifen direkt Sie haben halt Cooldowns Ne Ist schwierig Aber ich glaube sie müssen es probieren Und sie versuchen es Auch wenn sie hier verlieren War das ein gutes Play Denke ich Das war der richtige Call Sie verlieren schon mal Exnova Die hat der Tiny zu krass Viel zu krass Buyback auf ihr Ich glaube wirklich Das ist Also sie werden es nicht gewinnen Aber bessere Chance Als jetzt gibt es nicht mehr Ja Spivit wird sich zurückziehen Und RNG Kriegt es nicht hin Da den Angriff zu finden Trotz Buyback auf der Marcy Bisschen interessant Dass sie jetzt nach dem Buyback Nicht nochmal ganz weh mit angegriffen haben Ich glaube es ging einfach nicht Aber ähm Ich hätte es sehr sehr gern gesehen Dass sie das wahrnehmen Weil da waren sie dann In der Überzeitposition Wenn auch mit Cooldowns bestraft Ja und dann irgendwie Auf die Snap Auf den Rubik Ich glaube der Tiny Hat da auch schon ein bisschen Was verwendet wieder Hatte zumindest Avalanche und Toss Nach dem Buyback Von der Marcy auf Cooldown Ja Mann Ich versuche über das zu reden Was noch irgendwie geht Aber na Zlada Bald Level 20 Mindtrack auch eklig Für sowas Wie Also für den Helden Der hat eine QS fertig Wie geht es denn eigentlich Der Lina QS Sie hat sie Und sie hat 2000 Gold Obendrauf Für eine MKB Warum MKB Und nicht Crit Es gibt kein Butterfly Vielleicht erwartet sie Auf dem PL Einen Butterfly Aber der hat Bloodshorn Und sie hat ihn ja auch Viel gesehen Also die MKB verstehe ich nicht Aber wir werden sie auch Nicht mehr sehen Glaube ich Es ist zumindest gut Dass sie eine QS hat Aber ich hätte jetzt Auf jeden Fall ein Crystallis gekauft Für maximalen Damage Als Value so Vielleicht ein Skadi Aber ne Eher nicht Die brauchen einfach Ganz viel Schaden Egal was sie kauft Es ist sowieso Fast unmöglich Hier zu gewinnen Butter Plus Sagt 99 zu einem Prozent Halte ich für eine Realistische Einschätzung Ja Moritz Total Sonntag Ach geil Markus Na dann Sehen wir uns um 17 Uhr Sorry Kann ich jetzt nicht mehr Zu spät gelesen Markus Jetzt gibt es den Fünf Mann Smog Von Spirit Der ist im Omni Slash gestorben Der Tiny Hier vorne Ich glaube der Omni Slash Ist ziemlich lucky gebounced Und hat auch wie ein Wilder Auf den rauf geklickt Buyback hat sie nochmal Was für eine gemeine Aktion Von ihm Der Smog hat voll funktioniert Aber OMG hat Buyback Sie Buyback ihn jetzt sogar Ich wollte gerade sagen Vielleicht als Überraschungs Buyback Oder so Ach es ist alles so hoffnungslos Mann Es ist so hoffnungslos Monkey King War Ist damit schon mal komplett weg Oder jegliches anderes Große Item Ich hätte Küste das gekauft Und dann wäre das Spiel Jetzt vorbei gewesen Aber ja Tossback da Ist so gemein Was willst du dagegen machen Ha Hat noch reingetötet Omni Slash gegen die Iendis Alles klar Es wird mich nicht wundern Wenn sie jetzt einfach schon GG schreiben Ghost geht nochmal raus Mit der Blade Fury Aber Collapse könnte Macht er nicht Spirit spielt das so safe Das liegt daran Dass viel auf dem Spiel steht Die wollen das ganz ganz vorsichtig machen Die wollen jetzt nicht nochmal Komisch hier verlieren Omni Slash ist auf Cooldown Lion hat Buyback Was soll ich Bringt es doch zu Ende Sie sind doch schon tot Der nächste Smoke Der nächste Tossback Ne Einfach nur Avalanche Jetzt kommt der Toss Und sie springen gemeinsam rein Und zerkleven Alles GG Schön gespielt am Ende Auch von Spirit Sehr kontrolliert Sehr aggressiv Mit diesen Smokes Reingejumpt Aber wirklich zu kontrollierten Guten Momenten Und das war es heute Für heute Mit den Mit den Spielen RNG gegen Spirit Geht 2 zu 1 Für Spirit aus Und ich fand es geil Danke dass ihr dabei wart War sehr sehr cool gewesen Morgen 16.30 Uhr Dann wie gesagt Weiter im Programm Hier seht ihr nochmal Spracket Links Also OG gegen LGD Morgen früh Und dann 16.30 Uhr Team Secret Gegen Team Spirit Trage ich jetzt nicht mehr ein Das schauen wir uns an Und dann schauen wir uns Direkt im Anschluss auch noch Das fette Finale an So der Plan ab morgen Ja Quep Ähm Finde ich auch cool Also ich hätte auch RNG das gegönnt Aber finde ich auch cool Wir haben jetzt wirklich Richtige Traum Matchups Morgens Morgen Also Secret Also Secret gegen Spirit Wird Hammer Zweiten Zweiten Fünften Bis sechsten Platz Gerade bekommen Mit RNG Ich hoffe sie sind nicht allzu enttäuscht Immerhin sind sie nicht in der Gruppenphase bereits rausgeflogen Ja So ist der aktuelle Stand Hau rein Onkel Gute Nacht auch an dich Es ist ja schon fast 12 Es ist fast 12 Ich hab's Ich hab's so lange wieder gestreamt Na Mein Gott ich muss was essen Gut dass ich Danke Red Rotten Gut dass ich vorher noch ein bisschen Brot gegessen hab Ich bin auch echt platt Ich mach mal schon mal Licht aus hier Oh guck mal jetzt Richtig hässlich Ich hab's Oh Leute Puh Irgendwie anstrengend Weil's so warm ist Weil's so verdammt warm ist Danke für den Stream Gerne Mattenfried Danke dir für die Spende Danke auch an Neocron Für den krassen Support Und für die anderen die gespendet haben heute An alle die geliked haben Die zugeschaut haben Die ein bisschen kommentiert haben und so Sehr korrekt von euch Bei den Sportschuhen auch danke für die Vorschläge Ich schau mir das nochmal genauer an Die Adidas Dinger kann man wahrscheinlich auch im Laden einfach mal probieren Ob ich da was cooles finde Ja Und morgen sehen wir uns dann wieder Ich brauch noch ne neue Pfanne Ich denke morgen Ist das Spendenziel ne Pfanne Und das kann man dann ja in Witcher überleiten Falls es nicht erreicht wird Bei ner Pfanne Würde ich sagen Ne halbwegs wieder Pfanne sind 50 Euro oder Ist zu viel Ich will ne normale Pfanne Meine hat nämlich Auch mal ein Geständnis Zum Abschluss dieses Streams Ich hab ne Pfanne Die Pfanne ist kaputt Die hat überall Kein Belag mehr Nur noch so Silber drunter Und ich esse damit Aber ich mach Benutze die immer Schon seit einem halben Jahr Obwohl die Gar keinen Belag mehr hat Wie hoch ist die Chance Dass ich jetzt Krebs hab Weil ich glaub Das war ganz schön dumm von mir Scheiße Jo Moritz Hau rein Bis morgen Tschüsseldorf Tschüsseldorf Ich geh erstmal was essen Glaub ich Warte noch kurz 30 Euro gibt's schon gute Pfannen Ja ist ja nice Alter Weil ich hab auch nicht so Bock So richtig viel Geld Für ne Pfanne auszugeben Aber letztes Mal hatte ich gefragt Da war eher die Rede von 50 So glaube ich Ich schau mir das mal an Red Rotten Jetzt schauen wir uns mal genau an Hau rein Gute Nacht Hubi So Wen kann ich hier noch Gute Nacht sagen Wem hab ich Ich glaub ich hab schon einige Verabschiedet Aber ich verabschiede jetzt noch einmal Einmal alle Finale Die ich sehe Also Gute Nacht An FV Hubi Moritz Quepp Markus natürlich Mattenfred Jabba Red Rotten Roxy Auch cool dass du da warst Heute wieder Doch gib mal mehr aus Ja ich schau mal Vielleicht ein bisschen mehr Zu teuer Ich will diese Diese Mittelklasse Die schon was taugt Diese etwas gehobene Mittelklasse Hat immer gutes Value Finde ich Gute Nacht Auch Snoopy und Skybreak Schlaft beide gut Und auf einen geilen Dota Tag Morgen Jo Freut mich dass dir gefallen hat Skybreak Gute Nacht Umi We are out For today